Bartimaeus, der Ring des Salomo von Jonathan Stroud Gelesen von Gerd Köster Jerusalem 959 v. Chr. Sonnenuntergang über den Olivenhainen, der Himmel errötete Pfirsichfarben wie ein verschämter Jüngling beim ersten Kuss. Durch die offenen Fenster wehte ein kaum spürbarer Windhauch, der die Düfte des Abends hereintrug. Er verfing sich im Haar der jungen Frau, die allein und in Gedanken versunken in der Mitte des Raumes auf dem Marmorfußboden stand und ließ ihr Gewand um die schlanken, gebräunten Glieder flattern. Sie hob die Hand. Schmale Finger spielten mit einer Locke. »Warum so schüchtern, mein Herr?« raunte sie. »Kommt näher und lasst euch betrachten.« Der alte Mann im Pentagramm gegenüber ließ die wachsbeschichtete Tonrolle sinken und funkelte mich mit dem gesunden Auge ärgerlich an. »Bei Jehova, Bartimaeus, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Masche bei mir zieht!« Ich klimperte betörend mit den Wimpern. »Wenn du ein Schrittchen näher tritt, tanze ich für dich. Das willst du dir doch nicht etwa entgehen lassen. Ich führe dir den Tanz der sieben Schleier vor.« »Nein, danke«, sagte der Zauberer gereizt. »Und das kannst du auch bleiben lassen.« »Was denn?« »Dieses Gewacke, da, schon wieder!« »Ach komm schon, Kumpel, reg dich ab, was passt dir denn nicht?« Mein Herr stieß einen Fluch aus. »Womöglich dein gespaltener linker Fuß, vielleicht auch dein schuppiger Schwanz, oder aber der Umstand, dass jedes Neugeborene weiß, warum man auf keinen Fall aus dem Schutzkreis treten darf, wenn man von einem tückischen, doppelzüngigen Geist wie dir dazu aufgefordert wird. Und jetzt habe ich einen Auftrag für dich.« Die Maid im Pentagramm verschränkte die Arme und rümpfte das niedliche Näschen. »Ich habe eben erst einen Auftrag abgeschlossen.« »Stimmt, und jetzt kommt der Nächste.« »Den erledige ich, sobald ich mich erholt habe. Du erledigst ihn sofort.« »Warum immer, ich schicke doch Tufek oder Resim los.« Ein scharlachroter Blitz schoss aus dem Zeigefinger des Alten und setzte mein Pentagramm in Brand. Ich jaulte auf und verführte wilde Luftsprünge. Das Knistern ließ nach, ebenso der Schmerz in meinen Füßen, und ich verharrte in einer unvorteilhaften Pose. »Du hattest recht, Bartimeus«, kicherte der Alte. »Du tanzt wirklich nicht übel. Ist dir immer noch nach Widerworten zumute?« »Nein, nein«, ich klatschte schallend in die Hände. »Ihr habt einen neuen Auftrag für mich. Welche Freude! Ich bin gerührt, dass ihr unter so vielen anderen würdigen Chin ausgerechnet mich auserwählt habt. Was verschafft mir diese Ehre? Ist sie der Lohn dafür, dass ich den Riesen im Libanongebirge quasi nebenbei erledigt habe? Dass ich die kanaanitischen Rebellen mit unermüdlichem Eifer in die Flucht schlug, oder verdanke ich sie schlicht meinem guten Ruf?« Der Alte kratzte sich die Nase. »Falsch geraten! Du verdankst sie deinem Benehmen gestern Abend, als dich die Wachkobolde dabei beobachtet haben, wie du in Gestalt eines Mandrellaffen vor dem Schaftor durchs Unterholz stolziert bist, anstößige Lieder über König Salomo geschmettert und deine eigene Herrlichkeit lautstark gepriesen hast.« Das junge Mädchen zuckte missmutig die Achseln. »Vielleicht handelt es sich ja um eine Verwechslung.« »Wenn jemand hartnäckig wiederholt, Bartimaeus ist der Größte, lässt das gewisse Schlussfolgerungen zu.« »Na schön, ich war's. Dann hatte ich eben zu viele Stechlinge zum Abendessen. Macht doch nichts.« »Ach nein! Die Wächter haben es ihrem Vorgesetzten gemeldet, und der hat sich bei mir gemeldet. Ich habe es dem Obermagier Hiram gemeldet, und ich glaube, inzwischen ist es auch dem König zu Ohren gekommen.« Der Alte setzte eine förmliche Miene auf und sagte streng, »Hör mir gut zu. Salomo wünscht neue Trophäen für seine Wunderkammer. Er hat seine Zauberer angewiesen, die gesamte bekannte Welt nach kunstvollen und zaubermächtigen Gegenständen zu durchsuchen.« »Zu dieser Stunde beschwören meine Rivalen auf sämtlichen Türmen Jerusalems lauter Dämonen, die dir an Widerwärtigkeit in nichts nachstehen, und senden sie wie feurige Kometen in alle vier Himmelsrichtungen aus, damit sie versunkene Städte plündern. Mit den erbeuteten Schätzen wollen sie Eindruck auf den König machen und sich bei ihm einschmeicheln. »Aber das wird ihnen nicht gelingen, Bartimaeus, denn wir werden ihm die prächtigste Trophäe von allen überreichen. Habe ich mich verständlich ausgedrückt?« »Ich beschaffe ihm seine Trophäe. Wo soll's denn hingehen?« Mein Herr zeigte auf das Fenster, durch das die Lichter Jerusalems heiter hereinblinkten. »Du fliegst ostwärts nach Babylon. Hundert Meiden südöstlich dieser sündigen Stadt und dreißig Meiden südlich vom derzeitigen Lauf des Euphrat findest du die verfallenen Überreste einer uralten Stadt. Die Bauern dort meiden die Ruinen aus Furcht vor Geistern, und die Nomaden weiden ihre Herden nur jenseits der äußersten Hügelgräber. Heute hausen dort nur noch ein paar religiöse Eiferer und andere Verrückte, aber der Ort war nicht immer so verlassen. Einst hatte er sogar einen Namen. »Eridu«, sagte ich leise, »ich weiß. Durchstöbere die Ruinen, mach die alten Tempel ausfindig. Wenn man den Schriftrollen glauben darf, muss es dort noch zahlreiche Geheimkammern geben, in denen unschätzbare antike Kostbarkeiten schlummern. Wenn wir Glück haben, sind einige davon noch unberührt.« »Schon verstanden. Ich soll nach Eridu und mich dort umschauen. Aber wenn ich wiederkomme, will ich auf der Stelle entlassen werden. Kommt ganz darauf an, was du mir bringst, Bartimaeus. Und jetzt sei bereit. Ich werde dich nun an deinen Auftrag binden.« Das hübsche Mädchen zerfloss und wurde durchsichtig. Einen Augenblick lang schwebte ich noch in meinem Pentagramm wie ein dunstiger Schemen, dann zerplatzte ich geräuschlos. »Herrschaftszeiten«, begrüßte ich die Untoten durch das Loch in der gewölbten Decke, an dessen Rand ich mich mit einer Hand festhielt. »Ist denn hier keiner, mit dem man mal vernünftig quatschen kann?« Mit der freien Hand feuerte ich einen Plasmablitz ab, der vor den Füßen eines dieser Kerle ein Loch riss. Ein Schritt, und er war in der Versenkung verschwunden. Dann sprang ich in die Saalmitte. Die Untoten näherten sich jetzt von allen Seiten. Ihre Gewänder waren hauchdünn wie Spinnweben, an ihren Gelenken klirrten Bronzereifen. Einst waren sie lebendige Männer und Frauen gewesen, Sklaven, Freie, Höflinge und niedere Priester, Mitglieder aller Gesellschaftsschichten von Eridu. Aber jetzt bedrängten sie mich mit gebleckten Zähnen und schartigen gelben Fingernägeln und wollten meine Substanz in Stücke reißen. Ich bin von Natur aus höflich und verhielt mich angemessen entgegenkommend. Eine Detonation nach links, einen Schüttelkrampf nach rechts. Es hagelte bunter Mumienbrösel auf die glasierten Reliefs alter sumerischer Könige. Das verschaffte mir eine kurze Atempause. Ich schaute mich um. In den achtundzwanzig Sekunden, seit ich mich durch die Decke gebohrt hatte, war mir noch keine Zeit geblieben, meine Umgebung ausführlich in Augenschein zu nehmen, aber die Ausstattung und der Zustand des Tempels lieferten mir gewisse Hinweise. Zum einen handelte es sich zweifelsfrei um einen Tempel des Wassergottes Enki, der seit mindestens fünfzehnhundert Jahren nicht mehr verehrt wurde. Zum anderen waren in den langen Jahrhunderten, seit die Priester die Türen versiegelt und die Stadt dem alles verschlingenden Wüstensand überlassen hatten, niemand mehr hier eingedrungen. Das erkannte ich an der dicken Staubschicht auf dem Boden, dem umversehrten Steinblock vor dem Eingang, dem Eifer der untoten Wächter und nicht zuletzt an der Figur auf dem Altar am anderen Ende des großen Raumes. Bei der kunstvoll aus purem Gold gefertigten Figur handelte es sich um eine Wasserschlange, eine Verkörperung des Enki. Sie blinkte matt im Schein der von mir zur Beleuchtung des Saales entflammten Signalfeuer und ihre Rubinaugen funkelten unheilvoll wie verlöschende Glut. Allein als antikes Kunstwerk war sie vermutlich unbezahlbar, aber das war nur die halbe Miete, denn die Figur besaß auch magische Kräfte und verströmte auf den höheren Ebenen eine charakteristisch pulsierende Aura. So weit, so gut. Jetzt musste ich mir das Ding nur noch schnappen und wieder verschwinden. Entschuldigung, Entschuldigung, ich schob die Untoten sanft beiseite, beziehungsweise das war die Regel, pustete sie mittels Infernus quer durch den Saal und erblickte die nächste Falle. Um die goldene Schlangenfigur war auf der vierten Ebene ein Netz aus smaragdgrün schimmernden Fäden Die Fäden waren hauchdünn und sogar für meine Gin-Augen kaum sichtbar. Zwar wirkten sie ziemlich altersschwach, aber ich hatte trotzdem Respekt vor ihnen. Sumerische Altarfallen sollte man generell nach Möglichkeit meiden. Ich blieb stehen und überlegte. Es gab durchaus Mittel und Wege, die Fäden aufzulösen, doch das erforderte Zeit und mehr Platz. Da spürte ich auf einmal einen stechenden Schmerz. Ich musste feststellen, dass sich ein besonders heruntergekommener Leichnam, der Betreffende hatte zu Lebzeiten eindeutig an den verschiedensten Hautkrankheiten gelitten und sich bestimmt über die Mumifizierung als entscheidende Verbesserung seines Schicksals gefreut, angeschlichen und seine Zähne tief in die Substanz meines Unterarms gegraben hatte. So eine Frechheit! Dem Burschen würde ich's zeigten. Ich stieß ihm kameradschaftlich die Hand zwischen die Rippen und feuerte eine kleine Aufwärtsdetonation ab. Diesen Trick hatte ich schon etliche Jahrzehnte lang nicht mehr ausgeführt und fand ihn noch genauso lustig wie früher. Sein Kopf schoss wie ein Sektkorken in die Höhe, knallte gegen die Decke, er prallte zweimal von den Wänden ab und, plötzlich fand ich das Ganze gar nicht mehr komisch, plumpste neben dem Altar zu Boden, wobei er das schimmernde Fadennetz durchtrennte. Womit wieder einmal bestätigt wäre, dass man Arbeit und Vergnügen bei der Erledigung eines Auftrags sauber trennen sollte. Eine dumpfe Erschütterung hallte durch alle Ebenen. Bei mir kam sie nur so leise an, dass ich kaum etwas hörte, aber drüben am anderen Ort musste es ganz tüchtig gerumpelt haben. Erst rührte ich mich nicht vom Fleck. Ein schlanker, junger Mann mit dunkler Haut und weißem Ländenschutz, der ärgerlich die sich krümmenden Fadenenden betrachtete. Dann gab ich mir einen Ruck, fluchte wortreich auf Aramäisch, Hebräisch und in anderen Sprachen, griff mir die Schlangenfigur und trat schnurstracks den Rückzug an. Ein paar übereifrige Untote klapperten hinter mir her. Ohne mich umzudrehen, entfesselte ich einen Flutzauber, der sie wegspülte. Die verbliebenen Fäden über dem Altar stellten ihre Zuckungen ein, verflüssigten sich rasend schnell und bildeten eine Pfütze oder ein Portal auf den Steinfliesen. Die Flüssigkeit breitete sich unter dem heruntergefallenen Mumienkopf aus, dann versank der Schädel darin. Die Pfütze lag unbewegt da und leuchtete in den unzähligen Farben des anderen Ortes, aber stumpf wie hinter Glas. Dann kräuselte sich die Pfütze. Etwas näherte sich. Ich drehte mich rasch um und schätzte die Entfernung zu dem Loch in der Decke ab, durch das immer noch Sand in die Kammer rieselte. Mein Tunnel hatte inzwischen bestimmt dem Gewicht des Sandes nachgegeben. Es würde einige Zeit dauern, bis ich mich an die Oberfläche gewühlt hatte, Zeit, die ich nun wirklich nicht hatte. Solche Zauberfallen wirken schnell. Wohl oder übel wandte ich mich wieder dem Portal zu. Die Pfütze waberte jetzt und zwei kräftige Grüne mit dicken Adern überzogene Arme drangen aus ihr hervor. Klauen bewährte Finger kratzten über die Tempelwände, Muskeln schwollen und ein albtraumhaftes Ungeheuer ragte vor mir auf. Der Kopf war der eines Menschen. Auf dem Schädel wucherte eine schwarzlockige Mähne. Es rückte ein breiter Brustkasten, der aus demselben grünen Zeug bestand. Die untere Körperhälfte, die als nächstes auftauchte, schien eher zufällig zusammengestellt. Die mit Muskelsträngen bedeckten Beine gehörten einem wilden Tier, einem Löwen oder anderen gefährlichen Raubtier, endeten jedoch in Adlerklauen. Das Hinterteil der Kreatur war gnädigerweise von einem Wickelrock bedeckt, allerdings spross aus dem Schlitz ein langer, bösartiger Skorpionschwanz. Unheilvolle Stille trat ein, als die Erscheinung ganz aus dem Portal trat und sich aufrichtete. Sogar die letzten paar Untoten wirkten eingeschüchtert. Das Gesicht des Wesens glich dem eines sumerischen Herrschers, olivfarbene Haut, markante Züge, volle Lippen und dazu ein rechteckig gestutzter, geölter Kinnbart. Nur die Augen fehlten. Zwei gähnende Löcher waren auf mich gerichtet. Du bist Bartimaeus, stimmt's? Hast du die Falle ausgelöst? Hallo, Naabasch, leider ja. Das Wesen reckte die Arme, dass es knackte. Ah, warum hast du das getan? Du weißt doch, was die Priester mit Dieben und Eindringlingen anstellen. Sie werden Hackfleisch aus dir machen, beziehungsweise ich soll das für sie übernehmen. So wichtig ist der Schatz den Priester nicht mehr, Naabasch. Meinst du? Die leeren Augen schauten sich im Tempel um. Ganz schön staubig hier. Ist schon eine Weile her, was? Länger als du glaubst. Trotzdem bin ich an meinen Auftrag gebunden, Bartimaeus. Da lässt sich nichts dran drehen. Solange Stein auf Stein steht und unsere Stadt überdauert, du kennst ja den Sprach. Der Skorpionsschwanz zuckte ungeduldig rasselnd in die Höhe. Der schwarze Stachel krümmte sich über Naabaschs Schulter. Was hältst du da eigentlich in der Hand? Doch wohl nicht die geheiligte Schlange? Kann schon sein. Ah, sehr schön, ausgezeichnet. Du hattest schon immer eine große Klappe, Bartimaeus, hast dich immer für was Besseres gehalten. Ich kenne niemanden, der dafür so oft Dresche bezogen hat. Du kannst die Menschen mit deinem Gequatsche richtig auf die Palme bringen.« Der sumerische Edelmann entblößte lächelnd eine Doppelreihe spitzgefeilter Zähne. Gleichzeitig spannte er unauffällig die Hinterläufe an und bohrte die Adlerklauen in den Steinfußboden. Ich behielt die sprungbereiten Beine ebenso unauffällig im Auge. »Welchen Arbeitgeber treibst du denn derzeit in den Wahnsinn?« Wollte Naabasch wissen. »Die Babylonier, nehme ich an, die waren auf dem aufsteigenden Ast, als ich zuletzt hier war, und sie hatten es immer schon auf das Gold von Eridu abgesehen.« Der dunkeläugige Junge fuhr sich durch die Locken. Ich rang mir ein Lächeln ab. »Wie gesagt, es ist länger her, als du glaubst.« »Länger oder kürzer, das ist mir egal«, erwiderte Naabasch sanft. »Ich halte mich an meinen Auftrag. Die geheiligte Schlange bleibt hier im Tempel, wo ihre Macht den gewöhnlichen Menschen verborgen bleibt.« »Was für eine Macht«, fragte ich, »was vermag die Schlange denn?« Naabasch lachte in sich hinein, in seiner Stimme schwang Wehmut mit. »Ach, nichts Besonderes, sie beherbert einen Elementengeist, der einen Wasserstrahl aus ihrem Maul schießen lässt, wenn man sie am Schwanz zieht.« Daraufhin machte ich einen dummen Fehler. Von Naabaschs Stimme eingelullt warf ich einen neugierigen Blick auf die Figur in meiner Hand. Eben das hatte er natürlich beabsichtigt. Kaum ließ ich das Untier aus den Augen, sprang es mich auch schon an. Ich machte einen Riesensatz zur Seite, und die Steinfliese, auf der ich gestanden hatte, wurde von dem Skorpionstachel halbiert. Leider war ich nicht schnell genug, um auch Naabaschs grüner Faust zu entgehen. Sein Hieb erwischte mich noch im Sprung am Bein. Ich kam nicht dazu, mein für solche Situationen reserviertes, elegantes Lieblingsmanöver durchzuführen. Auch behinderte mich die kostbare Figur, die ich immer noch umklammerte. Stattdessen rollte ich schmerzgepeinigt über die zweckdienliche Matte aus Mumien, rappelte mich aber gleich wieder auf. Inzwischen hatte sich Naabasch würdevoll wieder aufgerichtet. Er drehte sich zu mir um, duckte sich so tief, dass seine Menschenarme über den Boden schleiften, dann stürzte er sich abermals auf mich. Und ich? Ich feuerte einen Schüttler gegen die Saaldecke ab. Wieder sprang ich zur Seite, wieder durchtrennte der Skorpionsschwanz die Steinfliesen, und wieder, nein, diesmal gelang es Naabasch nicht, mir einen Boxhieb zu verpassen, weil nämlich die Decke über ihm einkrachte. In 1500 Jahren angewehter Wüstensand lastete auf dem versunkenen Tempel und bildete eine willkommene Beigabe zu den herabprasselnden Trümmern. Eine tonnenschwere graubraune Sturzflut zermalmte meinen Gegner. Flügel entsprossen meinen Schultern. Ich sprengte noch ein Stück Tempeldecke weg und schnellte durch die Öffnung und den Sturzbach aus Sand in die Nacht hinaus. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte, ging hinter mir die Sonne auf. Die Spitzen der Magiertürme waren schon rosig angehaucht, die Kuppel von Salomos weißem Palast strahlte wie eine zweite Sonne. Hügelabwärts am Kidron-Tor lag der Turm des Alten noch fast zur Gänze im Schatten. Ich flog zum obersten Fenster, vor dem eine Bronzeglocke hing, und klingelte einmal, wie mir befohlen war. Mein Herr hatte es sich verbeten, dass ihn seine Sklaven unangekündigt überraschten. Zu meiner unendlichen Erleichterung war der Alte trotz der frühen Stunde bereits angekleidet. Er stand wartend in seinem Schutzkreis, und wie immer waren das Pentagramm und alle Runen fehlerfrei aufgemalt. Schon als ich mich materialisierte, spürte ich, wie heftig er die Figur begehrte. Er wollte sie nicht für Salomo haben, sondern selbst behalten. Sein gesundes Auge wurde Teller groß. Hartgier schimmerte auf der Iris wie ein Ölfilm. Eine Weile sagte er gar nichts, schaute die Schlange nur an. Ich drehte sie ein wenig hin und her, damit das Kerzenlicht verführerisch über ihren Leib glitt, und kippte sie ein wenig nach vorn, sodass er die Rubinaugen und die Smaragde auf den gespreizten Klauen funkeln sah. Als er schließlich den Mund aufmachte, klang seine Stimme heiser vor Verlangen. »Bist du in Eridu gewesen?« »Wie befohlen, ich habe den Tempel gefunden und mir Einlass verschafft.« Sein gesundes Auge leuchtete. »Gib mir die Figur!« Ich zögerte. »Entlasst ihr mich dann? Ich habe euch treu und erfolgreich gedient.« Das Gesicht des Alten verzerrte sich zu einer zornigen Grimasse. »Du willst mit mir feilschen? Gib mir sofort die Figur, Dämon, oder ich schwöre bei meinem geheimen Namen, dass ich dich ins Schreckensfeuer werfe, noch ehe diese Stunde um ist.« Er starrte mich mit hervortretendem Auge und vorgerecktem Kinn an. Auf seinen geöffneten Lippen stand eine weißliche Schaumspur. »Na schön«, sagte ich, »aber passt auf, dass ihr sie nicht fallen lasst.« Ich warf ihm die Figur zu, von Pentagramm zu Pentagramm, und der Zauberer streckte die gierigen Hände danach aus. Ob es nun daran lag, dass er mit seinem einen Auge die Entfernung falsch einschätzte oder an seiner brennenden Ungeduld, jedenfalls bekam er die Figur nicht gleich richtig zu fassen, sie kippte nach hinten und hätte beinahe das Pentagramm durchbrochen. Der Alte schrie erschrocken auf, grabschte nach der Schlange und riss sie an seine eingefallene Brust. Die unbedachte Bewegung wäre beinahe seine letzte gewesen. Hätten auch nur seine Fingerkuppen über das Pentagramm hinausgeragt, hätte ich mich auf ihn gestürzt. Der Alte hatte nichts davon mitbekommen. Er hatte nur noch Augen für seinen Schatz. Ich ließ den Zauberer die Schlange ein Weilchen untersuchen, dann sagte ich, »Salomo wäre bestimmt erzürnt, wenn ihm einer seiner Magier solch einen zaubermächtigen Gegenstand vorenthalten würde. Ich möchte jetzt übrigens gern entlassen werden.« Er sah mich lauernd an. »Hast du vielleicht in Erfahrung gebracht, was diese Figur vermag?« »Nein. Aber du weißt, dass sie magische Kräfte besitzt.« »Das erkennt ja wohl der dümmste Kobold. Ach, Verzeihung, ihr seid ja ein Mensch. Ihr könnt die Aura der Figur auf der siebten Ebene nicht erkennen. Trotzdem, wer weiß, wahrscheinlich wurden solche Schlangenfiguren in Eridu in Serie hergestellt. Die Figur hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der großen Schlange, mit deren Hilfe die einstigen Könige von Eridu benachbarte Städte erobert haben. Die große Schlange beherbergte einen mächtigen Geist, der dazu verdammt war, den Wünschen seines Herrn und Meisters Folge zu leisten.« »Und sein Herr war?« »Wer auch immer die Figur in der Hand hielt, schätze ich. Man trat mit dem Geist in Verbindung, indem man einen geheimen Mechanismus auslöste.« Der Zauberer musterte mich prüfend. Dann sagte er, »Diese Geschichte habe ich noch nie gehört. Du lügst.« »Klar lüge ich, ich bin doch ein Dämon. Vergess die Sache einfach und schenk das Ding Salomo.« »Nein!« sagte der Alte mit plötzlicher Entschlossenheit. »Da, hast du es wieder!« »Hä?« Aber er hatte die Schlange schon in Richtung des Pentagramms geworfen, wo sie das Mädchen widerstrebend auffing. »Willst du mich für dumm verkaufen, Bartimeus?« zeterte mein Herr und stampfte mit dem runzligen Fuß auf den Marmorfußboden. »Du willst mich reinlegen, du willst mich verleiten, den Mechanismus auszuprobieren, weil du hoffst, es wäre mein Untergang. Aber ich drücke auf keinen dieser Buckel. Das überlasse ich dir.« Das Mädchen schaute den Zauberer mit großen, braunen Augen an. »Das muss doch nicht sein! Geh, horche!« Widerwillig hob ich die Schlange vor die Augen und betrachtete die Erhebungen auf ihren Klauen. Es waren drei an der Zahl. Auf jeder prangte ein Smaragd. Ich wählte die hinterste und drückte vorsichtig drauf. Es schnarrte leise, und die Schlange verpasste mir einen elektrischen Schlag, der meine Substanz erschüttete und die prächtigen, langen Haare des Mädchens wie bei einer Klobürste abstehen ließ. Der Alte brüllte vor Lachen. »Das hätte dir so passen können, was?« schnaufte er. »Lass es dir eine Lehre sein! Los, weiter!« Ich drückte auf die nächste Erhebung. Mehrere goldene Schlangenschuppen klappten auf und gaben verborgene Zahnräder frei. Kleine, wolken, teerhaltigen Rauchs stiegen mir ins Gesicht. Auch diesem Mechanismus hatten die Jahrhunderte zugesetzt, sodass lediglich meine Wangen ein wenig schwarz wurden. Mein Herr konnte sich vor Heiterkeit kaum halten. »Das wird ja immer besser!« krähte er. »Wie du aussiehst! Komm, jetzt! Nummer drei!« Der dritte Smaragd sollte wohl einen Strahl Giftgas auslösen, aber davon waren nur noch eine blassgrüne Wolke und ein übler Geruch erhalten. »Ihr habt euch köstlich amüsiert,« sagte ich seufzend und hielt ihm die Schlange wieder hin. »Jetzt entlasst mich oder schickt mich meinetwegen wieder los oder tut, was immer ihr mit mir vorhabt, aber lasst mich mit dieser Figur in Ruhe, mir reicht's!« Doch das gesunde Auge des Zauberers funkelte tückisch. »Nicht so eilig, Bartimäus, du hast den Schwanz vergessen!« »Ich wüsste nicht.« »Bist du blind?« »Dort ist auch ein Scharnier. Sei so gut und drück mal drauf.« »Muss das sein? Ich hab jetzt wirklich genug.« »Keine Widerrede, Bartimäus! Vielleicht betätigt dieses Scharnier ja den Geheimmechanismus, von dem du vorhin erzählt hast. Vielleicht zeigt sich ja dann der sagenhafte, mächtige Geist.« Der Alte grinste schadenfroh und verschränkte die dürren Arme. »Oder es zeigt sich wieder einmal, dass es sich nicht lohnt, mir zu widersprechen. Mach schon! Drück auf den Schwanz!« »Aber...« »Ich befehle dir, auf den Schwanz der Figur zu drücken!« »Ja, okay, okay!« Darauf hatte ich es die ganze Zeit angelegt. »Das Kleingedruckte einer jeden Beschwörung enthält gewisse Klauseln, die es einem Untersagen, dem betreffenden Herrn ein Leid anzutun.« So lautet die eiserne Regel jeglicher Magie von Assur bis Abyssinien. Seinen Herrn mittels schmeichelnder Worte oder schlichter Hinterlist ins Verderben zu locken, ist etwas ganz anderes, so wie man ja auch zuschlagen darf, wenn die Zauberer ihren Schutzkreis verlassen oder die Beschwörung vermasseln. Offene Angriffe sind allerdings ausgeschlossen. Man darf seinen Meister nicht berühren, es sei denn, man wird von ihm selbst ausdrücklich dazu aufgefordert, was erfreulicherweise soeben geschehen war. Ich hob die goldene Schlange noch ein Stück höher und zog am Schwanz der Figur. Erwartungsgemäß hatte Naabasch nicht gelogen, und der Elementengeist hatte im Gegensatz zu den mechanischen Fallen keineswegs unter dem Zahn der Zeit gelitten. Ein heller, sprudelnder Wasserstrahl schoss aus dem offenen Schlangenmaul und glitzerte im Licht des jungen Morgens. Da ich den Schlangenkopf rein zufällig auf den Zauberer gerichtet hielt, überbrückte der Strahl den Raum zwischen den Pentagrammen und traf den alten Knacker voll vor die Brust. Er wurde herumgerissen und quer durchs Zimmer gespült. Das war schon für sich gesehen befriedigend, entscheidend war jedoch, dass der Alte sein Pentagramm verlassen hatte. Noch ehe er klitschnass auf dem Rücken landete, verflüchtigten sich meine Fesseln, und ich konnte mich frei bewegen. Das hübsche Mädchen ließ die Schlange fallen und trat aus dem Bannkreis. Der Zauberer schnappte zappelnd nach Luft wie ein Fisch auf dem Trockenen. Als das Mädchen an den Ziegentalgkerzen vorbeiging, erloschen sie eine nach der anderen. Ihr Fuß stieß gegen einen Kräutertiegel. Ein paar Rosmarin-Zweiglein landeten auf ihrer Haut, die sofort zischte und dampfte. Das Mädchen achtete nicht darauf. Seine großen dunklen Augen waren auf den Zauberer gerichtet, der mühsam den Kopf hob und mir entgegensah. Durch Nest und kurzatmig, wie er war, unternahm er noch einen letzten Versuch, sich zu wehren, und zeigte mit zitternder Hand auf mich. Er bewegte die Lippen und stieß stammelnd ein Wort hervor. Aus seinem Zeigefinger schnellte knisternd ein Substanzspeer. Das Mädchen hob beiläufig die Hand, die Blitze zerbarsten und prallten an den Wänden, dem Boden und der Zimmerdecke ab. Einer schoss aus dem Fenster und sauste in hohem Bogen ins Tal hinunter, wo er den Bauern einen gehörigen Schrecken einjagte. Das Mädchen ging weiter, baute sich vor dem Zauberer auf und streckte die Hände aus. Die Finger und die Fingernägel waren deutlich länger geworden. Der Alte blickte mich an. »Patimeus!« »So heiße ich«, sagte ich, »willst du aufstehen, oder muss ich mich nach dir bücken?« Seine Antwort war unverständlich. Das hübsche Mädchen zuckte lässig die Achseln, dann fletschte es die Zähne, stürzte sich mit einem Satz auf den Zauberer und erstickte alle sonstigen Laute, die er noch von sich gab. König Salomo, der Große von Israel, hohe Priester und Beschützer seines Volkes, beugte sich auf seinem Thron vor und legte die Stirn in vornehme Sorgenfalten. »Tot!« sagte er. Und dann, nach einer unheilsschwangeren Pause, in der 437 Menschen in banger Erwartung das Herz stockte, etwas lauter, »Tot!« Die beiden Afrieten, die in Gestalt goldmähniger Löwen vor seinem Thron kauerten, hoben die Köpfe und blickten ihn mit goldfarbenen Augen an. Die drei geflügelten Djinn, die hinter dem Thronsessel schwebten und Obst, Wein sowie Süßigkeiten für den verwöhnten Gaumen des Königs bereithielten, zitterten so heftig, dass die Teller und Gläser in ihren Händen klirrten. Oben im Dachgebälk fielen die Tauben und Schwalben von ihren Schlafplätzen und flatterten zwischen den Säulen hindurch in die sonnendurchfluteten Gärten hinaus. Und die 437 Menschen, Zauberer, Höflinge, Ehefrauen und Bittsteller, die an jenem Morgen im Saal versammelt waren, neigten den Kopf, scharrten mit den Füßen und blickten zu Boden. Am Fuß der Treppe verneigte sich Salomos Visier, so tief er konnte. »Tot! Leider, Herr! Immerhin hat er euch ein außergewöhnliches kleines Kunstwerk hinterlassen!« Ohne sich aufzurichten, zeigte er mit ausgestrecktem Arm auf den Sockel neben sich. Darauf stand die goldene Figur einer Schlange. König Salomo betrachtete die Figur und sprach, »Die Figur ist wirklich sehr schön. Der arme Ezechiel hat mir mit seiner letzten Tat einen guten Dienst erwiesen.« Salomo bedeutete den Djinn mit erhobener Hand, sie sollten ihm Wein einschenken. Er war keineswegs häßlich, in seiner Jugend war er von den Pocken verschont geblieben, und auch jetzt, in mittleren Jahren, war seine Haut glatt und zart wie die eines Kindes. Fünfzehn Jahre saß er nun schon auf dem Thron, doch er hatte sich kaum verändert. Er hatte dunkle Augen, zartbraun getönte Haut und langes schwarzes Haar, das ihm offen über die Schultern fiel. Seine Nase war lang und gerade, die Lippen voll, die Augen nach ägyptischer Mode mit grün-schwarzem Kajal umrahmt. Er war in herrliche Seidengewänder gekleidet, ein Geschenk der Zauberpriester von Indien, und üppig mit Schmuck aus Gold und Jade behängt. Er trug Ohrringe aus Saphiren, Ketten aus nubischem Elfenbein, Bernsteinperlen aus Chimerien. An seinen Handgelenken klimperten silberne Armreifen, und um einen Knöchel hatte er ein dünnes Goldband geschlungen. Sogar seine Ziegenlederstiefel, ein Hochzeitsgeschenk des Königs von Tyros, waren mit Gold und Halbedelsteinen besetzt. Nur die schlanken Hände waren bar aller Juwelen und anderen Zierats, bis auf den kleinen Finger der Linken, den ein Ring schmückte. Der König wartete, bis die Djinn den goldenen Weinpokal gefüllt hatten, er wartete, bis sie mit goldenen Gabeln Beeren aus den Windumtostenbergen Anatoliens sowie Eisstücke von den Gipfeln des Libanongebirges dazugegeben hatten. Das Volk ließ ihn derweil nicht aus den Augen, sonnte sich im Glanz seines Ruhmes, der strahlte wie die Sonne selbst. Das Eis wurde untergemischt, der Trunk war bereit. Mit lautlosen Schwingenschlägen zogen sich die Djinn hinter den Thron zurück. Salomo betrachtete den Kelch, trank jedoch nicht, sondern wandte sich wieder dem Saal zu. »Meine Zauberer«, sprach er einen Halbkreis von Männern und Frauen ganz vorn in der Menge an, »ihr habt eure Sache gut gemacht. In einer einzigen Nacht habt ihr viele hochinteressante Gegenstände aus der ganzen Welt herbeigeschafft.« Mit dem Pokal deutete er auf die siebzehn vor dem Thron aufgereihten Sockel, auf denen jeweils eine Kostbarkeit prangte. »Alle diese Gegenstände sind zweifellos außergewöhnlich und werden ein Licht auf die Kulturen unserer Vorfahren werfen. Ich werde mich ihnen mit Interesse widmen. Du kannst sie jetzt wegbringen lassen, Hiram.« Der Visier, ein kleiner, dunkelhäutiger Zauberer aus dem fernen Kusch, nahm Haltung an und erteilte den entsprechenden Befehl. Siebzehn Sklaven, Menschen bzw. Wesen in Menschengestalt, setzten sich beflissen in Bewegung und trugen die goldene Schlange sowie die anderen Schätze aus dem Saal. Als wieder Ruhe eingekehrt war, warf sich der Visier in die Brust, packte seinen Stab mit dem Rubinknauf und pochte dreimal auf den Boden. »Aufgepasst!« rief er. »Die Audienz wird fortgesetzt. Wichtige Anliegen müssen dem König vorgetragen werden. Wie stets dürfen wir alle an seiner unendlichen Weisheit teilhaben. Erstens«, doch Salomo hob die Hand, und da es die linke war, verstummte der Visier, verschluckte sich an seinen Worten und erbleichte. »Nichts für ungut, Hiram«, sagte der König sanft, »aber die erste Angelegenheit ist bereits zur Sprache gekommen. Mein Magier Ezechiel wurde heute Morgen umgebracht. Der Geist, der ihn ermordet hat, wissen wir, um wen es sich handelt?« Der Visier räusperte sich. »Allerdings, Herr, mithilfe der Überreste von Ezechiels Tonrolle konnten wir den Täter identifizieren. Bartimaeus von Uruk nennt er sich bevorzugt.« Salomo runzelte die Stirn. »Habe ich schon einmal von ihm gehört?« »Jawohl, Herr, erst gestern. Er wurde dabei ertappt, wie er ein überaus unverschämtes Lied sang, in dem er...« »Danke, danke, ich erinnere mich.« Der König strich sich das markante Kinn. »Partimaeus von Uruk. Eine vor zweitausend Jahren untergegangene Stadt. Demnach handelt es sich um einen sehr alten Dämon. Er ist wohl ein Marit, nicht wahr?« Der Visier verneigte sich. »Nein, Herr, ich glaube nicht.« »Dann eben ein Afrid.« Der Visier verneigte sich noch tiefer. Sein Kinn streifte fast den Marmorboden. »Nein, Herr, er ist vielmehr ein Djinn von beschränkter Stärke und Macht. Ein Djinn der vierten Stufe, so behaupten die sumerischen Tafeln.« Der vierten Stufe. Lange Finger trommelten auf die Armlehne des Thronsessels. Am kleinen Finger funkelte es golden. »Ein viertklassiger Djinn hat einen meiner Zauberer umgebracht. Bei allem Respekt gegenüber dem unglückseligen Ezekiel, aber dieser Vorfall bringt Schande über Jerusalem. Schlimmer noch, über mich. Einen solchen Frevel dürfen wir nicht auf uns sitzen lassen. Wir müssen ein Exempel statuieren. Hiram, lasst die Verbliebenen der siebzehn näher treten.« Entsprechend König Salomos Herrlichkeit stammten seine Oberzauberer aus Ländern weit jenseits der Grenzen Israels. Aus dem fernen Nubien und aus Punt, aus Assyrien und Babylon waren diese mächtigen Männer und Frauen an seinen Hof gekommen. Jeder Einzelne konnte mit einem kurzen Befehl Dämonen beschwören, Wirbelwinde entfachen und den Tod auf ängstlich am Boden kauernde Feinde regnen lassen. Sie waren allesamt Meister der alten Künste. In ihren Heimatländern hätten sie einflussreiche Stellungen bekleiden können, aber sie hatten es vorgezogen, nach Jerusalem zu ziehen, um dem Träger des Ringes zu dienen. Durch einen kleinen Wink mit seinem Stab forderte der Vesil sie auf, näher zu treten, woraufhin sich einer nach dem anderen tief vor dem Thron verneigte. Salomo ließ den Blick über die kleine Schar schweifen, dann sagte er »Kaber«. Bedächtig, würdevoll und leichtfüßig wie eine Katze löste sich ein Mann aus dem Kreis der Zauberer. »Mein Herr!« »Dir eilt ein finsterer Ruf voraus.« »So ist es, Herr!« »Du behandelst deine Sklaven mit angemessener Strenge.« »Ich halte mir viel auf meine Unnachgiebigkeit zugute, Herr, und ich tue Recht daran, denn Dämonen sind sowohl grausam als auch hinterhältig. Ihr Wesen ist von Grund auf rachsüchtig und boshaft.« Salomo strich sich wieder das Kinn. »Wohl wahr!« »Soweit mir bekannt ist, Kaber, stehen etliche andere Geister in deinen Diensten, die sich in letzter Zeit als aufsässig erwiesen haben. Allerdings, Herr, und ein jeder bereut mittlerweile seine Unverfrorenheit bitterlich. Wärst du einverstanden, den niederträchtigen Bartimaeus in deine Truppe aufzunehmen?« Kaber war Ägypter und eine eindrucksvolle Erscheinung, groß, breitschultrig, kräftig gebaut. Wie alle thebanischen Zauberpriester hatte er sich den Schädel kahl rasiert und eingeölt, bis er glänzte. Seine Nase war gebogen, seine Augenbrauen buschig, die Lippen schmal, blass und gespannt wie Bogensehnen. Die Augen schwebten wie schwarze Monde in der Wüste nahe seines Gesichts und schimmerten feucht, als wäre ihr Besitzer beständig den Tränen nah. Kaber nickte. »Wie in allen Dingen, Herr, ist mir euer Wunschbefehl.« »Recht so«, Salomo trank einen Schluck Wein. »Sieh zu, dass du diesen Bartimaeus gefügig machst, und lehre ihn Respekt. Hiram bringt dir die entsprechenden Tonrollen und Schrifttafeln, sobald Esegiels Turm aufgeräumt ist. Das wäre alles.« Kaber verneigte sich und kehrte an seinen Platz zurück, wobei sein Schatten wie ein Umhang hinter ihm herwallte. »Nachdem das geklärt wäre,« sagte Salomo, »können wir uns anderen Angelegenheiten zuwenden, Hiram?« Der Visier schnippte mit den Fingern. Eine kleine weiße Maus kam aus dem Nichts gepurzelt und landete auf seiner Hand. Die Maus trug eine Papyrusrolle, die sie nun entrollte. Der Visier warf einen kurzen Blick auf die Liste. »Wir haben hier 32 Rechtsstreitigkeiten, Herr, die euch von euren Zauberern vorgetragen wurden. Die Kläger warten auf euer Urteil. Dabei haben wir es unter anderem mit einem Mord, drei tätlichen Angriffen, einem Ehezwist und einem Nachbarschaftsstreit bezüglich einer fehlenden Ziege zu tun.« Der König verzog keine Miene. »Sehr schön. Was noch?« »Wie immer haben sich zahlreiche Bittstelle aus nah und fern an eurem Hof eingefunden. Ich habe 20 davon ausgewählt, die ihr Anliegen heute vorbringen dürfen.« »Ich werde sie anhören. Ist das alles?« »Keinswegs, Herr. Wir haben Nachricht von unseren Gin-Patrouillen in der südlichen Wüste. Es haben wieder Überfälle stattgefunden. Baditen haben entlegene Bauernhöfe niedergebrannt und die Bewohner ermordet. Auf den Handelsstraßen ist es zu Plünderungen gekommen. Karawanen wurden überfallen und Reisende ausgeraubt.« Salomo rutschte auf seinem Sessel nach vorn. »Wem unterstehen die Patrouillen im Süden?« Eine nubische Zauberin in einem engen gelben Wickelgewand meldete sich zu Wort. »Mir, Herr!« »Beschwöre weitere Dämonen zur Verstärkung, Elbesch. Bring die Schurken zur Strecke. Stelle fest, ob es sich um gewöhnliche Banditen oder um Söldner im Auftrag anderer Könige handelt. Morgen erwarte ich deinen Bericht.« Die Frau verzog das Gesicht. »Jawohl, Herr, nur... nur was?« »Ich bitte um Verzeihung, Herr, aber ich befehlige bereits neun mächtige, widerspenstige Gin. Das ist furchtbar anstrengend. Noch mehr Sklaven zu beschwören dürfte schwierig werden.« »Verstehe.« Der König ließ den Blick von einem zum anderen wandern. »Dann werden dich Ruben und Niesroch ein bisschen unterstützen, und jetzt können wir...« Ein Zauberer mit Zauselbart hob die Hand. »Vergebt mir, großer König, auch ich bin derzeit überlastet.« Der Mann neben ihm nickte. »Ich auch.« Der Vizier Hiram griff ein. »Herr, die Wüste ist groß, und die Kräfte eurer Diener sind begrenzt. Möchtet ihr da nicht in Erwägung ziehen, uns beizustehen? Vielleicht könntet ihr...« Er unterbrach sich. Salomos Kajal umrandete Augen, blinzelten träge wie die einer Katze. »Sprich nur weiter.« Hiram schluckte. Er hatte schon zu viel gesagt. »Vielleicht könntet ihr ja in Betracht ziehen den... den Ring...« Die Stimme versagte ihm den Dienst. Die Miene des Königs umwölkte sich. Mit der Linken umfasste er die Armlehne so fest, dass die Knöchel weiß hervortraten. »Du hinterfragst meine Befehle, Hiram?« sagte Salomo leise. »Niemals, verehrter Herr! Ich wollte keineswegs...« »Du wagst es mir vorzuschreiben, wie ich meine Macht einzusetzen habe?« »Nein, es ist mir nur so herausgerutscht. Es war ein Versehen.« »Könnte es sein, dass du in Wahrheit dies begehrst?« Die linke Hand rührte sich. Gleißendes Gold und schwarzer Obsidian blitzten auf. Die Löwen erfrieden vor dem Thron, zogen die Lefzen zurück und stießen ein kehliges Grollen aus. »Nein, Herr, Herr, bitte nicht!« Der Visier kauerte nun auf dem Boden, seine Maus flüchtete sich in sein Gewand. Ein Raunen ging durch den Saal, und die versammelten Zuschauer wichen zurück. Der König streckte die Hand aus und drehte den Ring an seinem Finger. Ein dumpfes Poltern erscholl, ein Windstoß fegte durch den Saal. Es wurde dunkel, und wo es am dunkelsten war, neben dem Thron, erhob sich eine hohe, stumme, geisterhafte Erscheinung. 437 Menschen fielen zu Boden, als hätte sie jemand niedergeschlagen. Salomos Gesicht war zu einer furchteinflößenden Maske verzerrt. Seine Stimme klang dumpf und hallend. »Und darum rate ich euch allen, hütet euch vor eurem Begehren!« Abermals drehte er den Ring. Die Erscheinung verschwand, im Saal wurde es schlagartig hell, und in den Gärten sangen die Vögel. Die Zauberer, Höflinge, Ehefrauen und Bittsteller richteten sich zögernd wieder auf. Salomos Gesicht war heiter und friedlich. »Entsendet eure Dämonen in die Wüste!« befahl er. »Nehmt die Banditen gefangen!« Er nippte an seinem Wein und blickte versonnen nach draußen, wo jetzt wie so oft leise Musik ertönte, obwohl nirgends ein Musikant zu sehen war. »Eins noch, Hiram«, fuhr der König schließlich fort. »Du hast mir noch nicht von Saba berichtet. Ist der Bote zurückgekehrt? Hat er die Antwort der Königin mitgebracht?« Der Vesier war schwerfällig aufgestanden und tupfte sich das Blut ab, das ihm aus der Nase ran. Er schluckte. »Heute war einfach nicht sein Tag.« »Allerdings, Herr, die Antwort ist da!« »Und?« Hiram räusperte sich. »Unerklärlicherweise weist die Königin euren Heiratsantrag erneut zurück und lehnt es ab, in die erlesene Gesellschaft, eure Gefährtinnen aufgenommen zu werden.« Der Vesier machte eine Pause und gab damit den anwesenden Ehefrauen Gelegenheit zu lauten Ausrufen des Erstaunens. »Ihre sogenannte Erklärung lautet, dass sie als Regentin ihres Landes im Gegensatz zur Tochter eines Königs«, Ausrufe der Empörung wurden laut, »ihr Land nicht einfach im Stich lassen kann, um in Jerusalem dem süßen Nichtstun zu frönen und sich in eurem Glanz zu sonnen.« Der Vesier verstummte, rollte das Schriftstück, ohne einen Blick in die Richtung des Königs zu wagen, umständlich wieder zusammen und verstaute es in seinem Gewand. Die Menge stand wie versteinert, die Blicke auf die schweigende Gestalt auf dem Thron geheftet. Dann lachte Salomo und trank einen tüchtigen Schluck Wein. »So lautet also die Antwort aus Saba.« »Nun gut, dann müssen wir uns wohl überlegen, wie Jerusalem darauf reagieren soll.« Die Nacht war angebrochen, der Lärm der geschäftigen Stadt Marib verstummt. Die Königin von Saba saß allein in ihrem Gemach und las in ihren geheimen Schriften. Als sie nach ihrem Weinbecher griff, hörte sie plötzlich vor dem Fenster ein flatterndes Geräusch. Auf dem Sims hatte sich ein Vogel, ein Adler, niedergelassen. Er schüttelte sich Eisbröckchen aus dem Gefieder und betrachtete die Königin unverwandt mit kalten, schwarzen Augen. Die Königin ihrerseits musterte den Adler forschend, und weil sie mit den Trugbildern der Luftgeister vertraut war, sagte sie, »Wenn du in friedlicher Absicht kommst, tritt ein und sei willkommen.« Worauf der Adler von der Fensterbank hüpfte und sich flimmernd in einen schlanken jungen Mann verwandelte, dunkelhäutig und sehr ansehnlich. Nur seine Augen waren so schwarz und kalt wie die des Vogels, und auf seiner bloßen Brust und den Schultern klebten noch ein paar Eisstückchen. »Ich habe eine Nachricht für die Königin dieses Landes«, verkündete der junge Mann. Die Königin schmunzelte. »Die bin ich. Du kommst von weit her und aus großer Höhe. Sei Gast in meinem Hause. Was ich besitze, soll auch dein sein. Verlangt es dich nach Erfrischungen oder Erholung oder nach einer anderen Wohltat, sprich, und es sei dir gewährt.« Der junge Mann erwiderte, »Ihr seid sehr großzügig, Königin Balkis, aber mich verlangt nach keinem dieser Dinge. Ich muss meine Botschaft überbringen und eure Antwort hören. Wisset zunächst, dass ich ein Marit der siebten Ebene bin und der Sklave von Salomo, Sohn des David, König von Israel und mächtigster aller lebenden Magier.« »Schon wieder«, die Königin lächelte. »Der König hat mir schon dreimal einen Antrag gemacht und hat dreimal die gleiche Antwort bekommen. Seit dem letzten Mal ist kaum eine Woche vergangen. Ich hoffe doch, dass er sich endlich mit meiner Entscheidung abgefunden hat und nicht ein viertes Mal um meine Hand bitten will.« »Was das betrifft«, antwortete der junge Mann, »werde ich euch sogleich Auskunft erteilen. Salomo entbietet euch seine Grüße und wünscht euch Gesundheit und Wohlstand. Er bedankt sich dafür, dass ihr sein letztes Angebot in Erwägung gezogen habt, nimmt es jedoch offiziell zurück. Stattdessen verlangt er, dass ihr ihn als euren höchsten Lehnsherrn und Herrscher anerkennt und euch bereit erklärt, ihm einen jährlichen Tribut in Form von vierzig Säcken duftenden Weihrauchs aus den Wäldern des herrlichen Saba zu entrichten. Wenn ihr damit einverstanden seid, wird die Sonne des Glücks euch und euren Nachkommen weiterhin leuchten, und ihr und euer Volk werdet auch künftig in Wohlstand leben. Wenn ihr jedoch ablehnt, dürfte eure Zukunft weniger erfreulich aussehen.« Balkis lächelte nicht mehr. Sie stand aus ihrem Sessel auf. »Was für eine unverschämte Forderung! Salomo hat keinen Anspruch auf die Reichtüme von Saba, ebenso wenig, wie er einen Anspruch auf meine Person hat.« »Wie euch vielleicht schon zu Ohren gekommen ist,« sagte der junge Mann ungerührt, »ist Salomo der Herr und Meister eines magischen Rings, mit dessen Hilfe er ihm nun, ein ganzes Heer willfähriger Geister beschwören kann. Darum haben ihm bereits die Könige von Phönizien, Libanon, Aram, Tyros, Edom und viele andere Lehnstreue und Freundschaft gelobt. Sie entrichten ihm jährlich gewaltige Tribute von Gold, Nutzholz, Fällen und Salz und schätzen sich glücklich, von seinem Zorn verschont zu bleiben.« »Saba ist von Altershir ein unabhängiges Reich,« erwiderte Balkis kühl, »und seine Königin wird niemals das Knie vor einem fremdländischen Ungläubigen beugen. Kehre zu deinem Herrn zurück und richte ihm das aus.« Der Marit wandte sich ab und schlenderte lässig zum Kaminfeuer, wo das restliche Eis auf seinen Schultern rasch schmolz und in kleinen Bächen über seine langen, dunklen Glieder ran. »Eins möchte ich noch sagen, bevor ich mich auf den langen Rückflug mache. Mein Herr hat durchaus Verständnis dafür, dass euch die Entscheidung schwerfällt. Er gewährt euch zwei Wochen, um eure Meinung zu ändern. Seht!« Er deutete auf den Mond, der hinter den schlanken Lehmziegeltürmen am Himmel stand. »Heute ist Vollmond. Beim nächsten Neumond warten die vierzig Säcke im Hof auf ihre Abholung. Wenn nicht, schwingt sich Salomos Armee in die Lüfte. Zwei Wochen. Fürs Erste danke ich euch für eure Gastfreundschaft und vor allem für das wärmende Feuer. Ich möchte mich gern angemessen revanchieren. Vielleicht beflügelt das ja eure Entscheidung.« Der Marit hob die Hand. Eine orangefarbene Flammenkugel erschien an seinen Fingern und schoss als Lichtblitz davon. Die Spitze des nächstbesten Turmes zerbarst in einer Feuerblume. Es hagelte brennende Ziegel. Entsetzensschreie drangen ins Gemach der Königin. Auch Balkis schrie auf und stürzte ans Fenster. Der junge Mann lächelte verächtlich und war mit einem Satz auf dem Sims. Ein Flimmern, ein Windstoß. Der Adler flog zwischen den Säulen hindurch, umkreiste einmal die Rauchsäule und verschwand in der sternklaren Nacht. Der Morgen dämmerte. Von dem zerstörten Turm stiegen immer noch graue Rauchwölkchen auf, das Feuer aber war erloschen. Es hatte Stunden gedauert, bis sich die Priesterinnen auf den passenden Dämon geeinigt hatten, der zur Bekämpfung des Brandes beschworen werden sollte. Bis dahin hatte man die Flammen bereits mit Wasser aus den Kanälen gelöscht. Königin Balkis hatte alles überwacht und dafür gesorgt, dass die Toten und Verwundeten fortgebracht wurden. Nun saß sie wieder am Fenster ihres Gemachs, blickte auf die stille, verstörte Stadt hinab und sah zu, wie sich das türkisfarbene Tageslicht über die Felder heranstahl. Balkis saß seit knapp sieben Jahren auf dem Thron von Saba. Wie ihre Mutter, die vorige Königin, wurde sie allen Ansprüchen dieser geheiligten Stellung gerecht und war bei ihrem Volk sehr beliebt. Ihre Schönheit war dabei kein Nachteil. Im Gegensatz zu ihrer Mutter, die eindeutig zur Fettleibigkeit neigte und im reiferen Alter gleich vier junge Sklaven brauchte, die ihr aus den weichen Polstern ihres riesigen Sofas halfen, war Balkis schlank und sportlich und ließ sich überhaupt ungern von jemandem helfen. Unter ihren Beratern und Priesterinnen hatte sie keine engen Vertrauten und traf ihre Entscheidungen am liebsten allein. Gemäß der Tradition von Saba waren Balkis Bedienstete ausnahmslos weiblichem Geschlecht. Sie waren in zwei Gruppen eingeteilt, die Kamotzofen, die sich um die Frisur der Königin, ihren Schmuck und ihre Körperpflege kümmerten, und die kleine Erbkaste von Leibwächterinnen, die ihr Leben dem Schutz der Königin widmeten. Frühere Regenten hatten manchmal Freundschaften mit einigen dieser Sklaven gepflegt, aber Balkis war solchen Regungen eher abgeneigt und blieb lieber für sich. Endlich hatte die Morgensonne auch die Kanäle erreicht, das Wasser funkelte. Balkis erhob sich, reckte sich und trank einen Schluck Wein, um die steifen Glieder zu lockern. Beim Angriff des Mariden hatte sie instinktiv gewusst, wie sie darauf reagieren musste, doch sie hatte ihren Entschluss die ganze Nacht lang gründlich überdacht. Nun schritt sie entschlossen zur Tat. Sie ging zu dem kleinen Schränkchen neben ihrem Sessel, holte die Kristallkugel hervor und zerbrach sie mit einem festen Druck der Fingerkuppen. Dann schaute sie ins Feuer und wartete. Nach dreißig Sekunden hörte sie eilige Schritte auf dem Flur, die Tür flog auf. Ohne sich umzudrehen, befahl Balkis, Steck das Schwert weg, Mädchen, die Gefahr ist vorüber. Sie lauschte dem leisen Klirren, mit dem die Klinge wieder in die Lederscheide glitt. Welche von meinen Leibwächterinnen bist du? Asmira, Herrin. Asmira, die Königin schaute in die lodernden Flammen. Gut, du warst immer die Schnellste von allen und die Geschickteste, wenn ich mich recht entsinne. Bist du mir bedingungslos ergeben, Asmira? Ja, gewiß, Herrin. Würdest du für mich dein Leben hingeben? Mit Freuden, Herrin. Du bist eine würdige Tochter deiner Mutter, sagte Balkis. Bald wird ganz Saba in deiner Schuld stehen. Sie drehte sich um und beschenkte das Mädchen mit einem strahlenden Lächeln. Asmira, meine Liebe, Leute nach den Dienerinnen, sie sollen uns Wein und Kuchen bringen. Ich möchte ein wenig mit dir plaudern. Als die erste Wächterin Asmira die königlichen Gemächer nach geraumer Zeit wieder verließ und in ihre eigene kleine Kammer zurückkehrte, war ihr ernstes Gesicht gerötet, und sie atmete schwer. Sie setzte sich auf die Kante des Bettgestells, starrte erst ins Leere und dann auf die vertrauten, vom Boden bis zur Decke reichenden Risse in der Lehmziegelwand. Nach einer Weile schlug ihr Herz stetiger, ihr Atem ging ruhiger, aber sie war immer noch von überschäumendem Stolz erfüllt. Freudentränen funkelten in ihren Augen. Der Phönix segelte hoch über der Erde dahin. Auf den ersten Blick ähnelte der edle Vogel einem Adler, doch sein goldenes Gefieder schimmerte rötlich, und schillernde Tupfen zierten die Spitzen seiner ausgebreiteten Schwingen. Auf seinem Kopf prangte ein messingfarbener Kamm, seine Krallen glichen goldenen Haken, und seine pechschwarzen Augen vermochten in die Unendlichkeit von Vergangenheit und Zukunft zu schauen. Außerdem trug er einen mürrischen Ausdruck im Gesicht und in einem großen Netz eine Vierteltonne Artischocken. Die schwere Last war nicht das Einzige, was mich an diesem Auftrag nervte, auch der frühe Aufbruch ging mir auf den Bürzel. Schon kurz nach Mitternacht hatte ich von Israel aus losfliegen müssen, um die Nordostküste Afrikas aufzusuchen, wo die besten wilden Artischocken wuchsen, nur damit ich, hier ein Auszug aus meinem Auftrag, noch vor Tau und Tag die allersaftigsten Exemplare aussuchen konnte, als ob der Zeitpunkt auch nur im geringsten von Belang gewesen wäre. Breit grinsend flogen meine Geisterkollegen an mir vorbei und fuchtelten angeberisch mit ihren blitzenden Speeren und Schwertern. Sie sollten in der Wüste Banditen jagen, das war wenigstens ein vernünftiger Auftrag, und ich, ich gondelte mit meinem Einkaufsnetz gen Norden, lächelte gequält und fluchte leise, aber um so derber vor mich hin. Ich wurde nämlich bestraft, und das war einfach ungerecht. Keine vierundzwanzig Stunden, nachdem ich den alten Zausel verspeist und seinen Turm fröhlich rülpsend verlassen hatte, fand ich mich schon in einem benachbarten Mauerturm wieder. Ich kam noch nicht mal dazu, mich zu beschweren, denn schon wand ich mich in Substanzkrämpfen, wurde abwechselnd durchgenudelt, plattgequetscht und gestreckt, und bekam zum krönenden Abschluss den glühheißen Stichel zu spüren. Man könnte meinen, dass ich wenigstens hinterher Gelegenheit zu ein paar bissigen Bemerkungen gehabt hätte, aber von wegen. Im Handumdrehen wurde ich mit dem ersten von mehreren todpeinlichen Aufträgen losgeschickt, die nur dazu ersonnen waren, meinen ungebundenen Geist zu brechen. Die Liste war niederschmetternd, und zu allem Überfluss hatte man mir jetzt noch eine Lieferung für das anstehende Artischockenfest aufgebrummt, wodurch ich unweigerlich zum Gespött meiner Djinn-Kollegen wurde. Natürlich konnte keine dieser Maßnahmen meinen Geist brechen, aber ich verspürte doch einen leisen Ärger. Und wem hatte ich das alles zu verdanken? Salomo. Mein furriger Meister war ebenso wie der jetzige einer der siebzehn gewesen, und schon das war ein schlagender Beweis für Salomos Macht. Zauberer sind von Natur aus erbitterte Konkurrenten. Wenn einer von ihnen ums Leben kommt, jubeln die anderen spontan, beziehungsweise würden sie dem betreffenden gemeingefährlichen Djinn lieber anerkennend die Klaue schütteln, als sich eine Strafpfefe für ihn auszudenken. Nicht so in Salomos Jerusalem. Der König wertete das Ableben eines seiner Diener als persönliche Kränkung und verlangte Vergeltung. Und so kam es, dass ich wieder alle naturgegebene Gerechtigkeit schon wieder versklavt war. Bitterlich mit meinem Schicksal hadernd ließ ich mich vom warmen, trockenen Wind weitertragen. Tief unter mir sauste mein feuriger Schatten über Olivenhaine und Gerstenfelder dahin und hüpfte steile Terrassen voller Feigenbäume hinab. Etappenweise zog Salomos kleines Königreich unter mir dahin, bis ich in der Ferne die Dächer der Hauptstadt erblickte, die sich wie Fischschuppen über den Hügel zogen. Noch vor ein paar Jahren war Jerusalem ein unbedeutendes, schäbiges Kaff gewesen, das es in keiner Hinsicht mit Städten wie Nimrod, Babylon oder Theben hätte aufnehmen können. Inzwischen stand es in puncto Pracht und Wohlstand diesen ehrwürdigen Weltstädten in nichts nach. Und der Grund dafür ist nicht schwer zu erraten. Der einzige Grund war der Ring. Nur der Ring war dafür verantwortlich. Seinetwegen war Jerusalem derart aufgeblüht. Und seinetwegen befolgten meine Herren eilfertig jeden Befehl Salomos. Seinetwegen versammelten sich überhaupt so viele Zauberer um den König wie Flöhe auf dem Hund eines Aussätzigen, wie dämlichen Nachtfalter um eine Kerzenflamme. Es lag einzig und allein an dem Ring, den er am Finger trug, dass sich Salomo eines müßigen Lebens und Israel eines unvergleichlichen Wohlstands erfreuen konnte. Der schreckliche Ruf des Ringes hielt ehemals selbstbewusste Reiche wie Ägypten und Babylon auf Abstand und versetzte sie in beständige Sorge um ihre Grenzen. Der Ring. Nichts anderes. Gegen Mittag war mein Ausflug zu Ende. Ich flog hoch über das Kidron-Tor hinweg, über die von Menschen wimmelnden Märkte und Basare, bis ich schließlich über dem Palast und seinen Gärten zur Landung ansetzte. In diesen letzten Augenblicken wurde mir meine Last besonders schwer, und Salomo hatte Glück, dass er nicht zufällig über die Kieswege spazierte. Hätte ich ihn erblickt, wäre ich echt versucht gewesen, in den Sturzflug zu gehen, die Artischocken auf sein gesalbtes Haupt prasseln zu lassen und anschließend seine kreischenden Weiber in die Brunnen zu scheuchen. Aber der König ließ sich nicht blicken. Der Phönix setzte seinen Flug gesittet bis zum verabredeten Landeplatz fort, auf einem schäbigen Hof im hinteren Teil des Palastes, wo die säuerlichen Gerüche der Metzgerschuppen in der Luft hingen und die Tore zum Küchentrakt immer offen standen. Ich ging kreisend in den Sinkflug, setzte erst meine Last auf dem Boden ab und landete dann, wobei ich sogleich die Gestalt eines ansehnlichen Jünglings annahm. »Tag, Bartimaeus!« Und stand vor einem vierschrötigen, schmärbäuchigen, nubischen Sklaven. Er hatte eine glatze, blutunterlaufene Augen und ein Leopardenfell um die Hüften, in dessen Bund eine große Machete steckte. Um den Stiernacken trug er sieben Elfenbeinreifen, auf den Wulstlippen das übliche, hämische Grinsen. Ich fuhr zusammen. »Tag, Fakal!« »Da bitte!«, sagte der Djinn Fakal. Ich sah ihn finster an. »Was willst du?« Der Nubier zeigte über seine schwarze Schulter. »Unser heißgeliebter Meister wünscht, dass sich die ganze Truppe auf dem Hügel hinter dem Palast einfindet. Du bist der Letzte, der noch fehlt.« »Der Tag wird ja immer besser,« sagte ich säuerlich. »Meinetwegen, gehen wir. Der gut aussehende Jüngling und der untersetzte, dickwanstige Nubier stapften zusammen durch den Hof, und die niederen Geister, die uns begegneten und auf den höheren Ebenen unsere wahre Natur erkannten, machten uns eilig Platz. Am hinteren Tor notierten sich wachsame Halbafriten mit Fliegen, Augen und Fledermausohren unsere Namen und unsere Anzahl und überprüften auf weiteren Schriftrollen unsere Identität. Dann ließen sie uns durch, und schon standen wir auf dem verwilderten Gelände am Rand des Hügels. Unter uns lag schimmernd die Stadt. Sechs andere Geister standen bereits wartend in einer Reihe. Da meine letzten Aufträge alles Solo-Engagements gewesen waren, sah ich meine aufsässigen Kollegen zum ersten Mal und musterte sie gründlich. »Die abstoßendste Truppe von Tunichtguten, die sich je auf einem Fleck versammelt hat,« bemerkte Fakal, »und das schon bevor du dazugekommen bist. Nicht einfach nur abstoßend, nein, jeder Einzelne von uns hat seinen vorigen Meister umgebracht oder übel zugerichtet, beziehungsweise im Falle von Kosro seine Meisterin aufs Übelste beschimpft. Wir sind wahrhaftig ein verwegener Haufen.« Manche der Djinn, zum Beispiel Fakal, kannte und verabscheute ich schon seit Jahren, andere waren mir neu. Alle hatten auf der ersten Ebene Menschengestalt angenommen, ihre Körper hatten mehr oder weniger die richtigen Proportionen. Die meisten besaßen einen breiten Brustkasten und muskulöse Gliedmaßen, wenn auch nicht so wohlgeformt wie die meinen. Der ein oder andere hatte sich für O-Beine und einen Schmerbauch entschieden. Alle waren in die einfachen, grobgewebten Wickelröcke gekleidet, wie sie männliche Sklaven üblicherweise trugen. Im Näherkommen fiel mir jedoch auf, daß auch hier jeder Djinn seine menschliche Erscheinungsform durch die ein oder andere dämonische Zutat ad absurdum führte. Bei manchen lugten Hörner aus dem Schopf, andere warteten mit Schwänzen, spitzen Ohren oder gespaltenen Hufen auf. Diese Aufmüpfigkeit war riskant, aber durchaus stilvoll. Ich beschloss, mich anzupassen und ließ mir rasch zwei kleine gedrehte Widderhörner aus der Stirn wachsen. Fakarl hatte seinem Nubier kunstvoll spitzgefeilte Reißzähne verpasst. Dergestalt aufgehübscht stellten wir uns in die Reihe. Wir warteten. Ein schwüler Wind streifte die Hügelkuppe. Über dem Meer im Westen ballten sich Wolken. Ich trat gähnend von einem Fuß auf den anderen. Kommt er nun oder kommt er nicht, mir ist langweilig, ich bin todmüde und könnte einen Kobold vertragen. Vorhin habe ich im Küchenhof ein paar gesehen, die bestimmt keiner vermisst, wenn wir es nicht an die große Glocke hängen, wenn wir einen Beutel oder sowas hätten. Mein Nachbar stieß mich an. Psst! Stell dich doch nicht so an, das tun wir doch alle. »Still«, blaffte er, »er ist hier!« Ich verstummte schlagartig. Die sieben Djinn neben mir nahmen Haltung an, und wir stierten himmelwärts. Eine schwarz gekleidete Gestalt kam den Hügel herauf, ihr Schatten glitt lang und dünn hinter ihr her. Sein Name lautete Kaba, und was immer er sonst sein mochte, er war ganz gewiss ein Zauberer höchsten Ranges. Bis dahin war ich ihm nur in der Beschwörungskammer seines Turmes begegnet, und dort konnte ich den Zauberer nie richtig betrachten, weil ich mich in Qualen wand. Jetzt sah ich, dass sein Tarn einen Graustich hatte, der auf unterirdische Tempel hinwies, und dass seine Augen groß und auffällig rund waren, wie die Augen von Höhlenfischen, die ihr Leben lang im Dunkeln vor sich hindümpeln. Unter jedem Auge verlief ein schmaler, tiefer Striemen fast senkrecht über die Wange bis hinunter zum Kinn. Ob diese Male angeboren oder ihm von einem verzweifelten Sklaven zugefügt worden waren, blieb der Spekulation überlassen. Kurz gesagt, ein echter Hingucker war Kaba nicht. Jede Mumie hätte die Straßenseite gewechselt, um ihm aus dem Weg zu gehen. Wie die anderen mächtigen Zauberer war er schlicht gekleidet, seine Brust war bloß, er trug einen einfachen Wickelrock. Am Gürtel baumelte eine lange, vielschwänzige Peitsche mit Ledergriff, um den Hals trug er eine Goldkette mit einem schwarzen, blankpolierten Stein. Peitsche und Stein pulsierten vor Magie. Bei dem Stein handelte es sich vermutlich um einen magischen Spiegel, in dem der Zauberer weit entferntes Geschehen verfolgen konnte, und die Peitsche, die kannte ich leider zu Genüge. Ihr bloßer Anblick ließ mich trotz der warmen Sonne frösteln. Die Reihe der Djinn stand schweigend da. Der Zauberer musterte uns nacheinander von oben bis unten. »Ich bin Kaba«, verkündete er. »Ihr seid meine Sklaven und meine Werkzeuge. Ich dolde keinen Ungehorsam. Das macht euch als allererstes klar. Zweitens hat unser aller Herr und Meister Salomo diesen Hügel für heilig erklärt. Hier oben wird jegliches ungehöriges Benehmen gleich welcher Art unverzüglich mit empfindlichen Strafen geahndet.« Er machte eine Pause. Seine Worte halten von den Palastmauern wieder und verklangen. »Wie ich sehe«, fuhr er fort, »habt ihr allesamt Salomos Erlass missachtet und eure Menschengestalten mit teuflischen Zusätzen abgewandelt. Falls ihr mich damit erschrecken wollt, muss ich euch enttäuschen. Vielleicht haltet ihr dieses alberne Gehabe aber auch für eine Art Rebellion. Wenn das der Fall sein sollte, bestätigt es lediglich, was mir ohnehin klar ist, nämlich, dass ihr viel zu eingeschüchtert seid, um etwas Eindrucksvolleres zu wagen. Wenn ihr euch damit wohler fühlt, mögt ihr eure Hörner heute behalten, aber ab morgen bekommt jeder, der sich so aufführt, meine Substanzpeitsche zu spüren. Kommen wir zu eurem nächsten Auftrag. Ihr sollt mithelfen, ein neues Bauwerk zu errichten. Salomo wünscht, dass an dieser Stelle ein großer Tempel entsteht, ein architektonisches Wunder, das den Neid der babylonischen Könige erregen soll. Mir wurde die Ehre zuteil, die erste Bauphase durchzuführen. Auf dieser Seite des Hügels muss der Boden eingeebnet und unten im Tal ein Steinbruch angelegt werden. Ihr richtet euch nach den Plänen, die ich euch bringe. Haut die Steinblöcke zurecht und schleift sie hier hoch. Und dann, na, Bartimeus, was gibt's denn? Ich hatte die schlanke Hand gehoben. Wieso sollen wir die Steine zu Fuß hier hochschleifen? Wieso fliegen wir nicht? Dann könnten wir mehrere Blöcke auf einmal befördern, das schafft sogar Korsroh. Ein Fledermaus-ohriger Djinn am Ende der Reihe quiekte empört. »Eh!« Der Zauberer schüttelte den Kopf. »Abgelehnt! Der Hügel gehört noch zum Stadtgebiet. Hier hat Salomo bekanntlich alle widernatürlichen Erscheinungsformen verboten. Dazu gehört auch, dass ihr alle ausnahmsweise auf magische Methoden verzichtet und im Tempo der Menschen arbeitet. Außerdem geht es schließlich nicht um irgendein Bauwerk, sondern um ein Heiligtum. Da muss man Rücksicht nehmen.« »Keine Magie, aber dann dauert es ja Jahre!« protestierte ich. Der Blick der feuchten Augen heftete sich auf mich. »Stellst du etwa meinen Befehl in Frage?« Ich zögerte, dann schaute ich weg. »Nein!« Der Zauberer wandte sich ab und sprach ein Wort. Begleitet von einem dumpfen Knall und einem leisen Hauch nach faulen Eiern, erschien neben ihm eine kleine, zartviolette Wolke und blieb wabernd in der Luft hängen. Im Inneren der Wolke, die spindeldürren Arme hinter dem Kopf verschränkt, lümmelte eine ringelschwänzige, grünhäutige Kreatur mit roten Pausbacken und dreist funkelnden Augen. Das Wesen grinste uns an. »Tag, Leute!« »Das ist der Folio Geseri«, sagte unser Meister. »Er ersetzt mir Augen und Ohren. Wenn ich nicht persönlich auf der Baustelle anwesend sein kann, meldet er mir etwaige Schlampereien und Verstöße gegen meine Befehle.« Der Folio grinste noch breiter. »Die machen bestimmt keinen Ärger, Kaba! Sind doch alle Lammfroben!« Er streckte den Fuß aus seiner Wolke, stieß sich mit dem großen Zeh vom Boden ab und beförderte die Wolke weiter nach vorn. »Sie wissen, was gut für sie ist, das sieht man ihnen an.« »Hoffentlich«, Kaba machte eine ungeduldige Geste, »die Zeit drängt, eure Arbeit ruft, entfernt das Buschwerk und ebnet die Hügelkuppe ein. Ihr kennt die Bedingungen eurer Beschwörung, haltet euch daran. Ich verlange Disziplin, ich verlange Leistung, ich verlange Stille, Hingabe. Keine Widerworte, kein Streit, keine Ablenkung. Teilt euch in vier Gruppen auf. Ich bringe euch in Kürze den Bauplan. Das wär's.« Nördlich von Saba erstreckte sich die Wüste Arabiens tausende Meilen weit, eine uferlose, staubtrockene, von kahlen Hügeln durchzogene Sandfläche, die nach Westen hin ans Rote Meer grenzte. Im fernen Nordwesten, wo die arabische Halbinsel an Ägypten stieß und das Rote Meer im Golf von Aqaba auslief, lag der Handelshafen Eilat, von Alters her ein Knotenpunkt, an dem Straßen, Waren und Menschen aufeinandertrafen. Um von Saba nach Eilat zu gelangen, wo man in den alten Basaren gute Geschäfte machen konnte, nahmen die Weihrauchhändler eine umständliche Route zwischen Wüste und Meer, die sich durch zahlreiche winzige königreiche Wand, wo sie Zoll entrichten und sich der Angriffe von Bergstämmen und deren Djinn erwehren mussten. Wenn alles gut ging, die Kamele bei Kräften blieben und die Karawane von schlimmeren Plünderungen verschont blieb, trafen die Händler nach sechs oder sieben Wochen im Zustand beträchtlicher Erschöpfung in Eilat ein. Die erste Wächterin Asmira bewältigte die Strecke eingeschlossen in einer wirbelnden Sandhose über Nacht. Außerhalb des hermetischen Mantels fegte der Sandsturm heulend durch die Dunkelheit. Asmira bekam nichts davon mit. Sie hatte die Arme um die Knie geschlungen, die Augen fest geschlossen und gab sich Mühe, nicht auf die Stimmen zu achten, die immer wieder ihren Namen kreischten. Diese Rufe waren eine reine Provokation, der Wesenheit, die Asmira durch die Luft trug. Ansonsten bewährte sich der Bann der Priesterinnen. Der Geist ließ Asmira weder fallen, noch zerquetschte er sie oder riß sie in Stücke. Er beförderte sie unversehrt durch die Wüste und setzte sie im Morgengrauen sanft ab. Mit schmerzverzerrtem Gesicht reckte Asmira die steifen Glieder und öffnete zögernd die Augen. Sie saß auf einem Hügel im Mittelpunkt dreier makelloser in den Sand gemalter Kreise. Hier und da wuchsen niedrige Sträucher, Wüstengras und Steinbrocken leuchteten in der aufgehenden Sonne. Ein kleines nacktes Kind stand am Rand des Hügels und schaute Asmira mit wachen, dunklen Augen an. »Dort drüben liegt Eilat«, verkündete der Djinn. »Du kannst kurz vor Mittag dort sein.« In der Ferne sah Asmira gelbe Lichter im trüben Morgenlicht blinken und gleich daneben eine weiße Linie, dünn wie eine Messerschneide, die Land und Himmel trennte. »Das dort«, das Kind streckte die Hand aus, »ist das Meer? Der Golf von Aqaba. Du bist hier am südlichsten Zipfel von König Salomos Reich. In Eilat kannst du Kamele mieten, die dich nach Jerusalem bringen. Bis dahin sind es noch etliche hundert Meilen. Ich selbst kann dich nicht hinbringen. Salomo hat in Eilat Schiffswerften eingerichtet, damit er die Handelsstraßen an der Küste überwachen kann. »Er hat auch seine Zauberer dort prostiert und viele Geister, die nur auf Eindringlinge wie mich lauern. Ich kann die Stadt nicht betreten.« Das Kind schloss die Augen und löste sich in Luft auf. Eine sanfte Brise wehte südwärts, verwischte die makellosen Sandkreise und ließ Asmira erschauern. Sie wandte das Gesicht nach Osten, wo die Scheibe des Sonnengottes soeben emporstieg. Auch auf das ferne, schöne Saba fiel ihr Glanz. Die Pracht des Sonnengottes blendete Asmira, seine Wärmeliebkoste ihre Wangen. Ihre Bewegungen verlangsamten sich, ihr Geist wurde leer, die Dringlichkeit ihres Auftrags belastete sie nicht mehr. Sie stellte sich auf die Hügelkuppe, eine zarte, schlanke junge Frau, auf deren langem, schwarzem, haargoldenes Licht spielte. Asmira war siebzehn Jahre alt, leichtfüßig und treffsicher, und eine von vier erst kürzlich beförderten Frauen der Palastwache. Sie hatte sich beim jüngsten Aufstand der Bergstämme ausgezeichnet und den Rebellenführer und seine Zauberer eigenhändig gefangen genommen. Sie hatte mehrmals die erste Wächterin vertreten und bei religiösen Feiern hinter der Königin gestanden. Trotzdem richtete die Königin von Saba nie das Wort an Asmira oder nahm die junge Frau anderweitig zur Kenntnis, bis eines Nachts der Turm brannte. Vor dem Fenster hingen noch die Rauchschwaden, aus der Totenhalle hörte man die Klagetrommel. Asmira saß im Gemach der Königin, hielt ungelenk einen Becher Wein in der Hand und schaute verlegen zu Boden. »Asmira, meine Liebe«, sagte die Königin, »weißt du, wer diese abscheuliche Tat vollbracht hat?« Asmira hob den Blick. Die Königin saß so dicht vor ihr, dass sich ihrer beider Knie beinahe berührten, eine beispiellose Nähe. Asmiras Herz klopfte heftig. Sie senkte den Blick wieder. »O meine Königin«, stammelte sie, »es heißt, es sei König Salomo gewesen.« »Erzählt man sich auch den Grund?« »Nein, meine Königin.« »Du darfst mich ruhig anschauen, wenn du mit mir sprichst. Ich bin zwar deine Königin, aber wir sind beide Töchter der Sonne.« Als Asmira abermals aufschaute, lächelte die Königin sie an. Der Anblick machte Asmira ein wenig schwindelig. Sie trank einen kleinen Schluck Wein. »Die erste Wächterin hat mir schon oft berichtet, wie tüchtig du bist«, fuhr die Königin fort. »Sie sagt, du bist schnell, stark und klug, furchtlos, einfallsreich, manchmal schon fast tollkühn und auch hübsch, das sehe ich selbst. Was weißt du über Salomo, Asmira? Welche Geschichten hast du über ihn gehört?« Asmiras Wangen brannten, ihre Kehle war wie zugeschnürt. Vielleicht lag es am Rauch. Sie hatte die Löschaktion unten am Turm beaufsichtigt. »Das Übliche, meine Königin. Salomo wohnt in einem Palast aus Jade und Gold, den er mit Hilfe seines Zauberrings in einer einzigen Nacht erbaut hat. Er herrscht über zwanzigtausend Geister, einer schrecklicher als der andere. Er hat siebenhundert Frauen, was von verabscheuungswürdiger Sündhaftigkeit zeugt. Er...« Die Königin hob die Hand. »Ja, das habe ich auch gehört«, ihr Lächeln erlosch. »Asmira, Salomo giert nach den Reichtümern Sabas. Einer seiner Dämonen hat uns heute Nacht überfallen, und beim nächsten Neumond, das ist in dreizehn Tagen, wird der König mit Hilfe seines Ringes unsere Stadt dem Erdboden gleichmachen und uns alle töten.« Asmiras Augen weideten sich vor Entsetzen, es verschlug ihr die Sprache. »Es sei denn«, fuhr die Königin fort, »es sei denn, ich kaufe mich frei. Das kommt natürlich nicht in Frage, damit würde ich Sabas Ehre verletzen und meine eigene ebenso. Aber was kann ich sonst tun? Gegen den Ring komme ich nicht an. Die Gefahr lässt sich nur abwenden, wenn Salomo seinerseits getötet wird, was ziemlich unwahrscheinlich ist, weil er Jerusalem so gut wie nie verlässt und die Stadt gegen Streitmächte und magische Angriffe viel zu gut gesichert ist. »Trotzdem«, die Königin seufzte tief und schaute aus dem Fenster, »trotzdem will mir der Gedanke nicht aus dem Kopf, ob nicht jemand, der sich ganz allein auf den Weg macht, jemand Kluges, Geschicktes, der harmlos scheint, es aber nicht ist, ob es so jemandem nicht doch gelingen könnte, sich dem König zu nähern. Und wenn die Betreffende mit ihm allein ist, könnte sie«, »ach, es wäre trotzdem eine sehr, sehr schwierige Aufgabe«, »meine Königin«, »asmiras Stimme bebte vor Eifer und auch aus Furcht vor dem, was sie sagen wollte.« »Meine Königin, wenn ich dabei irgendwie behilflich sein könnte«, die Königin von Saba lächelte gütig. »Ich habe schon verstanden, meine Liebe, ich weiß, dass du mir treu ergeben bist und mich verehrst. Ja, meine liebe Asmira, ich danke dir sehr für dein Angebot, du könntest mir tatsächlich behilflich sein.« Im Osten hing die aufgehende Sonne niedrig über den Dünen. Als Asmira wieder zu sich kam und sich nach Westen wandte, war die Hafenstadt Eilat eine scharf umrissene Ansammlung weißer Häuser und das Meer ein azurblauer Streifen, auf dem weiße Punkte schaukelten. Asmiras Augen verengten sich. Das waren die Schiffe des verruchten Salomo. Von nun an musste sie sich vorsehen. Sie hob den Silberdolch auf, der neben ihrem Beutel lag, und schob die Waffe so in den Gürtel, dass der Umhang sie verdeckte. Dabei wanderte ihr Blick über den Himmel. Die Sichel des abnehmenden Mondes schwebte noch schmal und geisterhaft am blauen Firmament. Ihr Anblick beflügelte Asmira. Nur zwölf Tage. Und bis zu Salomo war es noch ein weiter Weg. Sie warf ihren Beutel über die Schulter und trabte Hügel ab. Pass doch auf, blaffte Fakal. Andauernd fliegen mir Splitter um die Ohren. Entschuldige! Außerdem könntest du bei der Arbeit einen längeren Rock anziehen. Ich traue mich ja kaum zwischendurch den Kopf zu heben. Ich hörte auf zu meißeln. Für die neueste Mode kann ich nichts. Du stehst mir in der Sonne rück wenigstens ein Stück zur Seite. Wir blickten einander finster an. Dann bewegte ich mich widerwillig ein winziges Stück nach links, und Fakal rückte gereizt ein winziges Stück nach rechts. Wir meißelten weiter. Das Ganze wäre halb so schlimm, brummelte Fakal. Denn wir vernünftig arbeiten dürften. Eine kleine Detonation würde hier wahre Wunder wirken. Das kannst du ja mal Salomo vorschlagen, erwiderte ich. Er hat schließlich verboten, dass wir... Aua! Ich hatte mir auf den Daumen gehauen und sprang mit schmerzverzerrtem Gesicht von einem Fuß auf den anderen. Meine Wüstenflüche hallten von der Felswand wieder und schreckten einen Geier auf. Den ganzen Morgen, schon seit Sonnenaufgang, schufteten wir beide im Steinbruch unterhalb der Baustelle und schlugen die ersten Blöcke für den Tempel zurecht. Fakal arbeitete ein Stück unter mir, insofern hatte er die Arschkarte gezogen. Mein Arbeitsplatz wiederum war der erbarmungslosen Sonne, voll ausgesetzt, weshalb ich schwitzte und reizbar war, und jetzt tat mir auch noch der Daumen weh. Ich schaute mich um, überall nur Stein und flimmernde Hitze, auf keiner Ebene rührte sich etwas. Mir reicht's, sagte ich. Kaba und sein grässlicher, kleiner Folio sind nirgends zu sehen, ich mach Pause. Damit ließ der gut aussehende Jüngling den Meißel fallen und rutschte die Leiter bis zum Boden des Steinbruchs hinunter. Fakal war wieder der Nubier, vierschrötig, schmerbäuchig, staubbedeckt und schlecht gelaunt. Er zögerte kurz, dann warf auch er Hammer und Meißel weg. Wir hockten uns in den Schatten seines halb zurechtgehauenen Felsblocks, so wie es faule Sklaven überall auf der Welt machten. Uns haben sie wieder mal die blödeste Arbeit aufgebrummt, schimpfte ich. Warum dürfen wir keine Fundamente ausheben wie die anderen? Der Nubier kratzte sich den Wanst, suchte sich im Geröll zu unseren Füßen einen Splitter und polgte damit zwischen den spitzgefeilten Zähnen herum. Vielleicht hat unser Meister uns beide ja besonders auf dem Kicker. »Eins finde ich an Kaber komisch«, sagte ich. »Ist dir auch aufgefallen?« Fakal verpasste mir einen Rippenstoß und deutete mit dem Kinn auf den Weg zum Steinbruch. Dort kamen zwei unserer Kollegen, Xoxen und Tivok, mit ihren Schaufeln angeschlurft. »Fakal? Fatimäus?« rief Xoxen ungläubig. »Was macht ihr denn da?« Tivoks Augen funkelten tückisch. »Die beiden machen ein Päuschen?« »Setzt euch doch zu uns«, sagte ich. Xoxen stützte sich auf seinen Schaufelstiel und wischte sich mit der schmutzigen Hand übers Gesicht. »Ich spinnt wohl«, zischte er. »Habt ihr vergessen, wer unser Meister ist? Man nennt ihn nicht Kaber den Grausamen, weil er drückebergerischen Geistern mit Liebe voller Nachsicht begegnet. Er hat uns streng verboten, tagsüber Pausen einzulegen, bei Tagschuften, bei Nacht ausruhen. Das begreift ja wohl der Dümmste.« »Heuertwegen landen wir noch alle im Substanzkäfig«, knurrte Tivok. Fakal winkte verächtlich ab. »Der Ägypter ist bloß ein boshafter Mensch aus Fleisch und Blut, wogegen wir edle Geister sind. Und ich verwende den Begriff »edel« hier im allerweitesten Sinne, damit sich Fatimäus nicht ausgeschlossen fühlt. »Warum sollten wir uns für Kaber abplagen? Lasst uns lieber überlegen, wie wir ihn außer Gefecht setzen können.« »Du legst dich ja ganz schön weit aus dem Fenster«, sagte Tivok mürrisch, »aber mir fällt auf, dass der Zauberer nirgends zu sehen ist.« Xoxen nickte. »Richtig, sobald Kaber hier auftaucht, hämmert ihr garantiert doppelt so eifrig. Sollen wir inzwischen melden, dass eure ersten Quader noch nicht ganz fertig sind? Sagt uns Bescheid, wenn ihr so weit seid, dann schleifen wir die Steine zur Baustelle.« Damit stolzierten sie davon. Fakal und ich schauten ihnen nach. »Schöne Kollegen«, murrte ich. »Feiglinge, alle beide.« Fakal nahm sein Werkzeug und erhob sich schwerfällig. »Na ja, du und ich sind nicht viel besser. Wir lassen uns genauso von Kaber rumscheuchen. Leider fällt mir auch nichts ein, wie wir uns dagegen wehren können. Kaber ist mächtig, er ist rachsüchtig, er hat die verfluchte Peitsche, und er hat...« Wir wechselten einen Blick. Dann sandte Fakal einen kleinen magischen Impuls aus, der sich ausdehnte, bis wir in einer grünleuchtenden Glocke der Stille standen. Das Schaufelklirren unserer Gin-Kollegen verstummte. Wir waren allein, niemand konnte uns mehr hören. Trotzdem senkte ich vorsichtshalber die Stimme. »Ist dir etwas an seinem Schatten aufgefallen?« »Du meinst, dass der ein bisschen dunkler ist als üblich?« raunte Fakal. »Und auch ein bisschen länger? Und immer eine Idee zu langsam, wenn Kaber sich bewegt?« »Genau.« Denn Nubier verzog das Gesicht. »Alle Ebenen sind unauffällig. Demnach haben wir es mit einem sehr wirksamen Tarnschleier zu tun. Fest steht, dass der Schatten Kabas Schutz dient. Wir behalten die Sache im Auge«, sagte ich. »Irgendwann wird er sich schon verraten.« Fakal nickte. Dann schwang er den Meißel und die stille Glocke zerbarst in einem regengrüner Tropfen. Wortlos machten wir uns wieder an die Arbeit. Ein paar Tage ging alles seinen Gang. Die Hügelkuppe wurde eingeebnet, Büsche und Gestrüpp wurden gerodet und die Fundamente ausgehoben. Unten im Steinbruch hämmerten Fakal und ich eine ansehnliche Anzahl 1a Kalksteinquader zurecht, rechtwinklig, symmetrisch und so ebenmäßig, dass der König persönlich davon hätte speisen können. Trotzdem fanden den Kaber. Die Prachtstücke nicht die Zustimmung von Kabas grässlichem Aufseher Giserie, der sich auf einem Felsvorsprung über uns materialisierte und unser Werk skeptisch begutachtete. »Das ist Pfusch, Jungs«, verkündete er und schüttelte den dicken grünen Kopf. »Ihr müsst die Kanten noch mal glatt schmirgeln. So kann der Boss die Lieferung nicht abnehmen, auf gar keinen Fall.« »Sei doch so gut und zeig mir die mangelhaften Stellen«, sagte ich freundlich, »meine Augen sind nicht mehr so gut wie früher.« Der Folio hüpfte von seinem Vorsprung und kam angeschlendert. »Ihr Dschinn seid doch alle gleich, aufgeblasene, nutzlose Säcke, sage ich immer. Wäre ich euer Meister, ich würde euch schon das Prinzip jeden Tag mit einer Pestilenz bombardieren.« Er kam nicht dazu, uns weitere Perlen seiner Weisheit vorzuwerfen, weil ich die Kanten der Quader mit seinem Gesicht abschmirgelte. Als ich fertig war, glänzten die Steinblöcke wie ein Kinderpopo, und Giseries Gesicht war flach wie ein Amboss. »Du hattest recht«, sagte ich, »die Blöcke sehen viel besser aus, du übrigens auch.« Der Folio hüpfte zornbebend auf und ab. »Wie kannst du es wagen? Ich verpetze dich bei Kaba. Ihr beide seid ihm längst aufgefallen. Er wartet nur auf einen Vorwand, euch ins Schreckensfeuer zu werfen. Wenn ich erst oben bin und ihm alles erzähle...« »Nur zu!« In einer Anwandlung von Hilfsbereitschaft knotete ich seine Arme und Beine zusammen und beförderte ihn mit einem kräftigen Tritt aus dem Steinbruch hinauf zur Baustelle. Von oben hörte man ihn erstickt quieken. Fakal hatte belustigt zugeschaut. »War das klug, Bartimeus?« »Ich krieg sowieso jeden Tag die Peitsche«, knurrte ich. »Einmal mehr ist mir auch schon Schnurz.« Doch wie sich herausstellte, war der Zauberer an diesem Tag dafür zu beschäftigt. Er verbrachte den Großteil seiner Zeit in einem Zelt am Rand der Baustelle, wo er die Baupläne überprüfte und mit den Botenkobolden verhandelte, die aus dem Palast herüberkamen. Sie überbrachten immer neue Änderungen am Entwurf der Tempelanlage, Messingsäulen hier, Zedonholzböden dort, die Kaba unverzüglich in die Pläne einarbeiten musste. Oft kam er nach draußen, um seine Zeichnungen mit dem Stand der Arbeiten abzugleichen. Auf diese Weise konnte ich ihn jedes Mal unter die Lupe nehmen, wenn ich einen Quader anlieferte. Was ich sah, war nicht sehr ermutigend. Es gab ein Problem mit der Ausrichtung des Tempelvordachs. Ich war eine Leiter hinaufgestiegen, um die Sache von oben zu begutachten. Als ich gerade in einem Spalt zwischen zwei Steinblöcken mit Elle und Lotschnur beschäftigt war, sah ich unter mir den Zauberer vorbeigehen. Ein kleiner Botenkobold mit einer Wachstafel in der Pfote fing ihn ab. Der Zauberer blieb stehen, nahm die neuesten Änderungswünsche des Königs entgegen und überflog sie. Dabei lag sein Schatten wie üblich lang gestreckt hinter ihm, obwohl die Sonne hoch am Himmel stand. Der Zauberer nickte, steckte die Tafel ein und setzte seinen Weg fort. Der Kobold flatterte mit der törichten Ziellosigkeit seiner Spezies unentschlossen in die andere Richtung und bohrte dabei in der Nase. Als er über den Schatten hinwegflog, wallte dieser plötzlich auf. Man hörte ein lautes Schnappen und der Kobold war verschwunden. Der Schatten glitt weiter hinter dem Zauberer her, aber ehe er sich aus meinem Blickfeld entfernte, wandte er den über den Boden huschenden Kopf zu mir und schaute mich an. Und in diesem Augenblick sah er gar nicht mehr aus wie der Schatten eines Menschen. Mit zitternden Händen beendete ich meine Messungen und kletterte die Leiter mit weichen Knien wieder hinunter. Alles in allem ging man dem Zauberer Kaber wohl am besten aus dem Weg. Ich würde meine Arbeit so gut wie möglich erledigen und mich bedeckt halten. Bloß nicht auffallen, lautete meine Devise. Das ging vier volle Tage lang gut. Dann nahm das Unheil seinen Lauf. Die Hafenstadt Eilat war eine Überraschung für Asmira, deren Erfahrung mit Städten sich auf Marib und die 30 Meilen weiter hinter den Feldern gelegene Schwesterstadt Sirwa beschränkte. So überfüllt wie beide Städte besonders an Festtagen waren, so herrschte dort doch immer eine gewisse Ordnung. Die Priesterinnen trugen goldene Gewänder, die Stadtbewohner schlichte blau-weiße. Bergbewohner waren für die Wachposten auf ihren Aussichtstürmen leicht an ihren langen rotbraunen Kutten zu erkennen. Die Wächter konnten eine Menschenmenge auf den ersten Blick einschätzen und beurteilen, wer womöglich jemandem Ärger machen würde. In Eilat war das nicht so einfach. Hier waren die Straßen breit, kein Gebäude hatte mehr als zwei Stockwerke. Asmira, die an die kühlen Schatten der Türme Sabas gewöhnt war, fand die Stadt verwirrend gesichtslos, ein glühend heißes Labyrinth aus weißgekalkten Mauern, durch das sich Ströme von Menschen wälzten. Auf den Dächern saßen Geschöpfe in Gestalt von Katzen und Vögeln und beobachteten stumm das Treiben. Asmira stand am Stadttor und rümpfte angesichts der unkontrollierten Magie im Reich des Magierkönigs angewidert die Nase. An einer in die Stadtmauer eingelassenen Bude kaufte sie sich eine Portion gewürzter Linsen. Dann stürzte sie sich ins Gebühl. Die Menge erfasste Asmira und trug sie davon. Zwischen den Brotkörben hockte ein runzliger Greis und mümmelte zahnlos Kartblätter. Asmira kaufte ihm einen Weizenfladen ab und sagte dann, »Guter Mann, ich muss dringend nach Jerusalem. Wie komme ich auf dem schnellsten Weg dorthin?« Der Alte runzelte angestrengt die Stirn. Er hatte Mühe, ihr Arabisch zu verstehen. »Mit der Karawane!« »Wo ist der Treffpunkt?« »Auf dem Marktplatz am Brunnen!« »Aha, und wo ist der Marktplatz?« Der Alte überlegte lange und malte dabei unablässig mit dem Unterkiefer. Schließlich antwortete er, »Am Brunnen!« Asmira schob ärgerlich die Unterlippe vor. Sie schaute zum Fischstand hinüber. »Ich komme aus dem Süden«, sagte sie. »Ich kenne mich in der Stadt nicht aus. Geht es per Karawane wirklich am schnellsten? Fährt denn kein Wagen? Bist du allein unterwegs?«, unterbrach sie der Alte. »Ja, sowieso!« Er klappte den Zahn. »Wir gehen, solange du noch am Leben bist und Geld in der Tasche hast. Willst du mir nicht noch einen Fladen abkaufen?« »Nein, danke! Ich will nach Jerusalem!« Der Alte musterte die junge Frau eindringlich. »Unsere Sklavenhändler verdienen gutes Geld«, sinnierte er. »Manchmal tut es mir leid, dass ich nicht diesen Beruf ergriffen habe.« Er leckte seinen Zeigefinger an, streckte den behaarten Arm aus und ordnete die Fladenbrote in den Körben neu. »Du willst wissen, wie du am schnellsten nach Jerusalem kommst? Wenn du eine Zauberin wärst, könntest du auf einem Teppich hinfliegen, das geht schneller als mit einem Kamel. Ich bin aber keine Zauberin.« Asmira rückte den schweren Lederbeutel zurecht, den sie an einem Riemen über der Schulter trug. Der Alte brummte. »Tja, kannst du von Glück sagen, denn wenn du auf einem Teppich nach Jerusalem fliegen würdest, würde er dich mit Hilfe seines Ringes sofort bemerken. Ein Dämon würde dich abfangen, und du würdest ein schreckliches Schicksal erleiden. Willst du nicht wenigstens eine Brezel kaufen?« Asmira räusperte sich. »Ich würde lieber einen Wagen mieten.« »Nur Königinnen fahren im Wagen«, erwiderte der Brotverkäufer, riss den Mund weit auf und lachte. »Und Zauberer! Ich bin weder das eine noch das andere.« Asmira nahm ihr Brot und ging davon. »Ich könnte dir natürlich ein Kamel verkaufen, Mädchen«, sagte der Kaufmann, »aber das wäre äußerst unüblich. Schick mir deinen Vater oder Bruder vorbei, dann trinken wir Tee miteinander, Kau und Kat und einigen uns, wie es unter Männern Brauch ist. »Und ich werde deine Verwandten höflich dafür tadeln, dass sie dich allein umherlaufen lassen. Sie müssten doch wissen, dass die Straßen dieser Stadt nicht der richtige Ort für eine junge Frau sind.« Es war später Nachmittag. Pfirsichfarbenes Licht drang durch die Zeltplane und fiel auf den Teppich, die Kissen und den darauf thronenden Kaufmann. »Wie viel wollt ihr?« »Hör zu, Mädchen! In den nächsten Tagen erwarte ich die Goldhändler aus Ägypten. Auch die wollen ihre Waren nach Jerusalem schaffen und kaufen mir so viele Kamele ab, wie ich liefern kann. Sie bezahlen mit Säckchen voller Goldstaub aus Nubien oder sogar mit richtigen Goldklumpen, so daß ich mein Schnurrbart vor Freude ringelt und ich mein Zelt einen ganzen Monat lang zumachen und mich in der Freudengasse vergnügen kann. Was kannst du mir bieten, das mich dazu bewegen könnte, dir eins meiner prächtigen, dunkeläugigen Kamele zu überlassen?« Das Mädchen griff in seinen Reitumhang, und als sie den Arm wieder herauszog, lag etwas Glitzerndes von der Größe eines Aprikosenkerns in ihrer Handfläche. »Das ist ein blauer Diamant aus dem Hadramautgebirge, in fünfzig Facetten geschliffen. Es heißt, die Königin von Saba trägt einen Ähnlichchen an ihrem Kopfputz. Überlass mir ein Kamel, und der Stein gehört dir.« Der Kaufmann rührte sich nicht. Pfirsichfarbene Lichtbahnen wanderten über sein breites Gesicht. Er schaute zu dem geschlossenen Zelteingang hinüber, durch das der gedämpfte Lärm des Marktes hereindrang, und befeuchtete sich mit der Zungenspitze die Lippen. »Da fragt man sich natürlich«, sagte er gedehnt, »ob du noch mehr dergleichen bei dir trägst?« Asmira beugte sich ein wenig vor, sodass der Umhang aufklaffte, und legte die Hand auf den Dolch, der lose an ihrem Gürtel hing. »Aber was mich angeht«, fuhr der Kaufmann eilig fort, »ist diese Bezahlung mehr als angemessen. Wir können den Kaufvertrag sofort ausstellen.« Asmira nickte. »Das freut mich sehr. Zeigt mir mein Kamel.« Am folgenden Tag verließ eine Karawane von dreißig Kamelen den Marktplatz von Eilat und trat die lange Reise nach Jerusalem an. Auf einem der Kamele saß Asmira. Besier war schuld. Er sollte Wache halten, aber sein Ausguck in der Zypresse war wohl ein bisschen zu bequem. Dazu kamen die Mittagshitze der Harzduft und der gut gepolsterte Kobold, der ihm als Kissen diente. Besier schlummerte sanft ein und bekam nicht mit, dass Salomo im Anmarsch war. »Das muß man erst mal bringen, denn erstens war der König ungewöhnlich hochgewachsen, zweitens wurde er von sieben Zauberern, neun hohen Würdenträgern, elf Sklaven, 33 Kriegern und einer stattlichen Abordnung seiner siebenhundert Frauen begleitet. Allein das Geraschel ihrer Gewände machte einen Lärm wie ein vom Sturm gepeitschter Wald. Und da obendrein die Würdenträger die Sklaven anbrüllten, die Sklaven mit ihren Palmwedeln wedelten, die Krieger mit ihren Schwertern schepperten und die Ehefrauen pausenlos in den verschiedensten Sprachen durcheinander schwatzten, waren Salomo und sein Hofstaat eigentlich kaum zu überhören. Darum hörte unsere Truppe auch ohne einen Warnruf Besiers rechtzeitig mit dem Unsinn auf. Nur ich nicht. Die Sache war nämlich die, dass ich ganz hinten in der Reihe stand. Meine Aufgabe war es, die tonnenschweren Blöcke aus dem Steinbruch zu hieven, sie in die Luft zu schnicken, auf einem Finger wieder aufzufangen, sie darauf kreiseln zu lassen und als Abschluss lässig zu Tivok rüberzuwerfen. Tivok reichte den Block so dann an Nimschig, Fakar, Kosro oder einen anderen Kollegen weiter, die alle in den abwegigsten Erscheinungsformen auf der Baustelle herumlungerten bzw. schwebten. Der letzte in der Kette beförderte den Quader so dann mit einem treffsicheren Wurf an die vorgesehene Stelle, sprach einen kurzen Ausrichtezauber und Salomos Tempel war der Vollendung wieder einen Stein näher. Das Ganze dauerte vom Steinbruch bis hinauf auf die Tempelmauer ungefähr fünfunddreißig Sekunden. Wunderbar! Eine Effizienz, für die jeder Arbeitgeber seinen Rechten arm gegeben hätte. Nicht so Salomo. Er war strikt gegen unsere zeitsparenden Maßnahmen. Als uns Kaba und Geseri noch im Nacken saßen, hatten wir brav nach Vorschrift gearbeitet und unsere Menschengestalten beibehalten. Durch unser vorbildliches Betragen und den Fortschritt der Arbeiten womöglich ermutigt, besuchte der Zauberer die Baustelle immer seltener. Bald blieb auch Geseri weg. Aus Furcht vor der Peitsche verhielten wir uns anfangs noch wie gehabt, aber schon am zweiten Tag, an dem wir uns selbst überlassen waren, sank die Moral rapide. Mit einer Mehrheit von sechs gegen zwei stimmten wir darüber ab, dass der Arbeitsablauf mit sofortiger Wirkung abgewandelt werden sollte. Wir richteten einen Ausguck ein und vertrödelten unsere Zeit mit Faulenzen, Glücksspielen, Koboldwerfen und philosophischen Streitgesprächen. Wenn wir ein bisschen Bewegung brauchten, beförderten wir mittels magischer Methoden ein paar Steine an Ort und Stelle, damit es auswärts würden wir arbeiten. Gegenüber der Schufterei zuvor ein Riesenfortschritt. Unseligerweise traf Salomo, der noch nie auf die Idee gekommen war, der Baustelle einen Besuch abzustatten, ausgerechnet während eines jener Auflockerungsspielchen bei uns ein. Und weil Besier schlief, warnte mich keiner. Die anderen standen weiter vorn und konnten rechtzeitig reagieren. Super! Als der königliche Tross scheppernd, schimpfend und schwatzend zum Stehen kam, hatten meine sieben Kollegen längst wieder Menschengestalt angenommen und hämmerten und meißelten emsig, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Und ich? Ich war immer noch das Zwergnilpferd im Bassdröckchen, das anzügliche Lieder über Salomos Liebesleben trällerte und leichtfüßig aus dem Steinbruch kletterte, während es einen mächtigen Quader spielerisch in die Luft warf und wieder auffing. Ich sang mit solcher Inbrunst, daß mir gar nichts auffiel. Wie üblich holte ich mit dem warzigen Vorderbein aus und schleuderte den Stein zu Tivok hinüber. Wie üblich flog der Stein in einem eleganten Bogen durch die Luft, allerdings fing Tivok ihn nicht auf, weil er Salomo unter Kratzfüßen untertänig Platz gemacht hatte, damit der König den Vorbau des neuen Tempels in Augenschein nehmen konnte. Die Zauberer, Würdenträger, Krieger, Sklaven und Ehefrauen hatten sich dicht um ihren Herrn gescharrt und sonnten sich im Glanz seiner Gegenwart. Sie hörten meinen Gesang, sie drehten sich nach mir um. Sie sahen den tonnenschweren Steinblock elegant durch die Luft segeln, sie konnten gerade noch aufschreien. Das Nielpferd im Bassdröckchen schlug die Vorderhufe vor die Augen. Doch Salomo berührte nur den Ring an seinem Finger, den Ursprung seiner geheimnisvollen Macht. Die Ebenen erzitterten. Und dem Erdboden entsprangen vier geflügelte, grünlodernde Mariden und fingen den Steinblock auf, ehe er das Haupt des großen Königs auch nur streifen konnte. Salomo berührte den Ring abermals und der Erde entsprangen neunzehn Affreten und fingen dieselbe Anzahl in Ohnmacht sinkender Ehefrauen auf. Salomo berührte den Ring ein drittes Mal. Der Erde entsprang eine Horde untersetzter Kobolde und schnappte sich das Nielpferd im Bassdröckchen, das sich soeben heimlich still und leise in den hintersten Winkel des Steinbruchs verkriechen wollte, fesselte es mit stachligen Schlingen an allen vier Gliedmaßen und schleifte es durch den Staub an die Stelle, wo der große König stand, mit der Sandale auf den Boden klopfte und ziemlich angefressen aussah. Trotz meines allgemein gepriesenen Mutes und meiner unerschütterlichen Gelassenheit, für die ich von der Wüste Schur bis zum Libanongebirge bekannt war, mußte das Nielpferd schwer schlucken, als es so über den unebenen Boden geschleift wurde, denn wenn Salomo angefressen war, ließ er das seine Zeitgenossen deutlich spüren. Klar konnte er auch zu seiner sagenhaften Weisheit Zuflucht nehmen, aber wenn es darauf ankam, erzielte er mit seiner im wahrsten Sinne des Wortes mörderischen Angefressenheit mehr Erfolg. Den verfluchten Ring nicht zu vergessen! Die vier Mariden setzten den Steinblock sanft vor dem König ab. Die Kobolde holten Schwung und ließen mich dann los, sodass ich gegen den Stein knallte und in unziemlicher Haltung liegen blieb. Ich blinzelte, setzte mich schwerfällig auf, spuckte Kieselsteinchen und rang mir ein gewinnendes Lächeln ab. Die Zuschauer raunten missbilligend, und etliche Ehefrauen fielen gleich noch einmal in Ohnmacht. Salomo hob die Hand. Es wurde totenstill. Es war das erste Mal, dass ich ihm so nahe kam, und ich muß sagen, dass er mich nicht enttäuschte. Er war das reinste Abziehbild des typischen Tyrannenherrschers aus dem Mittleren Osten. Dunkle Augen, zartbraun getönte Haut, langes glänzendes Haar und mehr Klimperkram am Leib, als in der Auslage einer Ramschbude auf dem nächstbesten Bazar zu finden ist. Außerdem schien er ein Faible für Ägyptisches zu haben. Seine Augen waren nach Pharaonensitte dick, mit Kajal umrandet, und eine Wolke betäubend duftender Öle und Parfums umweilte ihn. Allein der Gestank hätte Bésia rechtzeitig wecken müssen. An seinem Finger glänzte es so hell, dass ich schier blind wurde. Der große König baute sich vor mir auf und spielte mit einer Hand an den Schmuckreifen des anderen Arms. Er atmete schwer und trug eine gequälte Miene zur Schau. »Niederster der Niederen«, sagte er leise, »welcher meiner Diener bist du?« »O Herr, der du ewig leben mögest, ich bin Bartimaeus.« Eine hoffnungsvolle Pause, der König bewahrte Haltung. »Ich hatte noch nicht das Vergnügen«, fuhr ich fort, »aber ein freundschaftliches Gespräch wäre für uns beide von Vorteil. Darf ich mich vorstellen, ich bin ein Geist von beträchtlicher Weisheit und Ernsthaftigkeit, der einst mit Gilgamesch sprach und...« Salomo hob den Finger, und weil es der Ringfinger war, schluckte ich den Rest des Satzes herunter und bereute die erste Hälfte. »Lieber erst mal die Klappe halten und sich auf das Schlimmste gefasst machen.« »Du bist doch einer von Kabas Unruhestiftern«, sagte der König nachdenklich. »Wo steckt Kaba eigentlich?« Das war eine gute Frage, die auch wir uns seit Tagen stellten. Im selben Augenblick wurden die Höflinge unruhig, und mein Herr erschien auf dem Schauplatz. Seine erhitzten Wangen und das vor Schweiß glänzende Gesicht verrieten, dass er gerannt war. »Großer Salomo«, keuchte er, »euer Besuch, ich wusste ja nicht...« Seine feuchten Augen wurden groß, als sein Blick auf mich fiel, und er stieß einen wölfischen Schrei aus. »Elender Sklave! Wie kannst du es wagen, mich mit dieser Gestalt zu blamieren? Tretet zurück, großer König, lasst mich die Kreatur züchtigen!« Er griff nach der Substanzpeitsche an seinem Gürtel. Doch Salomo hob abermals die Hand. »Still, Zauberer! Wo hast du dich herumgetrieben, während deine Untergebenen meine Anweisungen missachtet haben? Mit dir befasse ich mich gleich noch.« Kaba sank in sich zusammen, sein Mund stand offen, er rang nach Atem. »Mir fiel auf, dass sein Schatten diesmal klein und harmlos wirkte, ein dunkles Pfützchen um die Füße seines Besitzers.« Der König wandte sich wieder mir zu. Ach, wie sanft seine Stimme wurde, samtweich wie ein Leopardenfell! Und wie bei einem Leopardenfell mochte man nicht gegen den Strich darüber streichen. »Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, Bartimaeus, wird hier das größte Heiligtum meiner Religion und meines Reiches stehen. Aus diesem Grund, und das habe ich in meinen Anweisungen eindeutig formuliert, wünsche ich, dass dieser Tempel, ich zitiere, mit allergrößter Sorgfalt, unter Vermeidung jeglicher magischer Mittel, respektlosen Betragens und nichtmenschlicher Erscheinungsformen errichtet wird.« »Das Nilpferd im Bassdrückchen?« fragte Bass erstaunt. »Zum Teufel, wer würde auch nur eines davon wagen?« »Du hast keine einzige dieser Vorgaben eingehalten. Warum?« »O Herr, mir war langweilig, und ich wollte die Sache rasch hinter mich bringen.« Der König nickte, worauf sich der betäubende Duft von Jasminöl und Rosenwasser ausbreitete. Er richtete sich auf und blickte streng um sich. »Hat einer der anderen Sklaven meine Befehle ebenfalls missachtet?« Ich hatte die Frage vorausgeahnt. Ich schaute meine Gefährten nicht offen an, spürte aber trotzdem, dass sie sich im Schutz der Menge ganz klein machten. Fakal, Menes, Kosro und die anderen und mich mit stummen, inbrünstigen Bitten bombardierten. Seufzend erwiderte ich, »Nein!« »Bist du sicher? Keiner von Ihnen hat Zauberei angewendet, keiner hat die Gestalt gewechselt.« »Nein, nein, nur ich!« Der König nickte. »Dann will ich sie verschonen.« Er näherte die linke Hand der Rechten mit dem gefürchteten Ring. Ich hatte es vor mir hergeschoben, aber jetzt blieb mir nichts anderes mehr übrig, als vorübergehend alle Würde zu vergessen. Das Nilpferd stieß ein herzzerreißendes Jammern aus und rutschte auf runzligen Knien vorwärts. »Bitte überstürzt nichts, großer Salomo!« winselte ich. »Ich habe euch bis zum heutigen Tage treu gedient. Seht euch diesen Steinblock an, seht, wie rechtwinklig und ebenmäßig ich ihn gemeißelt habe, und dann werft einen Blick auf den Tempel. Erkennt ihr, mit welcher Hingabe ich ihn der Länge und Breite nach abgeschnitten habe? »Mäßt selbst nach, großer König! Drei auf drei Ellen lautete euer Begehr, und drei Ellen sind es, und nicht ein Rattenarsch mehr!« Ich rang verzweifelt die Vorderhufe und wiegte mich hin und her. »Mein heutiger Ausrutscher ist nur auf meinen überschäumenden Tatendrang zurückzuführen,« heulte ich. »Ich kann diesen Tatendrang zum Wohl eurer Majestät einsetzen, aber lasst mich am Leben!« Der große König hüstelte. Das Nilpferd stellte sein Geflänne ein und sah ihn hoffnungsfroh an. »Dein albernes und übertriebenes Schauspiel hat mich belustigt,« verkündete Salomo. »Darum will ich dich nichtswürdigen noch einmal verschonen. Und«, er unterbrach meine sturzbachartigen Dankesbeteuerungen, »und will deinem vorhin erwähnten Tatenbrang Gelegenheit geben, sich anderweitig auszutoben.« »Mir schwante nichts Gutes.« »O du Verabscheuungswürdigster meiner Djinn! Schau dich nicht so erstaunt um! Ich meine dich! Da du deine Arbeit hier so langweilig findest, wollen wir dir eine anregendere Beschäftigung zuweisen.« Ich verneigte mich bis auf den Boden. »Ich höre und gehorche, o Herr!« »Nun denn! Südlich von Jerusalem, jenseits der Wüsten Paran und Zinn, verlaufen meine Handelsstraßen, auf denen Kaufleute aus Ägypten und vom Roten Meer, aus Zentralarabien und sogar, wenn auch noch viel zu selten, aus dem geheimnisvollen Saba in mein Land unterwegs sind. Diese Kaufleute führen Mürre, Weihrauch, wertvolle Hölzer und Gewürze sowie andere Güter mit sich, die den Wohlstand des Volkes Israel begründen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass in den letzten Wochen viele dieser Karawanen nicht hier in Jerusalem eingetroffen sind.« Ich brummelte weise, »bestimmt ist Ihnen das Wasser ausgegangen, das ist das Dumme an der Wüste, sie ist staubtrocken.« »Allerdings, das hast du wunderbar erfasst, die paar Überlebenden, die es bis Hebron geschafft haben, berichten allerdings etwas anderes, nämlich, dass Ungeheuer über sie hergefallen sind.« »Wie jetzt über sie hergefallen? Sind die Ungeheuer auf die Karawane draufgefallen und haben sie zerquetscht?« »Nein, ich würde eher sagen, die Ungeheuer haben die Karawanenreisenden überfallen und abgeschlachtet. Das waren hässliche, riesige, schreckliche Ungeheuer.« »Trifft diese Beschreibung nicht auf alle Ungeheuer zu?« Das Nilpferd überlegte. »Ich würde vorschlagen, wir schicken die vier hier als Aufklärungstrupp hin.« Ich wies auf die vier Ringmariden, die immer noch auf der siebten Ebene herumlungerten und sich leise darüber unterhielten, welche der Ehefrauen wohl die saftigste wäre. Salomo lächelte raubtierhaft. »Oh, du Verschlagenster meiner Dämonen! Ich habe dich auserkoren, der Sache auf den Grund zu gehen. Aber du wirst nicht allein sein. Tritt vor, Kaba!« Mein Herr tat Katz buckelnd, wie ihm geheißen. »Ey, großer König, ich bitte euch, ich kann meine Abwesenheit von der Baustelle erklären!« »Nicht nötig! Ich habe dich unmissverständlich angewiesen, deine Diener nicht aus den Augen zu lassen, und daran hast du dich nicht gehalten. Ich mache dich für die Missetaten dieses Dschinn verantwortlich. Da weder du noch deine Untergebenen würdig sind, auch nur einen Augenblick länger am Bau dieses Tempels mitzuwirken, sollt ihr allesamt morgen in die Wüste aufbrechen und nicht eher zurückkehren, bis ihr die Banditen aufgestöbert und zur Raison gebracht habt.« Salomo vollführte eine vage Geste. Die Unterredung war zu Ende. Kaba kehrte eilig in seinen Turm zurück und betrat den Geheimgang zu seiner Kellerwerkstatt, an dessen Ende ein schwarzer Granitblock in die Wand eingelassen war. Der Zauberer sprach im Näherkommen einen Befehl, und der im Fußboden hausende Geist öffnete die Tür geräuschlos. Kaba ging mit langen Schritten hindurch, sprach noch einen Befehl, und die Tür schloss sich wieder. Dunkelheit umgab den Zauberer, undurchdringliche, unberechenbare Dunkelheit. Er blieb stehen und hielt als Willensübung einen Augenblick lang der Stille, Einsamkeit und drückenden Finsternis stand. Nach und nach scharrte es leise in den Käfigen. Man vernahm das jämmerliche Winseln und Scharren von Wesen, die sich nach Freiheit und Licht sehnten, und das ängstliche Geraschel anderer Wesen, die im Gegenteil das grausame Tageslicht fürchteten. Kaba ergötzte sich ein Weilchen an den Klagelauten, dann setzte er sich wieder in Bewegung. Er stieß einen neuerlichen Befehl aus, und auf der ganzen Länge des Gewölbes leuchteten die Koboldlampen auf. Schauriges, blaugrünes Flackerlicht erfüllte die Kammer, nahm zu und wieder ab, tief und unergründlich wie das Meer. Es war ein sehr geräumiger Keller. Die Gewölbedecke ruhte auf grob behauenen Säulen, die im blaugrünen Zwielicht an die Stämme riesenhafter Wasserpflanzen erinnerten. Die Tür hinter Kaba fügte sich fugenlos in die Wand aus grauen Granitblöcken ein. Zwischen den Säulen stand ein Sammelsorium von Käfigen, Marmorsockeln und Tischen, Stühlen, Sofas und allerlei Instrumenten von unklarem Verwendungszweck. Hier unten war Kaba Alleinherrscher. Der überfüllte Raum war ein Abbild seines Wesens und seiner Neigungen. Kaba achtete nicht auf das Rufen und Flehen aus den Substanzkäfigen. Er blieb vor einem großen schwarzen Pentagramm aus poliertem Obsidian stehen, das in ein erhabenes Rund auf dem Boden eingelassen war. Der Zauberer trat hinein, sammelte sich kurz, hakte die Peitsche vom Gürtel und ließ sie einmal kräftig knallen. In den Käfigen wurde es mäuschenstill. Im Dämmerlicht zwischen den Säulen, wo das blaugrüne Leuchten nicht hinreichte, erschien eine Wesenheit, zu erahnen nur durch die sich dort verdichtende Dunkelheit und dem lauten Zähnegeklapper aus dieser Richtung. Dann ergreifen die anderen doch sofort die Gelegenheit und schwärzen mich bei Salomo noch mehr an. Der Zauberer holte tief Luft und fuhr in ruhigerem Ton fort. Außerdem muss ich mich noch um meine anderen Aufgaben kümmern. Ich muss die Königin im Auge behalten. »Macht euch deswegen keine Sorgen«, erwiderte diese anfte Stimme, »Geseri kann euch ebenso gut in der Wüste Bericht erstatten. Ohnehin habt ihr euch in letzter Zeit zu viel mit Nebensächlichkeiten beschäftigt. Ihr seht ja, wohin das führt.« Der Zauberer erwiderte wütend, »Woher soll ich wissen, dass der alte Angeber ausgerechnet heute seine blöde Baustelle besuchen will? Er hätte mich vorwarnen können.« »Er trägt den Ring, er ist niemandem Rechenschaft schuldig.« »Glaubst du, das weiß ich nicht.« Kaber umklammerte die Peitsche und bohrte die Komen Fingernägel tief in die gegerbte Menschenhaut. Dann beugte er den Kopf ein wenig und ließ sich den Nacken streicheln. »Ach, ich wünschte, ich wünschte!« »Ich weiß, was ihr euch wünscht, Herr, aber es wäre unklug, es auszusprechen, sogar hier unten. Ihr habt ja den Blick auf den Diener des Rings erhascht, ihr habt gesehen, wie schreckenerregend er ist. Wir müssen uns in Geduld üben, unsere Stunde kommt noch.« Der Zauberer holte abermals tief Luft und richtete sich wieder auf. »Du hast ja recht, mein guter Amet, natürlich hast du recht. Es fällt mir nur so schrecklich schwer, diesen unerträglich eingebildeten...« Kaber hatte mit hängendem Kopf in seinem Pentagramm gestanden, weil er immer noch mit der Demütigung haderte, die ihm vom Schicksal auferlegt war. Nun aber richtete er sich hoch auf, seine Stimme klang fest und entschlossen. »Wir brechen gleich auf, aber erst müssen wir uns noch kurz mit einer gewissen Angelegenheit befassen. Vielleicht gibt es wenigstens in diesem Punkt gute Neuigkeiten.« Er schnippte mit den Fingern und sprach eine Abfolge von Silben. Fernes Glockengeläut ertönte. Die Koboldlampen an der Decke behebten und die Tücher über den größeren Käfigen bauschten sich. Der Zauberer spähte ins Dunkel. »Geseri?« Es stank betäubend nach faulen Eiern, und neben dem Zauberer in seinem Pentagramm materialisierte sich eine kleine violette Wolke. Auf der Wolke saß der Fulio Geseri, der heute als großer grüner Kobold erschien, mit langen Spitzohren und birnenförmiger Nase. Er vollführte eine Reihe komplizierter und teilweise ironischer Begrüßungsgebärden, die Kaber jedoch nicht weiter beachtete. »Dein Bericht, Sklave!« Der Folio setzte eine unvergleichlich gelangweilte Miene auf. »Ich bin in Saba gewesen, wie ihr mich gebeten habt. Dort bin ich unsichtbar durch die Straßen gewandert und habe den Leuten zugehört. Seid versichert, dass mir kein Geflüster, kein Getuschel entgangen ist. Mich interessiert, was Königin Balkis treibt. Nun...« Geseri zuckte die Achsel. »Mit einem Wort. Nichts, jedenfalls nichts Ungewöhnliches. Soweit ich es beurteilen kann, geht sie ihren üblichen Tätigkeiten nach. Betet im Tempel, trifft sich mit Kaufleuten, hört sich die Sorgen ihres Volkes an der übliche Kram, um den sich eine Königin so zu kümmern hat. Ich habe hinter den Kulissen herumgeschnüffelt und die Ohren weit aufgesperrt. Und was habe ich herausgefunden? Gar nichts. Salomos Drohung scheint die Königin nicht zu beeindrucken. »Ihr bleiben nur noch fünf Tage,« sinnierte Körber. »Fünf Tage? Bist du ganz sicher, dass sie kein Heer aufgestellt oder wenigstens ihre Verteidigungsanlagen verstärkt hat? Was für ein Heer! Welche Verteidigungsanlagen?« Der Folio zwirbelte seinen Schwanz und sagte verächtlich, »Isaba hat doch gar kein richtiges Heer, sondern nur einen Haufen magerer Mädchen, die sich um die Königin scharen. Und die Priesterinnen haben sich gerade mal dazu aufgerafft, auf der zweiten Ebene ein Abwehrnetz, um den Palast zu errichten. Da kann jeder Kobold durchspazieren.« Der Zauberer strich sich das Kinn. »Gut. Demnach will sie sich freikaufen, wie die anderen auch. »Wenn das so ist,« sagte der Folio und räkelte sich auf seiner Wolke, »könntet ihr mich eigentlich wieder entlassen? Ich habe genug von diesen Fernbeschwörungen. Davon kriege ich scheußliches Kopfweh und Beulen an den komischsten Stellen. Hier, zum Beispiel, ich kann kaum noch sitzen. Schaut euch das bitte mal an.« »Du kehrst nach Saba zurück, Sklave«, schnarrte Körber und wandte den Blick ab. »Und beobachte es weiter, was dort geschieht, und vergiss nicht, mich sofort zu verständigen, wenn dir etwas auffällt. Ich werde dich beschwören, so oft es mir beliebt, Beulen hin oder her.« Der Zauberer stieß wütend fauchend ein Wort hervor und klatschte in die Hände. Geseri kreischte quiekend auf. Dann implodierte der Folio mitsamt seiner Wolke und war verschwunden. Der zornbebende Kaba stand im blaugrünen Zwielicht und starrte ins Leere. Der Tag würde kommen, da all jene, die ihn gedemütigt und verlacht hatten, ihren Irrtum bitter bereuen würden. Eine Stimme raunte ihm etwas zu. Jemand streichelte ihm den Nacken. Kaba gab sich einen Ruck und schüttelte die finsteren Gedanken ab. Dann verließ er seinen Kreis und ging zu den Substanzkäfigen hinüber. Bevor er in die Wüste aufbrach, blieb ihm noch ein wenig Zeit, um sich abzulenken. Asmira schlug die Augen auf. Über ihr schwankte der mit Troddeln verzierte Baldachin, vor ihr erstreckte sich die Kette der Kamele ins Unendliche. Nur das Knarren der Holzgestänge und die dumpfen Hufschläge auf dem steinigen Boden waren zu hören. Asmiras Mund war ausgedörrt, sie hatte Kopfschmerzen. Die verschwitzten Kleider klebten ihr am Leib. Sie nahm einen kleinen Schluck aus der ledernen Trinkflasche und widerstand der Versuchung, sich satt zu trinken. Acht Tage ritten sie nun schon durch die Wüste. Vor drei Tagen hatte sie zuletzt frisches Wasser getrunken und immer noch nahm die Straße kein Ende. Die Landschaft ringsum war öde und trostlos. Die sonnenheißen Sanddünen verschwammen mit dem Horizont. Die Sonne selbst war ein gleißender Schlund im eisengrauen Himmel. Sie schwolz die Luft zu kleinen Kristallen zusammen, die tanzten und flirrten und niemals stillstanden. Jedes Mal, wenn sie während des endlosen Wüstenritz eindöste, wurde Asmira von Träumen heimgesucht, die wie in endlosen Schleifen immer wieder kehrten und sie plagten wie umherwirbelnde Sandkörnchen. Im Traum saß sie wieder im Gemach der Königin von Saba, und die Königin schenkte ihr lächelnd Wein nach. Sie stand wieder bei den Priesterinnen im Palasthof, der Djinn war beschworen und wartete, und alle Blicke ruhten auf ihr, als sie sich verabschiedete. Sie kniete vor der Ostwand im Sonnentempel, an der die Statuen toter Heldinnen aufgestellt waren, und die Statue ihrer Mutter glänzte wunderschön in der Morgensonne. Sie betrachtete die leere Nische daneben, nach der sie sich so lange gesehnt hatte. Als die Nacht anbrach und die Flammen hoch emporloderten, kam Asmira mit einem Mitreisenden ins Gespräch. Er war Gewürzhändler und unterwegs nach Tyros, ein bärtiger, junger Mann von ruhigem, höflichem Wesen. »Ihr seid sehr still, junge Frau«, sagte er, »auf der ganzen Reise habt ihr kaum ein Wort gesprochen. Darf ich nach eurem Namen fragen?« Asmira hatte schon vor ihrem Aufbruch beschlossen, ihren Namen und ihre Herkunft auf keinen Fall preiszugeben. Sie hatte einen Gutteil der Reise damit zugebracht, sich eine Lügengeschichte auszudenken. »Ich heiße Syrin.« »Und woher kommt ihr, Syrin?« »Ich bin Priesterin des Sonnentempels im Lande Himja. Ich will nach Jerusalem.« Der junge Mann machte die Beine lang. »Himja, wo liegt das denn?« »In Südarabien.« In Wahrheit war Himja ein kleines Küstenkönigreich, westlich von Saba, bekannt für seine Ziegen, seinen Honig und seine Unbekanntheit, weshalb Asmira Himja als vorgebliche Heimat ausgesucht hatte. Sie selbst war noch nie dort gewesen und die meisten anderen Leute hoffentlich auch nicht. »Was habt ihr in Jerusalem zu tun, dass ihr so eine weite Reise auf euch nehmt? Ich will König Salomo aufsuchen. Mein Volk braucht seine Hilfe.« Asmira klimperte mit den Wimpern und seufzte mädchenhaft. »Hoffentlich erteilt er mir eine Audienz.« »Es heißt, Salomo hält täglich Audienzen ab und hört jeden an, der sich dort einfindet. Ein hübsches Mädchen wie ihr wird überall vorgelassen.« Der Kaufmann schaute in die Nacht hinaus. »Da ihr aus Arabien kommt, wart ihr bestimmt noch nie hier, oder?« Asmira überlegte gerade, wie sie vorgehen sollte, wenn sie endlich in Jerusalem angekommen war. Sie würde unverzüglich den Palast aufsuchen und sich um eine Audienz gleich am nächsten Tag bemühen. Man würde sie zum König führen, und wenn sie dann vor ihm stand und alle darauf warteten, dass sie irgendein albernes Anliegen vorbrachte, würde sie vortreten, ihren Umhang zurückschlagen und... Vor lauter Vorfreude brannte ihre Brust, wie Feuer ihre Handflächen kribbelten. »Nein«, antwortete sie geistesabwesend, »ich war noch nie in Israel.« »Ich meine doch hier«, er zeigte auf den Felsen über ihnen. »Auch nicht.« »Aha«, er schmunzelte. »Seht ihr die Sandsteinsäule dort drüben? Das ist ein berühmtes Wahrzeichen dieser Gegend. Kennt ihr es?« Asmira gab sich einen Ruck und schaute auf. Die Säule war verwittert und eigenartig geformt, auf der Spitze saßen ein paar knollige Auswüchse. Während Asmira das Gebilde noch betrachtete, gemahnte es im Schein der letzten Sonnenstrahlen, die sich wie scharlachrotes Wasser darüber ergossen, beinahe an eine Gestalt. »Das ist angeblich der Marit Asul«, erklärte der Kaufmann, »ein ehemaliger Sklave Salomos. Der Marit wollte den Zauberring vernichten, heißt es, aber das ist ihm nicht gut bekommen. Er wurde zu Stein verwandelt und hat sich seither nicht mehr vom Fleck gerührt.« Der junge Mann wandte den Kopf und spuckte ins Feuer. »Nicht schlecht, was? Seht nur, wie riesig er ist. Er muss an die fünfundzwanzig Fuß groß gewesen sein.« Asmira warf wieder einen Blick auf das Steingebilde und erschauerte jäh. Die Nacht kam ihr auf einmal unangenehm kalt vor. Die Steinsäule war so hoch, dass sie die Sterne zu streifen schien. Und was war das? Erkannte man ganz oben nicht die brutalen Züge eines groben Gesichts? Nein, Wind und Sand hatten ihr Werk verrichtet. Der Stein war bis zur Unkenntlichkeit verwittert. Asmira zog den Umhang enger um sich und rückte näher ans Feuer, ohne sich um die folgenden Fragen ihres Reisegefährten zu kümmern. Ihr war übel, ihre Zähne fühlten sich locker an. Alle Vorfreude war wie von einer Riesenhand erstickt. Mit einem Mal wurde Asmira die ganze Tragweite ihres Vorhabens bewusst. Der zu Stein verwandelte Dämon führte ihr vor Augen, was keine Lagerfeuergeschichte vermochte, die schiere Macht und Willkür des Ringbesitzers. Am Morgen des neunten Tages erreichte die Karawane einen von hohen Sandsteinfelsen gesäumten Hohlweg. Die Kuppen der Felsen waren sonnenbeschienen, doch unten in der Schlucht war das Licht grau und kalt. Asmira hatte wieder schlecht geschlafen. Die Furcht, die sie am vergangenen Abend überwältigt hatte, war abgeklungen, aber sie fühlte sich benommen und ärgerte sich auch über sich selbst. Der Anblick eines Felsens hätte ihre Mutter bestimmt nicht in Panik versetzt, und auch die Königin würde von ihrer zukünftigen Heldin mehr Seelenstärke erwarten. Von der Last düsterer Gedanken niedergedrückt, hockte Asmira auf ihrem Kamel. Der Hohlweg wurde immer enger. Rechterhand war der Hang abgerutscht und mit Geröll übersät. Asmira ließ den Blick gedankenlos über die Steinbrocken schweifen, bis er etwas Kleines, Braunes auffiel. Auf einem Stein hockte ein großohriger Wüstenfuchs und beobachtete die Karawane aus glänzenden Augen. Asmiras Kamel blieb kurz stehen, weil es auf dem unebenen Boden unsicher war, und Asmira war einen Augenblick lang mit dem Fuchs auf gleicher Höhe. Hätte sie sich vorgebeugt, hätte sie ihn anfassen können. Der Fuchs zeigte keine Scheu, blickte die junge Frau nur ruhig mit runden, schwarzen Augen an. Dann setzte sich das Kamel wieder in Bewegung, und der Fuchs blieb zurück. Einen Augenblick lang saß Asmira reglos im Sattel, spürte den Kamelrücken unter sich schaukeln und lauschte auf das stetige Klappern der Hufe und die Stille der Schlucht ringsum. Dann holte sie Tiefluft, zog die Peitsche aus der Sattelschlaufe, zog die Zügel an und ließ das Kamel galoppieren. Ihre Benommenheit war verflogen, ihre Augen leuchteten hellwach. Unter dem Umhang tastete sie nach ihrem Dolch. Der Karawanenführer war vier Kamele vor Asmira, und sie hatte Mühe, ihn in der engen Schlucht einzuholen. »Schneller! Wir müssen schneller reiten!« »Was ist denn los? Was hast du? Lass deine Kobote ausschwärmen, die Djinn auch, wenn du welche hast. Hier ist etwas faul.« Der Mann zögerte, dann drehte er sich um und rief einen Befehl. Im selben Augenblick wurde sein Kamel von einer blau-schwarzen Flammenkugel getroffen. Es krachte ohrenbetäubend. Tier und Reiter wurden quer über den Weg und gegen die Felswand geschleudert. Asmira stieß einen Schrei aus und hob abwehrend die Hände. Ihr Kamel bäumte sich vor Schreck auf. Asmira kippte nach hinten und wäre beinahe heruntergefallen, hatte aber zum Glück noch die Zügel um die Hand geschlungen. Mit der anderen Hand ergriff sie einen Pfosten ihres Baldachins und hielt sich daran fest. Das Kamel buckelte und bockte. Asmira wandte den Kopf und sah dunkle Schemen über den Himmel sausen. Feuergarben hagelten auf den Hohlweg nieder. Noch mehr Einschläge detonierten, gefolgt von panischen Schreien. Flammen, Kugeln und Lärm prallten von den Wänden der Schlucht ab und schienen von allen Seiten zu kommen. Rauch vernebelte Asmira die Sicht. Ihr Kamel wollte kehrt machen, aber eine Detonation hinter ihnen sorgte dafür, dass es stattdessen blindlings auf den Felshang zutragte. Asmira riß verzweifelt an den Zügeln, mit der anderen Hand klammerte sie sich immer noch an den Baldachinpfosten. Es gelang ihr, sich wieder in den Sattel hochzuziehen, ehe sie zwischen ihrem Reittier und den Felsen zerdrückt wurde. Sie hielt sich am Sattelknauf fest und zog einen Silberdolch aus dem Gürtel. Jetzt sprangen im Dichten qualmschwarze Gestalten von den Felsen. Mensch und Tier schrien vor Angst und Entsetzen auf. Asmira schaute sich erschrocken um, bekam ihr verstörtes Kamel wieder in den Griff und ritt ein Stück zurück. Sie lenkte das Tier an die schützende Felswand heran und während Feuergaben an ihr vorbeizischten und rings um die Schreie der Sterbenden ertönten, kramte sie zwei weitere Dolche aus dem Beutel. Sie zog auch die Silberkette aus dem Gewand und ließ sie offen auf die Brust fallen. Im Rauch begann sich ein Umriss abzuzeichnen und kam näher. Ein Mensch war das nicht. Asmira zielte und warf den ersten Dolch. Ein grobender Schrei, ein mattes Aufleuchten, der Schemen war verschwunden. Asmira hielt den zweiten Dolch gezückt und wartete. Der Rauch lichtete sich allmählich. Eine zweite Gestalt kam angestürmt. Als sie fast heran war, blieb sie stehen und wandte den Kopf nach Asmira. Asmira spannte alle Muskeln an und hob den Dolch. Das Blut hämmerte ihr in den Ohren. Die Rauchwolke teilte sich, eine Kreatur mit Reptilienkopf und Blutverschmiertem Krummschwert in der dreikralligen Pfote schnellte daraus hervor. Asmira faßte nach ihrer Silberkette und sprach eine Zauberformel. Gleißende Lichtscheiben trafen die Kreatur, die zusammenzuckte, aber nicht weglief. Das Wesen grinste Asmira breit an und schüttelte bedächtig den Kopf. Dann duckte es sich zum Sprung und stürzte sich mit gierig aufgerissenem Maul auf das Mädchen. Ruhe und Frieden Ruhe und Frieden, das immerhin bietet die Wüste. Hier hat man Gelegenheit, die Mühen und Plagen des Alltags zu vergessen. Und wenn diese Plagen aus sieben wütenden Djinn und einem stinksauren Zaubermeister bestehen, dann sind ein paar hunderttausend Quadratmeilen Sand, Steine, Wind und Einsamkeit genau das Richtige. Drei Tage waren seit meiner unglückseligen Begegnung mit Salomo vergangen. Genug Zeit, sollte man berechtigterweise meinen, daß Gras über die Sache gewachsen wäre und sich die Gemüter beruhigt hätten, der erste Zorn verraucht und nachsichtiger Besonnenheit gewichen wäre. Weit gefehlt. Erstaunlich und zugleich beunruhigend war, daß Kaba mich, bis auf ein paar Peitschenhiebe im ersten Affekt, für mein Fehlverhalten noch gar nicht angemessen bestraft hatte. Das passte gar nicht zu ihm, und es machte mich ganz kribbelig, denn ich mußte damit rechnen, daß sein Zorn mich dann traf, wenn ich am wenigsten damit rechnete, weshalb ich natürlich andauernd damit rechnete. Ich beobachtete ihn und seinen Schatten geradezu manisch, aber es passierte einfach nichts. Derweil waren meine Gin-Kollegen ebenfalls stinkig auf mich, weil das süße Leben auf der Tempelbaustelle ein jähes Ende gefunden hatte und sie stattdessen unwirtliche Wüsteneien nach bösartigem Gin durchkämmen mußten. Zwar versuchte ich ihnen klarzumachen, daß Banditenjagen doch viel besser zu einem Gin passt als die stumpfsinnige Schufterei auf dem Bau, doch ich wurde abwechselnd niedergebrüllt, beschimpft oder schlicht ignoriert. Nur Fakal, dem der Steinbruch fürchterlich auf den Senkel gegangen war, zeigte hin und wieder einen Anflug von Mitgefühl, in dem er ein paar zynische Bemerkungen einwarf. Ansonsten ließ auch er mich links liegen. Die Wüste war groß, und der Feind ließ sich nicht blicken. Die Banditen, wer immer sie sein mochten, hielten sich verborgen. Am Nachmittag des vierten Tages flog ich mal wieder als Phönix hoch über der Handelsstraße nach Süden. Die Stadt Hebron lag schon hinter mir, Arath ebenfalls. Im Osten sah ich das große Salzmeer aufblinken, wo die Gerippe uralter Städte in der Sonne bleichten. Vor mir lag das Gebirge von Edom, die Pforte zu noch ausgedehnteren Wüstenlandschaften, und an ihrem Fuß eine dunkelviolette Fläche, die wasserlose Wüste Zinn. Hier schlängelte sich die Gewürzstraße nur noch als dünne braune Ader zwischen den kahlen Anhöhen hindurch. Wenn man ihr weit genug folgte, kam man ans Rote Meer und die Handelsknotenpunkte, an denen sich Karawanen aus Ägypten, Saba und sogar aus dem fernen Nubien und aus Punt trafen. Ich hatte es allerdings nicht ganz so weit. Denn als ich am Himmel kreiste und mein dunkles Auge in der Sonne aufblitzte, erspähte ich unter mir ein ähnliches Aufblitzen. Es kam von einem Pfad abseits der Hauptstraße, der sich zu einem Dorf in den Hügeln hochschlängelte. Das Aufblitzen war nicht zu übersehen und bedurfte näherer Erkundung. Ich ließ mich tiefer sinken. Schon von oben konnte ich die Verwüstung erkennen. Die Erde auf dem Pfad war versenkt und mit dunklen Flecken bespritzt, die ich nicht für rote Farbe hielt. Überall lagen Stoffwetzen und Holzstöckchen. Der altbekannte grausige Geruch stieg mir in die Nase, eine Mischung aus angewandter Magie und verkohltem Menschenfleisch. Das Blitzen, das mich angelockt hatte, stammte von einer zerbrochenen Schwertklinge, die am Fuß eines Felsens lag. Sie lag dort nicht allein. Daneben entdeckte ich etliche Teile ihres Besitzers. Nach der Landung verwandelte ich mich in einen jungen, gut aussehenden Sumerer mit dunklen, wachsamen Augen. Ich richtete mich auf und sah mich um. Mehrere Karren lagen umgestürzt links und rechts des Pfades. Ihre Bretterwände waren zerbrochen und rußgeschwärzt, die Räder geborsten. Auf den Felsen ringsum waren noch andere Überreste verteilt. Ich sah gar nicht richtig hin, ich wußte auch so, worum es sich handelte. Ein Opfer lag mitten auf der Straße, neben sich einen zersplitterten Schild. Er lag in grotesk entspannter Haltung, da beinahe wie ein Schlafender. Beinahe, sage ich aus gutem Grund, denn der Mann hatte keinen Kopf mehr. Wie seine Gefährten war er ausgeraubt und umgebracht worden, alle Karren waren geplündert. Es handelte sich eindeutig um das Werk von Banditen, und der Überfall konnte noch nicht lange her sein. Ich kam höchstens einen Tag zu spät, womöglich waren die Übeltäter noch in der Nähe. Ich ging den Pfad ein Stück bergauf, lauschte dem Wind, der zwischen den Felsen raunte, und musterte den Boden. Der Lehm war zu fest getrampelt, als dass man irgendwelche Spuren hätte erkennen können, aber an einer Stelle, wo der Boden nass geworden war, offenbar von einer aufgeschlitzten Wasserflasche, entdeckte ich den tiefen Abdruck einer dreieckigen, mit drei Krallen bewährten Tatze. Ich beugte mich eine Weile darüber, dann richtete ich mich auf und wollte umkehren, und blieb wie versteinert stehen. Bergab schlängelte sich der Pfad nach rechts und folgte dem stetig abfallenden Hang. Ein gutes Stück jenseits der Stelle, wo der Überfall stattgefunden hatte, bog er ab und verschwand in einer Schlucht. Die steile Felswand auf der linken Seite wurde von der Nachmittagssonne angestrahlt. Jede Einzelheit des rosafarbenen Gesteins war scharf umrissen, jeder Stein, jeder Spalt, genau wie Kabas Schattenriss. Sein Profil lag unübersehbar auf der sonnenüberfluteten Steilwand. Ich erkannte die glatte Kuppel seines kahlen Kopfes, die lange gebogene Nase und das vorstehende knochige Kinn. Auch die muskulösen Schultern und Oberarme waren zu sehen, der Unterkörper verlor sich im Geröll auf dem Boden der Schlucht. Es sah aus, als lauere der Zauberer gleich hinter der Wegbiegung und blickte zu mir hoch. Ich beobachtete den Schatten. Das Profil auf dem Fels rührte sich nicht vom Fleck. Ich trat einen kleinen Schritt zurück, und sofort floss der Kopf um die Felswand herum auf mich zu, ran wie schwarzes Wasser über den Stein. Dabei wurde er immer größer, und jetzt kamen auch die langen, dünnen Arme in Sicht, mit ihren langen, dünnen Schattenfingern, die sich nach mir ausstreckten. Ich ging schneller rückwärts, wobei ich auf dem unebenen Boden stolperte. Der Schatten wuchs und streckte sich, ein langer, schwarzer Bogen mit grapschenden Händen und in die Länge gezogenem Kopf, Kinn und Nase grotesk vorspringend, und nun öffnete sich der große Mund weit, weiter, noch weiter. Ich riß mich zusammen, blieb entschlossen stehen und entfachte auf meiner Fingerkuppe eine Flamme. Über mir ertönte ein Flattern. Der Schatten fuhr zusammen, die tastenden Finger zogen sich zögernd zurück. Dann huschte der Schattenblitz schnell über die Felswand und wurde dabei immer kleiner, bis er wieder an seinem Ausgangspunkt angekommen war. Dort schrumpfte er noch weiter, bis er sich schließlich auflöste. Hinter mir hüstelte jemand. Ich fuhr bereit, eine Detonation abzufeuern, herum und erblickte einen feisten Nubier. Er flätzte sich auf einem Felsen und pulte sich das Flugeis von den Klauenfingern, wobei er mich belustigt musterte. Er trug Flügel nach Art mesopotamischer Gin, gefiedert, aber vierteilig wie Käferflügel. »Du bist heute aber schreckhaft, Bartimäus, mein Alter!«, begrüßte mich Fakal. Ich schaute ihn dümmlich an. Dann drehte ich mich wieder um und spähte bergab. Die Felswände lagen friedlich da, unbewegte Flächen aus Licht und Schatten. Keiner der Schatten hatte einen vertrauten Umriss, keiner bewegte sich. Die blauen Flammen auf meinen Fingern verloschen knisternd. Ich kratzte mich ratlos am Kopf. »Anscheinend hast du was Spannendes entdeckt,« fuhr Fakal fort. Ich ging nicht darauf ein. Der Nubier kam zu mir herüber und musterte das Schlachtfeld mit erfahrenem Blick. »Seht ihr gar nicht ähnlich, dass sich ein bisschen Blut und Sand so aus der Fassung bringen? Nein, zugegeben, es ist kein schöner Anblick, aber da haben wir beide schon Schlimmeres gesehen.« Ich hatte mich immer noch nicht von meinem Schreck erholt und drehte mich noch einmal nach allen Seiten um. Bis auf ein paar Stofffetzen, die traurig zwischen den Felsen flatterten, rührte sich nichts. »Sieht nicht so aus, als wäre einer der Überfallenen mit dem Leben davon gekommen.« Fakal trat zu dem geköpften Leichnam und stupste ihn mit der Sandale an. »Der Bursche liegt schon mindestens vierundzwanzig Stunden hier. So weit kenne ich mich mit Menschenleichen dann doch aus.« »Auch die Magie ist schon erkaltet,« sagte ich und deutete mit dem Kinn auf die Verwüstung. »Überwiegend Detonationen und zwar ziemlich hochkarätige, aber ein paar Schüttler waren auch dabei. Nichts Raffiniertes, dafür ausgesprochen brutal.« »Was meinst du, Utoko?« »Hätte ich auch getippt. Ich habe da hinten einen Fußabdruck gefunden, ziemlich groß, aber für einen Afriten zu klein.« »Tja, dann haben wir die Fährte endlich aufgenommen, Bartimeus. Ich schlage vor, wir kehren sofort zu unserem Herrn zurück und erstatten ihm Bericht. Allerdings wird er von dir am liebsten gar nicht mehr hören wollen.« Ich schaute mich wieder um. »Apropos Kaba«, sagte ich leise, »ich hatte gerade ein seltsames Erlebnis. Ist dir vorhin außer mir nichts aufgefallen?« Fakal schüttelte den speckig glänzenden Schädel. »Du bist mir so einsam und allein vorgekommen wie immer, wenn auch schreckhafter als sonst. Warum fragst du?« »Na ja, ich hatte den Eindruck, Kabars Schatten ist hinter mir her.« Ich unterbrach mich und fluchte. »Quatsch, ich hatte nicht nur den Eindruck, es war so. Der Schatten ist durch die Schlucht hinter mir hergekrochen, eben war er noch da. Er hat sich nur verzogen, weil du aufgetaucht bist.« Fakal runzelte die Stirn. »Echt? Du, was Blödes. Wieso? Ja, weil das ja wohl heißt, dass ich dich vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt habe. Erzähl das bitte nicht weiter, Bartimeus, ich habe einen Ruf zu verlieren.« Er rieb sich nachdenklich das Kinn. »Merkwürdig, dass sich Kaba ausgerechnet hier draußen an dich ranmachen wollte,« sinnierte er. »Warum nicht im Lager? Wozu die Heimlichtuerei? Das ist wirklich komisch.« »Du magst es komisch finden,« knurrte ich. »Ich persönlich finde es lebensgefährlich.« Der Nubier grinste. »Tja, was hast du denn gedacht? Offen gestanden wundert es mich sowieso, dass du immer noch lebst. Nach dem peinlichen Vorfall mit dem Nilpferd im Röckchen stehst du ganz oben auf Kabas schwarzer Liste. Dazu kommen die ständigen Probleme mit deinem Charakter. Da sind schon zwei gute Gründe, die den Garaus zu machen.« Ob mir nun noch der Schreck in den Gliedern saß oder ob mich Fakals hämisches Grinsen ärgerte, jedenfalls verlor ich die Beherrschung. Abermals loderten auf meinem Finger Flammen auf und ich ging auf den Nubier los. Fakal schnaubte ungehalten, grüne Blitze zuckten um seine Wurstfinger. »Schlag dir das aus dem Kopf, gegen mich kommst du nicht an!« »Ach nein, dann hör mir mal gut zu, Freundchen!« Ich stockte, meine Detonation verlosch. Auch Fakal ließ die Hände sinken. Wir standen einander stumm gegenüber und spitzten die Ohren. Wir spürten beide dasselbe, ein kaum merkliches Erzittern der Ebenen. Dazu hörte man es mehrmals dumpf dröhnen. Dieses Geräusch kannten wir nur zu gut. Es war das Dröhnen, das eine Beschwörung begleitet. Unser Streit war vergessen. Wir verwandelten uns und schwangen uns in die Lüfte. Zwei Adler, der eine abstoßend dick, der andere ein Musterbild von Anmut und Schönheit, stiegen zwischen den Steilwänden auf. Wir kreisten über dem kargen Land, das in der Sonne braun und weiß leuchtete. Ich überprüfte die höheren Ebenen, wo die Farben gedämpfter sind und einen weniger ablenken, und krächzte triumphierend. Weiter südlich erkannte ich schimmernde Umrisse. Die Wesenheiten, es waren mehrere, sammelten sich dort, wo die Gewürzstraße durch einen Hohlweg führte. In wortlosem Einverständnis flogen beide Adler eine Schleife. Dann schossen wir Seite an Seite auf die Straße zu. Kurz darauf sah man zwei bärtige Reisende König Salomos Landstraße entlangwandern. Der eine war jung und gut aussehend, der andere dick und unansehnlich. Beide waren vom Staub und Sand vieler Meilen bedeckt. Sie trugen gefärbte Wollgewänder und hatten schwere Bündel über den Schultern. Jeder stützte sich beim Gehen auf einen dicken Eichenstock. Toc, toc, latsch, latsch. Da kamen Fakal und ich angetrottet und gaben uns alle Mühe, schutzlose Menschen zu verkörpern. Um unsere tatsächlichen Fähigkeiten zu verbergen, hatten wir die Verwandlung auf fünf Ebenen durchgeführt und obendrein Blendezauber eingesetzt, die auf den beiden obersten Ebenen unsere wahre Natur verschleierten. Müde schlurften die beiden Männer südwärts. Je weiter sie vorankamen, desto enger wurde die Straße von Felsen umschlossen. Noch aus der Vogelperspektive hatten wir festgestellt, dass die Felswände reichlich Vorsprünge und Überhänge aufwiesen, in deren Schutz man sich in den Hinterhalt legen konnte, falls man so etwas vorhatte. Fakal und ich hatten uns nämlich dazu entschlossen, auf unsere Art. Irgendwo über uns mussten sich die Djinn herumtreiben, die wir von Weitem erspäht hatten, aber noch ließen sie sich nicht blicken. Hinter uns kollerten Steinchen bergab. Wir drehten uns nicht um. Hinter uns rumpelten Geröllbrocken den Hang bis auf halbe Höhe herunter. Fakal kratzte sich vor Sonnen die Knollennase, ich pfiff unmelodisch vor mich hin. Ein lautes Poltern, Krallen scharrten über Stein. Wir schleppten uns weiter. Jetzt hörte man Schuppen leise übereinander schaben. Urplötzlich stank es nach Schwefel. Einen Augenblick lang wurde es in dem Hohlweg stockfinster. Wir vernahmen ein dämonisches Kichern. Jetzt war es soweit. Fakal und ich fuhren mit gesträubten Bärten und erhobenen Stöcken verteidigungsbereit herum. Aber da war niemand. Wir schauten nach unten. Zu unseren Füßen stand der kleinste, popligste Folio, den unsere Augen je erblickt hatten. Ertappt hielt er den erhobenen Fuß in der Schwebe. Er hatte die furchteinflößende Erscheinung einer Spitzmaus in einem ausgeleierten Gewand gewählt. Die Waffe in seiner pelzigen Pfote erinnerte an eine Gabel. Ich ließ den Stock sinken und starrte ihn ungläubig an. Er glotzte aus feuchten, braunen Augen zurück. Die Spitzmaus sah auf allen sieben Ebenen gleich aus, allerdings besaß sie auf der siebten zwei Reißzähne. Ich schüttelte verwundert den Kopf. War das jenes abscheuliche Ungeheuer, das über die Karawane hergefallen war? Rückt eure Wertsachen raus und sprecht ein letztes Gebet, quäkte die Spitzmaus und fuchtelte mit der Gabel. Aber Dalli, wenn ich bitten darf, von der anderen Seite kommt noch eine Karawane. Ich will eure Leichen rasch wegschaffen und mich wieder meinen Kameraden anschließen. Fakal und ich wechselten einen kurzen Blick. Ich hob die Hand. Verzeihung, ich hätte vorher noch eine Frage. In wessen Auftrag handelst du? Welcher Zauberer hat dich beschworen? Die Spitzmaus warf sich in die Brust. Mein Herr dient beim König der Edomiten, und jetzt gebt endlich eure Sachen her. Ich will nicht, dass die Blutflecken abkriegen. Aber Edom ist doch mit Israel befreundet, wandte Fakal ein. Weshalb sollte sein König dem großen Salomo schaden wollen? Meinst du jenen Salomo, der jedes Jahr einen gewaltigen Tribut von Edom verlangt, weshalb die Schatzkammer des Königs leer ist und das Volk unter der Last der Schulden ächzt? Die Spitzmaus zuckte die Achseln. Trüge Salomo nicht den Ring, hätte sich Edom längst gegen ihn erhoben. So aber müssen wir uns mit Banditenüberfällen begnügen. So viel zu den internationalen Beziehungen. Kommen wir jetzt zu eurem bedauerlichen Ableben. Ich lächelte nachsichtig. Eine Kleinigkeit noch, überprüf doch mal die Ebenen. Gleichzeitig nahm ich unauffällig eine Änderung vor. Auf der ersten Ebene war ich weiterhin der staubbedeckte Wanderer. Auf den oberen Ebenen nahm ich jedoch eine ganz andere Gestalt an. Fakal machte es genauso. Das Fell der Spitzmaus sträubte sich und ergraute. Der Folio zitterte derart, dass seine Gabel summte. Die Spitzmaus trippelte rückwärts. »Lasst uns noch mal drüber reden, Jungs!« Ich grinste breit. »Nicht nötig!« Ich schnippte mit den Fingern und mein Stock verschwand. Aus meiner ausgestreckten Hand schoss donnernd eine Detonation. Die Spitzmaus sprang zur Seite, der Boden vor ihren Fötchen barst unter der Wucht eines roten Flammenstrahls auf. Mitten im Sprung stieß die Spitzmaus mit der Gabel zu. Aus den Zinken fegte ein dünner grüner Lichtstrahl und traf Fakal in den großen Zeh. Fakal hüpfte fluchend auf einem Bein und errichtete schleunigst einen Schutzschild. Die Spitzmaus flitzte quiekend davon. Ich schickte ihr eine Salve Schüttelkrämpfe hinterher, die hier und dort Lawinen in den Hohlweg donnern ließen. Die Spitzmaus flüchtete sich hinter einen Felsen, streckte die Pfote mit der Gabel hervor und wedelte damit herum. Noch mehr grüne Blitze regneten auf uns herab und prallten knisternd von unseren Schutzschildern ab. Fakal revanchierte sich mit einem extra starken Schüttler und der Felsen zerstob zu Schotter. Die Spitzmaus flog mit schwelendem Fell durch die Luft und ließ die Gabel fallen. Als sie sich wieder aufgerappelt hatte, fluchte sie piepsig und huschte den Geröllhang hoch. Fakal brüllte, »Du verfolgst den Burschen, ich schneide ihm drüben den Weg ab!« Ich ließ mir gefiederte Flügel wachsen, schneeweiß und zweiteilig wie bei einem Schmetterling. Damit segelte ich über die Anhöhe. Sonnenwärme umflutete meine Substanz. Unter mir sah ich die Spitzmaus den steilen Abhang hinunterhuschen und schlittern. In einer kleinen Senke erblickte ich ein behelfsmäßiges Lager. Vier Zelte, ein Stapel Warenballen, eine erkaltete Feuerstelle, drei gelangweilte an einem Pfosten angeleinte Kamele und anderer verräterischer Kram. Das Zeug gehörte drei Männern, vermutlich den edomitischen Zauberern, auch wenn die Stämme dieser Gegend für meine Augen alle gleich aussahen. Sie trugen braune und karamellfarbene Gewänder, hatten Wanderstöcke in den Händen und staubige Sandalen an den Füßen. Reglos wie Standbilder verweilten sie im Schatten der Zelte, den Blick unverwandt auf die gegenüberliegende Seite der Hügelkette gerichtet, an der die Wüstenstraße die nächste Biegung machte. Das Quieken der Spitzmaus ließ sie aufhorchen. Sie drehten sich um, sahen das verängstigte Tierchen heranflitzen und über ihr den geflügelten Rächer. Mich. Die Männer liefen auseinander, einer rief den Namen eines Geistes, vom Hang her antwortete ein dumpfes Knurren, endlich ging es zur Sache. Im Sturzflug ließ ich der aufgestauten Wut über meine Versklavung freien Lauf, Feuergarben schossen aus meinen Fingern, Felsen barsten, Erde und Sand stoben gen Himmel. Die Spitzmaus wurde in den Rücken getroffen und pulverisierte sich in tausend klägliche Lichtfitzelchen. Dem Hohlweg entstiegen zwei massige Gestalten. Wie ich trugen sie zweiteilige Flügel im assyrischen Stil und waren von menschlicher Gestalt. Anders als ich hatten sie ausgefallene Köpfe gewählt, damit sie bei ihren Überfällen noch mehr Angst und Schrecken verbreiteten. Der eine war ein Utoku mit Löwenkopf und trug einen bluttriefenden Speer. Sein Kamerad, dessen faltiger Echsenkopf an einen Waran erinnerte, war mit einem Krummschwert bewaffnet. Unter wildem Schwingenschlagen und grässlichen Schreien stürzten sich beide auf mich. Ich hätte sie natürlich töten können, zog es aber vor, ihre Auftraggeber umzubringen. Das Verhalten der edomitischen Zauberer ließ Rückschlüsse auf ihre Charaktere zu. Der erste rannte panisch hin und her, bis er schließlich über sein Wallegewand stolperte und in die nächstbeste Zeltwand plumpste. Ehe er sich wieder berappelte, verwandelte ihn meine Detonation in einen Feuerball. Der zweite blieb trotzig stehen und holte aus einem Bündel eine dünne Glasröhre. Ich flatterte zu ihm hinab, er zerschlug das Glas und richtete das zerbrochene Ende auf mich. Eine ölige, schwarze Schliere quoll daraus hervor, schwang nach hinten und schnellte dann wie die Angelschnur eines Fischers in meine Richtung. Ich revanchierte mich mit einem schwarzen Knoten, der die Schliere in der Mitte erwischte und schlürfend einsog. Glasröhre und Zauberer nahmen denselben Weg. Zum Schluss verzehrte der Knoten sich selbst und verschwand. Es dauerte nur einen Augenblick, dann stieß der löwenköpfige Utuku einen Freudenschrei aus, verwandelte sich in eine Weihrauchwolke und wurde vom Wind davongetragen. Blieb noch der Echsenköpfige, eindeutig der Diener des dritten Zauberers. Er störte meinen Flug mit Wüsten, Hieben und Stichen seines Krummschwertes. »Warum hast du nicht meinen umgelegt?« fragte er zornig und stieß nach meinem Bauch. Ich rettete mich mit einem Salto. »Ich tue doch schon mein Möglichstes. Es wäre leichter, wenn du nicht dauernd versuchen würdest, mich aufzuspießen.« Der Utuku wich meinem Schüttelkrampf aus und hieb schon wieder mit dem Krummschwert nach mir. »So läuft das nicht, weiß ich.« Ich entkam dem nächsten Streich nur knapp, warf mich nach links, flog dicht über dem Boden eine enge Kurve, schoss zwischen zwei Zelten hindurch, zog wieder nach oben, suchte den Hang nach dem dritten Zauberer ab und sah gerade noch etwas bräunlich-karamellfarbenes in den Hohlweg hinunterklettern. Zum äußersten entschlossen und meinerseits von dem Utuku verfolgt, schwebte ich über dem Edomiten wie ein Habicht oder ein anderer Raubvogel über seiner Beute. Da war er, kraxelte und schlitterte bergab. Er raffte das lange Gewand über die Knie, die Sandalen hatte er abgestreift und weggeworfen. Um nicht auszurutschen, hielt er den Blick auf seine Füße geheftet. Er drehte sich nicht um, er wußte, dass ihm der Tod mit schneeweißen Schwingen folgte. Auch unten auf der Straße tat sich etwas. Fakarl wehrte sich gegen einen dritten Utuku mit dem Kopf einer Langhornziege. Zwei andere Gegner waren schon tot zu Boden gegangen. Ringsherum lagen Kamele und Menschen wie weggeworfene Lumpen kreuz und quer auf der geschwärzten Erde. Ein Luftzug. Ich duckte mich eine Idee zu spät weg und spürte einen bohrenden Schmerz, als das Krummschwert des Utuku in meine Flügelspitze drang, ein paar Flugfedern abrasierte und meine prachtvolle Balance nachhaltig ruinierte. Mein Gleichgewichtssinn verabschiedete sich, meine Aerodynamik ebenso. Ich stürzte zu Boden, landete auf dem Rücken und purzelte den Abhang hinunter. Der Utuku stürmte hinterher und wollte mir den Gnadenstoß verpassen. Um ihn aufzuhalten, was nicht ganz einfach ist, wenn man einen Abhang runterpurzelt, probier's selber aus, wenn du mir nicht glaubst, feuerte ich über die Schulter eine Schwächung ab. Die Schwächung traf den Utuku und raubte ihm die Kraft. Seine Bewegungen wurden unbeholfen, er ließ das Krummschwert fallen, seine Flügel sackten herab, seine Glieder gehorchten ihm nicht mehr. Dann fiel er hin und schon kugelte er hinter mir her. Wir rollten in einer Schuttlawine bergab. Wir knallten auf die Straße, wir setzten uns auf. Wir schauten einander an und er ging zum Angriff über, aber ich war schneller. Ich zerfetzte ihn mit einer Detonation in tausend Stücke. Pfützen seiner Substanz pladerten auf die kahlen Felsen die erfrischende Regen. Ich stand schwerfällig auf, schüttelte den Staub von meinen Blessuren und legte die Flügel an. Meine Kampfeslust war versiegt. Auch Fakal hatte sich endlich seines ziegenköpfigen Gegners entledigt. In der tiefen Schnittwunde in seinem Wanst glitzerte die freiliegende Substanz, sonst schien er unversehrt. Keine schlechte Bilanz. Zu zweit hatten wir fünf Utuku und zwei von drei edomitischen Zauberern erledigt. Die Reisenden auf Salomos Handelsstraße waren fürs Erste vor Banditen sicher. Wobei mir einfiel, wo war eigentlich der dritte Zauberer geblieben? Hinter uns ertönte eine hohe gebieterische Stimme. »Dämonen! Wenn ich es euch nicht gestatte, rührt ihr euch weder noch sprecht ihr. Es sei denn, ihr verneigt euch demütig vor der hohe Priesterin der Sonne im Lande Himja. Ich bin eine Abgesandte der Königin und spreche für sie und ganz Himja, und ihr gebt mir unverzüglich Auskunft, wie ihr heißt, wem ihr dient und welcher Art ihr angehört. Sonst wird es für euch äußerst unangenehm. Bin ich pingelig oder wäre ein schlichtes Guten Tag wirklich zu viel verlangt gewesen? Es war ja nicht so, dass ich nicht mitbekommen hätte, dass wir Gesellschaft hatten. Ich hatte mich bloß nicht drum gekümmert. Beim Kämpfen beschränkt man sich auf das Wesentliche, nämlich darauf, seinem Gegner die Gedärme rauszurupfen, während man ihn gleichzeitig daran hindert, dass er einem selber den Arm abreißt und damit auf einen einprügelt. Wenn man dann noch ein wenig Kraft übrig hat, benutzt man sie zum Fluchen, aber sich demütig vor irgendwelchen Zuschauern zu verneigen, ist da nun wirklich Nebensache, vor allem dann, wenn es darum geht, eben jenen Zuschauern das Leben zu retten. Darum ließ ich mir Zeit, klopfte mir den Wüstenstaub ab und inspizierte entlegenere Regionen meiner Substanz, ehe ich mich umdrehte und nachschaute, wer da gesprochen hatte. Ich blickte in ein Gesicht, in dem sich Überheblichkeit, Verachtung und die Hoffnung auf grashaltiges Futter mischten. Das Gesicht gehörte einem Kamee. Mein Blick wanderte an seinem Hals entlang weiter nach oben, bis ich einen mit roter und gelber Seide bezogenen, gepolsterten Sattel entdeckte. Der Sattel lag auf einer mit Troddeln gesäumten Decke, darüber hingen auf zerbrochenen Pfosten die traurigen Überreste eines abgefackelten Baldachins. Auf dem Sattel thronte eine junge Frau, fast noch ein Mädchen. Ihr schwarzes Haar war zurückgebunden und mit einem seidenen Tuch bedeckt. Die Augenbrauen waren anmutig geschwungen und fragend hochgezogen. Die Augen selbst waren schwarz wie Onyx. Das schmale Gesicht hatte feine Züge, die bräunliche Haut war weich und zart. In den Augen der Menschen galt sie sicherlich als schön. Mein geübter Blick erkannte in ihrem Antlitz außerdem Zeichen von Eigensinn, überdurchschnittlicher Intelligenz und Zielstrebigkeit. Aber ob diese Eigenschaften ihre Schönheit nun unterstrichen oder eher davon ablenkten, kann ich nicht beurteilen. Ihre Frisur hatte ein wenig gelitten, ein paar Strähnen fielen ihr ins Gesicht, und über einem Auge hatte sie eine Schnittwunde, sonst schien sie die Feuerprobe erstaunlich gut überstanden zu haben. Das alles aufzuzählen dauerte wesentlich länger, als es mit ein paar Blicken zu erfassen. »Wer hat übrigens eben gesprochen?« fragte ich. »Du oder das Kamel?« Das Mädchen erwiderte, verdutzte. »Das war ich.« »Aber manieren hast du wie ein Kamel. Mein Kumpel und ich haben soeben die Otuku getötet, die dich überfallen haben. Von rechts wegen müsstest du uns auf Knien für deine Errettung danken, findest du nicht auch, Fakal?« Mein Kollege trat endlich näher, war jedoch damit beschäftigt, in seiner klaffenden Brustwunde herumzustochern. »Blöde Zige!« brummte er mürrisch. »Hat mich aufgespießt, als ich gerade die beiden anderen erwürgt habe. Drei gegen einen, also ehrlich. Manche Djinn beherrschen nicht mal die simpelsten Grundregeln der Höflichkeit.« Sein Blick fiel auf das Mädchen. »Wer ist das denn?« Ich zuckte die Achseln. »Eine Überlebende.« »Gibst noch mehr davon?« Wir ließen die Blicke über die massakrierte Karawane schweifen, deren Überreste in der ganzen Schlucht verteilt waren. Nichts rührte sich mehr, abgesehen von ein paar reiterlosen Kamelen und einigen hungrig am Himmel kreisenden Geiern. Falls es noch mehr Überlebende gab, ließen sie sich nicht blicken. Apropos, wo war denn nun der dritte Zauberer? Auf einmal kam mir die Idee, dass es ganz nützlich wäre, ihn lebendig nach Jerusalem mitzunehmen. Sicherlich würde Salomo gern aus erster Hand etwas über die Beweggründe der Banditen erfahren. Das Mädchen, das sich immer noch nicht bedankt hatte, saß im Sattel und musterte fakal und mich mit dunklen Augen. »Ich suche einen der Banditen, die eure Karawane überfallen haben,« sprach ich sie höflich an. »Er ist den Hang hier runtergerannt, du hast ihn bestimmt gesehen. Sei doch so gut und sag mir, wo er hingelaufen ist, natürlich nur, wenn es nicht allzu viele Umstände macht.« Das Mädchen deutete beiläufig auf einen großen Granitfelsen auf der anderen Straßenseite, hinter dem zwei Füße hervorlugten. Ich ging hin und fand den flüchtigen Edomiten. Aus seiner Stirn ragte ein Dolch mit silberne Klinge. Von der Aura des Silbers wurde mir ein bisschen übel, trotzdem schüttelte ich den Mann kräftig durch, vielleicht war er ja nur bewusstlos, aber alles Schütteln half nichts. Damit konnte ich den lebenden Zeugen vergessen, den ich Salomo hatte präsentieren wollen. Ich stemmte die Hände in die Hüften und wandte mich wieder an die junge Frau. »Wasst du das?« »Ich bin Sonnenpriesterin aus dem Lande hin, ja. Die Dämonen dieses Mannes haben meine Reisegefährten umgebracht. Hätte ich ihn etwa am Leben lassen sollen? Na ja, ein bisschen länger wäre ganz nett gewesen. Salomo hätte ihn bestimmt gern kennengelernt.« So verärgert ich auch war, betrachtete ich die Kleine doch mit einer gewissen widerwilligen Anerkennung. Sonnenpriesterin hin oder her, es war eine reife Leistung, ein bewegliches Ziel, so punktgenau zu treffen, ohne vom Kamel zu steigen. Aber das hätte ich natürlich niemals laut gesagt. Fakal hatte das Mädchen ebenfalls nachdenklich gemustert. Er deutete mit dem Kinn auf sie. »Wo kommt sie noch gleich her?« Die Kleine hatte ihn gehört und erwiderte nachdrücklich, »Ich sage euch noch einmal, ihr Dämonen, dass ich eine Sonnenpriesterin und Abgesandte des »Sie kommt aus Himja«. »Was das denn?« »Irgendwo in Arabien. Des Königshauses von Himja bin. Ich spreche für die Königin und ihr ganzes Volk, und somit befehle ich euch »Aha«, Fakal nahm mich beiseite. »Wenn sie deine Israelitin ist, habe ich mir eben gedacht«, sagte er leise, »dann fällt sie auch nicht unter die Schutzklausel, oder?« »Ich strich mir das Kinn.« »Stimmt. Und sie hat doch noch keinen Fuß nach Jerusalem hineingesetzt.« »Nein. Außerdem ist sie jung und knackig.« »Dämonen, ich muss mit euch sprechen.« »Ein propres Mädel allerdings«, stimmte ich ihm zu, »und kräftige Lungen hat sie auch.« »Und da wir beide Bartimaeus schwer geschuftet haben und Rechtschaffen ermattet sind, Dämonen hört mir endlich zu.« »Und da wir beide ein bisschen, nun ja, wählerisch sind, Dämonen?« »Warte mal eben, Fakal.« »Ich drehte mich um.« »Es wäre schön, wenn du dieses Wort vermeiden könntest«, rief ich, »Dämon ist eine äußerst herabwürdigende Bezeichnung. Es ist kränkend, so angeredet zu werden. Die korrekte Anrede für unsereinen sollte in Richtung hochverehrter Djinn, beziehungsweise gebieterischer Geist gehen. »Wenn kapiert, danke.« Die Kleine riss die Augen auf, sagte aber nichts, was durchaus wohltuend war. »Entschuldige, Fakal, wo waren wir stehen geblieben?« »Dass wir beide ein bisschen wählerisch sind. Also, was meinst du, Bartimaeus? Niemand wird es erfahren. Hinterher fliegen wir zu unserem Herrn zurück und weiden uns an unserem Triumph. Bis zum Sonnenuntergang sitzen wir längst wieder alle auf der Baustelle ums Feuer und schwatzen. »Salomo verzeiht Kaba, und der pfeift seinen Schatten zurück, sodass dir keine Gefahr mehr droht. Was hältst du davon?« Sein Vorschlag klang nicht schlecht, besonders das mit dem Schatten. »Na schön«, sagte ich, »aber ich kriege das Hinterteil.« »Das ist ungerecht. Wer hat denn heute die meisten Otoku abgemurkst?« »Du kannst dir vom Rest aussuchen, was du willst. Ich lege auch noch das Kamel drauf.« In freundschaftlichem Geplänkel wandten wir uns wieder dem Mädchen zu. Doch sie schaute mit einer solchen Gewittermine auf uns herab, das sogar Fakal zusammenzuckte. Sie hatte das Kopftuch abgestreift, und das offene Haar floss ihr wie ein dunkler Wasserfall um den schlanken Hals. Ihr Antlitz war einschüchternd schön. Sie hatte die schlanken Arme ungnädig verschränkt. Trotz ihrer versenkten Kleider und der zerzausten Frisur hatte das schmale Persönchen unter dem demolierten Baldachin auf dem erzhäßlichen Kamel eine derartige Ausstrahlung, dass wir uns ganz klein machten und die Klappe hielten. »Erhabene Geister«, sagte sie laut, »ich danke euch beiden für euer Einschreiten. Wäret ihr nicht rechtzeitig aufgetaucht, und hättet ihr mir nicht beigestanden, wäre ich höchstwahrscheinlich genauso elend umgekommen wie die unglücklichen Kaufleute, die bis vor kurzem noch meine Reisegefährten waren. Mögen ihre Seelen rasch ins Reich des Sonnengottes auffahren, denn sie waren Männer des Friedens. Doch nun hört, was ich euch sage. Ich bin eine Abgesandte und Bevollmächtigte der Königin von Hinnja. Ich muss in einer höchst dringlichen Angelegenheit nach Jerusalem und mit Salomo von Israel sprechen. Vom Erfolg meines Auftrags hängt ungeheuer viel ab. Deshalb bitte ich euch, dass ihr mir helft, so rasch wie irgend möglich an mein Ziel zu gelangen. »Wenn ihr einwilligt, werde ich vor eure Herren hintreten, wer immer sie sein mögen, und sie bitten, dass sie euch aus der Knechtschaft entlassen und wieder in den großen Abgrund schicken, aus dem ihr gekommen seid.« Sie hob die Hand. »Das schwöre ich beim Sonnengott und beim heiligen Andenken meiner Mutter.« Hallende Stille trat ein. Fakal rieb sich die Hände. »Na schön«, sagte er, »fressen wir sie.« »Aber sie hat doch gesagt, dass sie uns helfen will, die Freiheit wieder zu erlangen«, erwiderte ich unschlüssig. »Glaub ihr kein Wort, Bartimeus, sie ist ein Mensch, sie lügt.« »Stimmt schon, sie ist ein Mensch, aber sie hat das gewisse Etwas, findest du nicht?« »Sie erinnert mich ein bisschen an Nofretete.« »Die hab ich nie kennengelernt«, sagte Fakal geringschätzig. »Ich hatte damals bekanntlich in Mykene zu tun außerdem, und wenn schon, mir knurrt der Magen.« »Ich finde, wir sollten nichts überstürzen«, sagte ich. »Sie könnte sich bei Kaba für uns einsetzen, und erregt keinen Quatsch, der hört doch nicht auf sie.« »Eder bei Salomo«, »ha, als ob sie auch nur in seine Nähe käme.« Der Einwand war vermutlich vernünftig, aber ich ärgerte mich immer noch über Fakals Bemerkungen von vorhin und war bockig. »Eins noch«, sagte ich, »die Kleine kann unseren Kampf bezeugen.« Fakal überlegte kurz, dann schüttelte er den Kopf. »Wir brauchen keine Zeugen, die toten Otoko sind Beweis genug.« »Sie hat uns mit erhabene Geister angesprochen.« »Na und?« Fakal knurrte ungeduldig und machte einen Schritt auf das Mädchen zu, aber ich verstellte ihm den Weg. Er blieb stehen, seine Augen traten aus den Höhlen, und er malte mit dem Unterkiefer. »Es ist immer dasselbe mit dir«, fauchte er. »Die Kleine hat einen langen Hals und einen strengen Blick, und du schmilzt dahin wie Butter.« »Ich dahin schmelzen? Ich würde sie bedenkenlos fressen. Mir geht es nur darum, dass sie uns noch nützlich sein könnte. Dein Problem ist, dass du deinen Appetit nicht zügeln kannst, Fakal. Du frisst alles, was dir in die Quere kommt. Mädchen, Stechmücken, Mumienkobolde, ganz egal. So ein Quatsch, ich habe noch nie einen Mumienkobold gefressen. Wetten doch! »Hey, wo willst du denn hin?« Wie ein schmollendes Kleinkind hatte sich Fakal umgedreht und stapfte davon. »Wenn du die Kleine so toll findest«, rief er über die Schulter, »dann bleib eben bei ihr und pass auf sie auf. Ich hole Kaba, dann werden wir ja sehen, ob sie uns die Freiheit herbeizaubern kann. Vielleicht behältst du ja recht, Bartimaeus, vielleicht wirst du aber auch noch bedauern, dass du sie nicht rechtzeitig gefressen hast.« Damit ließ er rötliche Flammen um seine Flügel aufzüngeln und schwang sich in die Lüfte, der Sonne entgegen. Sein Abschiedsfluch löste ein paar kleinere Gerölllawinen aus. Ich drehte mich um und sah das Mädchen an. »Tja«, sagte ich, »jetzt sind nur noch wir beide übrig.« »Tja«, sagte der Dämon, »jetzt sind nur noch wir beide übrig.« Asmira saß steif und aufrecht im Sattel und spürte, wie er der Schweiß, die Schläfen und den Nacken hinunterlief. Ihr Herz pochte so heftig, dass sie überzeugt war, der Dämon könnte es sehen, oder ihm müssten zumindest ihre zitternden Hände auffallen, die sie aus diesem Grund rasch in den Schoß legte. Asmira hatte einen Eindruck von den Fähigkeiten des Dämons bekommen, als er einen Artgenossen mit einem Flammenstoß getötet hatte. Ihr war klar, dass er sie selbst genauso mühelos töten konnte, wenn es ihm einfiel. Asmira wusste sehr wohl, dass mächtigere Geister jede beliebige Gestalt annehmen konnten, um ihr gegenüber zu täuschen oder gefügig zu machen. Im Grunde sagte die Erscheinung eines Geistes überhaupt nichts aus, dieser Dämon jedoch gab ihr trotzdem zu denken. Anders als die Scheusale von vorhin und auch anders als ein Gefährte, der sich prahlerisch wild gebärdet hatte, verbarg dieser Geist seine Boshaftigkeit hinter einer ansprechenden Erscheinung. Als er in Asmiras Blickfeld getorkelt war, hatte er einem bärtigen, vom Kampf übel zugerichteten Reisenden geglichen. Doch kurz darauf, sie konnte nicht sagen, wann er sich eigentlich verwandelt hatte, stand ein hübscher junger Mann mit verschmitztem Blick und Grübchen in den Wangen vor ihr. Schwarze Ringellocken fielen ihm in die Stirn, seine Glieder waren gesund und kräftig. Die Gesichtsform und die bräunliche Haut erinnerten Asmira an die Babylonier, die hin und wieder am Hof von Saba auftauchten, Aber der Dämon war schlichter gekleidet als jene Männer. Er trug einen einfachen, knielangen Wickelrock und mehrere Amethystketten auf der bloßen Brust. Aus dem Rücken sprossen ihm zwei prächtige weiße Flügel, die er jetzt ordentlich angelegt hatte. Die größten Federn waren länger als Asmiras Unterarm. Aus der Spitze des linken Flügels quoll ein Klumpen einer weichen Masse und glänzte im Nachmittagslicht. Das war der einzige Makel seiner Erscheinung. Asmira betrachtete den geflügelten Jungen mit klopfendem Herzen. Mit einem Mal wandte er den Kopf und sah ihr ins Gesicht. Sie schaute weg und ärgerte sich sofort darüber. »Hoffentlich kannst du dein Versprechen auch einlösen, Priesterin aus Himja,« sagte der Junge. »Immerhin habe ich meine Substanz für dich aufs Spiel gesetzt.« Asmira hatte dem Streitgespräch der beiden Dämonen nicht richtig folgen können, denn sie hatten sich nur teilweise auf Arabisch und teilweise in ihr unbekannten Sprachen unterhalten. Jetzt zwang sie sich, dem gleichgültigen Blick der dunklen Augen zu begegnen und fragte wieder in herrischem Ton, »Wo ist der andere Dämon hin, und was ist jetzt mit meiner Bitte?« Der Junge zog eine Augenbraue hoch. »Oh je, schon wieder dieses hässliche Wort!« Er machte einen Schritt auf das Kamel zu. Asmira zückte den Silberdolch. Der Junge blieb stehen. »Noch einer! Wie viele Dolche hast du denn dabei?« Einen Dolch hatte Asmira im Kampfgetümmel verloren, ein zweiter stag in dem Edomiten. Zwei weitere verwahrte sie in ihrem Beutel. »Das geht dich nicht an,« sagte sie abweisend. »Ich hatte dich gebeten, und ich hatte dich gebeten,« unterbrach sie der junge Mann, »in meiner Gegenwart keine unanständigen Ausdrücke zu verwenden. »Dolche aus der Unterwäsche zu ziehen, ist übrigens auch nicht besonders höflich.« Er legte seine schlanke, braune Hand auf die Flanke des Kamels und tätschelte das Tier. »Nimm mir meinen Argwohn nicht übel, oh Geist!« rief sie. »Wäre ich unbewaffnet, wäre ich längst tot.« Der Junge drehte sich um und betrachtete sie abschätzend. »Hast du mit dem Dolch die Utuku verscheucht? Ich habe mich schon gefragt, wie dir das gelungen ist.« »Ja, mein Dolch war meine Rettung. Ein Eidechsen-Demo, äh, ein Eidechsen-Geist wollte sich auf mich stürzen, aber ich habe mit dem Dolch nach ihm ausgeholt. Das Silber hat ihn erschreckt, und er ist zurückgewichen. Er wollte zwar gleich wieder auf mich losgehen, aber etwas hat ihn abgelenkt, und plötzlich war er verschwunden.« Der geflügelte Junge lachte. »Das war bestimmt, als ich auf der Bildfläche erschienen bin. Hast du dich nicht über seinen panischen Blick gewundert?« Asmira hatte die Erfahrung gemacht, dass Dämonen nicht besonders klug waren. Die Selbstgefälligkeit dieses Exemplars war so offenkundig, dass sie sogleich darauf einging. »Doch, doch«, sagte sie rasch, »und ich muss mich noch einmal entschuldigen, dass ich mich nicht sofort bei dir bedankt habe. Ich war noch ganz verstört und habe nicht begriffen, dass ich mit einem der erhabensten Luftwesen überhaupt spreche. Möge mich der Sonnengott strafen, dass ich so blind war. Jetzt aber bin ich überwältigt von deinem strahlenden Glanz. Ich kann nur noch einmal wiederholen, dass ich auf ewig in deiner Schuld stehe, weil du mich mutig vor dem Tode errettet hast.« »Mein Allerwertester, nehmt zur Kenntnis, dass mein unbedeutendes Herz vor tiefst empfundener Dankbarkeit überfließt.« Der junge Mann schaute sie groß an, dann zog er ironisch die Augenbraue hoch. »Redet ihr in Himmler also?« »Üblicherweise sind wir nicht ganz so gefühlvoll und verwenden einen formelleren und komplexeren Satzbau.« »Ach, echt?« »Zum Glück bin ich komplexe Sachverhalte gewöhnt und konnte dir folgen, aber ich warne dich. In dieser Gegend könnte es passieren, dass die Leute dich nicht verstehen, bis auf den Teil mit deinem unbedeutenden Allerwertesten.« Asmira blinzelte. »Mein unbedeutendes Herz.« »Das sowieso, aber um deine Frage zu beantworten, mein Kumpel Fakal holt unseren Herrn, der dich sicherlich wie gewünscht nach Jerusalem begleiten wird. Wenn du dich im Gegenzug bei dem Zauberer für mich und meinen Kumpel verwenden und ihn bitten könntest, uns zu entlassen, wäre ich dir sehr verbunden. Unser Dienst für Salomo war in letzter Zeit ziemlich anstrengend.« Asmiras Herz schlug höher. »Salomo selbst ist dein Herr?« »Offiziell, nein, praktisch gesehen, ja.« Der junge Mann schnitt eine Grimasse. »Das ist ein bisschen schwer zu erklären, wie auch immer, der Zauberer müsste bald hier sein. Vielleicht nutzt du die Zeit, um einen Lobgesang auf mich einzustudieren.« Er schlenderte pfeifend zwischen den Überresten der Karawane davon. Asmira sah ihm hinterher. Entschlossen zog sie an den Zügeln. Das Kamel knickte die Vorderbeine ein und sank nach vorn, bis es im Sand kniete. Dann winkelte es auch die Hinterbeine an. Asmira schwang sich aus ihrem Sitz und glitt zu Boden. Sie untersuchte ihren versenkten Umhang, strich ihn glatt und nahm ihren Beutel. So ging sie zu dem Dämon hinüber. Der geflügelte Junge stand in Gedanken versunken da. Das Sonnenlicht spielte auf seinen schimmernden Schwingen. Sein ebenmäßiges Gesicht hatte einen melancholischen Ausdruck, woran er wohl dachte. Asmira stellte ärgerlich fest, dass sie zitterte. Als sie näher kam, drehte sich der Junge um. »Na, sind dir ein paar gute Adjektive für mich eingefallen? Grausam, leidenschaftlich und schreckenverbreitend zum Beispiel klingen sehr eingängig, finde ich.« »Ich muss mit dir reden«, sagte Asmira. Die glatte, braune Stirn krauste sich. »Reden? Wozu? Ich habe nicht oft Gelegenheit, mit einem derart hochrangigen Geist wie dir zu sprechen, schon gar nicht mit einem, dem ich mein Leben verdanke. Natürlich habe ich schon oft von Wesenheiten gehört, die in einer einzigen Nacht hohe Türme erbauen und dürstenden Landstrichen Regen spenden, aber ich hätte nie zu hoffen gewagt, je mit einem so edelmütigen, großherzigen Vertreter.« Sie unterbrach sich. Der Junge grinste sie an. »Was ist denn?« fragte sie. »Der großherzige Geist hat den Verdacht, dass du etwas von ihm willst. Worum geht's?« »Ich hatte gehofft, dass du in deiner unendlichen Weisheit...« »Lass gut sein!« Die schwarzen Augen des Dämons funkelten. »Du hast es hier nicht mit einem schwachköpfigen Kobold zu tun. Ich bin ein Djinn, und zwar ein ziemlich bedeutender. Obendrein bin ich ein Djinn, der für Gilgamesch die Mauern von Uruk und für Ramses die Mauern von Karnak hochgezogen hat, so wie jede Menge anderer Mauern für irgendwelche Herren, deren Namen längst vergessen sind. »Salomo der Große ist nur der Letzte in einer langen Reihe hochrangiger Herrscher, die ohne meine Dienste nicht zurechtgekommen wären.« Er schwarzt gesagt, »O Priesterin aus dem fernen Himja, ich habe auch so schon eine hohe Meinung von mir und bin nicht auf deine Schmeicheleien angewiesen.« Er zwinkerte ihr zu. Asmira spürte, dass sie rot wurde. Sie ballte die Fäuste. »Ist immer gut, wenn man solche Kleinigkeiten gleich zu Anfang klarstellt, stimmt's?« Der Djinn lehnte sich lässig an einen Felsen. »Und jetzt rück raus damit, was du von mir willst.« »Erzähl mir etwas über den Ring.« Der Djinn fuhr zusammen. Sein Ellbogen rutschte vom Felsen ab, und er verlor das Gleichgewicht. Er fing sich wieder und brachte mit viel Federsträuben seine derangierten Flügel in Ordnung. »Wie bitte?« »Weißt du, ich war nämlich noch nie in Jerusalem,« erwiderte Asmira unschuldig. »Aber ich habe schon so viel über den großen König Salomo gehört, und weil du ja so ein bedeutender Djinn bist und Salomo ohne dich nicht zurechtkommt, dachte ich, du kannst mir vielleicht etwas über seinen Ring erzählen.« Der Djinn schüttelte den Kopf. »Ich sagte doch Schluss mit den Schmeicheleien, oder« »Er stockte.« »Oder war das etwa ironisch gemeint?« »Niemals.« »Merk dir jedenfalls,« knurrte der Djinn, »dass in meinem Fall weniger mehr ist, sonst komme ich womöglich noch auf Fakals Vorschlag zurück.« »Was hat Fakal denn vorgeschlagen?« »Frag lieber nicht, was den Gegenstand betrifft, den du angesprochen hast. Ich weiß ja, dass du nur ein Provinzmädel aus dem Hinterland Arabiens bist, aber selbst dort hat man doch bestimmt gehört.« Sein Blick schweifte wachsam über die Felshänge. »Die Sache ist die, in Israel ist es am besten, gewisse Themen in der Öffentlichkeit nicht anzuschneiden, am besten vermeidet man sie ganz.« »Hast du etwa Angst?« »Fragte Asmira belustigt.« »Keineswegs, ich bin einfach nur vorsichtig.« Der geflügelte Junge wirkte verstimmt. Er spähte missmutig zum Himmel empor. »Wo bleibt dieser Kaber eigentlich? Er müsste längst hier sein. Anscheinend hat sich der blöde Fakal verflogen.« »Wenn dein Gefährte Fakal heißt«, warf Asmira beiläufig ein, »dann heißt du«, »tut mir leid«, der Djinn hob die Hand. »Namen besitzen große Macht, sowohl was das Hüten als auch was das Preisgeben betrifft. Mit einem Namen geht man nicht hausieren, weder unter Geistern noch unter Menschen, denn der Name ist unser kostbarster und geheimster Besitz. Mein Name wurde mir verliehen, als ich vor langer Zeit erschaffen wurde, und wer ihn kennt, kann mich nach Belieben knechten. Um einen Namen zu erfahren und Wesenheiten wie mich zu bändigen, scheuen gewisse Zauberer keine Mühen. Sie vertiefen sich in uralte Texte, entziffern sumerische Keilschrift, riskieren in Pentagrammen ihr Leben. »Wer meinen Namen kennt, kann mich in Ketten legen und zu grausamen Taten zwingen, und das schon seit zweitausend Jahren. Da kannst du vielleicht nachvollziehen, o Holde aus Himja, weshalb ich peinlich darauf achte, dass mein Name nicht irgendwelchen Zufallsbekanntschaften zu Ohren kommt. Frag mich bitte nicht noch einmal danach, denn mein Name ist streng geheim und unantastbar.« »Dann heißt du also nicht, Bartimaeus?« »Schweigen«, der Djinn räusperte sich. »Äh, Verzeihung? Bartimaeus, so hat dich dein Freund Fakal jedenfalls angesprochen.« Ein unterdrückter Fluch. »Ich glaube, die Bezeichnung »Freund« ist ein bisschen übertrieben. Dieser Schwachkopf, typisch, dass er in aller Öffentlichkeit zu streiten anfängt.« »Du sprichst seinen Namen doch auch andauernd aus«, wandte Asmira ein. »Außerdem kann ich bei deinem Herrn kein gutes Wort für dich einlegen, wenn ich nicht weiß, wie du heißt.« Der Djinn verzog das Gesicht. »Auch wieder wahr, aber jetzt bin ich dran mit Fragen stellen. Wie steht's mit dir? Wie heißt du?« »Syrin«, »Syrin«, »Syrin«. Der Djinn schien skeptisch. »Aha. Ich bin Priesterin in Himja.« »Du wiederholst dich. Also, Syrin, wie kommt es, dass du dich für gewisse goldene Schmuckstücke interessierst, und worum handelt es sich bei der höchst dringlichen Angelegenheit, die dich nach Jerusalem führt?« Asmira schüttelte den Kopf. »Meine Königin hat mich angewiesen, das ausschließlich mit Salomo zu bereden, und ich habe einen heiligen Eid darauf geschworen. Ich nehme doch an, dass du König Salomo und seinen Palast gut kennst.« »Den Palast schon, Salomo nicht. Der König hat viele Diener.« »Aber wenn er dich beschwört, dann, wie gesagt, die Beschwörungen führen seine Zauberer durch. Wir gehorchen ihnen, und sie gehorchen Salomo.« »Und sie gehorchen ihm freudig, weil er den...« Diesmal sprach Asmira das Wort nicht aus. Bartimeos Beklommenheit hatte auf sie abgefärbt. »Richtig«, antwortete der Djinn knapp. »Ihr müsst euch alle diesem Gegenstand beugen?« »Ich und unzählige andere.« »Ihr warum stiehlt ihn niemand oder vernichtet ihn?« Der Djinn fuhr zusammen. »Psst! Sprich gefälligst leise. Den Gegenstand, nachdem du dich erkundigst, kann man nicht stehlen, weil sein Besitzer ihn niemals ablegt. Sollte jemand doch nur auf die Idee kommen, etwas derartiges zu versuchen, dreht der Betreffende den Gegenstand nur kurz am Finger und schubs. Enden seine Feinde so kläglich wie der arme Asul oder wie Odalis und Philokrates, um nur drei seine Opfer zu nennen.« Er holte tief Luft. »Ich habe nichts gegen dich, Priesterin Cyrene aus Himya, denn ich verabscheue meine Zuchtmeister und würde sie auch dann nicht warnen, falls mir etwas oder jemand...« Er sah Asmira durchdringend an. »Verdächtig vorkommen sollte. Leider hat nicht jeder solche hohen moralischen Maßstäbe wie ich.« Er zeigte nach Norden. »Schon gar nicht diese Bande dort. Ich brauche wohl nicht zu betonen, dass der Mensch von ihnen alle der Schlimmste ist.« Asmiras Blick folgte Bartimeus' ausgestrecktem Zeigefinger. Die dunklen Punkte am Abendhimmel kamen rasch näher. Ohne den Hinweis des Djinn hätte Asmira die Punkte vielleicht für einen Vogelschwarm gehalten. Aber auch dieser Irrtum hätte sich bald aufgeklärt, denn die Punkte, es waren sieben an der Zahl, wovon einer größer als die übrigen war, die in dichter Formation hoch über den Sanddünen flogen, wurden rasch größer. Bald erkannte Asmira das farbige Leuchten um sie herum und den flimmernden Hitzeschweif, den sie hinter sich herzogen. Sie gingen in den Sinkflug über und hielten auf den Hohlweg zu. Asmira sah nun, dass es sich bei dem Leuchten um Stichflammen handelte, die im schwindenden Tageslicht golden züngelten. Nur das größte Flugobjekt war und blieb kolradenschwarz. Asmira konnte sechs Dämonen ausmachen, geflügelt, aber sonst in Menschengestalt. Das siebte Flugobjekt war ein Teppich, den ein weiterer Dämon hinter sich herzog. Auf dem Teppich saß ein Mann. Asmira schaute ihm und seinem Hofstaat entgegen und ließ die Beiläufige zur Schaustellung seiner Macht auf sich wirken. »Das kann nur Salomo selbst sein«, sagte sie im Flüsterton. »Daneben«, brummelte der Dschinn Bartimaeus, »dass noch mal raten, das ist nur einer von Salomos siebzehn Meisterzauberern, wenn auch vielleicht der fähigste. Er heißt Kaba. Ich warne dich noch einmal, nimm dich vor ihm in Acht.« Der Sand stob auf, der Wind heulte, schillernde Schwingen verlangsamten ihre Schläge. Sechs Dämonen verharrten kurz in der Luft und landeten sodann leichtfüßig auf der Straße. Der siebte in der Mitte ließ den Teppich auf die kräftigen, ausgebreiteten Arme gleiten, dann bückte er sich tief, ging rückwärts und ließ den Teppich ein paar Fuß über dem Boden in der Luft schweben. Asmira betrachtete die schweigenden Dämonen der Reihe nach. Es waren Riesen, bestimmt sieben oder acht Fuß groß. Der Mann auf dem Teppich rührte sich nicht. Er saß im Schneidersitz da und hatte die mageren, bleichen Hände im Schoß gefaltet. Seinen Kapuzenumhang hatte er zum Schutz gegen die Kälte in großer Flughöhe eng um sich gezogen. Das Gesicht lag im Schatten der Kapuze, über die Beine hatte er eine Decke aus dickem, schwarzem Fell gelegt. Jetzt regte er sich endlich. Er schnippte mit den Fingern, aus der Kapuze ertönte ein Befehl. Der Teppich sank zu Boden. Der Mann schüttelte die Decke ab und sprang blitzschnell auf. Dann trat er von seinem Teppich und ging mit langen Schritten auf Asmira zu. Seine Leibwache wartete schweigend hinter ihm. Die bleichen Hände streiften die Kapuze ab, ein breites Lächeln begrüßte Asmira. Asmira fand den Zauberer fast noch beunruhigender als seine Dämonen. Wie im Traum sah sie zwei große, feucht schimmernde Augen, aschfahle von tiefen Narben überzogene Wangen und Lippen, die trotz des Lächelns schmal und gespannt wie Darmseiten blieben. »Seid mir gegrüßt, Priesterin«, sagte der Zauberer sanft. »Ich bin Kaba, Salomustina. Welche Sorgen und Nöte euch auch geplagt haben mögen, von nun an steht ihr unter meinem Schutz.« Er neigte den kahlen Kopf. Asmira verneigte sich ebenfalls. Dann entgegnete sie. »Ich bin Syrin, Sonnenpriesterin aus dem Lande Himja. Das hat mir mein Sklave schon berichtet.« Kaba drehte sich nicht um. Asmira fiel auf, dass der korpulente Djinn die Arme verschränkte und sie argwöhnisch beobachtete. »Tut mir leid, dass ich euch habe warten lassen«, fuhr der Zauberer fort, »aber ich hatte fern von hier zu tun. Noch mehr tut es mir leid, dass ich diesen, diesen abscheulichen Überfall auf euch nicht verhindern konnte.« Er deutete mit ausholender Gebärde auf die Verwüstung ringsum. Kaba stand dichter vor Asmira, als ihr lieb war. Er verströmte einen eigenartigen Geruch. Asmira mußte an die Totenhalle denken, in der die Priesterinnen zu Ehren verstorbener ehemaliger Räucherwerk verbrannten. Von dem süßlichen, beißenden Geruch wurde es Asmira immer ein bisschen schlecht. »Ich bin euch trotzdem dankbar«, erwiderte sie, »denn eure Diener haben mir das Leben gerettet. Wenn ich demnächst nach Himja zurückkehre, sorge ich dafür, dass sich meine Königin dafür erkenntlich zeigt.« »Bedauerlicherweise ist mir euer Land nicht bekannt«, sagte der Zauberer lächelnd und schaute sie mit seinen Glubschaugen unverwandt an. »Himja liegt in Arabien, östlich des Roten Meeres.« »Aha, demnach ist Sabah ganz in der Nähe. Was für ein Zufall, daß alle Länder in dieser Gegend offenbar von Frauen regiert werden«, der Zauberer lachte. »Auch meine Heimat Ägypten hat eine Weile mit der weiblichen Thronfolge geliebäugelt, aber sie hat sich nicht durchgesetzt. »Dennoch, verehrte Priesterin, gebührt die Ehre, euch gerettet zu haben, nicht mehr. Sie gebührt vielmehr meinem König, dem großen Salomo, auf dessen Geheiß wir diese Wüste von Banditen säubern. Wenn ihr jemandem Dank schuldet, dann ihm.« Asmira rang sich ein bezauberndes Lächeln ab. »Ich würde mich gern persönlich bedanken, wenn das möglich ist. Ich bin nämlich im Auftrag meiner Königin nach Jerusalem unterwegs und wollte ohnehin um eine Audienz bei Salomo ersuchen. »Verstehe. Vielleicht könnt ihr mir dabei behilflich sein.« Das Lächeln erlosch nicht, die Augen blickten unverwandt. Blinzelte der Zauberer überhaupt je? »Die Audienzen beim König sind sehr begehrt«, sagte er, »und so mancher wird enttäuscht. Ich gehe aber davon aus, daß eure Stellung und die Bemerkung sei mir gestattet, euer beträchtlicher Liebreit das Interesse des Königs wecken werden. Er fuhr herum und schaute zu seinen Sklaven hinüber. Sein Lächeln erlosch und er rief barsch, »Nimm schick! Komm sofort her!« Eine der Wesenheiten verzog das Gesicht und setzte sich in Bewegung. »Du führst die Aufsicht über die anderen«, verkündete Kaba. »Ich nehme nur Kosro mit, weil er meinen Teppich zieht. Ihr räumt die Leichen und den ganzen Unrat von der Straße, begrabt die Gefallenen, verbrennt die toten Kamele. Falls ihr noch andere Überlebende entdeckt, versorgt deren Wunden und bringt sie zum Tor des Volkes am Ballast, zusammen mit allen Waren und Tieren, die noch zu gebrauchen sind. Verstanden?« Kaba faßte Asmira am Arm. »Ich bitte noch einmal um Verzeihung, Priesterin. Wenn ihr mich jetzt auf meinem Teppich nach Jerusalem begleiten wollt, soll es euch auf dem kurzen Flug an nichts mangeln.« »Vielen Dank, ihr seid sehr zuvorkommend«, machte es da. Der Djinn Bartimeus, der unbeachtet ein Stück hinter Asmira wartete, hatte sich hinter vorgehaltener Hand geräuspert. »Geselle dich zu deinem Gefährten, Sklave«, rief ihm Kaba zu. »Hör auf, nimm schick und sei fleißig!« »Priesterin Syrin, wenn ich bitten darf!« Bartimeus zwinkerte und grinste vielsagend, wippte auf den Fersen und fuchtelte mit den Händen. Er räusperte sich lauter und blickte eindringlich in Asmiras Richtung. Über der Ankunft des Zauberers und der freudigen Aussicht, rechtzeitig nach Jerusalem zu gelangen, hatte Asmira ihr Versprechen ganz vergessen. »Einen Augenblick noch, großer Kaba! Dieser Djinn und jener andere, der ihn begleitet hat, haben mir einen großen Dienst erwiesen. Ohne die beiden wäre ich nicht mehr am Leben, davon bin ich überzeugt, und darum möchte ich euch bitten, sie von ihren Fesseln zu befreien und zu entlassen.« »Priesterin«, der Zauberer lächelte wieder noch breiter als zuvor, »verehrte Priesterin, hier ist wieder der rechte Ort, noch ist es der passende Zeitpunkt, das zu besprechen. »Lasst uns unsere Unterhaltung später im Palast fortsetzen, wenn wir die Muße dazu haben. Dann könnt ihr euch noch einmal ausführlich äußern. Seid ihr damit einverstanden?« Asmira nickte. »Vielen Dank, ich weiß euer Angebot zu schätzen.« »Schön, dann kommt, der Teppich wartet schon.« Bis nach Jerusalem waren es vierzig Meilen. Die Strecke hätte die Karawane einen weiteren Tag gekostet. Asmira und der Zauberer legten sie in einer knappen Stunde zurück. Während des Fluges senkte sich die Nacht über die Erde. Dann tauchte endlich Jerusalem auf, das wie ein schillernder Schmetterling auf dem dunklen Stumpf des Berges saß. Wachfeuer brannten auf den Zinnen der äußeren Stadtmauer, grüne Hexenfeuer glommen in den Türmen. Innerhalb des Mauerrunds leuchteten tausende kleinerer Lichter in Wohnhäusern und Marktbuden, und hoch oben auf dem Gipfel des Berges erstrahlte der mächtige Palast König Salomos, so groß, prächtig und unangreifbar, wie er in allen Geschichten beschrieben wurde. Er wurde flau im Magen, ihre Haare flatterten. Der Teppich flog im Bogen zum Palast hinunter. Als er die Mauern überquerte, ertönte von den Brustwehren Hörnerklang, und es rumpelte donnernd, als sich die Tore Jerusalems für die Nacht schlossen. Hoch oben auf Kabas Turm hatten die Kobolde endlich aufgehört, zu johlen, zu klatschen und mit den Schwänzen nach mir zu peitschen. Die Gesellschaft überlegte gerade, ob man sich anderen Themen wie zum Beispiel dem Einfluss der Religion auf die Regionalpolitik der östlichen Mittelmeeranrainer zuwenden sollte, als in unserer Mitte auf einmal ein gewisses unanständiges Geräusch ertönte. »Nimm, Schick, hast du dich schon wieder an den eingelegten Stächlingen vergriffen?« »Das war ich nicht!« Er hatte ausnahmsweise nicht gelogen, denn jetzt öffnete sich mitten auf dem Dach eine Steinluke. In der Öffnung darunter erschienen ein funkelndes Augenpaar, eine Nase wie eine unreife Aubergine, sowie der hässliche Oberkörper des Folio Geseri. Er blinzelte boshaft in die Runde. »Baltimäus und Fakal«, rief er, »hopp, hopp, ihr werdet gebraucht!« Keiner von uns beiden rührte sich. »Wo denn?« fragte ich. »Und von wem?« »Von seiner königlichen Majestät, König Salom und dem Großen, von wem sonst!« Der Folio stützte die knochigen Ellbogen aufs Dach. »Er lädt euch in seine Privatgemächer ein, weil er euch persönlich für eure heutige Leistung danken will.« Fakal und ich setzten uns aufrecht hin. »Ehrlich?« »Natürlich nicht, ihr Dummköpfe«, höhnte der Folio. »Warum sollte sich Salomo ausgerechnet um euch beide scheren? Euer Herr, Kaba, der Grausame, verlangt nach euch. Was habt ihr denn gedacht? Außerdem«, fuhr er munter fort, »sollt ihr nicht in die Beschwörungskammer kommen, sondern in die Kellergruft unter dem Turm. Tja, das gibt euch zu denken, was?« Er grinste anzüglich. »Von dort unten kommen nicht viele wieder herauf.« Fakal und ich standen auf, schlüpften unbeholfen durch die Öffnung und stiegen so zügig wie zwei Verbrecher, die zum Galgen schlurfen, die Wendeltreppe hinunter. Geseri ließ die Steinluke wieder zufallen, und um uns herum wurde es stockfinster. Kabas Werkstatt quoll von Werkzeugen und magischen Gerätschaften über, ebenso von stapelweise Schriftrollen und Schreibtafeln, die aus geplünderten Gräbern längst untergegangener Kulturen stammten. Was Fakal und mir jedoch als allererstes auffiel, war weder die prächtige Ausschmückung der Kammer noch der übrige Krimskrams, sondern die unverkennbaren Hinweise auf die eher privaten Interessen des Zauberers. Kabar interessierte sich für den Tod. Überall lagen Knochenhaufen, in einem Schrank lagerten Schädel. Daneben befand sich ein Gestell mit Mumien, manche uralt, andere ganz frisch. Davor stand ein langer, niedriger Tisch, auf dem etliche scharfe Metallwerkzeuge und Krüge lagen und standen, außerdem Tiegel mit Pasten und Salben sowie ein blutgetränkter Lappen. Nicht zu vergessen der mit sauberem Sand gefüllte Mumifizierungstrog. Falls Kabar mal keine Lust hatte, sich mit Leichen zu vergnügen, konnte er sich seinen Substanzkäfigen zuwenden, die waren ordentlich an der hinteren Wand der Werkstatt aufgereiht. Nun hallte eine Stimme durch das Gewölbe, heiser wie von Sand und Staub belegt. »Aufgemerkt, Sklaven!« Die beiden Kobolde wankten derart widerstrebend weiter, als hätte uns jemand spitze Steine in die Ländenschurze gesteckt. Mitten im Raum, umgeben von vier Säulen, befand sich ein erhabenes Rund auf dem Boden. Eingefasst war es mit rosafarbenem Lapislazuli, darunter standen in ägyptischen Hieroglyphen die fünf Beschwörungsworte des Bindens. In das Rund war mit schwarzem Obsidian ein Pentagramm eingelegt. Gleich daneben, in einem kleineren Bandkreis, stand ein elfenbeinernes Lesepult, und dahinter geduckt wie ein Geier vor seiner Beute, der Zauberer. Er ließ uns näher treten. Fünf Kerzen waren um das Pentagramm herum aufgestellt und brannten mit schwarzen Flammen. In Kabars Triefaugen spiegelte sich das unheimliche Licht. Sein gestaltloser Schatten umfloss seine Füße. Fakal und ich kamen schlurfend zum Stehen und hoben trotzig den Kopf. Unser Herr fragte laut, »Fakal von Bikene? Martimeus von Uruk?« Wir nickten. »Ich werde euch nun entlassen.« Die beiden Kobolde machten verständnislose Gesichter. Kabars lange Leichenfinger strichen über das Pult, er trommelte mit den krummen Fingernägeln auf das Elfenbein. »Die Reisende, die ihr heute gerettet habt, ein Mädchen, das so wenig Ahnung von eurer Bosheit hat, wie es selbst sanft und unschuldig ist.« Die feuchten Augen nahmen einen versonnenen Ausdruck an. Die Gefangenen in den Substanzkäfigen seufzten und säuselten leise. Der Zauberer riss sich zusammen. »Das dumme Ding hat mich überredet, euch freizulassen. Sie war überaus hartnäckig.« Kabar machte ein verkniffenes Gesicht. »Irgendwann habe ich nachgegeben, und da sie mein Gast ist, und ich es ihr beim Gott Ra geschworen habe, handelt es sich um ein heiliges Gelübde. Und darum erhaltet ihr jetzt von mir auch, wenn es mir fürchterlich gegen den Strich geht, euren gerechten Lohn.« In der kleinen Pause, die darauf folgte, versuchten Fakal und ich zu begreifen, was das bedeuten sollte. Wir wälzten Kabars Worte in unseren Köpfen und behielten den Zauberer dabei argwöhnisch im Auge. Kabar räusperte sich. »Was zögert ihr, Sklaven? Der Djinn Fakal soll der Erste sein, dem ich die Freiheit schenke. Tritt bitte in den Kreis!« Er wies schwungvoll auf das Pentagramm. Die beiden Kobolde konnten nach einer weiteren Überprüfung auf keiner Ebene etwas Verdächtiges entdecken. »Anscheinend meint er es ehrlich,« sagte ich leise. Fakal zuckte die Achseln. »Das wird sich ja gleich herausstellen. Tja, Bartimaeus, so oder so heißt es Abschied nehmen. Mögen tausend Jahre vergehen, bis wir uns wiedersehen.« »Warum nicht zweitausend?« erwiderte ich. »Aber bevor du gehst, sollst du noch zugeben, dass ich doch recht hatte. Was die Kleine betrifft, pff, kann sein, aber ich bleibe trotzdem dabei. Menschen sind zum Fressen da, und du bist ein Weichei.« Fakal sprang in das Pentagramm, und die schwarzen Kerzenflammen zuckten und knisterten. »Ich wär dann soweit,« wandte er sich an den Zauberer. »Mach's gut, Bartimaeus, und denk mal drüber nach, was ich gesagt habe.« Schon räusperte sich der Zauberer und sprach die Entlassungsformel. Es war eine ägyptische Abwandlung des kernigen sumerischen Originals und für meinen Geschmack ein bisschen zu weitschweifig und blumig, aber auch wenn ich die Ohren noch so spitzte, ich konnte nichts Nachteiliges heraushören. Auch Fakals Reaktion ließ nichts zu wünschen übrig. Als der Bann sich löste, stieß der Kobold im Kreis einen Freudenschrei aus, machte einen Luftsprung und war verschwunden. Ein leiser Nachhall war zu vernehmen, aus den Substanzkäfigen ächzte es leise, dann herrschte Stille. Fakal war fort, Fakal war frei. Das verscheuchte alle meine Bedenken, auch der zweite Kobold sprang entschlossen in den Kreis. Ich streckte noch schnell dem verdrießlich in einem Winkel hockenden Geseri die Zunge heraus, dann stellte ich mich aufrecht hin, setzte eine kecke Mine auf und wandte mich dem Zauberer zu. »Ich wäre dann soweit«, rief ich. Das Funkeln in Kabas Glubschaugen gefiel mir gar nicht. Er beugte sich vor und rammte die Fingernägel in das Pult, als wollte er das Elfenbein herausbrechen. »Bartimeus von Urk«, sagte er leise, »du nimmst ja wohl nicht an, dass ich dich, nachdem du mich in solche Schwierigkeiten gebracht hast, sogar König Salomo gegen mich aufgebracht hast, so dass er mich in die Wüste geschickt hat, nachdem du im Steinbruch gegen den armen Geseri handgreiflich geworden bist, dass ich dich also angesichts dieses nicht enden wollenden Sündenregisters einfach in die Freiheit entlasse? Ja, ich habe der Priesterin versprochen, Sklave, dass ich dich aus meinen Diensten entlasse, und das will ich auch tun, »aber als Wiedergutmachung für alles, was du mir angetan hast, sollst du mir eine letzte Gefälligkeit erweisen.« Seine Hand tastete in seinem Gewand umher, holte etwas Hellfunkelndes hervor und hielt es mir hin. Es war eine Flasche, ein bauchiges Fläschchen, ungefähr so groß wie eine Kinderfaust, aus durchsichtigem geschliffenen Kristall gefertigt und mit eingravierten Blumen verziert. »Gefällt sie dir?«, fragte der Zauberer. »Ägyptischer Bergkristall habe ich in einem Grab gefunden.« »Die Blumen sind ziemlich kitschig.« »Hm, die dritte Dynastie bevorzugte einen eher volkstümlichen Stil.« »Stimmte mir Kaber zu.« »Aber das braucht dich nicht zu stören, Bartibäes. Du brauchst dir die Blumen nicht anzuschauen, weil du nämlich drinnen sitzen wirst. Diese Flasche!« Er drehte das Behältnis hin und her, dass der Schliff funkelte. »Ist nämlich dein zukünftiges Zuhause.« Meine Substanz zog sich zusammen. Die kleine, runde Halsöffnung gähnte mich an wie ein offenes Grab. Ich räusperte mich mühsam. »Sie ist ein bisschen klein.« »Der unbeschränkte Bandsauber«, sagte Kaber, »ist ein Vorgang, für den ich mich schon lange interessiere.« Der Zorn überwältigte mich. Ich trat in meinem Kreis einen Schritt vor. »Reg dich ab«, sagte Kaber gelassen. »Die Bedingungen deiner Beschwörung hindern dich daran, mir etwas anzutun. Aber selbst wenn du es versuchen könntest, es wäre sehr unklug, kleiner Djinn. Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, bin ich nicht schutzlos.« Er schnippte mit den Fingern, die Insassen der Substanzkäfige verstummten jäh. Hinter Kaber löste sich sein Schatten vom Fußboden. Er schraubte sich wie eine Papyrusspirale in die Höhe, bis er den Zauberer weit überragte. Ein papierdünner, gesichtsloser, schwärzlicher Hauch. Schließlich berührte der schwarze Kopf die Decke. Verglichen mit dem Schatten wirkte der Zauberer klein wie eine Puppe. Und dann? Dann breitete der Schatten die dünnen, flächigen, schwarzen Arme einladend weit aus, so weit wie das ganze Kellergewölbe. »Hat's dir die Sprache verschlagen, Bartimaeus?« fragte Kaber. »Du bist doch sonst nicht gerade auf den Mund gefallen.« Er hatte recht, ich war ungewöhnlich still. Ich hatte genug damit zu tun, mir klarzumachen, in welch übler Klemme ich steckte. Die Nachteile meiner Lage waren unübersehbar. Ich befand mich tief unter der Erde im Verlies eines bösen Zauberers, dessen riesiger Schattensklave mich daran hinderte, meinen Bannkreis zu verlassen. Gleich würde man mich in eine geschmacklose Flasche stecken, und ich wäre nur noch eine billige Rummelplatzattraktion, womöglich bis in alle Ewigkeit. Was die Vorteile betraf, mir waren noch keine eingefallen. Nur eins stand fest. Wenn mir schon ein derart schmachvolles Schicksal beschieden war, musste ich schleunigst die Erscheinungsform des pummeligen Kobolds loswerden. Ich riss mich zusammen und verwandelte mich in einen hochgewachsenen, schlanken, jungen Mann mit prächtigen Flügeln auf dem Rücken. Ich glich Gilgameschs Speerträger, als der ich einst bei den Sumerern gedient hatte, aufs Haar. Auf jeden Fall fühlte ich mich in dieser Gestalt wesentlich wohler. Das war aber auch schon alles. Hm, sehr hübsch, sagte Kaba. Jetzt sieht es bestimmt noch lustiger aus, wenn du durch den Flaschenhals gezwängt wirst. Bedauerlicherweise werde ich nicht dabei sein können. Ahmet! Ohne dem Riesenschemen hinter sich einen Blick zu schenken, hielt er die Kristallflasche in die Höhe. Sofort nahm ihm die Schattenhand, die sich inzwischen auf mich zubewegt hatte, und neben meinem Hals schwebte die Flasche ab und hielt sie noch höher. Kaba klopfte auf den Papyrusstreifen auf seinem Pult. Der unbeschränkte Bandzauber ist lang und kompliziert, ich habe heute leider keine Zeit, ihn aufzusagen, das muss Ahmet übernehmen. Er hub den Blick, und der Schattenkopf, der wie sein eigener geformt war, beugte sich zu ihm herunter. Mein lieber Ahmet, wenn du fertig bist und Bartimaeus in der Flasche steckt, versiegelst du das Behältnis mit geschmolzenem Blei und versiehst das Siegel mit den üblichen Runen. Sobald das Blei abgekühlt ist, bringst du mir die Flasche. Du findest mich und Geseri im Magiersaal. Damit trat er aus seinem Kreis und ging zwischen den Säulen davon, ohne sich noch einmal umzuschauen. Ein dumpfes Dröhnen, die Granittür hatte sich geschlossen, Kaba war fort. Sein Schatten stand mir gegenüber und musterte mich stumm. »Wer oder was bist du?« fragte ich. Er hatte keine Ohren, aber er hörte mich. Er hatte keinen Mund, aber er sprach. »Ich bin Ahmet.« Seine Stimme war leise wie rieselnder Staub in einer Gruft. »Ich bin ein Marit.« Also daher wehte der Wind, ein Marit, na ja, es hätte schlimmer kommen können. Der Speerträger schluckte. Durch eine dämliche Schrulle der Akustik wurde sein peinlich schmerzhaftes Würgen von den Wänden des Gewölbes mehrfach zurückgeworfen und bei jedem Mal lauter. Der Schatten wartete geduldig. Aus den Substanzkäfigen jenseits der Säulen drang nur gespannte Stille. So mächtig ihr seid und so nichtig ich selbst bin, in einer Hinsicht sind wir beide gleich, nicht wahr? Beide sind wir Sklaven des niederträchtigen Kaba, eines Mannes mit einem sogar für Zaubererverhältnisse ungewöhnlich niederträchtigen Charakter. Schaut euch doch um! Seht euch an, wie ihr seine Untergebenen quält! Hört ihr sie seufzen und klagen? Diese Substanzkäfige sind die Erfindung eines Sadisten. Während dieses wohlformulierten Auftakts hatte mich der Schatten scharf im Auge behalten. Ich machte eine Kunstpause, weil ich ihm Gelegenheit geben wollte, mir beizuflichten, aber er wiegte sich nur kobrahaft hin und her und hielt den nicht vorhandenen Mund. Mir ist schon klar, dass du dich an Kabas Befehl erhalten musst. Du stehst genauso in seinen Diensten wie ich, aber bevor du mich in die Flasche sperrst, solltest du eines bedenken. Mein bevorstehendes Schicksal ist grausam, aber ist deines auch nur einen Deut besser? Ich bin künftig ein Gefangener, aber du genauso, denn wenn der Zauberer zurückkehrt, musst du wieder unter seine Füße huschen und ihm durch Staub und Schmutz folgen. Kabatritt ich jeden Tag mit Füßen. Eine Behandlung, die schon für einen Kobold erniedrigend wäre, von einem erhabenen Mariden ganz zu schweigen. Sieh dir doch Geseri an! Ich kam allmählich in Schwung, diesen armseligen Folio, der nichtsnutzig in seiner Wolke herumlungert, während du über Stock und Stein geschleift wirst. Das stimmt doch etwas nicht, Freund Amet. Das ist völlig absurd, und wir beide müssen etwas dagegen unternehmen. So schwierig es im Allgemeinen ist, die Miene eines gesichtslosen Wesens zu deuten, hatte ich doch den Eindruck, als hätte ich den Schatten tatsächlich zum Nachdenken gebracht. Mit wachsendem Selbstvertrauen schob ich mich an den Rand des Pentagramms, dem Schatten entgegen, fort von der Kristallflasche. »Lass uns doch ganz offen über unsere gemeinsame Zwangslage reden«, beschloss ich meine Ansprache. »Wenn wir den genauen Wortlaut unseres Auftrags herausfinden, können wir ihn vielleicht außer Kraft setzen. Dann wäre ich gerettet, du wärst frei, und es wäre zugleich das Ende unseres Herrn.« Der gutaussehende junge Mann beugte sich vor. »Meine Taktik lautete ansteckend leidenschaftlich, kumpelhaft vertraulich, plus ein Schuss idealistische Inbrunst.« »Mein Freund Fakal hat einen Leitspruch«, rief ich. »Nur vereint können wir Geister die Boshaftigkeit der Menschen besiegen. Danach wollen wir handeln, mein lieber Amit. »Lass uns gemeinsam nach einem Schlupfloch in unserer Beschwörung suchen. Ehe der Tag um ist, töten wir unseren Feind, brechen ihm die Knochen und schlürfen das Mark heraus.« Mein Finale hallte zwischen den Säulen wieder und ließ die Koboldlampen aufblinken. Der Schatten erwiderte immer noch nichts, aber er wurde dunkler, als verspürte er eine heftige Gemütsregung. Das konnte ein gutes Zeichen sein. Er musste aber fürchterlich nach hinten losgehen. Ich trat wieder ein Stück zurück. »Vielleicht stehst du nicht so auf Knochenmark«, sagte ich rasch, »aber du teilst gewiss meine Einstellung. Na komm schon, Amit, Freund und Sklavenbruder, was sagst du dazu?« Und jetzt endlich rührte sich der Schatten. Er wankte hinter dem Pult hervor und schwebte langsam auf mich zu. »Ja«, raunte er, »ja, ich bin ein Sklave.« Der gut aussehende junge Mann, der schon mächtig auf glühenden Kohlen gesessen hatte und sich das auf keinen Fall anmerken lassen wollte, atmete auf. »Richtig, so sieht's aus, und jetzt wollen wir...« »Ich bin ein Sklave, der seinen Herrn liebt.« Verblüffte Stille. »Entschuldige«, sagte ich dann, »das war ein bisschen sehr hauchig. Ich habe dich nicht richtig verstanden. Ich dachte allen Ernstes, du hättest gesagt...« »Ich liebe meinen Herrn.« Jetzt war ich dran mit der Schweigemasche. Ich ging unauffällig einen Schritt rückwärts, dann noch einen, und der Schatten neigte sich zu mir herunter. »Reden wir vom selben Herrn?«, ergriff ich schließlich wieder das Wort. »Von Kaba? Glatzköpfig? Ägypter? Hässlich? Augen wie nasse Flecken auf einem schmutzigen Lumpen? Bestimmt nicht. Hoppla, anscheinend doch.« Ein schlanker, schwarzer, schleierartiger Arm streckte sich aus, lange, spitze Finger packten mich an der Gurgel und hoben mich hoch. Der Mariet drückte mir die Luft ab, bis mein Hals dünn wie ein Lotusstängel war und dem hübschen Jungen die Augen aus den Höhlen traten. Mein Kopf schwoll an und meine Füße wurden doppelt so dick. Der Arm hob mich noch höher, bis ich auf Augenhöhe des Schattens baumelte. Kabas Abbild war wirklich sehr gelungen. Umriss, Haltung, einfach alles. »Kleiner Djinn«, raunte der Schatten. »Ich will dir etwas über mich verraten.« »Au ja«, krächzte ich, »sei so gut.« »Du musst wissen, dass ich dem lieben Kaber schon diente, als er noch ein blasser, schmächtiger Junge war und in den Gerüften unter den Tempeln von Karnak Dienst tat. Ich war die erste große Wesenheit, die er beschworen hat, und zwar heimlich und entgegen den heiligen Vorschriften der Priesterschaft. Ich war an seiner Seite, als er seine Fähigkeiten ausbaute und an Macht gewann. Ich stand neben ihm, als er den Hohepriester Wenig vor dem Altar entrosselte und den Zauberstein an sich nahm, den er heute noch besitzt. Schon als junger Mann war mein Herr in Ägypten eine einflussreiche Persönlichkeit, und er hätte so einflussreich werden können, dass sich irgendwann sogar die Pharaonen seinem Willen gebeugt hätten. »Klingt echt spannend«, stammelte ich mit geschwollenen Lippen. »Leider verstehe ich dich kaum, weil mir die Hälfte meiner Substanz in den Kopf gestiegen ist. Kannst du deinen Griff nicht mal ganz kurz lockern und...« »Aber der Glanz Ägyptens ist erloschen«, fuhr der Schatten unbeirrt fort, und sein Klammergriff um meinen Hals wurde eher noch enger. »Nun ist Jerusalem die Stadt der Städte, denn hier sitzt Salomo mit seinem Ring. Darum ist mein Herr hierher gekommen, um dem König zu dienen, und eines nicht mehr allzu fernen Tages würde sich nicht länger aufs Dienen beschränken, sondern...« »In all den Jahren, die er nun schon stillhält und wartet, war ich bei ihm und habe ihn unterstützt.« Die Aura des Mariden hämmerte auf meine Substanz ein. Vor meinen Augen zuckten Blitze. Mal hörte ich ihn laut, dann nur ganz leise, dann wieder laut. Dann schnickte er mich lässig wieder in meinen Kreis. Ich landete mit dem Gesicht auf dem kalten Obsidian, schlitterte ein Stück und blieb liegen. »Kurz gesagt, du brauchst nicht darauf zu hoffen, dass mich deine albernen Ausführungen umstimmen. Kaba vertraut mir, und ich vertraue ihm. Vielleicht interessiert es dich, dass er mich schon lange nicht mehr mit grausamen Formeln bindet, wenn er mich ruft, sondern mich einfach aufhebt und wie einen Freund und Ratgeber hinter sich hergehen lässt. Denn unter allen Lebewesen auf Erden bin ich sein einziger Freund.« »Es klang stolz und ungeheuer zufrieden.« Ich stand schwerfällig auf, weil ich so zitterte, und musste nach vorn übergebeugt stehen bleiben, bis ich meine Substanz einigermaßen erholt hatte. Dann richtete ich mich auf, hob den Kopf. Die Haare hingen mir wirr ins Gesicht, hinter den verklebten Fransen glommen meine Augen gelb im Zwielicht. »Weißt du was?« »Sagte ich heiser.« »Ich habe auch keine besonders hohen Ansprüche an mich, und manchmal muss ich mich richtig anstrengen, sogar denen zu genügen. Aber andere Geister mit Freuden quälen und einsperren? So was ist mir noch nicht untergekommen. Von so was habe ich noch nicht mal gehört.« »Unverschämter Djinn, gleich wirst du dich in Qualen winden!« »Einer aus jeder Dynastie Kaba wird sich freuen!« »Ich suchend hin und her.« »Ich suche mich, der sich dicht an der Wand hielt.« »Ihrte ich zwei Schüttelkrämpfe ab. Die hellgelben Feuerstreifen schwollen zu strudelnden Kraftkegeln an, schoben die Käfige zusammen, wirbelten sie in die Luft, zerfetzten die Kraftnetze und durchtrennten den Eisendraht.« Ich nahm die Magie zurück. Die Käfige fielen zu Boden, manche zerbarsten in tausend Stücke, andere brachen auf wie Eierschalen. Doch in dem schwelenden Berg rührte sich nicht. Jemand baute sich hinter mir auf, lange Finger legten sich um meinen Hals. »Was hast du getan, Bartimaeus?« raunte der Schatten. »Was hast du getan?« »Zu spät!«, japste ich. So war es. Und endlich regte es sich und leuchtete überall zwischen den Trümmern. Das weißliche Licht war schwächer als die Kraftlinien, aber dafür lieblich und unschuldig, und jedes Licht umfloß einen Gefangenen, der seine geschundene Gestalt und seine irdischen Fesseln abstreifte. Sie krochen aus jedem Käfig. Kleine Kringel und Fäden leuchtender Substanz, die sich aufwärts wanden, noch einmal aufleuchteten und sich dann verflüchtigten. Der letzte Gefangene entfloh, sein hoffnungsfroher Schein erlosch. Dunkelheit senkte sich über die zerbrochenen Käfige, über den Schatten und über mich. Ich stand im Dunkeln und lächelte. Meine Freude wehrte nicht lange. Der Schatten packte mich vor Zorn, laut brüllend, und schon hagelte es Schläge und Kniffe auf mich nieder, daß mir vor Schmerz die Sinne schwanden. Darum bekam ich auch die nun rezitierte Beschwörung kaum mit, spürte kaum, wie die kläglichen Überreste meiner Substanz komprimiert und durch den Flaschenhals in den kristallenen Kerker gedrückt wurden, fühlte nicht mehr, wie sich mein Gefängnis enger und enger um mich schloss und ein Bleibfropfen die Öffnung versiegelte und grausame Formeln die Flasche rings umbanden, daß sich Kabas grausamer Befehl erfüllt hatte und ich lebendig begraben war. Es klopfte an die Tür des Gästezimmers. Asmira war sofort hellwach. Sie tastete noch einmal nach den Dolchen unter ihrem Gewand, dann öffnete sie. Im Flur stand ein Mann in einem sternförmigen Lichtfleck. Die eigentliche Lichtquelle konnte Asmira nicht ausmachen. Der Mann trug das bodenlange weiße Gewand eines hohen Würdenträgers. Er war klein und schmächtig und von sehr dunkler Hautfarbe. Er mochte aus Kusch stammen oder vom oberen Nil. Auf seiner Schulter hockte eine weiße Maus mit smaragdgrün funkelnden Augen. Die Maus legte das Köpfchen schief und schaute Asmira an. »Priesterin Zygrin«, sagte der Mann, »ich bin Hiram, Salomus Vesir. Ich heiße euch im Palast meines Herrn willkommen. Wenn ihr mir bitte folgen wollt, ich möchte euch eine Erfrischung anbieten.« »Das ist sehr zuvorkommend von euch. Vielen Dank. Ich warte allerdings auf eine Audienz beim König. Könnt ihr mir vielleicht...« Der kleine Vesir unterbrach sie mit erhobener Hand und lächelte verkniffen. »Kommt Zeit, kommt Rat. Geduldet euch noch ein wenig. Zunächst darf ich euch zu einem Bankett im Magiersaal einladen, das gleich eröffnet wird. Bitte sehr.« Von seinem Lichtstern begleitet ging der Zauberer den schummrigen Flur entlang. Asmira folgte ihm. Vom Flur ging eine Art Erker ab, in deren Wand sich eine große Öffnung befand. Durch die Öffnung drangen helles Licht und Stimmengewirr. Asmira legte die Hände auf den kalten Marmor und beugte sich vor. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sie schaute auf einen riesengroßen, von schwebenden Koboldkugeln hell erleuchteten Saal hinunter. Die wuchtigen, dunklen Deckenbalken waren so lang wie ganze Bäume. Die halbrunden Wandpfeiler waren mit magischen Runen verziert. Auf den Wänden sah man Fresken mit tanzenden Tieren und Geistern. An den langen Tischreihen saß eine vielköpfige Gesellschaft aus Männern und Frauen, aß von goldenen Tellern und trank aus goldenen Bechern. Auf Servierplatten türmten sie Speisen aller Art. Weißgeflügelte Djinn in Gestalt goldgelockter Knaben flogen mit Krügen über den Tischen hin und her. Sobald irgendwer die Hand hob oder einen Befehl rief, kamen sie herbei und schenkten großzügig rot funkelnden Wein nach. Leichenfinger fassten sie am Ärmel. Weinatem streifte ihren Nacken. »Ich warte schon seit einer halben Stunde am Ehrentisch auf euch. Komm, Zirin, ihr sollt mit den Zauberern speisen.« Asmira folgte Kaba zwischen den Tischreihen hindurch auf ein Podest. Dort, an einem Marmortisch, auf dem sich die Leckereien nur so türmten und diskret bedient von im Hintergrund wartenden Djinn, saß eine Anzahl kostbar gekleideter Männer und Frauen, die Asmira ausdruckslos entgegenschauten. Sie strahlten die gelassene Selbstsicherheit aus, die Hand in Hand mit der Macht geht. Der eine oder andere hatte ein kleines Tier auf der Schulter sitzen. »Das sind die siebzehn,« verkündete Kaba, »beziehungsweise das, was nach Ezekiels Tod davon übrig ist. Setzt euch zu mir, dann können wir ein wenig plaudern und uns noch besser kennenlernen.« Er stellte eine bauchige, mit kleinen Blumen verzierte Flasche aus Bergkristall auf den Tisch. Der Flaschenhals war mit einem Bleiklumpen versiegelt. Hinter den geschliffenen Facetten tanzten bunte Lichter und Schlieren. Einer der Zauberer nahm die Flasche in die Hand und betrachtete sie interessiert, ehe er sie weiterreichte. »Der hat ja völlig die Gestalt verloren. Ist das normal?« »Vielleicht ist er noch bewusstlos. Er hat sich der Einkerkerung widersetzt.« Die Bezopfte drehte die Flasche hin und her. »Ist er flüssig oder dampfförmig? Es ist doch immer wieder erstaunlich, dass man solche boshaften, widernatürlichen Geschöpfe auf diese Weise kleinkriegen kann.« Die Flasche machte die Runde und landete wieder bei Kaba, der sie vor sich hinstellte. Asmira streckte die Hand danach aus. Die kalte Kristalloberfläche bebte unter ihrer Berührung. Verwundert fragte sie, »Was ist denn da drin?« »Das, meine Liebe«, erwiderte Kaba belustigt, »ist ein Flaschen-Djinn der vierten Kategorie. Er bleibt so lange eingesperrt, wie es Salomo beliebt.« »Etwas genauer, bitte«, sagte die Bezopfte. »Welcher Djinn ist es?« »Bartimeus von Uruk.« Asmira fuhr zusammen und wollte etwas einwenden, doch ihr fiel ein, dass Kaba nicht wusste, dass sie den Namen des Djinn kannte. Hoffentlich war der Zauberer so betrunken, dass er nichts gemerkt hatte. Anscheinend kannten die anderen den Namen ebenfalls. Allgemeine Zustimmung wurde laut. »Großartig! Das würde Isechiel bestimmt freuen, wo immer er jetzt auch sein mag.« »Das nie fährt! Bravo, Kaba! Über dieses Geschenk freut sich Salomo garantiert!« Asmira fragte unschuldig, »Ihr habt einen Geist in die Flasche gebannt, ist das nicht grausam?« Daraufhin brachen sämtliche Zauberer, ob alt oder jung Mann oder Frau, in schallendes Gelächter aus. Kaba lachte am lautesten. Dann blickte er Asmira mit Blut unterlaufenen, vom Trinken getrübten Augen an und sagte verächtlich, »Krausam! Das ist ein Widerspruch in sich. Es geht hier schließlich um einen Dämon. Zerbrecht euch nicht das hübsche Köpfchen darüber. Er war eine Nervensäge, niemand wird ihn vermissen. Außerdem kommt er ja irgendwann wieder frei, so in hundert oder zweihundert Jahren!« Asmira drehte die Flasche versonnen hin und her. Wie leicht sie war! Wie seltsam ihr Inhalt! Hinter der geschliffenen Wand schwebten leuchtende Farbtupfer wie Blütenblätter, die vom Wind über einen See geweht wurden. Asmira dachte an den Djinn mit den melancholischen Augen, der schweigend neben ihr in der verwüsteten Schlucht gestanden hatte. Ich gab mich erhabenen und manchmal auch trüben Gedanken hin und schmierte nur hin und wieder unanständige Graffiti an die Innenwand der Flasche. Ich beschäftigte mich auch mit meiner Vergangenheit. Ich dachte an Fakarl und seine abfälligen Bemerkungen. Ich dachte an das Mädchen Syrin, das beinahe meine Entlassung bewirkt hätte, an den fiesen Kaba, der inzwischen womöglich nur noch ein Häufchen morscher Knochen war, und seinen widerwärtigen Gehilfen Ahmed, der durchaus noch irgendwo auf dieser unseligen Welt sein Unwesen treiben konnte. Vor allem dachte ich natürlich an den Frieden und die Schönheit meiner fernen Heimat und daran, ob ich sie je wiedersehen würde. Und dann, nach ungezählten Ewigkeiten, als ich die Hoffnung längst aufgegeben hatte, ging die Flasche kaputt. Ahmeds Bann überstand das Zerbrechen der Flasche nicht. Er dehnte sich und riß. Ich war frei. Meine Substanz erschauerte vor unbändiger Freude. Ich vergaß alle Schmerzen und alles Leid und zögerte nicht. Wie eine sich gen Himmel schwingende Lerche verließ ich die verhasste Erde, überwand die Elementenmauern, die sich mir bereitwillig auftaten, und tauchte in die herrliche Unendlichkeit ein. Der andere Ort hieß mich willkommen. Ich wurde viele, wo ich vorher nur einer gewesen war. Meine Substanz verströmte sich freudig. Ich vereinte mich mit dem unaufhörlichen, wirbelnden Tanz und hielt inne. Ganz kurz hielten sich mein ungeduldiges Vorwärtsstreben und der jähe Sog die Waage. Ich schwebte auf der Stelle und hatte gerade noch Gelegenheit, einen Schreck zu bekommen. Dann wurde ich der Unendlichkeit unsanft entrissen und trat wieder in die Beschränkungen der Zeit ein, die ich doch eben erst verlassen hatte. Es ging alles so schnell, dass ich auf dem Rückweg beinahe mit mir selber zusammengestoßen wäre. Wie goldener Regen rieselte ich in einen endlosen Schacht. Der Schacht verengte sich und ich landete. Ich schaute mich um. Ich war in einem auf dunkelroten Stoff gemalten Pentagramm gelandet. Dahinter verhüllten seidene Vorhänge die Zimmerecken wie Spinnweben. Die Luft war schwül und mit Weihrauchduft geschwängert. Rötliches Kerzenlicht spiegelte sich auf dem Marmorfußboden wie der Widerschein einer Blutlache. Ich war wieder auf der Erde. Mit einem Wutschrei erhob ich mich in Gestalt eines rothäutigen Dämon aus dem Bannkreis, schlank, geschmeidig und rachsüchtig. Meine Augen waren gleißende Goldkugeln, die dornenschmalen Pupillen huschten hin und her. Unter dem vorspringenden Knorpelgebilde, das mir als Nase diente, klaffte ein knurrendes, mit spitzen Hauern bewährtes Maul. Der Dämon duckte sich tief und beäugte seine Umgebung. Er musterte das Tuch, auf dem er stand, und die Jadegewichte, mit denen die Ecken beschwert waren, er betrachtete die flackernde Öllampe auf dem Fliesenboden, die Wachskerzen und die Schalen mit brennendem Weihrauch. Er entdeckte einen gewissen rotbraunen Lederbeutel, der halboffen auf einem Seidendivan stand. Sein Blick fiel auf einen umgestürzten Sockel und eine in tausend Scherben zersprungene Flasche. Dann erblickte er ein anderes Pentagramm auf einem anderen Stück Stoff. Und in diesem Pentagramm stand »Bartimeus von Uruk«, rezitierte die kleine Araberin, »ich binde dich mit den Kräften von Nakra und den Fesseln von Marib, welche beide höchst schmerzhaft und grausam sind, auf das du fortan meine Befehle befolgst oder aber im Feuer verbrennst. Harre in deinem Bannkreis aus, bis ich dir eine Aufgabe zuweise, die du unverzüglich und mit vollem Einsatz, ohne Umwege und Verzögerungen erledigst und anschließend zur angegebenen Zeit an den angegebenen Ort zurückkehrst, so ich dir beides nennen werde.« So ging das endlos weiter. Die Formel klang ziemlich altmodisch, um nicht zu sagen umständlich, und wurde in einem verzwickten südarabischen Dialekt vorgetragen, dem ich nur mit Schwierigkeiten folgen konnte. Andererseits war ich ja nicht von vorgestern, der Fall war klar. Das Mädchen sprach die letzten Worte und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht. Sie blickte mich an. Im Zimmer war es still. »Was, bitte schön?« fragte ich. »Hast du dir dabei gedacht, hä?« »Ich habe dich soeben erlöst.« Sie war noch ganz außer Atem, ihre Stimme klang matt. Sie deutete mit dem Kinn auf die Kristallscherben. »Ich habe dich da rausgeholt.« Der rothäutige Dämon nickte bedächtig. »Das stimmt aber nur, damit du mich gleich wieder versklaven kannst.« Fahle Flammen züngelten aus dem Stoffstück, loderten hoch empor und verhüllten meine zornige Gestalt. »Überleg's dir gut«, fauchte ich. »Du kannst mich sowieso nicht lange halten. Man merkt sofort, dass du noch neu in dem Geschäft bist.« Die Augen der Kleinen blitzten. Zwar sprühten sie keine Flammen, aber doch beinahe. »Wisse, Bartimeus von Uruk«, rief sie schrill, »dass ich in meinem Land im Tempel von Mari bei einer Eingeweihte der achtzenten Stufe bin. Wisse zweitens, dass ich seinerzeit die Dämonin Sufra beschworen und mittels magischer Peitschenhiebe gezwungen habe, in einer einzigen Nacht das Staubecken in Damar auszuheben. »Wisse drittens, dass ich schon zwölf Dutzend Dämonen gleichzeitig befehligt und neun davon in die innerste Grube geworfen habe«, sie strich sich eine Strähne aus der Stirn und lächelte grimmig, »und mach dir viertens und zu guter Letzt klar, dass ich nun deine Herrin bin.« Der Rothäutige Dämon lachte gackernd. »Netter Versuch«, sagte ich, »du hast ja kaum die Auftaktformel ohne Stottern über die Lippen gebracht. Die Beschwörung hat derart lange gedauert, dass ich schon dachte, du wolltest dich selber versklaven. Jetzt mal ehrlich, das ist doch alles ein riesengroßer Bluff.« Die Kleine war ganz blass um die Nase. »Gar nicht.« »Doch.« »Nein!« Das Mädchen war aschfahl im Gesicht, sie brachte kein Wort mehr heraus. Sie umfasste die silberne Sonnenscheibe, die sie um den Hals trug, und brabbelte eine Formel. Es war einer von den harmlosen Umkehrzaubern, wie sie jede Feld-, Wald- und Wiesenhexe benutzt, um einen widerspenstigen Kobold zu verwarnen. Trotzdem wallte eine schwarze Schliere durch die Luft, schwang nach hinten und schnellte dann auf meinen Kreis zu. Ich hob abwehrend die Hand und rief schallend ihren Namen. »Sirin!« »Sirin!« »Trotz dem«, sagte ich, »als Bestrafung war das erbärmlich, und auch diesmal hast du die Formel nur mit Mühe und Not korrekt gesprochen. Los, versuch's noch mal, trau dich!« »Nicht nötig!« Die Kleine lüftete ihr Gewand, sie trug drei Silberdolche im Gürtel. »Wenn du mich weiter ärgerst, durchbuche ich dich.« Das wäre ihr sicher gelungen, denn in einem Bandkreis kann man nicht gut ausweichen. Trotzdem zuckte ich lässig die Achseln. »Na bitte, das ist der letzte Beweis, der mir noch gefehlt hat. Du bist gar keine Zauberin, du bist eine Attentäterin. Wenn du dich mit mir anlegen willst, musst du aber eine Zauberin sein.« Meine Zähne blitzten im Zwielicht. »Meinen vorigen Herrn habe ich übrigens umgebracht.« Ich sah die Kleine durchdringend an. Sie erwiderte den Blick. »Ich sag's nur einmal und in aller Höflichkeit. Vielen Dank, dass du mich aus meinem Gefängnis befreit hast. Damit sind wir beide quitt. Und jetzt sprich die Entlassungsformel und lass mich gehen. »Ich habe dich an mich gebunden und du musst mir gehorchen, oder etwa nicht, Bartimaeus?« »Fürs Erste schon.« »Ich bohrte die Zehenkralle in das Tuch. Aber ich finde einen Ausweg, wirst schon sehen, das geht ganz schnell.« Ich wechselte das Thema. »Warum hat dir Kaber die Flasche geschenkt?« »Er hat sie mir nicht geschenkt. Ich habe sie ihm geklaut.« Ich hatte es ja geahnt. Schon hatte sich die Lage zum Schlimmeren gewendet. Und zwar vor allem, wenn ich an die Gräuel im Kellergewölbe des Zauberers dachte, für die Kleine. »Du spinnst doch!« sagte ich. »Wie bist du bloß auf die Idee gekommen, ausgerechnet Kaber zu beklauen?« »Kaber ist völlig unwichtig.« Sie war immer noch blass, aber sie hatte sich wieder gefasst, und der lebhafte Glanz in ihren Augen gefiel mir gar nicht. Diese leuchteten wie die eines eifernden Zeloten. »Vergiss, Kaber,« fuhr sie fort, »wir beide haben Wichtigeres vor. Heute Abend wirst du mir helfen, meinen Auftrag zu erfüllen, der mich über tausend Meilen aus den Gärten des herrlichen Saba bis hierher geführt hat.« »Saba? Moment mal. Soll das heißen, dass du aus Himja kommst, war auch erfunden? Du bist mir ja eine Schwindlerin.« »Heute Abend wirst du mir helfen, mein Heimatland zu retten. Wenn das misslingt, sterben wir beide.« Damit war die letzte schwache Hoffnung zunichte, dass ich ihr nur helfen sollte, die Farbgebung ihres Schlafgemachs zu ändern. Schade, ich hätte gern in Bahnen von Seidenstoff geschwelgt. »Heute Abend wirst du mir bei zwei Vorhaben helfen.« »Gleich zwei? Als da wären?« »Wie durchgeknallt war die Kleine eigentlich. Wo war sie auf der nach oben offenen Skala für Wahnvorstellungen einzuordnen?« »Erstens, wir bringen König Salomo um,« verkündete die Kleine munter. »Zweitens, wir nehmen ihm den Ring ab.« Sie strahlte mich an. »Ganz oben, das stand mal fest.« Asmira hatte damit gerechnet, daß sich der Djinn irgendwie zu ihrer Enthüllung äußern würde. Bis jetzt war er nicht eben maulfaul gewesen. Stattdessen wurde er noch stiller, und die kleinen Flammen, die ihn umzüngelt hatten, flackerten plötzlich und erloschen. Reglos wie ein Stein stand er vor ihr, und genauso stumm, und doch war sein Schweigen zutiefst bösartig. Es erfüllte das Zimmer wie eine giftige Wolke und lastete derart bedrückend auf Asmira, daß ihre Knie wankten. Sie trat unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie schloss die Augen und atmete tief durch. Ganz ruhig. Sie mußte Ruhe bewahren. Trotz aller Proteste und Drohungen mußte ihr Bartimaeus gehorchen. Sie räusperte sich und wandte sich ihm zu. Seine heutige Gestalt hatte nichts mehr mit seiner gefälligen Erscheinung vom Vortag gemein, aber das machte nichts, er war schließlich ein Mittel zum Zweck. »Bartimaeus«, verkündete sie heiser, »ich befehle dir, dieses Zimmer zusammen mit mir unverzüglich zu verlassen und mich ohne Umwege zu König sein.« »Talomo zu bringen, damit ich ihn ins Jenseits befördern und seinen Ring an mich nehmen kann. Damit wir uns nicht missverstehen, meine Worte beziehen sich auf den unvergleichlich mächtigen Talisman und nicht auf einen seiner unbedeutenderen Ringe. »Wonach du mir bei der Flucht behilflich bist, hast du das verstanden?« Der Dämon schwieg. Seine reglose Silhouette war in Rauch gehüllt. »Hast du das verstanden, Bartimaeus?« Endlich zeigte er eine Regung. »Abgelehnt! Das wäre glatter Selbstmord.« »Du bist ein uralter, bedeutender Djinn, das hast du mir selbst erzählt.« »Den Ring stehlen?« Er sprach ganz leise. »Salomo umbringen? Nein, ich bin nicht lebensmüde. Genauso gut könnte ich mich in Kabas Arme werfen oder ein Vollbad in flüssigem Silber nehmen. Ich könnte mich genauso gut selber auffressen, mit den Füßen voran oder den Kopf unter den Hintern eines Elefanten legen, der sich gerade hinsetzen will. Wobei diese Alternativen immerhin noch einen gewissen Unterhaltungswert hätten. Eine solche Unternehmung wäre mein Tod.« »Das ist alles nebensächlich, Bartimaeus. Es steht Wichtigeres auf dem Spiel als dein oder mein Leben. Du hast keine Ahnung, warum ich das alles überhaupt mache.« »Meinst du?« Der Dämon hielt drei knubblige, klauenbewährte Finger hoch und zählte ab. »Lass mich raten. Dein König, dein Land, deine Religion. Mindestens zwei dieser Beweggründe, wahrscheinlich alle drei. Und? Habe ich recht?« Asmira war klar, dass der Dschin sie nur provozieren wollte, und ihr war auch klar, dass man am besten nicht darauf einging. Aber Wut und Erschöpfung machten sie mürbe. »Ich bin aus Liebe zu meiner Königin hier«, erwiderte sie, »und aus Liebe zu Saba, dem schönsten Land unter der Sonne. Dafür zu sterben ist die allergrößte Ehre, aber das begreift eine seelenlose Kreatur wie du natürlich nicht.« Der Dämon bleckte grinsend die krummen, weißen, passgenau ineinandergreifenden Reißzähne. »Tja«, sagte er, »ich muss ja wohl seelenlos sein, weil mich dieser ganze Quatsch völlig kalt lässt.« Seine Gestalt verschwamm auf einmal, verwandelte sich in einer Abfolge lockenköpfiger, großäugiger Knaben, mal hochgewachsen, mal klein, mal hübsch, mal gewöhnlich und mit allen möglichen Hautfarben. Der letzte war der gut aussehende, dunkelhaarige junge Mann, den Asmira schon kannte, nur diesmal ohne Flügel und mit grimmiger Miene. »Für diese Aufgabe brauchst du keinen Djinn«, sagte der junge Mann, »wenn es darum geht, für wohlklingende Phrasen zu sterben, eignen sich junge Männer am besten. Kehr nach Saba zurück und such dir unter deinen Landsleuten einen aus.« »Hier geht es nicht um wohlklingende Phrasendämon«, schrie Asmira, »König Salomo ist mein Todfeind, was verstehst du schon davon? Du bist doch noch nie in Saba's Gärten, gewandelt, umwogt von Zimt und Jasmin-Duft. Du kennst die sich im Wind wiegenden blauen Gewürzwälder von Schabwa nicht und auch nicht die Alabastermauern von Marib, wo das große Staubecken inmitten üppig grüner Felder funkelt. Das alles ist im Untergang geweiht, wenn ich es nicht verhindere.« Der Junge zuckte die Achseln. »Ich verstehe ja, dass dir das Kummer bereitet«, sagte er, »aber so geht es nun mal zu in eurer Welt. In Saba gibt es also ein paar hübsche Pflanzen und Gebäude, tja, die gab's in Uruk auch, und Uruk wurde trotzdem von den Babyloniern bedenkenlos in Schutt und Asche gelegt. »Am besten machst du es wie ich und betrachtest das Ganze mit Abstand. Wenn dir das nicht gelingt, dann zieh meinetwegen los und lass dich umbringen, aber mich, halte gefälligst daraus, dieser Zwist hat nichts mit mir zu tun.« »Oh doch«, sagte Asmira böse, »jetzt, da ich dich beschworen habe, schon.« »Dann beschwöre jemand anderen.« »Ich hatte mir vorgenommen, den Auftrag allein zu erledigen«, rief Asmira, »aber mir läuft die Zeit davon. Ich bekomme keinen Zutritt zu Salomo, nur bei seinen Audienzen bekommt man ihn zu Gesicht. Übermorgen wird Saba dem Erdboden gleichgemacht. Ich brauche Hilfe, Bartimaeus, und zwar sofort. Als mir der grässliche Kaba gezeigt hat, was er dir angetan hat, habe ich die Gelegenheit ergriffen. Ich habe dich befreit, ich habe dir einen Gefallen erwiesen. Diene mir nur dieses eine Mal, dann lass ich dich gehen. Los jetzt, beweg dich, bring mich zu Salomo.« Die Sache war die, so verrückt die Kleine auch war, so recht hatte sie in einem Punkt. Ich kannte mich im Palast tatsächlich gut aus. Aber Salomo umbringen und ihm den Ring vom Finger streifen? Nein, ich hatte keinen blassen Schimmer, wie ich das anstellen sollte. Um diese nächtliche Stunde war in den Fluren des Gästetrakts nicht mehr viel los, abgesehen von dem ein oder anderen Wachkobold, der routinemäßig den einen oder anderen Rundgang machte. Ich hätte die Kobolde einfach fressen können, wollte mich aber erst einmal bedeckt halten. Wenn ich ihre ledrigen Flügel schlagen hörte, wob ich rasch einen Tarnzauber um mich und die Kleine. Dann standen wir reglos hinter unserem Netz, während die Kobolde vorbei segelten, ihre Signaltuten in der Hand baumeln ließen und sich wegen irgendwelcher Zauberer zankten. Wenn wieder alles ruhig war, nahm ich die Tarnung zurück und wir schlichen auf Zehenspitzen weiter. Durch gewundene Gänge vorbei an zahllosen Türen. Das Beste an diesem Anfangsstadium unserer Unternehmung war, dass die Kleine still war, und damit meine ich, dass sie den Mund hielt. Wie die meisten ausgebildeten Attentäter ging sie natürlich auf leisen Sohlen und vermied jede überflüssige Bewegung, obwohl sie doch vorher ungefähr so diskret wie ein Brüllaffe gewesen war. Offenbar machte Denken sie lebhaft und redselig. Jetzt, da wir zur Tat schritten, war sie viel ausgeglichener und folgte mir in geradezu dankbarem Schweigen. Auch ich war dankbar, dass ich mir in Ruhe überlegen konnte, was ich tun sollte. Als erstes musste ich dafür sorgen, dass wir unbemerkt an allen Fallen und Wächtern vorbei in Salomos Gemächer gelangten, in eine nahezu unlösbare Aufgabe, wie so mancher Außenstehende geurteilt hätte. Ich gebe zu, dass auch ich dieses Vorhaben für durchaus anspruchsvoll hielt. Ich brauchte drei Stockwerke, zwei Treppenfluchten und einen ganzen Wandelgang, bis ich einen Plan ausgetüftelt hatte. Leicht wie ein Gasehauch huschte ich die Treppe hinunter und blieb vor dem Eingang zu einem großen, langgestreckten Saal stehen. Er stammte aus Salomos babylonischer Periode. Die Wände waren mit blau glasierten Relieps von Löwen und Drachen verziert. Auf hohen Sockeln prangten erbeutete Standbilder versunkene Kulturen. Der Raum wurde von riesigen Kohlebecken hoch über unseren Köpfen erhellt. Ich überprüfte alle Ebenen, sie waren unbedenklich. Leichtfüßig wie Gazellen tippelten wir durch den Saal, immer an der Wand entlang. Von der Kleinen waren nur die Atemzüge zu hören. Als ich unvermittelt stehen blieb, prallte sie gegen mich. Aua, pass doch auf! Du hast doch gesagt, ich soll dicht hinter dir bleiben. Bist du ein Bauer, ein Trampel oder eine ausgebildete Attentäterin? Ich bin keine Attentäterin, ich bin erste Wächterin in Erbfolge. Erste Idiotin bestenfalls. Schnell, versteck dich, ich glaube, da kommt jemand. Wir duckten uns hinter den nächstbesten Sockel. Aus einem Seiteneingang in der Mitte des Saales kam ein Lichtschein geschwebt. Die schmächtige, weißgewanderte Gestalt darunter humpelte ein wenig. Auf der Schulter hatte sie ein waberndes Wölkchen. Zurück! Ich drängte die Kleine erneut hinter den Sockel. Was ist denn jetzt schon wieder? zischelte die Kleine. Hast du nicht gesagt, dass diese Abkürzung ungefährlich ist? Ist sie sonst auch, aber heute Nacht geht's hier zu wie auf dem Marktplatz von Theben. Das dort ist Salomos Visier. Hiram? Der mit der Maus? Auf den höheren Ebenen ist es keine Maus mehr. Kein Wunder, dass der Bursche humpelt, wenn er so was auf der Schulter trägt. Und jetzt sei still! Da hörte ich eine Maus warnend fiepen, und der Schritt von Hiram verharrte. Es machte Blopp und stank nach faulen Eiern. Das konnte nur der Folio Geseri sein. Ja, bitte? Hiram war gut zu verstehen. Er konnte nicht mehr als zwanzig Schritte von uns entfernt sein. Was willst du denn jetzt schon wieder? Nur eine kleine Frage, o großer Hiram, antwortete Geseri. Sein Tonfall stand in krassem Gegensatz zu der respektvollen Wortwahl. Mein Herr, der glorreiche Kaba, ist leider ein wenig unpässlich. Ich habe ihn doch noch beim Abendessen gesehen. Hirams Abscheu war nicht zu überhören. Er war betrunken. Inzwischen ist er wieder nüchtern, aber er hat etwas verloren. Eine kleine Flasche hat sie wohl verlegt, jedenfalls kann er sie nicht mehr finden. Vielleicht ist sie vom Tisch gerollt, vielleicht wurde sie mit dem übrigen Geschirr abgeräumt. Wir haben alles abgesucht, ohne Erfolg, rätselhaft. »Etwa sein Geschenk für Salomo?« fragte Hiram. »Was geht mich das an? Ich hätte angenommen, dass du ein Auge darauf hast. Schließlich bist du, Kabas Sklave. Und wenn nicht du, dann sein abscheulicher Schatten.« »Nein, wir beide haben in Kabas Turm die Verwüstung beseitigt, die...« »Ach, nicht so wichtig. Hört zu!« Geseri sprach im Plauderton, und ich sah vor mir, wie er auf seiner Wolke saß und lässig seinen Schwanz zwirbelte. »Ihr habt nicht zufällig die kleine Araberin gesehen?« »Die Priesterin Zyrin, die ist in ihrem Zimmer, nehme ich doch an.« »Welches Zimmer hat sie denn, wenn ich fragen darf? Kaba vermutet nämlich, dass...« »Nein, das darfst du nicht fragen.« Ich hörte, wie Hiram weiterging und unwirsch sagte, »Kaba kann sich morgen früh um seinen Kram kümmern. Unsere Gäste haben das Recht auf eine ungestörte Nachtruhe.« »Es ist nur so, dass wir annehmen...« Man hörte eine leise Zauberformel, das angriffslustige Quieken einer Maus und einen schrillen Aufschrei. »Aua!« kam es von Geseri. »Ruf deinen Sklaven zurück, ich bin ja schon weg!« Ich vernahm das unverwechselbare Puff einer implodierenden lila Wolke. Der Zauberer durchquerte humpelnd den Saal, seine Schritte verklangen. Ich sah die kleine Finster an. »Das ging ja schnell, Kaba ist schon hinter dir her. Am besten lassen wir uns rasch von jemand anderem umbringen.« Wir hatten Glück. Keine weiteren dämonischen Streuner verirrten sich in den babylonischen Saal. Im Anschluss mussten wir noch die hittitischen Kammern durchqueren durch den sumerischen Anbau huschen, links am keltischen Kabinett vorbeitrippen und uns kurz vor den weitläufigen und gut bewachten ägyptischen Sälen in den südlichen Gartenwandelgang verdrücken. »Uch!« keuchte ich. »Lass uns kurz verschnaufen und das Terrain sondieren.« Die Nacht hinter den Säulen war tinten, schwarz und totenstill. Die Gärten waren von Norden nach Süden angelegt. Alles war stockfinster. Nur aus den Palastfenstern fielen verzerrte Lichtvierecke auf Sträucher und Standbilder. Im Norden ragte der Königsturm auf, praktischerweise gleich neben dem Harem, aber vom Hauptgebäude des Palastes getrennt. Im Süden lagen viele der öffentlichen Gebäude, darunter auch der Audienzsaal, die Unterkünfte von Salomos menschlichen Dienern und ein wenig abseits seine randvoll mit Gold gefüllte Schatzkammer. Hier wimmelt es nur so von Wechtern. Siehst du das Standbild neben dem Rhododendron-Gebüsch? Das ist ein Afrit. Wenn du, wie ich, die höheren Ebenen erkennen könntest, na ja, ist vielleicht besser, wenn du nicht siehst, was er gerade macht. Er ist der Hauptmann und befehligt die Nachtschicht. Alle Wächter auf diesem Teil des Palastgeländes erstatten ihm regelmäßig Meldungen. Sie überwachen sich sogar gegenseitig, damit sich keiner daneben benimmt. Ich sehe fünf, nein, sechs Gin, die entweder im Gebüsch kauern oder zwischen den Bäumen schweben, und die komischen Glühwürmchen überall gefallen mir auch nicht. Auf dem Hauptweg befindet sich eine Stolperfalle, die irgendetwas Fürchterliches auslöst, und über den ganzen Garten spannt sich auf der fünften Ebene eine mordsgroße Schutzkuppel. Jeder Geist, der dort durchfliegt, löst einen mehrfachen Alarm aus. Alles in allem ist dieser Teil des Geländes ziemlich gut gesichert. »Ich muss dir ja wohl glauben«, sagte die Kleine, »und wie kommen wir da unbemerkt durch?« »Gar nicht«, antwortete ich, »noch nicht. Wir müssen die Posten ablenken. Du rührst dich erst mal nicht von der Stelle und sprich nicht mit fremden Kobolden, solange ich weg bin. Nein, keine Widerworte.« Sie hatte schon zu einer Tirade aus Fragen und Forderungen angesetzt. Je länger wir hier rumtrödeln, desto eher schnappt uns Kaber. Sein Marit Amet nimmt bestimmt schon die Spur unserer Auren auf. Darum müssen wir als erstes ein gutes Versteck für dich finden. Da drüben. Da drüben hieß, dass ich am Rand der Rasenfläche einen dichten Rosenbusch entdeckt hatte. Der Busch war prächtig belaubt, er trug auch ein paar angewelkte rosafarbene Blüten und jede Menge Nadelspitzer Dornen, war also für unsere Zwecke bestens geeignet. Ich hob die Kleine hoch und ließ sie mitten in die Dornen plumpsen. Ich lauschte hoffnungsvoll. Sie quietschte nicht mal. Sie hatte wirklich eine gute Ausbildung genossen. Als meine Begleiterin dergestalt untergebracht war, verwandelte ich mich in eine kleine, braune, harmlos aussehende Grille und hüpfte am Rand des Gartens entlang, und zwar immer ungefähr auf Höhe der Blumen. Die harmlose Grille schwirrte südwärts, in Gegenrichtung zu den königlichen Gemächern. Unterwegs merkte ich mir die Posten aller Wächter, die ich erspähte, prägte mir ihren Rang, ihr Verhalten und die Schwingungen ihrer Auren ein. Die meisten waren Djinn der mittleren Kategorie, allerdings ziemlich viele, wenn auch weniger als im Nordteil des Gartens. Ich hatte den Eindruck, dass es durchaus Möglichkeiten gab, ihre Zahl noch weiter zu verringern. Vor allem interessierte mich der abgeschiedene Teil des Gartens, in dem Salomos Schatzkammer gelegen war. Über den Bäumen sah man die magischen Gitter vor den Fenstern leuchten. Bald hatte ich den dort postierten Djinn ausfindig gemacht. Er stand allein neben einem von Salomos Sammlerstück in einer großen, verwitterten Steinplatte, die senkrecht im Gras stag. Es war niemand anderes als Bosco. Da stand er, die schmächtigen Arme verschränkt, den Schwerbauch vorgestreckt, die Miene gelangweilt. Die Grille schwirrte schneller mit den Flügeln. Sie flog erst ein paar Schleifen und vergewisserte sich, dass sonst niemand in der Nähe war. Dann landete sie hinter Bosco auf der Steinplatte. Ich tippte ihm mit dem Vorderbein auf die Schulter. Bosco brummelte etwas und drehte sich verwundert um. Damit nahm das nächtliche Gemetzel seinen Lauf. Bosco fertig zu machen dauerte ungefähr 15 Sekunden, ein bisschen länger als gedacht. In den folgenden vier Minuten stattete ich mehreren anderen Wächtern in diesem Teil des Gartens Stippvisiten ab. Unsere Begegnungen verliefen ähnlich kurz und relativ schmerzlos, zumindest für mich. Als das erledigt war, verwandelte ich mich wieder in eine Grille und flog vorübergehend, etwas schwerfällig, weil vollgefressen, wieder zum Versteck der Kleinen hinüber. Aber ich wollte sie noch nicht abholen, mich interessierte der Hauptmann vor dem Rhododendron-Gebüsch. Ich flog näher heran, ließ mich auf dem Rumpf einer von Salomos ausgefallenen Skulpturen nieder und erwartete in ihrer Leistenbeuge die weitere Entwicklung. Ich musste nicht lange warten. Auf der ersten Ebene hatte sich der Afrid als Standbild getarnt, als sittsames Milchmädchen oder etwas ähnlich Albernes. Auf den anderen Ebenen war er ein grimmiger, grauer Ogor mit Knubbelknien, Bronzearmreifen und einem Ländenschutz aus Straußenfedern, mit anderen Worten, die Art von übernatürlichem Geschöpf, die ich hier im Garten gerade überhaupt nicht gebrauchen konnte. An seinem Gürtel hing ein gewaltiges Horn aus Elfenbein und Bronze. Dann kam Bewegung in die Sache. Aus dem Gebüsch sprang ein schlachsiger Affe mit quietschroser Schnauze und orangefarbenem Haarschopf. Er hockte sich vor dem Afriten auf die Hinterbacken und salutierte knapp. »Ich möchte etwas melden, Saziel.« »Was denn, Kibit?« »Ich habe eben eine Runde durch den Südgarten gemacht, und Bosko ist nicht auf seinem Posten.« Der Afrid verzog missmutig das Gesicht. »Bosko? Der Busch, der die Schatzkammer bewacht? Er ist doch für den Rosenhain und die Lauben im Ostteil zuständig. Dort wird er sein.« »Ich habe unter jedem Zweig und jedem Blatt nachgeschaut,« hielt der Affe dagegen. »Bosko ist spurlos verschwunden.« Der Ogor zeigte auf die funkelnde Kuppel über dem Garten. »Das Abwehrnetz ist unversehrt. Niemand ist hier eingedrungen. Bosko vertritt sich bestimmt irgendwo die Beine. Wenn er zurückkommt, verpasse ich ihm dafür den Stichel. Jetzt kümmere dich wieder um deine eigenen Angelegenheiten, Kibit, und erstatte mir bei Sonnenaufgang Bericht.« Der Affe trollte sich. Die Grille zirpte in ihrem Versteck zufrieden vor sich hin. Stundenlang auf einem Sockel zu stehen, stelle ich mir nicht besonders lustig vor, aber der Ogor schien mit seinem Los ganz zufrieden. Er schaukelte müßig auf den Fersen, beugte ein-, zweimal die Knie und erzeugte mit dem Mund stillvergnügte Schmatzlaute. So hätte er wohl noch die ganze Nacht lang weitergemacht. Doch das war ihm nicht vergönnt. Plötzlich kam der Affe abermals aus dem Gebüsch, diesmal begleitet von einem Regen aus Blättern und auf allen Vieren laufend. Er bläckte die Zähne, und die Augen quollen ihm fast aus dem Kopf. »Ich habe noch eine Meldung zu machen, Saziel.« »Geht's wieder um Bosko?« »Der ist immer noch nicht aufgetaucht, aber jetzt sind auch noch Susu und Trimbel verschwunden.« Der Ogor fragte erschrocken, »Wie bitte? Wo waren die beiden denn postiert?« »Auf der Mauer bei der Schatzkammer. Susus' Pike steckte in einem Blumenbeet am Fuß der Mauer. Dort waren auch ein paar von Trimbels Schuppen verstreut, aber von den beiden selbst ist auf keiner Ebene etwas zu entdecken.« »Und das äußere Abwehrnetz ist immer noch unversehrt?« »Jawohl.« Saziel hieb sich mit der Faust in die Handfläche. »Dann kann es kein Eindringling gewesen sein. Falls hier ein feindlicher Geist zugange ist, kann ihn nur jemand aus dem Palast beschworen haben. Wir brauchen Verstärkung.« Der Ogor wollte eben sein Horn an die Lippen setzen, als ein Blitz aufflammte und der nächste Geist sich materialisierte. Diesmal war es ein kleiner Knirps, der in einer fliegenden Austernschale saß. »Ich habe Neuigkeiten, Herr Hauptmann«, quäkte er. »Der Wächter Hickus wurde kopfüber in eine Regentonne gestopft. Er ist ziemlich zerquetscht und natürlich klatschnass, aber er lebt. Er behauptet, er sei überfallen worden.« Der Afrit stieß einen Fluch aus. »Von wem?« »Hickus konnte nur einen kurzen Blick auf seinen Gegner erhaschen. Es war Bosko. Er hat ihn an seinem Bauch und seiner Schnauze erkannt.« Der Ogor kippte fast vom Sockel. Als er sich wieder gefasst hatte und etwas sagen wollte, tauchte aus dem Rasen in einem regenfeuchter Erdklümpchen ein dritter kleiner Dämon auf, ausgestattet mit dem Kopf einer sanftäugigen Gazelle. »Herr Hauptmann, jemand hat Balaam in den Misthaufen gestoßen und ein schweres Standbild obendrauf gepackt. Ich habe seine erstickten Schreie gehört, und es ist mir gelungen, ihn mit einer langen Hakenstange wieder rauszuziehen. Das kann dauern, bis der Ärmste wieder anständig nach Schwefel riecht. Als er endlich sprechen konnte, hat er mir den Namen seines Peinigers genannt. Es war der Djinn Trimble. »Saziel? Das war wieder Kibbet. Trimble und Bosko laufen amok. Wir müssen sie festnehmen.« Der Ogor nickte entschlossen. »Aus dem, was ihr mir geschildert habt, lese ich ein gewisses Muster. Die Überfälle konzentrieren sich auf die Umgebung der Schatzkammer. Dort bewahrt der König sein Gold und seine anderen Kostbarkeiten auf. Trimble und Bosko, beziehungsweise die Zauberer, die hinter ihnen stecken, sind im Begriff einen Raubüberfall oder Ähnliches zu begehen. Wir müssen sofort handeln. Kibbet und ihr anderen begebt euch zur Schatzkammer. Ich hole Verstärkung und stoße dann zu euch. Sobald wir das Gebäude umstellt haben, verständigen wir den Visier. Hiram soll entscheiden, ob wir den Schlaf des Königs stören dürfen.« Der Gazellenkobold buddelte sich wieder ein, der Knirps klappte seine Auster zu und sauste davon, der orangefarbene Affe vollführte einen Grätsprung und zerstob in einem Schauer orangefarbener Sterne. Und der Afrit Saziel? Der setzte sein Horn an die Wulstlippen und Blies hinein. Der Palastgarten bebte, die Bäume erzitterten, überall zwischen den Pavillons und Rosenlauben flammten Lichter auf. Augen blinzelten aus Büschen und Farntöpfen, Skulpturen erwachten zum Leben und sprangen von ihren Sockeln, scheinbar unschuldige Ranken bogen und ringelten sich, Marmorbänke verschwammen und verflüchtigten sich. Im ganzen Nordteil des Gartens setzten sich die verborgenen Wächter in Bewegung, und da kamen sie auch schon. Gehörnte Gestalten mit Klauentatzen, rotäugige, geifernde Geschöpfe mit peitschenden Knochenschwänzen, ledrigen Flügeln und Hängebäuchen, glitschige, krabbelnde Wesen mit oder ohne Beine, surrende Stechlinge und hüpfende Guhle, Irrlichter und Kobolde, Folio und Gin. Sie liefen über die Rasenflächen, flogen über die Baumwipfel und versammelten sich um ihren Hauptmann. Der Afrit erteilte ein paar knappe Befehle und klatschte in die Hände. Es wurde merklich kälter. Eis bildete sich auf Sarsiels Sockel und überzog die Rhododendronblätter. Der Oger war verschwunden. Über seinem Sockel stieg eine dicke Rauchsäule mit züngelnden Tentakeln auf, was der zwei gelbe stechende Augen funkelten. Die Rauchsäule zog sich wie eine Sprungfeder zusammen und schnellte himmelwärts. Als sie über den Büschen verschwand, stoben die versammelten Geister ebenfalls himmelwärts oder galoppierten quer über die Wiesen. Im Nu war die ganze schaurige Horde nach Süden in Richtung Schatzkammer abgezogen, dorthin, wo ich nicht war und auch nicht hinzugehen gedachte. Im Norden lag die Gartenanlage still und friedlich da. Die Grille vollführte einen schadenfrohen Luftsprung und zog eine Zwischenbilanz. Bartimaeus von Uruk gegen Salomos vereinte Geister 1 zu 0 Nach einem Einsatz von zwanzig Minuten nicht übel da, stimmst du mir sicherlich zu, aber jetzt musste ich mich ranhalten. Sasiel und seine Spießgesellen konnten jederzeit zurückkommen. In Anbetracht dessen zerrte ich die Kleine so schnell es ging aus dem Rosenbusch hervor und wir nahmen die Beine in die Hand. Unterwegs lieferte ich ihr eine Zusammenfassung meiner Heldentaten in aller gebotenen Kürze und auf meine unnachahmlich bescheidene Art, wobei ich die historischen Vergleiche auf das Nötigste beschränkte und mit einem lediglich dreistrophigen Preisgesang auf mich selber schloss. Ich wartete gespannt, aber die Kleine war damit beschäftigt, sich die Dornen aus der Unterwäsche zu zupfen. Endlich hob sie den Kopf. »Gut gemacht.« »Gut gemacht? Mehr hast du dazu nicht zu sagen?« Ich wies auf die Bäume und ländlichen Lauben ringsum. »Guck doch hin. Keiner mehr da, auf keiner Ebene. Ich habe uns den Weg bis zu Salomos Tür freigemacht. Nicht mal einmal rät, hätte das unter diesem Zeitdruck besser hingekriegt. Gut gemacht. Was soll das denn heißen?« »Es heißt Danke«, sagte sie. »Hier ist es?« Ich nickte. »Ja, das ist Salomos Turm. Oben läuft ein Balkon ringsum wie eine Galerie. Von dort aus können wir uns am besten Zutritt verschaffen.« Unter anderen Umständen hätte ich mich einfach in einen Rock, einen Phönix oder in einen anderen schneidigen Vogel verwandelt, die Kleine am Fuß gepackt und sie kopfunter zur Galerie befördert. Aber leider war schon die nächste Gefahr im Anzug. Leuchtende Lichtscheiben schwebten in unterschiedlicher Höhe um den Turm. Sie bewegten sich flink und unberechenbar, mal einzeln, mal in dichtem Schwarm. Wer immer Salomos Turm im Flug erreichen wollte, geriet ihnen unweigerlich in die Quere. Auch die Kleine konnte die Scheiben erkennen, weil sie auf der ersten Ebene umherschwebten. »Was machen wir jetzt?« »Wir müssen uns tarnen. Welches Tier kann Mauern hochkriechen?« »Spinnen oder Schnecken?« »Spinnen mag ich nicht, da komme ich immer mit den vielen Beinen durcheinander. Gegen Schnecken habe ich nichts, aber dann sind wir morgen früh noch nicht am Ziel. Außerdem kann ich dich als Schnecke nicht hochschleppen.« Ich schnippte mit den Fingern. »Ich hab's, eine Eidechse.« Schon war der hübsche junge Mann verschwunden, und auf dem Rasen stand ein nicht ganz so hübscher Riesengecko, mit hornigen Schuppen, Saugnapf besetzten Zehen, unsteten Glubschaugen und breitem Maul. »Na, Süße«, sagte ich und streckte die klebrige Zunge heraus. »Gib Küsschen!« Vermutlich hatte noch keine erste Wächterin in Erbfolge ein schrilleres Kreischen ausgestoßen, aber ich erstickte ihren Schrei, indem ich meinen langen, kräftigen Echsenschwanz um die Kleine wickelte und sie hochhob. Dann machte sich die Eidechse daran, mit Hilfe ihrer Saugnapf bewährten Beine die Mauer zu erklimmen. Mit einem Auge blickte ich geradeaus, das andere drehte ich um neunzig Grad und beobachtete über meine schuppige Schulter das Treiben der fliegenden magischen Impulse. Sie durften uns nicht zu nahe kommen. Leider hatte ich für die Kleine kein drittes Auge übrig, aber ihre erstickten arabischen Flüche vermittelten mir einen lebhaften Eindruck von ihrer Verfassung. Ich kam gut voran. Nur einmal musste ich einem Impuls ausweichen. Ein kalter Luftzug streifte mich, als das Ding neben meinem Kopf von der Mauer abprallte. Dann hörte ich, wie mir die Kleine etwas zurief. »Hä?« Ich drehte ihr ärgerlich ein Auge zu. »Ich habe dir doch gesagt, dass ich Spinnen nicht leiden kann wegen der vielen Beine. Sei froh, dass ich mich nicht für die Schnecke entschieden habe.« Sie war leichenblass. Vielleicht litt sie ja unter Höhenangst, aber sie zeigte nach oben. »Nein«, krächzte sie. »Spinne, da!« Die Eidechse richtete beide Augen nach vorn und sah, wie ein fetter Spinnendginn aus einer Mauerritze gekrabbelt kam. Die Spinne hatte den Leib einer Tarantel, aufgedunsen wie eine tote Kuh nach der Regenzeit. Ihre acht Beine waren knotig wie Bambusruten und liefen in spitzen Stacheln aus. Obendrauf saß ein Menschenkopf mit gestutztem Bärtchen und spitzen Hut. Der Wächter von Salomos Turm war entweder nicht sasielunterstellt oder er war taub. Jetzt aber fackelte er nicht lange. Ein gelblicher Spinnfaden schoss aus seinem Hinterleib und traf mich mit solcher Wucht, dass ich den Halt verlor. Eingewickelt baumelte ich nur noch mit einem Fuß an der Mauer haftend über dem Abgrund. Die Kleine rief etwas, aber ich konnte mich nicht darum kümmern, denn die Spinne streckte ein Bein in die Höhe. Sie wollte ein Signalfeuer abschießen. Dann würden sämtliche Sklaven Salomos angewitzt kommen. Aber die Eidechse ließ sich nicht unterkriegen. Ich schleuderte der Spinne einen magischen Panzer entgegen, der sie umschließen sollte. Der Zauber verfestigte sich im selben Augenblick, als das Signalfeuer aufleuchtete. Der Kraftblitz prallte von der Innenseite des Panzers ab und bohrte sich in den geblähten Spinnenbauch. Die Eidechse durchtrennte mit einem Krallenhieb ihre Fesseln. Die noch qualmende Spinne knackte den Panzer mit einem raschen Gegenzauber auf, duckte sich und sprang mich an. Ich wich aus, packte das Vieh am borstigen Hinterbein und schwang es ein paar Mal im Kreis. Dann schleuderte ich den Wächter gegen einen dreißig Fuß tiefer fliegenden Impuls. Ein greller Blitz und ein Netz aus schwarzen und gelben Streifen umhüllte den Dschinn, zog sich zusammen und zerdrückte ihn zu einem ekligen Schleimklumpen. Der magische Zweikampf war natürlich ärgerlich, weil ihn womöglich jemand beobachtet hatte, aber ich musste mich schließlich wehren. Die Eidechse schaute zu der Kleinen hinunter und zwinkerte ihr aufmunternd zu. »Wie findest du meine Wurftechnik?« fragte ich fröhlich. »Habe ich in der Mongolei beim Eichhörnchen Weitwurf gelernt. An lauen Abenden bin ich mit den Nomaden immer... Hey, bist du irre?« Sie hatte schon wieder zum Dolch gegriffen und holte weit aus, ihre Augen loderten. »Lass das!« rief ich. »Du bringst uns noch beide um, du...« Der Dolch sauste um Haaresbreite an meinem Kopf vorbei, und ich vernahm ein schmatzendes... Die Eidechsenaugen schwenkten nach oben und erblickten den nächsten Spinnendjinn, der verdutzt den Silberdolch mitten in seinem dicken Bauch anglotzte. Er ließ die Beine sinken, die schon drohend über meinem Kopf geschwebt hatten, und betastete die vergiftete Wunde. Seine Substanz wurde grau-braun und stumpf. Dann zerplatzte er wie ein Bouvist. Ein Staubwölkchen stob auf, er verlor den Halt und stürzte wie ein Stein in die Tiefe. Die Nacht war wieder still und friedlich. Ich schaute zu der Kleinen hinab, die immer noch in meinem aufgewickelten Schwanz baumelte. »Gut gemacht«, sagte ich schließlich. »Gut gemacht?« Es mochte an der Beleuchtung liegen oder am Betrachtungswinkel, »aber ich hätte schwören können, dass sie mich angrinste. Mehr hast du dazu nicht zu sagen?« »Meinetwegen, danke«, knurrte ich. »Siehst du, ist doch gar nicht so schwer.« Die Eidechse ging nicht darauf ein, sondern peitschte nur ärgerlich mit dem Schwanz. Dann machte sie sich daran, das letzte Stück Turmwand zu erklimmen. Kurz darauf erreichten wir den Balkon. Der Balkon führte einmal um den ganzen Turm herum. Zwischen den Säulen waren Statuen aufgestellt, hier und da standen Stühle und Tische. Über ihnen ragte die Kuppel des Turmes in den Nachthimmel. Asmira entdeckte auch einen bogenförmigen Durchgang, der in die Kuppel hineinführte und hinter dem es dunkel war. Sie drehte sich um. Tief unter ihr lagerten die Gärten im silbrigen Sternenlicht. Im Südteil sah man bunte Lichtpünktchen umherhuschen. Eine kleine Wüstenkatze mit langen spitzen Ohren und schlankem Leib hockte auf der steinernen Brüstung, den gestreiften, flauschigen Schwanz um die Vorderpfoten gelegt und beobachtete die Lichter. Mit steil aufgerichtetem Schwanz und gesträubten Schnurrhaaren sprang die Katze von der Brüstung und schlich von einer Säule zur nächsten. »Keine Siege, keine Stolperfallen, keine Fühler«, brummelte sie vor sich hin. »Salomo verlässt sich offenbar ganz auf seine Wächter, und der Durchgang, keine Türen und schwere Vorhänge. Dass einem der Zutritt so leicht gemacht wird, könnte man fast verdächtig finden. Und das mit gutem Grund, denn auf der siebten Ebene ist ein Abwehrnetz gespannt.« Die Katze drehte sich nach Asmira um, die nähergekommen war. »Damit du Bescheid weißt, das Netz sieht aus wie eine große schillernde Spinnenwebe, eigentlich sehr hübsch, nur leider in Alarmbereitschaft. Und was machen wir jetzt? Du machst am besten das, was du immer machst, rumstehen und finstert reinschauen. Mir stehen da schon andere Möglichkeiten zur Verfügung. Sei mal kurz still, ich muss nachdenken.« Die Katze hockte reglos vor dem Durchgang und musterte ihn eindringlich. Dann fauchte sie leise, hob ein-, zweimal die Vorderpfoten und bewegte sie hin und her. Auf einmal lachte sie leise und peitschte mit dem Schwanz. »Na bitte, geht doch, der hilfreiche Hauch ist doch immer wieder ein Knaller.« »Hat sich etwas getan? Ich sehe nichts.« »Wie, auch du bist ein Mensch und von Natur aus ein hoffnungsloser Fall. Mit dem Hauch habe ich das Abwehrnetz geweitet und anschließend mit einem Siegel fixiert. Jetzt klafft mittendrin eine Öffnung, wenn auch keine besonders große, denn die Fäden dürfen sich auf keinen Fall berühren. Wir müssen durchspringen.« »Ich weiß, dass du nichts siehst. Mach mir einfach alles nach.« Die Katze landete mit einem großen Satz vor dem Vorhang. Asmira hatte sich den Sprungwinkel des Tieres eingeprägt, machte zwei Schritte zurück, rannte los und vollführte eine tadellose Flugrolle. Am höchsten Punkt ihres Sprunges spürte sie einen kalten Hauch. Sie kam neben der Katze auf, hatte aber noch so viel Schwung, dass sie weiter rutschte und auf allen Vieren durch den Vorhang schlitterte. Dahinter tat sich ein langer und hoher Saal auf, mit eckigen weißen Säulen, die in den Wänden eingelassen waren, und einer hohen Decke. Der Boden war aus rosa geädertem Marmor. Überall lagen kostbare Teppiche, in die geheimnisvolle Zeichen eingewoben waren. In der Mitte befand sich ein rundes, in den Boden eingelassenes, mit Stufen versehenes Wasserbecken, aus dem es einladend dampfte. Um das Becken herum waren Stühle, Sofas und mit Quasten verzierte Sitzkissen verteilt. Auf einem Onyx-Tisch stand eine große Kristallkugel, zwischen den Kübelpalmen waren auf schlanken Goldständern Silbertabletts mit Obst und Braten, Meeresfrüchten, Pasteten, Weinkrügen und geschliffenen Trinkpokalen aufgestellt. Beim Anblick dieser wie beiläufig dargebotenen Pracht blieb Asmira der Mund offen stehen. Sie vergaß ihren Auftrag und hatte nur noch den Wunsch, an diesem Luxus teilzuhaben, sich auf eines der Sofas sinken zu lassen, einen Schluck Wein zu trinken oder die schmerzenden Füße in das wohltuend warme Wasser zu tauchen. Unwillkürlich setzte sie sich in Bewegung. »Lieber nicht«, sagte die Katze und legte ihr warnend eine Pfote aufs Knie. »Es ist alles so wunderschön.« »Das liegt daran, dass Salomo alles mit einem Blendezauber versehen hat, der Uneingeweihte wie dich verführen soll. Wenn du auch nur einen einzigen Bissen kostest, wenn du einen einzigen Blick in die Kugel wirfst oder auch nur den kleinen Zeh ins Wasser tunkst, kannst du den Saal nicht mehr verlassen, bis der König morgen früh hereinkommt und dich findet. Am besten schaust du gar nicht hin.« Asmira biss sich auf die Unterlippe. »Aber es ist so schön.« »Ich schlage Folgendes vor. Der Saal hat vier Ausgänge, zwei auf der rechten und zwei auf der linken Seite. Alle vier sehen gleich aus. Ich bin dafür, dass wir sie nacheinander durchprobieren. Ich gehe vor, du kommst nach. Du schaust nur mich an, sonst blendet dich der Zauber doch noch. Hast du das kapiert, oder soll ich es lieber noch mal sagen?« »Natürlich habe ich das kapiert, ich bin ja nicht blöd«, erwiderte Asmira ärgerlich. »Dazu sage ich nichts.« Die Katze flitzte zwischen Sofas und goldenen Tischen hindurch, Asmira rannte leise schimpfend hinterher. Aus dem Augenwinkel sah sie es verlockend glitzern und glänzen wie in einem schönen Traum, aber sie blieb standhaft und hielt den Blick fest auf. »Kannst du bitte den Schwanz etwas tiefer halten?« zischte sie. »Soll ich dich nun ablenken oder nicht?« gab die Katze zurück. »Dann mecke auch nicht rum. Der erste Ausgang. Ich werfe mal einen Blick hindurch.« »Oh!« Die Katze duckte sich und sträubte den Schwanz. »Er ist da drin«, flüsterte sie. »Guck selber, aber pass auf!« Mit klopfendem Herzen spähte Asmira um die Ecke. Sie blickte in eine runde, kahle Kammer. In die Wände eingelassene Marmorsäulen waren der einzige Schmuck. Mitten im Raum stand ein Podest, und darüber spannte sich eine hohe, durchsichtige Kuppel, über der man die Sternbilder in all ihrer Pracht leuchten sah. Auf dem Podest stand ein Mann. Er stand mit dem Rücken zu ihnen, aber Asmira erkannte ihn trotzdem, weil er dem Wandbild im Magiersaal glich. Er trug ein bodenlanges, mit goldenen Spiralen besticktes Seidengewand. Das dunkle Haar fiel ihm offen auf die Schultern, die Hände hatte er locker hinter dem Rücken verschränkt. An einem Finger trug er einen Ring. Asmira hielt den Atem an. Ohne den Blick von dem König zu wenden, zückte sie einen ihrer Dolche. Die Entfernung betrug höchstens vierzig Fuß. Der Augenblick war gekommen. Sie würde ihm mit einem einzigen Wurf das Herz durchbohren, und Saba wäre gerettet. Saba wäre gerettet. Eine Schweißperle lief ihr die Stirn hinab und an der Nase entlang. Asmira warf den Dolch in die Luft und fing ihn an der nach unten weisenden Spitze auf. Sie holte aus. Der König betrachtete für Sonnen das Firmament. Jemand zupfte Asmira am Gewand. Sie senkte den Blick. Die Katze zeigte auf den benachbarten Durchgang. Asmira schüttelte den Kopf und hob wieder den Dolch. Die Katze zupfte so kräftig, dass Asmira nicht richtig zielen konnte. Sie schnitt eine wütende Grimasse, ließ sich aber in den Saal zurückziehen. Dort bückte sie sich und fragte mit gedämpfter, aber wütender Stimme, »Was ist denn?« »Hier stimmt was nicht.« »Wie hier stimmt was nicht? Das ist doch Salomo, oder nicht?« »Ich weiß nicht. Falls es ein Trugbild ist, kann ich es nicht durchschauen, aber...« »Aber was?« »Ich weiß auch nicht.« Asmira richtete sich wieder auf. »Ich tue es trotzdem.« »Nein, warte!« »Psst, sonst hört er uns noch. So eine Gelegenheit kommt nicht wieder, und lass endlich meinen Saum los.« »Wenn ich's dir doch sage, hier stimmt was nicht. Es ist zu einfach, es ist...« Asmira hatte mit dem Silberdolch ausgeholt, um den Dschinn wegzuscheuchen. Die Katze ließ ihr Gewand los und flitzte mit gesträubtem Fell davon. Asmira trat wieder in den Türbogen. Der König stand unverändert da. Asmira schleuderte den Dolch aus Schulterhöhe. Die Waffe fuhr Salomo von hinten bis zum Heft ins Herz. Er brach ohne einen Laut zusammen. Im selben Augenblick hörte Asmira die Katze rufen. »Jetzt hab ich's! Der Ring, er leuchtet nicht richtig! Die Aura müsste mich blenden! Wirf auf keinen Fall! Oh je, zu spät!« Der König fiel zu Boden, aber er blieb dort nicht liegen. Er fiel durch das gemauerte Podest wie ein Stein ins Wasserfeld. Dann ragte nur noch der Dolchknauf aus dem Marmor, und er war verschwunden. Was nun folgte, ging so schnell, daß Asmira immer noch mit ausgestrecktem Arm dastand, als das Podest barst und der große Dämon hervorschnellte. Brüllend riss er seine drei Mäuler auf, in denen gewaltige Hauer blitzten. Sein Haupt streifte die hohe Kuppel, aus seinem Leib ragten unzählige muskulöse, fangarme und glitschige, mit Augen besetzte Fühler. Alle diese Augen waren auf Asmira gerichtet. Die Fangarme peitschten ungeduldig. Asmira stand mit dem Rücken zur Wand und konnte sich weder rühren noch klar denken. Die Katze rief ihr etwas zu, aber sie vermochte nicht zu antworten. Sie konnte sich auch nicht so weit aufraffen, den letzten Dolch zu ziehen. Alles, was sie zustande brachte, war ein Aufschrei. Ihre Knie gaben nach, und sie rutschte an der Wand herunter. Dann stürzte sich der Dämon auf sie und schlang ihr die Fangarme um den Hals. Die Katze machte sich aus dem Staub. Mit gesträubtem Fell flitzte ich aus dem Raum mit der Kuppel hinaus in den Säulensaal. Hinter mir ertönte ein Aufschrei, der jäh erstarb, worauf man nur noch ein ersticktes Röcheln vernahm. Gut so. Na ja, schlecht für die Kleine, aber gut für mich, und darauf kam es schließlich an. Vielleicht amüsierte sich die Wesenheit erst noch ein bisschen mit der Araberin, ehe sie ihr den Garaus machte. In jedem Fall konnte ich damit rechnen, mich demnächst zu entmaterialisieren. Erst einmal sah ich zu, dass ich Land gewann. Die Katze fegte durch den Saal, hechtete über das Wasserbecken, schlitterte über den Marmorboden und katapultierte sich mit einer geübten Fluchtrolle durch den nächstbesten Ausgang. Geschafft. Wieder einmal hatte mir meine allseits bekannte geistige und körperliche Geschmeidigkeit das Leben gerettet. Leider war ich in einer Sackgasse gelandet. In einer vergleichsweise spannenden Sackgasse, aber trotzdem einer verhängnisvollen. Ich stand in einem kleinen, fensterlosen, von Öllampen erleuchteten Lagerraum voller Truhen und überquellender Wandborde, anscheinend einer von Salomos Schatzkammern. Leider hatte ich keine Zeit, mich angemessen umzuschauen. Die Katze machte auf den Hinterpfoten kehrt und wollte schon wieder hinaushuschen, doch das nächste markerschütternde Gebrüll, das an ihre Ohren drang, ließ sie innehalten. Die unbekannte Wesenheit war eindeutig ein poltriger Zeitgenosse, wenn auch kein sonderlich tatkräftiger. Ich hatte ja gehofft, der Dämon würde das Mädchen gleich fressen, aber vielleicht hatte er ihr ja erst mal nur ein Bein abgebissen und hob sich den Rest für später auf. Womöglich war er jetzt schon hinter mir her. Ich mußte mich verstecken. Ich machte abermals kehrt und blickte mich um. Mal sehen, Schmuck, Götzen, Masken, Schwerter, Helme, Schriftrollen, Tafeln, Schilde und haufenweise mehr oder minder magische Gegenstände, ganz zu schweigen von ein paar echt schrillen Artikeln wie einem Paar Krokodillederhandschuhe, einem Schädel mit Muschelaugen und einer mit schrumpeliger Menschenhaut überzogenen, mit Stroh ausgestopften Puppe. Ich erspähte sogar eine alte Bekannte, nämlich die goldene Schlange, die ich in Eriduschtibitzt hatte. Nur eines sah ich nicht, ein Schild mit der Aufschrift »Notausgang«. Vor lauter Aufregung hatte ich verschwitzte Pfoten. Ich ließ den Blick über die Wandborde wandern. Die Gegenstände darauf waren fast alle magisch. Ihre Auren woben sich auf allen Ebenen ineinander und tauchten die Kabber in regenbogenfarbenes Licht. Konnte ich irgendeines dieser Stücke als Waffe benutzen, um mich zu verteidigen? Nein. Ich konnte der Wesenheit allenfalls die Puppe in die Visage schleudern. Ich wusste nämlich nicht, was die richtig magischen Gegenstände eigentlich vermochten. Da stach mir halb versteckt hinter den aufgetürnten Schätzen ein großer, gewölbter Kupferkessel ins Auge. Die Öffnung war so breit wie die Schultern eines erwachsenen Mannes. Obendrauf lag ein runder Deckel und auf dem Deckel eine Staubschicht, was darauf hindeutete, dass nicht einmal Salomo je in das Behältnis hineingeschaut hatte. Die Katze verwandelte sich flugs in eine Dunstschwade und schob den Deckel vorsichtig ein Stückchen auf. Geschwind wie ein Furz, der einem Elefantenhintern entweicht, sauste ich hinein und schob immer noch als Dunstschwade den Deckel wieder zu. Dunkelheit umfing mich. Die Dunstschwade lauschte und wartete. Ich schaute mich um. Der Kessel war leer. Was ich auch einst darin befunden haben mochte, es war nicht mehr da. Jetzt enthielt er nur noch staubgeschwängertes Schweigen. Trotzdem lag eine undefinierbare Bedrohung in der abgestandenen Luft, sodass meine Substanz vor übersinnlichem Unbehagen kribbelte. Auf einmal hörte ich eine leise Stimme, zugleich ganz nah und unendlich fern, das Echo eines Echos, eine wehmütige Erinnerung an gesprochene Sprache. »Bartimeus!« »Vielleicht bin ich übervorsichtig, aber wenn mich in einem leeren Kessel jemand anspricht, bin ich auf der Hut.« Die Dunstschwade verwandelte sich in einen kleinen, weißlichen, umherflatternden Falter. Ich sandte in rascher Folge magische Impulse aus und überprüfte alle Ebenen, doch ich entdeckte nur Staub und Dunkelheit. »Bartimeus!« Endlich ging mir ein Licht auf. Mir fielen die drei berühmten Aphriten ein, die es gewagt hatten, sich Salomo zu widersetzen. War der eine nicht so, erzählte man sich jedenfalls mit gesenkter Stimme an den Lagerfeuern, durch die Laune des Königs und die Macht des Rings in ein Echo in einem Kupferkessel verwandelt worden. Aber welcher? Die Fühler des Falters bebten. Ich räusperte mich und fragte zaghaft, »Philokritis?« Die Antwort war kaum hörbar wie der Flügelschlag einer Eule. »Der ich einmal war, ist verloren und vergessen. Ich bin nur noch ein Seufzer, ein flüchtiger Abdruck in der Luft. Wenn du mit den Flügeln schlägst, wirbelst du die Luft auf und verwehst meine letzten Sporen. Du begehrst den Ring?« Aus Höflichkeit schlug der Falter daraufhin nur noch in Zeitlupe mit den Flügeln. Ich antwortete mit Bedacht, denn in der Stimme schwang nicht nur Melancholie mit, sondern auch Bosheit. »Aber nein.« »Ach so, klug von dir. Ich habe den Ring einst begehrt.« »Ehrlich? Und wie ist es gelaufen?« »Rate mal, ich bin jetzt ein Echo in einem blöden Kessel.« »Stimmt«, die Stimme seufzte abgrundtief. »Hätte ich noch einen Fingerhut voll Substanz,« raunte sie, »ich würde dich auf einen Haps verschlingen, kleiner Gin. Aber ach, das ist mir verwehrt, denn Salomo hat mich bestraft, und jetzt bin ich weniger als nichts.« »So ein Pech aber auch,« sagte ich mitfühlend. »Tja, war nett, mit dir zu plaudern, aber draußen scheint die Luft wieder rein zu sein. Ich muss dann mal los.« »Ach, könnte ich diesen Kerker doch ebenfalls verlassen,« raunte es, »dann würde ich Salomo in ewige Finsternis verbannen.« »Oh ja, denn ich kenne inzwischen sein Geheimnis. Ich könnte den Ring an mich bringen, doch mein Wissen kommt zu spät. Mir war nur eine einzige Chance vergönnt, und die habe ich vertan. Nun muss ich bis in alle Ewigkeit hier ausharren, als schwächliches Säuseln, als kläglicher Seufzer, als...« Ich hatte aufgehorcht. »Du, sag mal«, unterbrach ich ihn, »du würdest mir deinen narrensicheren Ringklautrick nicht zufällig verraten? Für mich selbst kommt so etwas zwar nicht in Frage, aber vielleicht möchte ja jemand anderes dein elendes Schicksal rächen.« »Was kümmert mich noch Rache?« Die Stimme war jetzt so leise, dass jeder Flügelschlag des Falters sie übertönte. »Ich bin ein jammervolles Flüstern, ein... Ich war nicht immer in diese Rumpelkammer verbannt. Anfangs bewahrte mich der verfluchte König in seinem Schlafgemach auf und führte mich allen seinen Weibern vor. Ich habe alles mit angehört, die Befehle, die er seinen Dienern gab, vor allem aber seine Unterredungen mit der schreckenerregenden Wesenheit, die in dem Ring haust. »Ich kenne Salomos' wunden Punkt und weiß, wie er ihn vor der Welt verbirgt. Sage mir, Agin, ist es Tag oder Nacht?« »Es ist allerfinsterste, allerschwärzeste Nacht. Aha. Bist du dem König womöglich begegnet, als du seine Gemächer durchquert hast?« »Ich hielt es für angebracht, mich dumm zu stellen. Ich habe ihn in seinem Observatorium gesehen. Er hat die Sterne beobachtet.« »Du hast dich von Äußerlichkeiten blenden lassen, Dummkopf. Das war nicht Salomo.« »Wer dann?« »Ein Trugbild, gewirkt vom Diener des Ringes. Eine mittels Magie belebte Lehmfigur. Sie stellt den König dar, während der echte König hinter dem Observatorium in seinem Schlafgemach ruht. Es ist ein mächtiges Trugbild und eine Falle für Salomos' Feinde. Als ich mich damals auf diese Attrappe stürzte, wurde der echte König sofort verständigt und hat mich erwischt. Hätte ich das Blendwerk doch bloß durchschaut, dann müsste ich jetzt nicht in diesem Kessel schmachten.« »Was meinst du mit, Salomo hat dich erwischt?« Ein zweites Trugbild stellte sich mir in den Weg. Salomo ist ein Meister der Illusionen. Ich sah eine riesige Wesenheit aus dem Fußboden wachsen, ein Scheusal von solcher Macht, dass ich vor Furcht wie gelähmt war. Als ich mich schließlich zusammenriss und eine Detonation nach der anderen auf die peitschenden Fangarme abfeuerte, tauchte Salomo hinter mir auf und drehte seinen Ring. »Seither sitze ich hier drin fest.« »So, so«, sagte ich ungezwungen. »Aber mal angenommen, du hättest das Trugbild links liegen lassen und wärst zu dem echten Salomo vorgedrungen, wie hättest du ihm den Ring denn stibitzen wollen? »Salomo ist mitnichten unbesiegbar. Er legt seinen Ring zum Schlafen ab.« »Unsinn, das wäre doch viel zu riskant. Seine ganze Macht beruht doch nur auf...« Ein grässliches Gurgeln, wie von einem besonders hartnäckig verstopften Abfluß, hallte von den Wänden des Kessels wieder. Philokrites lachte. »Du hast's erfasst. Die Macht ist genau das Problem. Der Ring enthält zu viel davon, sie verbrennt seinen Träger, er leidet unerträgliche Schmerzen. Tagsüber hält Salomo das aus, denn er darf sich vor den Augen der Welt nichts anmerken lassen. Nachts jedoch, wenn er allein ist, muss er sich erholen. Der Ring liegt dann auf einem Silberteller neben seinem Bett, natürlich immer in Reichweite. Trotzdem, Salomo hat einen wunden Punkt. »Der Ring verbrennt ihn,« wiederholte ich nachdenklich. »Das könnte natürlich sein, so etwas habe ich schon mal gehört.« »Und das ist nicht der einzige Nachteil des Ringes,« fuhr Philokrites fort. »Was glaubst du wohl, warum Salomo ihn so selten benutzt? Was glaubst du, warum er sich so oft lieber auf die Zauberer verlässt, die sich wie die Schoßhündchen um ihn scharen?« Der Falter zuckte die Achseln. »Na ja, ich dachte, er ist eben ein bisschen bequem.« »Irrtum! Wenn man den Ring benutzt, entzieht er einem die Lebenskraft und schwächt einen immer mehr. Die Ausstrahlung des anderen Ortes ist schädlich für den Körper eines Sterblichen. Salomo hat viele ruhmreiche Werke vollbracht, aber er ist weit vor der Zeit gealtert.« Der Falter runzelte die Stirn. »Ich finde ihn noch ganz gut erhalten.« »Dann sieh noch einmal genauer hin, Bartimeus. Der Ring bringt Salomo langsam aber sicher um. Jeder andere sterblich hätte den Kampf längst aufgegeben, aber der dumme Kerl hat ein übertriebenes Verantwortungsbewusstsein. »Salomo fürchtet, dass jemand den Ring finden und benutzen könnte, jemand, der weniger anständig ist als er selbst. Das könnte Folgen haben.« Mir blieb nichts anderes übrig, als Philokrites' Behauptungen selbst zu überprüfen. »Vielen Dank, Philokrites«, sagte ich. »Ich gebe zu, was du erzählst, klingt einleuchtend. Salomo ist tatsächlich verwundbar.« »Das schon. Aber es braucht ihn nicht zu stören, denn außer mir weiß niemand darüber Bescheid.« »Außer dir und jetzt auch meiner Wenigkeit«, sagte ich munter. »Falls ich dran denke, komme ich dich in ein oder zweitausend Jahren mal wieder besuchen. Bis dahin gehabt ich wohl.« Damit flatterte der Falter zum Deckel hinauf, gefolgt von einem derart grausigen Geheul, dass sich meine Flügel vor Schreck kräuselten. Kleine Windstöße trafen mich und brachten mich vorübergehend vom Kurs ab, doch ich erreichte den Deckel trotzdem, und schon war ich dem Kessel entronnen und wieder in Freiheit. Als Asmira wieder zu sich kam, war es still um sie. Sie lag auf dem Rücken und blickte auf einen langen, dünnen Riss an der Zimmerdecke, der sich kreuz und quer über den Putz bis ganz in die Ecke zog. Es war kein besonders auffälliger Riss, aber er irritierte sie, weil sie sich nicht erinnern konnte, ihn schon einmal gesehen zu haben. In ihrer kleinen Kammer gab es an der Decke und den Wänden viele Risse und dazu Stellen, an denen der alte Lehmverputz abröckelte, sowie verblasste Inschriften, wo längst vergessene Wächterinnen ihre Namen hingekritzelt hatten. Asmira hatte angenommen, das alles in- und auswendig zu kennen. Dieser Riss jedoch war ihr neu. Sie betrachtete ihn eine Weile versonnen, lag mit halboffenem Mund entspannt da, bis ihr aufging, daß die Decke weiß gekalkt und viel höher war als sonst. Außerdem befand sich die Wand auf der verkehrten Seite. Das Licht war anders, das Bett war weicher. Das war nicht ihr Zimmer. Sie war gar nicht in Marib. Die Erinnerungen stürzten auf sie ein. Mit einem Schrei fuhr sie in die Höhe und tastete nach ihrem Gürtel. An der gegenüberliegenden Wand saß auf einem einfachen Lehnstuhl ein fremder Mann und beobachtete sie. »Falls du den hier suchst,« sagte er, »den mußt ich dir leider abnehmen.« Er hielt Asmiras Silberdolch kurz in die Höhe und legte ihn wieder auf seine Knie. Asmira zitterte am ganzen Leib, so rasend schlug ihr Herz. Sie starrte den Fremden an. Ihre Finger krallten sich in das angenehm kühle, weiße Laken. »Der Dämon«, stieß sie hervor, »hat sich auf mein Geheiß wieder verzogen.« Der Fremde lächelte. »Ich habe dich aus seinen Klauen errettet. Ich muß sagen, du hast dich verblüffend schnell erholt. So manchem Eindringling bleibt vor Schreck das Herz stehen.« »Panik«, ergriff Asmira. Sie schwang die Füße über die Bettkante und stand auf, doch eine Bewegung des Mannes ließ sie innehalten. »Du darfst dich gern hinsetzen«, sagte er ruhig, »aber versuch nicht aufzustehen, das müßte ich als Angriffsversuch betrachten.« Er hatte eine leise, wohlklingende Stimme, deren Ton jedoch sehr entschieden war. Asmira blieb noch einen Augenblick stehen, dann ließ sie sich wieder auf die Bettkante sinken. Jetzt saß sie ihm gegenüber. »Wer bist du?« fragte der Fremde. Er war hochgewachsen und schlank, das weiße Gewand reichte ihm bis auf die Füße. Sein Gesicht war lang und schmal, das Kinn kräftig, die Nase lang und gerade. Seine dunklen Augen funkelten im Lampenschein wie Juwelen. Er sah gut aus, nur war er ganz grau vor Müdigkeit, und ein feines Netz von Fältchen zog sich über sein Gesicht, besonders um Augen und Mund. Sein Alter war schwer zu schätzen. Die Fältchen, die seligen Handgelenke, die runzligen Hände, die grauen Strähnen in dem langen, sonst schwarzen Haar, das alles deutete auf ein fortgeschrittenes Alter hin, obwohl seine Augen wach und lebhaft waren und seine Bewegung unjugendlich wirkten. »Sag mir, wie du heißt, Mädchen«, forderte er Asmira auf, als sie ihn nicht antwortete. »Früher oder später musst du mir deinen Namen ohnehin verraten.« Asmira kniff die Lippen zusammen und atmete tief durch. Das Zimmer, in dem sie sich befand, war zwar nicht klein, aber längst nicht so großzügig wie die anderen Räume des Palastes, die sie bis jetzt gesehen hatte. Die Schlichtheit der Einrichtung ließ es um so persönlicher wirken. Auf dem Fußboden lagen zwar gemusterte Teppiche, aber der Boden selbst war nicht aus Marmor, sondern aus dunklem Zedernholz. Die weißen Wände waren schmucklos. Es gab ein einziges Fenster, durch das man in die dunkle Nacht hinaus sah. Neben dem Fenster standen Regale mit alten Schriftrollen, ein Schreibtisch war mit Pergamentblättern, Schreibfedern, aus Schilfhalmen und Flaschen mit verschiedenfarbiger Tinte ausgestattet. Abgesehen von Bett, Schreibtisch und Lehnstuhl ergänzten zwei schlichte Tischchen das Mobiliar. Sie standen gut erreichbar links und rechts vom Stuhl des Fremden. In der Wand war ein Durchgang, aber Asmira konnte vom Bett aus nicht erkennen, wo er hinführte. »Ich warte«, der Fremde schnalzte mit der Zunge. »Hast du vielleicht Hunger? Willst du etwas essen?« Asmira schüttelte den Kopf. »Besser wär's. Du hast einiges durchgemacht. Trink wenigstens einen Schluck Wein.« Er deutete auf den Tisch zu seiner Rechten. Darauf standen einfache Steingutschalen, eine mit Obst, eine mit verschiedenen Brotsorten, in einer dritten türmten sich Meeresfrüchte, Räucherfisch, Austern und Tintenfischringe. »Die Tintenfischringe sind besonders lecker«, verkündete der Mann und schenkte einen Becher Wein ein. »Aber trink zuerst etwas.« Er beugte sich vor und hielt Asmira den Becher hin. »Du hast nichts zu befürchten. Diesen Wein habe ich nicht verzaubert.« Asmira sah ihn verdutzt an. Dann riß sie verstaunen und Angst die Augen auf. »Ganz recht«, sagte der Mann. »Ich bin es.« »Vielleicht sehe ich meinen Wandgemälden nicht mehr besonders ähnlich, aber ich bin es wirklich. Aber nun nimm bitte den Becher und lass es dir noch ein letztes Mal gut gehen. Du wirst wohl nicht lange genug leben, um einen zweiten zu genießen.« Benommen gehorchte Asmira. Seine Finger waren lang, die Nägel gefeilt und poliert. Am kleinen Finger hatte er eine rote Schwiele. Asmira sagte stockend, »Der Ring!« »Hier ist er!« Der Mann deutete beiläufig auf den Tisch zu seiner Linken. Auf einem silbernen Teller lag ein goldener Ring mit einem schwarzen Stein. Asmira schaute erst den Ring an, dann den König und dann wieder den Ring. »Wegen so eines kleinen Dingelchens hast du solche Anstrengungen unternommen.« König Salomo lächelte, aber es war ein gezwungenes Lächeln. »Du hast es weitergebracht als die meisten, aber du wirst das gleiche Ende nehmen. Wie heißt du?« Asmira schätzte die Entfernung vom Bett zum Stuhl ab. Aus dem Stand hätte sie einen großen Satz gemacht, seinen linken Arm nach unten gedrückt, ehe er nach dem Ring greifen konnte, ihren Dolch gepackt und den König getötet. Aus einer sitzenden Position heraus würde das viel schwieriger werden. »Es mochte ihr gelingen, ihm zuvor zu kommen, aber es war nicht sehr wahrscheinlich.« »Wie heißt du?« »Widerstrebend antwortete sie.« »Syrin.« »Woher kommst du?« »Aus Himja.« »Aus diesem kleinen, fernen Land?« Der König schien skeptisch. »Aber ich pflege keinerlei Beziehungen zu Himja. Wer hat dich geschickt?« Asmira schaute weg. Darauf hatte sie keine Antwort. Ihre angenommene Identität war nicht für den Fall einer Gefangennahme und eines Verhörs gedacht gewesen. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass sie in diesem Fall noch am Leben wäre. »Ich frage dich ein letztes Mal«, sagte König Salomo. Asmira zuckte stumm die Achse. Der König klopfte ungeduldig auf seine Armlehne. Dann nahm er den Ring vom Teller, streifte ihn über den Finger und drehte ihn kurz. Es wurde stockfinster im Raum. Ein dumpfes Dröhnen erscholl, die Luft verdichtete sich und etwas schleuderte Asmira machtvoll quer über das Bett hinweg. Sie prallte gegen die Wand. Als sie die Augen wieder öffnete, stand ein Wesen neben dem König, schwärzer als ein Schatten. Die Erscheinung verströmte eine schreckenerregende Macht, wie ein loderndes Feuer sengende Hitze verströmt. Asmira hörte die Schriftrollen und Pergamente im Zimmer flattern. »Antworte«, donnerte der König. »Wer bist du? Wer hat dich geschickt? Sprich, meine Geduld ist am Ende.« Die Erscheinung setzte sich in Bewegung. Asmira stieß in Todesangst einen Schrei aus und drückte sich an die Wand. »Ich heiße Asmira! Ich komme aus Saba! Meine Königin schickt mich!« Unversehens war das Wesen verschwunden. In Asmiras Ohren knackte es, sie hatte Nasenbluten. Die Lampen im Zimmer schienen hell wie zuvor. König Salomo Aschfall vor Erschöpfung oder Zorn streifte den Ring ab und ließ ihn auf den Silberteller fallen. »Königin Balkis!« Er fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. »Balkis?« »Fräuleinchen, wenn du es wagst, mich anzulügen!« »Ich lüge nicht!« Asmira richtete sich mühsam wieder auf. Tränen stiegen ihr in die Augen. Die Todesangst hatte sich zugleich mit dem Geist des Ringes verflüchtigt. Jetzt schämte sie sich entsetzlich für ihren Verrat und sah den König mit blankem Hass an. Salomo trommelte auf die Armlehne. »Königin Balkis!«, wiederholte er verblüfft. »Ausgeschlossen! Was hätte sie für einen Grund?« »Ich sage die Wahrheit!«, fauchte Asmira. »Auch wenn das keine große Rolle mehr spielt, weil ihr mich ja sowieso umbringt.« »Du behauptest also, Königin Balkis schickt dich. Aus welchem Grund?« »Ihr habt meiner Königin gedroht, ihr habt sie erpresst.« »Muss ich euch eigens wiederholen, was ihr verlangt habt?« »Saba kann euch nicht standhalten, wie ihr sehr wohl wisst. Darum hat die Königin zu dem einzigen Mittel gegriffen, dass er zur Verfügung steht, um ihre Ehre zu retten. Hätte ich euch ermordet, hätte ich mein Land gerettet. Ich könnte mich selbst ohrfeigen, dass es mir nicht gelungen ist.« »Nun, ich finde, ich finde, das ist eine äußerst ungewöhnliche Art, einen Heiratsantrag abzulehnen,« sagte Salomo gedehnt. »Mit einer Ablehnung kann ich leben. Ein Attentat geht mir ein bisschen zu weit. Kannst du das nachvollziehen, Asmira?« Sie starrte ihn finster an, als er ihren Namen nannte. »Ich rede nicht von einem Heiratsantrag, sondern von eurer Drohung, Saba zu überfallen, von eurer Forderung nach säckeweise Weihrauch, von eurer Ankündigung, unser Land beim nächsten Neumond dem Erdboden gleich zu machen. Das sind wirklich schreckliche Drohungen. Allerdings, nur, dass ich sie nie ausgesprochen habe.« Er lehnte sich zurück, legte die Fingerspitzen aneinander und schaute Asmira eindringlich an. Asmira gab sich einen Ruck. »Doch!« »Mitnichten!« »Euer Wort steht gegen das meiner Königin. Demnach seid ihr ein »Ich muss wohl abermals etwas richtigstellen«, unterbrach König Salomo sie und nahm sich einen Tintenfischring. »Denn du scheinst dich mit Königin und ihren Gewohnheiten nicht gut auszukennen. Es kommt vor, dass ein König einmal etwas zwischen den Zeilen sagt oder auch unausgesprochen lässt, weil es der Anlass erfordert. Wenn ein König dir jedoch fest in die Augen schaut und etwas sagt, dann ist das auch so. Ein König lügt nicht. Wer so etwas auch nur andeutet, ist es Todes. Könnte sie sich geirrt haben?« »Nein.« »Wahrscheinlich kann ich mir den Versuch sparen, aus einer Sklavin etwas Vernünftiges herausbekommen zu wollen. «, brummte Salomo, nahm sich eine Weintraube und kaute nachdenklich. »Ich muss sagen, dass ich von Balkes enttäuscht bin. Angeblich ist sie überaus klug, aber dieses Attentat ist der reinste Pfusch. Die Kiebitze haben mir auch berichtet, Balkes sei hübsch. Womöglich liegen sie auch in dieser Hinsicht daneben. Naja, traue nie einem Zugvogel.« »Die Königin ist sogar sehr hübsch«, erwiderte Asmira empört. »Jedenfalls haben sich die Aussichten auf eine Hochzeit inzwischen ziemlich verschlechtert. Wie hat die Königin eigentlich von meinen angeblich finsteren Absichten erfahren? Hat sie dir das auch anvertraut?« »Durch euren Dämonenboten.« »Den kann auch sonst wer geschickt haben. Mal ehrlich, jedes Kind hätte sich erst einmal rückversichert.« König Salomo seufzte. »Wir sind uns also einig«, fuhr er fort, »dass du unter falschen Voraussetzungen hierher gekommen bist. Wie lautet dein Auftrag?« »Euch umzubringen und nach Möglichkeit den Ring zu stehlen. Und im Falle deiner Gefangennahme, die schließlich unvermeidlich war«, Asmira zuckte die Achseln, »den Dolch gegen mich selbst zu richten. Das hat dir deine Königin befohlen?« »Nein, jedenfalls nicht ausdrücklich. Die Priesterinnen haben das gesagt.« König Salomo nickte. »Aber Balkes hatte nichts dagegen einzuwenden. Sie war damit einverstanden, dass du dich opferst.« »Im Grunde bin ich heilfroh, dass diese Frau meine Heiratsanträge abgelehnt hat. Bei der bloßen Vorstellung, so jemanden in meinen Harem aufzunehmen, überläuft es mich eiskalt. Eigentlich müsste ich dir dankbar sein, dass du mir die Augen geöffnet hast, Asmira.« Wut stieg in ihr auf wie ein Säureschwall. »Warum habt ihr mich nicht einfach getötet, als ihr mich gefunden habt?« »Weil das nicht meine Art ist. Außerdem habe ich noch mehr Fragen. Wer hat dir geholfen, den Turm zu ersteigen?« »Niemand.« »Du bist ein hübsches, mutiges Mädchen und sehr geschickt im Umgang mit Waffen, aber das alles ist noch keine Erklärung. Jeder andere Attentäter... Ich bin kein Attentäter. Ich bin erste Wächterin in Erbfolge.« »Entschuldige bitte, dass mir dieser feine Unterschied entgangen ist. Aber gut, entweder bist du tatsächlich nur eine Wächterin, dann hat dir jemand beigestanden, der überragende magische Fähigkeiten besitzt, oder aber du bist eine erfahrene Zauberin und befähligst mächtige Sklaven.« Der König musterte Asmira eindringlich. Zum ersten Mal, seit Asmira aus ihrer Ohnmacht erwacht war, geriet ihre rücksichtslose Entschlossenheit ins Wanken. Sie dachte an Bartimaeus. Er hatte sie gewarnt, hatte versucht, sie von ihrem Vorhaben abzubringen. Jetzt war sie eine Gefangene, und er war entweder tot oder geflohen. »Also«, hakte der König nach, »wie bist du hier hochgekommen?« »Ich, mich hat ein Geist hochgetragen, den ich selbst beschworen habe. So, und wo steckt er jetzt, dein Geist? Ich habe Spähgeister ausgeschickt, aber nichts dergleichen entdeckt. Dann hat ihn euer Dämon wohl umgebracht.« Der König hob die schön geschwungenen Brauen. »Was für ein Sklave war es denn? Ein Marit?« »Ein gewöhnlicher Djinn. Jetzt weiß ich, dass du lügst.« Der König griff nach dem Ring auf dem Silberteller. »Ein gewöhnlicher Djinn wäre nie und nimmer an meinen Wachposten vorbeigekommen. Du bist keine Zauberin, aber dir hat ganz gewiss ein Zauberer geholfen.« Er überlegte und fragte dann schroff, »war es etwa einer von meinen eigenen Zauberern?« Asmira traute ihren Ohren nicht. »Wie bitte?« »War es Hiram oder Nisroch oder Kaba?« »Du deckst doch jemanden.« Salomo wies auf das Fenster. »Die siebzehn in ihren kleinen Türmen sind unruhig. Sie sind der Quelle der Macht sehr nahe, aber es verlangt sie nach mehr.« Asmira wollte etwas einwenden, aber der König sprach immer lauter und beugte sich weit vor. »Nun, Asmira, was haben dir die Burschen für diesen selbstmörderischen Auftrag geboten? Liebe? Seinen Stoffe? Andere Reichtümer? Sprich, der Ring steckt schon an meinem Finger. Sag die Wahrheit, sonst drehe ich ihn.« Asmira war wie vor den Kopf geschlagen. Als sie sich wieder gefasst hatte, lachte sie. Sie stellte den unberührten Weinbecher auf den Boden und erhob sich. »Ich habe euch in allem die Wahrheit gesagt. Meinetwegen dreht euren Ring und bringt es hinter euch.« Der König sagte wütend, »Setz dich!« »Ich warne dich! Setz dich wieder hin!« »Nein!« Sie ging auf ihn zu. »Dann bleibt mir nichts anderes übrig.« Salomo hob die Linke und drehte den goldenen Reif zwischen Daumen und Zeigefinger der Rechten. Asmira blieb stehen. Sie schloß die Augen, in ihren Ohren rauschte das Blut. Nichts geschah. Durch das Rauschen hörte sie den König fluchen. Asmira öffnete ein Auge. Salomo saß da und drehte wieder und wieder an seinem Ring, aber keine schreckenerregende Wesenheit wollte sich materialisieren. Der schmale Goldreif sah eigenartig grau und weich aus, wurde bei jeder Drehung schlaffer, bis er viel zu weit war. Salomo und Asmira starrten ihn mit offenem Mund an. »Ein Tintenfischring!« flüsterte Asmira dann tonlos. Auch Salomo war kaum zu verstehen. »Jemand hat den Ring vertauscht!« »Gut erkannt, nämlich ich!« Damit spazierte eine kleine gestreifte Wüstenkatze hinter dem Regal mit den Schriftrollen hervor. Ihre Schnurrhaare glänzten, die Augen strahlten, und den Schwanz streckte sie übermütig steil in die Luft. Das ganze Tier war die Selbstzufriedenheit in Person. Es blieb zwischen den beiden Menschen stehen. »Der gewöhnliche Djinn steht zu Diensten«, verkündete die Katze, hockte sich hin und ringelte den Schwanz um die Pfoten. »Der gewöhnliche Djinn«, sie machte eine Kunstpause und sah vielsagend von einem zum anderen, »hat mal eben lange Pfoten gemacht, während ihr beide euch gezankt habt wie die Fischweiber.« »Tachchen, Asmira«, sagte ich fröhlich. »Tachchen, Salomo!« Ich strich mir mit der Pfote die Schnurrhaare glatt. »Der Erste, der sich wieder erholt, kriegt einen Preis.« Das Mädchen rang nach Luft. »Ich dachte, du bist tot«, brachte es schließlich heraus. »Nö«, »ich dachte, der Riesendämon, der war bloß ein Trugbild. Blendwerk ist offenbar Salomos Fachgebiet.« Sie funkelte den König böse an. »Ihr habt doch gesagt, ihr hättet mich vor dem Dämonen errettet.« »Man soll nicht immer alles glauben, was die Leute so reden, stimmt's?« Ich zwinkerte Salomo zu. Er starrte mich immer noch an wie ein Gespenst. »Tja, so sieht man sich wieder, großer König.« Salomo erwiderte nichts. Ich konnte es ihm nicht verdenken, schließlich hatte er mich noch nie als Katze gesehen. Außerdem stand er wahrscheinlich noch unter Schock. Lachend fuhr ich fort. »Richtig, mein Freund, Bartimaeus von Uruk, zu euren Diensten.« »Wer?« Die Katze zuckte verärgert mit der Schwanzspitze. »Bartimaeus von Uruk, ihr wisst doch bestimmt noch wie, also ehrlich, beim großen Marduk.« Im Handirmdrehen wurde aus der Katze ein Zwergnilpferd mit Baströckchen, das empört die plumpen Vorderbeine in die Hüften stemmte. »Erkennt ihr mich jetzt?« »Nimmst du diese Erscheinungsform öfter an?« fragte Asmira, erstaunt. »Nein, jedenfalls nicht besonders oft, aber das ist eine völlig andere Geschichte.« Salomo riss sich zusammen. »Doch, ich erinnere mich an dich, du bist einer von Kabas-Dschinn.« Er wandte sich wütend an das Mädchen. »Es war also doch der Ägypter, der dich geschickt hat.« Ich schüttelte mitleidig den Kopf. »Wohl kaum, ich bin nicht mehr Kabas Sklave. Bartimaeus von Uruk entkommt auch der brutalsten Knechtschaft. Kein Zauberer kann mich lange bändigen. Früher oder später bin ich...« »Kaber hatte ihn in eine Flasche gesperrt,« schnitt mir Asmira das Wort ab. »Ich habe ihn befreit, jetzt ist er mein Sklave.« »Prinzipiell schon,« räumte ich mürrisch ein. »Aber auch das wird nicht von Dauer sein. Ich kenne inzwischen nämlich deinen richtigen Namen, Asmira. Wenn dir dein Leben lieb ist, entlässt du mich unverzüglich.« Die Kleine beachtete mich gar nicht. Sie ging zu Salomo hinüber und nahm den Dolch von seinem Schoß. Der König hinderte sie nicht daran. Sie stellte sich neben seinen Stuhl und richtete die Waffe auf ihn. »Gib mir den Ring, Bartimaeus,« sagte sie schroff. »Wir gehen.« Ich räusperte mich. »Jetzt mal langsam. Hast du mir nicht zugehört? Ich kenne deinen Namen. Damit kann ich alle deine gegen mich gerichteten Umkehrzauber abwehren. Du musst trotzdem tun, was ich dir sage, oder nicht? Wo ist der Ring?« »Entlasse mich, dann verrate ich es dir zum Abschied. Wie bitte? Du glaubst doch nicht, dass ich mich darauf einlasse.« König Salomo von Israel hatte da gesessen und uns beobachtet. Jetzt mischte er sich ein. Er mochte gebrechlich wirken, doch in seiner Stimme schwang noch der alte anmaßende Kommandoton mit. »Bartimaeus von Uruk, hast du den Auftrag ausgeführt, den ich dir erteilt habe?« »Welchen Auftrag?« fragte das Nilpferd verwundert. »Meint ihr die Sache mit den Banditen in der Wüste? Die habe ich zur Strecke gebracht, aber das ist doch jetzt gar nicht das Thema. Hör mal, Asmira!« Salomo ließ nicht locker. »Berichte mir von den Banditen. Wer waren sie? Wer war ihr Anführer?« »Der König der Edomiten hatte sie ausgeschickt, weil er den jährlichen Tribut so hoch fand, den er euch entrichten sollte, aber ihr begreift doch sicherlich, dass jetzt nicht der rechte Augenblick ist. Tribut? Welcher Tribut? Ich habe nie einen Tribut von ihm verlangt.« »Da ist der König der Edomiten aber entschieden anderer Meinung«, erwiderte ich. »Die Königin von Saba glaubt ja auch, dass ihr es auf ihren Weihrauch abgesehen habt. Irgendwas scheint da faul zu sein. Aber verzeiht, großer Salomo, ihr scheint euch über eure Lage nicht im Klaren zu sein. Ihr seid wehrlos. Ich habe euch den Ring gestohlen.« »Von wegen. Ich habe den Ring gestohlen«, sagte das Mädchen. »Ich bin nämlich deine Herrin.« »Nur auf dem Papyrus«, brummelte das Nilpferd, »und nicht mehr lange.« »Gib mir den Ring, Bartimeus.« »Nein, was ist mit meiner Entlassung?« »Jetzt gib ihr den Ring schon, Bartimeus«, meldete sich Salomo wieder zu Wort. Asmira und ich wandten uns ihm verwundert zu. Der König nahm sich ein Stück Räuchermakrele vom Teller auf seinem Tischchen und verspeiste es genüsslich. Er bewahrte erstaunlich. Haltung, das muss man ihm lassen.« »Gib ihr den Ring«, sagte er noch einmal. »Warum bist du so starrig? Wunderst du dich nicht, Asmira aus Saba, dass sich dein Diener bei so einer Kleinigkeit derart anstellt? Eigentlich müsste er deinen Befehl doch mit Freuden ausführen, weil du ihn dann gehen lässt. »Könnte es sein«, Salomo blickte mit müden Augen zwischen uns hin und her, »dass der Dschinn etwas über den Ring herausgefunden hat, das dir bis jetzt entgangen ist? Dass er das Weite suchen möchte, ehe du es auch entdeckst?« Das Nilpferd pustete ärgerlich die Pausbacken auf, weil der König es ertappt hatte. Ich zeigte mit dem Vorderhof auf das Schriftrollenregal. »Der Ring liegt da drunter.« Das Mädchen machte ein argwöhnisches Gesicht. »Du behältst den König im Auge«, befahl sie. Sie ging vor dem Regal in die Hocke und tastete darunter umher. Dann entfuhr ihr ein Jubellaut. Ich wartete gespannt. Ein Aufschrei, ein Klirren. Die Kleine klemmte eine Hand in die Achselhöhle. »Autsch, das brennt«, jaulte sie. »Was hast du mit dem Ring gemacht, Dämon?« »Ich?« »Du hast ihn mit irgendeinem bösen Fluch belegt.« Sie fuchtelte mit dem Dolch in der anderen Hand herum. »Heb den Bann sofort auf, oder?« Da erhob sich der König, und obwohl er im Nachthemd war, obwohl er so abgemagert war, obwohl sein Gesicht ohne gnädiges Blendwerk gealtert und runzlig war, strahlte er eine Autorität aus, die uns beide verstummen ließ. »Der Djinn spricht die Wahrheit«, sagte er. »Salomus' Ring hat die Eigenschaft, Schmerzen zu verursachen. Wenn du mir nicht glaubst, sieh her.« Er hielt den Finger mit der blau-roten Schwiele hoch. »Ich verstehe das nicht«, stammelte Asnera. »Das ist bestimmt nur eine List, darauf falle ich nicht herein.« Aber sie hob den Ring nicht auf, auch wenn ihr Blick immer wieder davon angezogen wurde.« »Es ist keine List«, sagte ich, »ich habe mich auch daran verbrannt.« Man beachte, dass ich mich inzwischen von dem Nilpferd im Baströckchen wieder in den dunkelhaarigen Jüngling verwandelt hatte. Diese Erscheinung schien mir der Situation angemessener, auch wenn sie nicht so dralle Kurven aufwies. »Ich spürte, dass gleich etwas Entscheidendes geschehen würde, hatte aber keine Ahnung, wohin das führen würde.« »Aber wieso brennt der Ring denn?«, jammerte die Kleine. »Wie soll meine Königin da...« »Ich dachte immer, der Ring...« »Ich will dir erzählen, was ich über den Ring weiß, Asnera«, sagte Salomo ruhig. »Danach magst du mit ihm und mit mir verfahren, wie es dir beliebt.« Die Kleine schaute unschlüssig erst zur Tür und dann wieder auf den goldenen Reif zu ihren Füßen. Sie blickte von Salomo zu dem Dolch in ihrer Hand, dann stieß sie einen unterdrückten Fluch aus. »Dann los! Und keine Mätzchen!« Als ich jung war, hob der König sogleich an, galt mein Interesse vergessenen Schätzen aus alter Zeit, eine Leidenschaft, der ich heute noch fröne. Auf der Suche nach solchen Schätzen unternahm ich weite Reisen, feilschte und handelte in den Bazaren von Theben und Babylon. Ich suchte auch die Ruinen versunkener, längst namenloser Städte auf, zum Beispiel jene unweit des Flusses Tigris am Rande der Wüste. Von dieser Stadt künden heute nur noch ein paar flache Hügel. Die Städte war im Lauf der Jahrhunderte schon oft geplündert worden, aber den größten Schatz und zugleich den allerschrecklichsten hatte noch niemand angetastet. Salomo unterbrach sich und hustete, aber wahrscheinlich wollte der alte Schmierenkomödiant bloß die Spannung steigern. Bevor ich dort eintraf, nahm Salomo den Faden wieder auf, hatte ein Erdbeben einen der kleineren Hügel erschüttert. Unter Sand und Erde waren ein Stück Lehmziegelmauer zum Vorschein gekommen, ein halb eingestürzter Torbogen und dahinter eine Treppe. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, war meine Neugier sofort geweckt. Ich nahm eine Fackel, stieg in die unergründliche Tiefe hinab und fand mich schließlich vor einer geborstenen Tür wieder. Ein Steinschlag hatte sich schon vor langer Zeit zerschmettert, und falls jemand sie mit einem magischen Siegel versehen hatte, war es längst aufgebrochen. Ich schlüpfte hindurch und stand in einer kleinen Kammer. In der Mitte – er erschauerte noch im Nachhinein – in der Mitte stand ein eiserner Stuhl, und darauf war mit Stricken und Draht eine Mumie gefesselt. Ob der Betreffende einst ein Mann oder eine Frau gewesen war, kann ich nicht sagen, denn mich befiel Tödliches entsetzen, und ich wollte nur noch weg von diesem Ort. Als ich mich zum Gehen wandte, sah ich es an einem der ledrigen Finger golden blinken. Die Gier des Sammlers überkam mich. Ich griff zu, der Finger brach ab, der Ring lag in meiner Hand. Ich steckte ihn an. Er hielt die Hand ins Licht, sodass die Schwiele an seinem Finger feuerrot leuchtete, und wurde von so unerträglichen Schmerzen übermannt, dass mir die Sinne schwanden. Salomo trank einen Schluck Wein. Sogar ich wagte es ausnahmsweise nicht, dazwischen zu quatschen. Doch der Schmerz weckte mich auch wieder aus meiner Ohnmacht, fuhr der König fort. Ich wollte den Ring nur noch loswerden. Als ich daran zog, drehte er sich, und plötzlich fragte mich eine sanfte Stimme nach meinem Begehr. Ich hatte nur noch einen Wunsch, heimzukehren. Ein Schwindel erfasste mich, und im nächsten Augenblick stand ich auf dem Dach meines Jerusalemer Hauses in der warmen Sonne. »Einfach so?« Asmera fiel die Kinnlade runter. Sogar der gut aussehende junge Sumera, der schon einiges erlebt hatte, war unwillkürlich beeindruckt. »Einfach so«, bestätigte Salomo. »Ich fasse mich nun kurz, denn was dann kam, könnt ihr euch sicherlich denken. Bald wurde mir zweierlei klar. Erstens, dass mir der Ring unerhöhte Macht verschafft. Die darin eingeschlossene Wesenheit versorgt mich mit unzähligen Sklaven, die mir jederzeit zu Diensten sind. Ich brauche nur an den Stein zu fassen. Drehe ich den Ring jedoch, erscheint der Geist persönlich. Ich kann mir alle meine Wünsche sofort erfüllen.« Zweitens, und das ist weniger angenehm, er schloss kurz die Augen. Zweitens verursacht der Ring seinem Träger schreckliche Schmerzen. Damit nicht genug. Jedes Mal, wenn ich ihn anstecke, schwächt er mich mehr. Als ich noch jung und kräftig war, benutzte ich den Ring täglich. Ich erbaute diesen Palast, vergrößerte mein Reich, zwang die Herrscher der Nachbarländer, sich mir zu unterwerfen. Nach einer Weile setzte ich den Ring auch dazu, einen notleidenden Menschen zu helfen. Das alles fällt mir in letzter Zeit immer schwerer. Er seufzte tief. »Euch ist sicherlich bekannt«, sagte ich in mitfühlendem Ton, denn Salomos Erzählung hatte mich ergriffen, »dass einige eurer Zauberer nicht ganz so rechtschaffen sind wie ihr. Anders ausgedrückt, sie sind regelrecht bösartig. Körber zum Beispiel.« »Ich weiß«, erwiderte Salomo, »etliche der siebzehn sind charakterlich so verderbt, wie sie als Zauberer fähig sind. Ich sorge dafür, dass sie in meiner Nähe bleiben, und ab und zu drohe ich ihnen mit dem Ring. Das klappt ganz gut. Es ist mir jedenfalls lieber, als zu riskieren, dass sie sich woanders heimlich treffen und gegen mich verschwören. Unterdessen bediene ich mich ihrer Macht.« »Schon, aber ich glaube nicht, dass ihr das ganze Ausmaß...« Auf einmal stand Asmira zwischen uns und hielt dem alten König den Dolch an die Kehle. »Sprich nicht mit ihm, als wäre er dein Verbündeter, Bartimeus«, fauchte sie. »Heb endlich den Ring auf, wir müssen los.« Die Waffe schien den König nicht zu ängstigen. »Asmira«, sagte er, »du hast meine Geschichte gehört. Schau mich an. Willst du, dass deine Königin irgendwann so aussieht?« »Das wird nicht passieren. Die Königin würde den Ring nicht so oft anstecken wie ihr.« »Oh, doch. Sonst wird er ihr nämlich gestohlen.« »Du hast die Wahl. Wenn es sein muss, töte mich und bring den Ring deiner Königin. Dann werden ihre Zauberer darum kämpfen und auf der Welt wird Krieg ausbrechen. Oder du lässt den Ring hier und gehst wieder.« »Ich werde meine Bürde auch weiterhin auf mich nehmen, den Ring sicher verwahren und so viel Gutes damit wirken, wie ich kann. Ich verspreche dir, dass ich dich ungehindert ziehen lasse.« Ich war untypischerweise die ganze Zeit still gewesen und hatte Salomo Gelegenheit gegeben, seinen Standpunkt ausführlich zu vertreten. Jetzt meldete ich mich wieder zaghaft zu Wort. »Das klingt doch sehr vernünftig, finde ich. Gib ihm den Ring zurück, Asmira, und dann nichts wie Aua!« Sie hatte sich mit dem Dolch in der Hand umgedreht, und die Aura des Silbers versenkte meine Substanz. Sie hob den Blick und schien mich wieder zu sehen. »Bartimeus?« »Ja, bitte, Asmira?« Nach allem, was sie gehört und gesehen hatte, war sie bestimmt zur Vernunft gekommen. Sie hatte die schädliche Wirkung des Ringes schließlich am eigenen Leib erfahren. »Hol mir den Ring, Bartimeus.« »Damit du ihn, Salomo, zurückgeben kannst?« »Damit ich ihn nach Saba bringen kann.« Ihre Miene war ausdruckslos. Ohne den König anzuschauen, steckte sie den Dolch weg und ging zur Tür hinaus. Einen so zaubermächtigen Gegenstand wie den Ring des Salomo zu befördern, ist eine heikle Sache, vor allem, wenn man nach Möglichkeit nicht dabei verbrutzelt werden möchte. Idealerweise hätte ich den Ring in ein bleiverkleidetes Kästchen gelegt, das Kästchen in einen Sack gesteckt und den Sack an einer meilenlangen Kette hinter mir hergezogen, damit weder meine Substanz noch mein Augenlicht darunter litten. So aber musste ich mich damit begnügen, ihn in die beschriebenen Pergamentblätter von Salomos Schreibtisch einzuwickeln. Das hielt zwar die schlimmste Hitze ab, aber die Aura des Ringes drang sogar durch diese dicke Verpackung, sodass meine Hand unangenehm kribbelte. Die Kleine war schon draußen. Ich folgte ihr und hielt die Kugel aus zerknülltem Pergament zimperlich in der ausgestreckten Hand wie ein unwilliger Sklave, was ich ja auch war. An der Tür drehte ich mich noch einmal um. Der König saß immer noch auf seinem Stuhl, das Kinn war ihm auf die Brust gesunken. Er wirkte greisenhafter denn je und schaute mich nicht an, versuchte auch nicht, den Diebstahl zu verhindern. Ihm war klar, dass ich den Ring selbst dann nicht zurückgeben durfte, wenn ich es gewollt hätte. Es gab nichts mehr zu sagen. Ich trat in den Flur hinaus und ließ König Salomo in seinem kargen Schlafgemach zurück. Dann durchquerte ich den Säulensaal, ging am Wasserbecken vorbei, an den Türen zum Observatorium und zur Schatzkammer, an den goldenen Tischen in all ihrer trügerischen Pracht, und trat schließlich durch den Vorhang. Ich schlüpfte durch das Abwehrnetz und stand wieder auf dem Balkon. Über mir funkelten die fernen Sterne. Unter mir, jenseits der Gartenanlagen, schimmerten die Lichter des Palastes. Asmira stand an der Brüstung und blickte nach Süden. Sie hatte die Arme verschränkt, ihr langes, dunkles Haar wehte in der frischen Brise. Ohne mich anzuschauen, fragte sie, hast du den Ring? Ja. Dann bring mich und ihn nach Saba, wie ist mir gleich. Verwandle dich in einen Vogel, eine Fledermaus oder irgendein Ungeheuer, Hauptsache es geht schnell. Bei unserer Ankunft entlasse ich dich. Für jemanden, der gerade einen lebensgefährlichen Auftrag erfolgreich abgeschlossen hat, klang sie nicht besonders vergnügt, eher stinksauer, um es deutlich zu sagen. Da war sie nicht die Einzige. Warum hast du Salomo nicht getötet? Weil ich es nicht über mich gebracht habe, schrie das Mädchen. Kapiert? Ich hab's nicht über mich gebracht, als er da so vor mir saß. Ich richtete mich hoch auf, jetzt ging's als Eingemachte. Lass mich mal eine Vermutung äußern, sagte ich, und wieder war es von Vorteil, dass ich die Gestalt des sumerischen Speerträgers und keine meiner ausgefalleneren Erscheinungsformen angenommen hatte. Unbequeme Wahrheiten sind immer schwer zu schlucken, da braucht der Überbringer nicht unbedingt ein glotzäugiger Kobold, eine geflügelte Schlange, ein Gifthauch oder ein viergesichtiger Dämon zu sein, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Du konntest Salomo nicht umbringen, weil du im Grunde deines Herzens wusstest, dass er die Wahrheit sagt, was Saba und den Ring betrifft. Nein, halt bitte einen Augenblick den Mund und hör mir zu. Das wiederum heißt, dass dir klar geworden ist, dass deine wundervolle Königin einem Irrtum aufgesessen ist. Das passt dir gar nicht. Das passt dir deswegen nicht, weil es bedeutet, dass Balkis dich unter falschen Voraussetzungen hergeschickt hat und du dein armseliges Leben umsonst aufs Spiel gesetzt hast. Es passt dir schon deshalb nicht, weil die Tatsache, dass auch deine Königin fehlbar ist, dein ganzes erbärmliches Leben und deinen blinden Gehorsam ihr gegenüber infrage stellt. Stimmt's? Oder habe ich recht? Und den Opfertod deiner Mutter natürlich auch. Asmira zuckte zusammen. Sie entgegnete lahm. Du weißt überhaupt nichts von meiner Mutter. Ich weiß das, was du mir erzählt hast. Deine Mutter hat sich für ihre Königin geopfert. Die Kleine schloss die Augen. Ja, und ich habe es mit angesehen. Und auch du bist davon ausgegangen, dass du bei dieser Unternehmung den Tod findest. Insgeheim hast du es sogar gehofft. Das Gesicht des Mädchens wirkte auf einmal sehr blass und schmal. Ich trat etwas zurück und fragte leise, wann ist deine Mutter denn gestorben? Erst vor kurzem? Nein, das ist lange her. Sie sah mich an. Ihr Zorn war noch spürbar, aber er war dabei, in sich zusammenzufallen, und sie hatte Tränen in den Augen. Ich war sechs Jahre alt. Die Bergstämme begehrten gegen die hohen Steuern auf und trachteten der Königin nach dem Leben. Aha, sagte ich nachdenklich. Ein Attentat auf einen unliebsamen Herrscher. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das Mädchen schien mich gar nicht zu hören. Meine Mutter hat die Männer aufgehalten, sieh... Ihr Blick glitt über die Gärten. Unter uns war immer noch alles ruhig. Einer spontanen Eingebung folgend nahm ich die Pergamentkugel von der Balkonbrüstung. Mir war eingefallen, dass man die gedämpfte Aura des Ringes womöglich von Weitem sehen konnte. Asmira lehnte reglos an der Brüstung. So kannte ich sie gar nicht. Natürlich hatte sie auch vorher schon mal still dagestanden, aber immer nur ganz kurz. Eigentlich war sie immer in Bewegung. Ob es nun an meinen Worten lag, an der Erinnerung an ihrer Mutter oder an etwas anderem, sie wirkte jedenfalls auf einmal gelähmt, ernüchtert und unsicher, was sie als nächstes tun sollte. »Wenn ich den Ring hier lasse,« sagte sie dumpf, »was habe ich dann erreicht?« »Nicht.« »Dann fühle ich mich weiter so leer wie jetzt.« »Leer?« Der Speerträger kratzte sich das markante Kinn. »Menschen und ihre Probleme, nicht eben meine stärkste Seite.« »Pass auf«, sagte ich, »wir können Salomo den Ring immer noch zurückgeben. Er wird sich nicht an dir rächen, das hat er dir versprochen. Außerdem wäre er bestimmt viel zu erleichtert. Ich hätte aber auch noch eine Alternative, die du womöglich noch nicht in Betracht gezogen hast. Wir können den Ring einfach ins Meer werfen. Dann sind wir in Einfühl allemal los und alles wird gut. Niemand bedroht mehr dein Land, deine Königin muss keine Schmerzen ertragen und einer Menge Geister bleiben eine Menge Unannehmlichkeiten erspart.« Ich verstummte je. Meine gemeißelten Nasenflügel zuckten, einmal, zweimal. Ich wandte witternd den Kopf hin und her. Das riß auch Asmira endlich aus ihrer Erstarrung. »Willst du etwa andeuten, dass ich müffle? Bei meinem geliebten Saba, ich habe wirklich andere Sorgen.« »Nein, nicht du.« Ich spähte mit zusammengekniffenen Augen umher. Säulen, Statuen, Stühle, alles völlig unverdächtig. Und doch, aha, riechst du das auch?« fragte ich. »Faule Eier?« antwortete das Mädchen. »Ich dachte, das kommt von dir.« »Mitnichten.« Ich huschte auf leisen Sohlen den Balkon entlang, blieb stehen, witterte, lauschte, huschte weiter, blieb wieder stehen, hielt abermals die Nase in die Luft. Ein rascher Schritt. Ich fuhr herum und zerschmetterte die mir zunächst stehende Statue mit einer Detonation in tausend Stücke. Asmira schrie auf, der Speerträger machte einen Satz. Glühende Steinsplitter prasselten gegen die Turmkuppel und hagelten auf den Balkonboden. Ich sprang mitten hinein, fegte die letzten Fetzen der violetten Wolke beiseite und zog den angekokelten Folio hinter dem geborstenen Sockel der Statue hervor. Ich hielt ihn am grünen, sehnigen Nacken gepackt und hob ihn in die Höhe. »Geseri«, knurrte ich, »hab ich's mir doch gedacht, elender Spitze, aber diesmal mach ich dich fertig, bevor du auch nur...« Der Folio streckte mir grinsend die Zunge heraus und zeigte nach Süden. Ich drehte mich um. Mist! Über den fernen Palastdächern stieg eine schwarze Rauchwolke senkrecht in den Himmel empor, eine Säule aus Wind und Feuer, die rasch heranfegte. Die Feuersäule spiel rote Blitze aus, brodelte und strudelte in rachsüchtigem Wüten und kam quer über die Gartenanlagen auf Salomos Turm zugerast. Was Asmira betraf, erschien die Feuersäule zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, nämlich gerade als ihre Entschlossenheit sie verlassen hatte. Sie stand an der Brüstung und sah zu, wie der Orkan aus strudelnden Flammen über Bäume und Rasenflächen hinwegfegte, alles ringsum in Brand steckte und blutrot färbte. Sie hörte den Wind heulen, hörte den kleinen Dämonen hämisch lachen, hörte Bartimaeus warnend rufen. Das alles sah und hörte sie sehr wohl, aber sie unternahm nichts. Sie kam sich zugleich bleischwer und hohl wie eine leere Hülse vor, und die Wolke kam immer näher. Der Djinn kam angerannt, mit einer Hand hielt er den kleinen Dämon gepackt, mit der anderen streckte er ihr die Pergamentkugel hin. »Der Ring«, rief er, »steck ihn an den Finger!« Asmira wurde aus ihren Gedanken gerissen. »Wie bitte, das kann ich nicht!« »Bist du blind, dort kommt Kaba!« Bartimaeus stand jetzt neben ihr, immer noch in der Gestalt des braunhäutigen Jünglings. Er drückte ihr die Pergamentkugel energisch in die Hand. »Los, steck ihn an, sonst ist es aus mit uns beiden!« Die Hitze des Ringes drang durch das Pergament. Asmira ertastete den Ring unter der Verpackung und hätte die Kugel dabei beinahe fallen lassen. »Ich, nein, das geht nicht! Warum setzt du ihn nicht?« »Weil das nun überhaupt nicht geht!«, rief der Djinn. »Der Zug des anderen Ortes würde mich entzwei reißen. Los jetzt! Kaba ist gleich hier!« Der junge Somera sprang auf die Balkonbrüstung, klemmte den Folio unter den Arm und feuerte eine rasche Folge roter Blitze auf die nahende Wolke ab. Leider zerstoben alle Blitze auf halbem Weg, als prallten sie gegen ein unsichtbares Hindernis und ließen Wolken verpuffender Magie in den Himmel steigen, oder aber als knisternde Funkenregen hinunter in den Gartentrudeln, wo sie die Zypressen in Brand steckten. Asmira zupfte unschlüssig an der Pergamentverpackung. Ein bläulicher Feuerstoß zerschmetterte die steinerne Brüstung. Von saphirblauen Flammen umlodert wurde der Djinn quer über den Balkon geschleudert, schepperte mitten durch die nächstbeste Statue und krachte mit verrenkten Gliedern gegen die Turmkuppel. Die Flammen züngelten über ihn hinweg, loderten noch einmal hoch auf und erloschen. Der Djinn rutschte die Kuppel hinunter, überschlug sich mehrmals und landete vor Asmiras Füßen im Schutt. Asmira starrte erst den reglos Darliegenden an, dann das Päckchen in ihren Händen, dann endlich gab sie sich einen Ruck. Alle Umschlüssigkeit war verflogen. Sie ruppte die Pergamentblätter auseinander, spürte die sengende Hitze des Ringes. Ein greller Blitz und die Gewitterwolke senkten sich auf den Balkon herab. Standbilder fielen um, Teile der Brüstung stürzten ein und kippten in den Garten. Der Sturm entlud sich über Asmira, warf sie mit Macht zu Boden. Sie landete auf dem Rücken und kreiselte mehrmals herum. Die Pergamentkugel war ihr aus den Händen geflogen und auf der Brüstung gelandet. Etwas Kleines, Goldenes kullerte heraus. Der Sturm verebte. In einem Kreis aus versenktem Trümmern stand der Zauberer Kaba und blickte sich finster um. Hinter ihm hob ein hoher dunkler Schemen den Kopf. Flache Arme entließen den Zauberer aus ihrer Umschlingung. Lange, spitze Finger streckten sich aus und zeigten in Asmiras Richtung. »Dort drüben«, sagte eine sanfte Stimme. Asmira hatte sich den Kopf angeschlagen. Die Balkonbrüstung verschwamm vor ihren Augen. Trotzdem setzte sie sich mühsam auf und sah sich suchend nach dem Ring um. Dort lag er, am Rand des gähnenden Abgrunds. Asmira war furchtbar schwindelig, aber sie krabbelte auf allen Vieren darauf zu. Hinter sich vernahm sie tappende Schritte. Dann das Rauschen eines langen Gewandes. Asmira krabbelte schneller. Die Hitze des Rings schlug ihr schon entgegen. Sie griff danach. Eine schwarze Sandale drückte ihre Hand auf den Boden. Asmira rang erschrocken nach Luft und zog ihre Hand wieder unter der Sohle hervor. »Nein, Cyrin«, sagte der Zauberer, »nein, der Ring ist nicht für dich bestimmt.« Mit der Sandalenkante versetzte er ihr einen schmerzhaften Tritt gegen die Wange. Asmira ließ sich nach hinten rollen und sprang auf. Doch ehe sie ihren Dolch zücken konnte, wurde sie von schwarzen Klauen um die Mitte gepackt und in die Höhe gerissen. Einen Augenblick sah sie nur dunkle Nachthimmel und flimmernde Sterne. Dann wurde sie unsanft wieder auf dem Boden abgesetzt. Der eiserne Griff um ihren Leib und ihre Arme lockerte sich nicht. Sie spürte etwas Großes hinter sich stehen. Der Ägypter beugte sich über den Ring und betrachtete ihn beinahe ungläubig. Er trug noch dasselbe Gewand wie vor ein paar Stunden an der Festtafel, sein Gesicht war eingefallen und die violetten Flecken in seinen Mundwinkeln zeugten noch vom Weingenuß, aber seine Augen funkelten erregt und seine Stimme bebte. »Er ist es! Er ist es tatsächlich! Ich kann es nicht fassen!« Er bückte sich, hielt aber sofort inne, als er spürte, welche Hitze der Ring verströmte. Der Griff um Asmiras Talie wurde fester, sie rang nach Luft. Im selben Augenblick wurde sie ein bisschen durchgeschüttelt, als hätte sich ihr peiniger Blitz schnell umgedreht und etwas aufgehoben. »Ja«, sagte eine sanfte Stimme, »jetzt habe ich auch Bartimaeus erlebt.« Asmira wandte den Kopf und sah den jungen Sumerer wie eine Lumpenpuppe im Griff einer mächtigen, grauen Faust hängen. Aus seinen zahlreichen Wunden entwich gelblicher Dampf. Der Anblick versetzte Asmira einen Stich. »Er ist nicht tot! Umso besser!« Kaba kam hinzu. Er drückte die rechte Hand an die Brust und hinkte ein wenig. »Dann haben wir ja gleich den ersten Bewohner für unsere neuen Substanzkäfige, Ahmet.« »Wie habt ihr uns entdeckt?«, fragte Asmira. »Wie hat der grüne Dämon...« »Geseri, Ahmet, und ich suchen dich schon die halbe Nacht, seit du mich bestohlen hast. »Geseri hat mit seinen Adleraugen hier auf dem Balkon etwas leuchten sehen und kam herüber, um nachzuschauen. Ich habe ihn dabei mit diesem kleinen Hilfsmittel überwacht.« Der Zauberer hielt den blanken Stein hoch, den er um den Hals trug. »Du kannst dir mein Erstaunen vorstellen, als ich dich erkannte.« Da stöhnte es plötzlich hinter ihnen. Eine zerzauste violette Wolke kam taumelnd zu ihnen emporgeschwebt. Der kleine grüne Folio lag darauf, alle viere von sich gestreckt. Auf seinem Kopf prangte eine Beule, groß wie ein Storchenei. »Awei, meine Substanz!«, jammerte er. »Dieser elende Bartimäus hat mich mit einer Versteinerung erwischt, und dann hat er mich über die Brüstung geschmissen.« »Sei still, Geseri!«, sagte Kaba ärgerlich. »Ich habe zu tun. Ich bin am ganzen Körper taub, zwickt mich ruhig in den Schwanz, ich spüre sowieso nichts.« »Wenn du nicht sofort still bist und wache hältst, hast du gleich gar keinen Schwanz mehr.« »Was haben wir heute wieder für gute Laune?«, erwiderte der Folio giftig. »Aber du sieh dich lieber auch vor, Kumpel. Die Explosionen hier oben und die abscheuliche Aura unter deiner Hand sind, nicht unbemerkt geblieben, also halt dich ran, denn wir bekommen gleich Gesellschaft.« Er zeigte nach Süden, von wo sich zahlreiche Lichtpunkte näherten, begleitet von vielen hohen, schmalen, dunklen Silhouetten. Kaba schnitt eine Grimasse. »Meine lieben Freunde und Kollegen wollen nach Salomo schauen. Die werden staunen, wer jetzt den Ring besitzt.« »Mag sein«, warf Asmira ein, »aber wie ich sehe, tragt er ihn noch nicht am Finger.« Sie schrie auf, denn der Dämon hatte ihre Talie zur Strafe zusammengequetscht. »Der Ring ist nicht ganz leicht auszuhalten.« Kaba nahm den Ring in die Hand. »Wer hätte dem Alten solche Willensstärke zugetraut? Aber glaub bloß nicht, dass du dich über mich lustig machen kannst, Mädchen. Ich bin ein sehr mächtiger Mann, und du bist nur eine namenlose Diebin.« Asmira knirschte vor Wut mit den Zähnen. »Falsch! Ich heiße Asmira, und meine Mutter war erste Wächterin der Königin von Saba. Ich wollte den Ring an mich bringen, weil mein Land in großer Gefahr schwebt, und wenn es mir auch nicht gelungen ist, so habe ich doch aus ehrenhafteren Beweggründen gehandelt als ihr.« Sie reckte trotzig das Kinn, ihre Augen blitzten, und grimmige Zufriedenheit wallte in ihr auf. Die folgende Stille war überwältigend. Dann lachte Kaba, schrill, fast kieksend, und dem Schattenwesen entfuhr ein Gelächter, das dem des Zauberers wie ein Echo entsprach. Der bewusstlose Djinn erbebte bei den misstönenden Lauten. Kaba beruhigte sich nur mit Mühe. »Sie kommen, Amit!« sagte er dann knapp. »Halt dich bereit! Meine liebe Asmira, übrigens ein hübscher Name, der mir viel besser gefällt als Zyrin. Du kommst also aus Saba, wie amüsant!« Er öffnete die Hand und betrachtete wieder Salomos Ring. »Beeilung, Boss!« sagte der Folio. »Da kommt der Olli Hiram, er sieht ganz schön sauer aus!« Die über dem Ring verharrenden Finger des Zauberers zitterten. »Was meint ihr mit amüsant?« fragte Asmira. »Nun, ich weiß jetzt, warum du hergekommen bist, warum Balkes dich geschickt hat.« Im Blick der großen feuchten Augen mischte sich Furcht mit Schadenfreude. »Und es amüsiert mich, dass du Salomo ganz umsonst umgebracht hast.« Asmira wurde es flau im Magen. »Aber der Tribut, den hat nicht Salomo gefordert.« »Der Bote kam nicht von ihm.« Kaba schloss die Hand wieder um den Ring und fuhr stöhnend fort. »Meine, meine Zaubererkollegen und ich machen uns schon eine ganze Weile Salomos Ruf zunutze, um gewisse Privatgeschäfte zu tätigen.« Die kleinen Könige von Edom, Moab, Syrien und so weiter zahlen brav ihren Tribut, weil wir sie mit schrecklichen Drohungen eingeschüchtert haben. »Balkes ist nur die Letzte in einer langen Reihe. So wie die anderen ist sie reich und kann zahlen, ohne dass es ihr wehtut. Für sie ist es kein großer Verlust, und uns füllt es die Truhen. Und wenn Salomo nichts davon merkt, wo ist dann das Problem? Der alte Narr hätte längst selber auf diese Idee kommen können. Was nützt die größte Macht, wenn sie einem keine Reichtümer einbringt?« Der Schatten hinter Asmira meldete sich wieder zu Wort. »Ihr müsst euch beeilen, Herr.« »Kaba«, rief jemand ärgerlich. »Was treibst du da?« Der Zauberer drehte sich nicht um, sondern sagte, »Mein guter Amet, ich weiß ja, dass ich zu viel rede. Ich rede, um mich von den Schmerzen abzulenken. Aber gleich lege ich den Ring an, gleich.« Asmira unterbrach ihn. »Bei dem Überfall auf Marib sind Menschen umgekommen. Welcher Zauberer hat den Boten geschickt?« Schweiß ran über Kaba's kahle Stirn. Er hielt den Ring zwischen Daumen und Zeigefinger der Rechten und bewegte ihn auf den Ringfinger der Linken zu. »Wenn du's unbedingt wissen willst, das war ich. Nimm's nicht persönlich, es hätte genauso gut einer meiner Kollegen sein können. Und der Bote war Amet, der dich gerade festhält. Ist es nicht eine Ironie des Schicksals, dass Balkes trotz zum Tod des einzigen Herrschers geführt hat, der den Ring niemals missbraucht hat? Ich werde nicht so zurückhaltend sein, das kann ich dir versichern.« »Kaba!« In seinem prächtigen weißen Gewand kam der Visier Hiram auf die Brüstung zugerauscht. Mit verschränkten Armen und zornigem Blick stand er auf einem kleinen Teppich, den ein großer Dämon in Menschengestalt jetzt auf der Balkonbrüstung absetzte. Der Dämon hatte wehendes, goldblondes Haar und gefiederte weiße Schwingen, deren Schläge wie Kriegstrommeln dröhnten. Hinter Hiram versammelten sich die anderen Zauberer und ihre Dämonen. »Was treibst du hier, Kaba?« fragte der Visier noch einmal in scharfem Ton. »Wo ist Salomo? Und was, was bitte, hast du da in der Hand?« Der Ägypter blickte gar nicht auf. Er konnte sich immer noch nicht überwinden, den Ring überzustreifen. »Leg den Ring weg, Kaba!« rief Hiram. »Ich bin der Älteste der Siebzehn und ich verbiete dir, den Ring anzustecken. Er gehört uns allen!« Kaba hielt den Kopf hartnäckig gesenkt. »Amet, ich brauche noch einen Augenblick. Bist du so gut und...« Asmira sah durch ihre Tränen, wie der Dämon das zähnestarrende Maul aufriss. Dann barf sie in die Luft, fing sie mit der anderen Hand wieder auf, sodass sie nun neben Bartimaeus fest saß. »Ich warne dich, Kaba!« donnerte Hiram. Mit Asmira und dem Djinn unter dem Arm richtete sich der Schatten auf und lehnte sich nach vorn. Er streckte den freien Arm aus und ließ die langen Finger spielen. Dann schnellte der Arm geschmeidig vor wie eine Peitschenschnur. Ein blitzschneller Hieb. Hirams Kopf fiel in die eine Richtung, sein Körper in die andere. Beide kippten über den Rand des Teppichs und stürzten in die Dunkelheit. Hirams weißgeflügelter Dämon gab einen Jubelschrei von sich und war verschwunden. Der Teppich trudelte führerlos in die Tiefe. Irgendwo jaulte einer der anderen Zauberer auf. Der Schatten zog sich wieder zurück und wandte sich seinem Herrn zu, der vornüber gebeugt einen gurgelnden Schrei ausgestoßen hatte. »Habt ihr euch verletzt, liebster Herr? Was kann ich tun?« Erst gab Kaba keine Antwort. Er hatte genug mit sich zu tun. Er hielt den Kopf fast bis zu den Knien gebeugt. Dann hob er ihn ruckartig und richtete sich langsam auf. Sein Gesicht war maskenhaft starr, der Mund zu einem schaurigen Grinsen verzerrt. »Nichts, mein guter Ahmet, du musst gar nichts mehr tun.« Kaba hielt die Hand hoch. An seinem Finger glitzerte es golden. Asmira hörte Bartimaeus ächzen. »Na toll, war ja wieder klar, dass ich ausgerechnet jetzt zu mir komme.« Der Ägypter wandte sich nach dem Garten um. Im Schein der Sterne sah man die anderen Zauberer unschlüssig auf ihren fliegenden Teppichen stehen. Einer rief herausfordernd etwas herüber, aber Kaba ging nicht darauf ein. Stattdessen hob er die Hand und drehte bedächtig den Ring an seinem Finger. Wie schon zuvor in Salomos Observatorium knackte es in Asmiras Ohren. Bartimaeus sog vornehmlich Luft durch die zusammengebissenen Zähne. Sogar der Schatten, der sie beide gepackt hielt, wich einen Schritt zurück. In der Luft vor der Balkonbrüstung erschien eine Gestalt, groß wie ein Mensch, aber es war kein Mensch, und sie war schwärzer als der Nachthimmel. »Du bist nicht Salomo.« Die Stimme war weder laut noch zornig, sondern leise und sanft. Trotzdem klang sie ein wenig gereizt. Asmira zuckte zurück wie unter einem Schlag und spürte, dass ihr Blut aus der Nase lief. Kaba entfuhr ein Schmerzenslaut, es mochte aber auch ein Auflachen sein. »Ganz recht, Sklave, du hast jetzt einen neuen Herrn. Folgendermaßen lautet mein erster Befehl, schütze mich vor allen magischen Angriffen.« »So sei es«, erwiderte die Erscheinung. »Und nun?« Kaba schluckte schwer, dann richtete er sich hoch auf. »Nun soll die Welt erfahren, dass ab heute in Jerusalem ein anderer Wind weht. Mit Salomos Schlendrian ist jetzt Schluss. Endlich kommt der Ring richtig zum Einsatz.« Daraufhin beschossen etliche seiner Kollegen den Ägypter mit magischen Blitzen, doch die Blitze zerstoben allesamt über der Balkonbrüstung und verwandelten sich in ein hübsches Gestöber bunter Funken, die wie Grassamen vom Wind davongetragen wurden. »Sklave des Rings«, rief Kaba, »wie ich sehe, sind meine Kollegen Elbesch und Niesruch besonders angriffslustig. Darum sollst du sie als Erste züchtigen.« Zwei Teppiche und zwei Zauberer zerbarsten zu hellgrünen Feuerkugeln. Ihre qualmenden Fetzen trudelten auf die Baumkronen nieder. »So sei es«, »Sklave des Rings«, Kaba sprach immer selbstbewusster. Seine Schmerzen schien er inzwischen im Griff zu haben. »Schaff mir ein großes Heer herbei, so groß wie jenes, als Thutmosis Genimrud marschierte, nein, größer noch. Der Himmel soll sich auftun, und meine Krieger sollen all jene Bewohner dieses Palastes vernichten, die es gewagt haben, die Hand gegen mich zu erheben. Sie sollen«, er schaute zum Himmel empor und verstummte staunend. »So sei es«, erwiderte die Erscheinung und verschwand. Es knackte abermals in Asmiras Ohren. Abgesehen davon bekam sie kaum mit, dass die Erscheinung fort war. Wie Kaba und die anderen Zauberer auf ihren Teppichen, wie die Geister, welche die Teppiche trugen, blickte auch sie zum Himmel empor. Hoch über der Palastmauer östlich der Gartenanlagen war der Himmel aufgerissen. Die Öffnung glich einem schräg stehenden Feuerrad. In seiner Mitte trafen lodernde Feuerzungen zusammen wie Speichen, doch unten auf der Erde war kein Knistern oder Brausen zu vernehmen, und auch das gleißende Licht warf keinen Widerschein auf die Bäume und Palastkuppeln. Die Öffnung war da und auch wieder nicht, war nah und zugleich fern, ein Fenster zu einer anderen Welt. Nun stob geräuschlos ein Schwarm schwarzer Punkte daraus hervor. Wie ein Insektenschwarm kamen sie angeflogen, wie eine Rauchfahne, die sich abwechselnd verdichtet und wieder lichtet, dabei um sich selbst kreiselte und sich abwärts schlängelte. Und auch wenn es schien, als flügen die Punkte sehr schnell und hätten keine große Entfernung zu überwinden, so dauerte es eine Ewigkeit, bis sie näher kamen, schien es Asmira. Doch dann, als hätte sich eine Schleuse geöffnet, brach jählings ein Brausen über die Zuschauer herein, als ergösse sich ein Meer aus Sand auf die Erde, das Rauschen der Dämonen schwingen. Die Punkte wurden größer, Zähne, Klauen und Schnäbel blitzten auf, und auch die scharfzackigen Waffen in den Schwänzen und Pfoten der Wesen, bis schließlich der Himmel über dem Palastgarten schwarz von ihnen war, und man die Sterne nicht mehr sehen konnte. Es wurde totenstill. Das Dämonenheer verharrte abwartend in der Luft. Jemand tippte Asmira auf die Schulter. Als sie den Kopf wandte, blickte sie in die Augen des dunkellockigen Jünglings, der inzwischen wie sie unter der Achsel des Schattens klemmte. »Da siehst du, was du angerichtet hast,« sagte der junge Sumerar vorwurfsvoll. Asmira wurde von Kummer und Scham überwältigt. »Ach, Bartimeus, das tut mir alles furchtbar leid.« »Ach so, na ja, dann ist ja alles in Ordnung,« entgegnete der Jüngling zynisch. »Die Heerscharen des anderen Ortes sind entfesselt, dieser Landstrich wird dem Erdboden gleichgemacht, die Menschen sterben wie die Fliegen, Kaba, der Grausame, sitzt auf dem Königsthron und reibt sich die blutbefleckten Hände, und Bartimeus von Uruk ist einem jammervollen Tod geweiht. »Aber dir tut es leid, nur wenn das kein Trost ist.« »Es tut mir wirklich leid,« beteuerte Asmira, »mit so etwas hätte ich niemals gerechnet.« Sie blickte zu dem Dämonenschwarm hinauf. »Und ich habe Angst, Bartimeus.« »Ach was, du bist doch eine mit allen Wassern gewaschene erste Wächterin in Erbfolge.« »Ich hätte nie gedacht, das ist jetzt auch schon egal. Oh, guck mal, jetzt erteilt ihnen der Irre seine Anweisungen. Was glaubst du, wer als Erster dran glauben muss? Ich tippe auf die Zauberer. Volltreffer, guck mal, wie sie laufen.« Kaba stand auf der geborstenen Brüstung, reckte die dürren Arme in die Höhe und sprach mit schriller Stimme einen Befehl. Sogleich tat sich in der Mauer der Dämonen eine Lücke auf, und eine Spirale fliegender Gestalten wand sich abwärts. Von ihren aufgescheuchten Zauberern befehligt, entfalteten deren Dämonensklaven hektisch Aktivität. Teppiche sausten hakenschlagend nach allen Richtungen, hielten in der Hoffnung, offenes Gelände zu erreichen, auf die Palastmauern zu. Aber die Dämonen kamen ihnen zuvor. Die Spirale löste sich auf, schwarze Gestalten stürzten sich auf die Fliehenden, die mit verzweifelten Befehlen ihre eigenen Dämonen zum Kampf zwangen. »Da kommen die Palastwächter«, sagte Bartimaeus, »ein bisschen spät, wahrscheinlich hatten sie keine Lust zu sterben.« Gelbe, blaue, rosafarbene und violette magische Blitze explodierten überall im Garten und auf den Palastdächern, als die Verteidiger nun Kabas Horden angriffen. Zauberer schrien, Teppiche gingen in Flammenkugeln auf, Dämonen stürzten wie glühende Meteoriten zur Erde, krachten durch Kuppeln und Dächer oder stürzten im Ringkampf ineinander verschlungen in die Gartenteiche. Oben auf der Brüstung jubelte Kabar, »So ist's richtig, Salomos Zeiten sind endgültig vorbei. Zerstört den Palast, Jerusalem soll fallen, dann wird Karnak auferstehen und wieder die Hauptstadt der Welt werden.« Der Schatten ahmte seinen Herrn nach. »Ja, große Kabar, ja«, jauchzte er, »die Stadt soll brennen.« Asmira kam es vor, als hätte sich der Griff um ihre Taille gelockert. Der Schatten war anscheinend abgelenkt. Ihr Blick fiel auf Kabars Rücken. Die Entfernung betrug vielleicht zehn Fuß, höchstens zwölf. Mit einem Mal war sie ganz ruhig. Sie holte tief Luft und tastete unauffällig nach ihrem Gürtel. »Partimeus«, raunte sie. »Schade, dass es hier keine Snacks gibt«, sagte der Djinn. »Es ist wirklich eine tolle Vorstellung, wenn man außer Acht lässt, dass wir beide im nächsten Akt mitspielen.« »Nein, nicht den Jade-Turm, den habe ich gebaut, ihr Blödmänner!« »Partimeus«, »ja, ja, es tut dir leid, es tut dir wirklich leid, es könnte dir gar nicht noch mehr leid tun, das haben wir doch schon alles geklärt.« »Jetzt hör mir doch mal zu«, fauchte sie. »Noch ist nicht alles verloren. Siehst du, wie nah Kabar steht? Wir könnten«, der junge Sumera erwiderte bedauernd, »geht leider nicht, ich darf Kabar nichts antun. Magische Attacken sind mir untersagt, außerdem trägt er den Ring.« »Na und?« Asmira streckte den Arm aus. Der letzte Dolch lag flach an ihrem Handgelenk, damit die verdächtige Kälte der Silberklinge nicht die Aufmerksamkeit des Schattens erregte. Der Djinn machte große Augen. Er blickte erst zu dem Schatten auf, der immer noch triumphierend johlte, dann schaute er Asmira an und von ihr zu Kabar, der mit dem Rücken zu ihnen stand. »Ist die Entfernung nicht zu groß?«, raunte er. »Nä.« »Hm, du musst aber richtig gut treffen.« »Keine Bange. Jetzt sei still, ich muss mich konzentrieren.« Asmira heftete den Blick auf den Zauberer. »Atme bewusst, wie es deine Mutter dich gelehrt hat. Zieh auf das Herz. Denk nicht nach. Werde ganz locker.« Der Djinn seufzte. »Verdammt, der Kerl bewegt sich die ganze Zeit. Ich halte's nicht aus. Still!« Ein herrenloser, violettbrennender Teppich sauste dicht an Kabar vorbei, der zur Seite sprang. Der Teppich prallte weiter unten gegen den Turm, und eine Rauchsäule stieg auf. Asmira fluchte stumm, sammelte sich wieder, berechnete die neue Flugbahn, holte aus. »Achtung, Herr!« Der Folio Giziri, der in seiner Wolke vor der Brüstung schwebte, hatte herübergeschaut und einen Warnruf ausgestoßen. Kabar drehte sich mit ausgestreckten Armen um. Blitzschnell zielte Asmira noch einmal neu und warf. Die silberne Klinge traf Kabars Hand, Blut spritzte hoch auf. Etwas, an dem es golden blinkte, fiel zu Boden. Die Dämonenhorden waren verschwunden, am Himmel funkelten die Sterne. Der abgetrennte Finger hüpfte über den Boden. Kabar stieß einen grässlichen Schrei aus. »Los, Bartimeus!« rief Asmira. »Schnapp dir den Ring! Wirf ihn ins Meer!« Der Jüngling war nicht mehr da. Ein kleiner, brauner Vogel schlüpfte unter der Achsel des Schattens hervor. Kabar hielt schreiend seine Hand umklammert. Aus dem Fingerstummel sprudelte Blut. Auch der Schatten schrie und ließ Asmira achtlos fallen. Der kleine Vogel stieß herab, pickte den Finger auf und flatterte über die Balkonbrüstung. Asmira knallte auf den Boden. Ein donnerndes Tosen erscholl. Über der Brüstung erschien ein riesiger Vogel aus Feuer und Flammen. In seinem Schnabel blinkte etwas Goldenes. Er wandte sich nach Westen und verschwand über den rauchenden Gärten. »Töte ihn, Ahmet!« heulte Kabar. »Töte ihn! Bring mir den Ring zurück!« Der Schatten schnellte über die Brüstung. Ihm wuchsen lange, schwarze Flügel, die sich donnernd hoben und senkten. Auch er verschwand in den Rauchwolken. Seine Flügelschläge verklangen. Dann senkte sich Stille über den Palast des Salomo. Asmira drehte sich um und rannte los. »Lauf ruhig weg! Lauf so weit du kannst!« rief ihr Kabar nach. »Dich nehme ich mir vor, wenn meine Sklaven hier sind!« »Gesir! Kosro! Nimm schick! Wo seid ihr? Kommt sofort her!« Nach dem ganzen Tumult, dem Lärm und dem Qualm draußen, kam ihr der prächtige Saal unwirklich vor. Das Wasserbecken dampfte vor sich hin, die verzauberten Speisen lockten, und die Kristallkugel schimmerte milchig. Asmira gönnte dem ganzen Blendwerk nur einen flüchtigen Blick. Doch auf einmal blieb sie wie angewurzelt stehen. Auf der gegenüberliegenden Seite des Saales stand ein Mann und beobachtete sie. »Tja, jetzt sitzen wir in der Tinte, was?« sagte König Salomo von Israel. Während ich durch die dahinschwindende Nacht westwärts flog, Hügel und Täler wie Wellen unter mir dahinwogten und Kabars Schatten immer dichter zu mir aufschloß, betrachtete ich meine Lage noch einmal von allen Seiten. Ich kam zu folgendem Resümee. Ahmet würde mich bald einholen. Ein Phönix mag noch so schnell fliegen, er kann seine Höchstgeschwindigkeit nicht ewig durchhalten. Schon gar nicht, wenn er kürzlich von einem Schüttler außer Gefecht gesetzt wurde, und erst recht nicht, wenn er einen derart zaubermächtigen Gegenstand trägt, dass er ihm den Schnabel wegschmilzt. Der Marit, der viel größer war als ich und bis zur Halskrause voller zaubermächtiger Magie, hatte zu Beginn der Jagd ein wenig Boden verloren, aber das machte er jetzt wieder wett, da ich allmählich erlärmte. Jedes Mal, wenn ich den Kopf wandte, sah ich seinen tiefschwarzen Umriss nur ein halbes Tal hinter mir. Der Phönix flog über eine Bergkuppe. Sein Schnabel warf mittlerweile von der Aura des Ringes Blasen. Der Schatten jagte auf schwarzen Schwingen hinterher. Jenseits des Berges lag ein dicht mit Pinien bestandenes Tal. Im Morgengrauen erkannte man einige Lichtungen, dort, wo Holzfäller am Werk gewesen waren. Die Phönixaugen leuchteten freudig auf. Ich ging in den Sinkflug über und mein verräterischer Feuerschweif erlosch. Ahmet hatte den Berg gerade rechtzeitig überquert, um mich verschwinden zu sehen. Auch er tauchte nun unter das Dach der Baumkronen und verharrte mit gespitzten Ohren im harzduftenden Zwielicht. »Wo steckst du, Bartimäus?« raunte er. »Komm schon, zeig dich!« »Schweigen im Walde!« Der Schatten schlängelte sich geschmeidig zwischen den Stämmen hindurch. »Ich wittere dich, Bartimäus, ich wittere deinen Angstschweiß!« Wie erwartet bekam er auch darauf keine Antwort. Er huschte weiter bergauf. Dann vernahm er ein gedämpftes »Pfft, pfft, pfft« »Ich höre dich, Bartimäus, ich höre dich. Sind das deine schlotternden Knie?« »Pfft, pfft, pfft« Der Schatten huschte weiter. »Oder deine klappernden Zähne?« Es war weder das eine noch das andere. Jeder Geist mit ein bisschen Pfadfinder-Erfahrung hätte das sogleich erkannt. Das Geräusch rührte daher, dass ich zwei Baumstämme, die ich in der Nähe eines Holzfällerlagers entdeckt hatte, mithilfe einer Kralle fein säuberlich anspitzte. Ich bastelte mir zwei schöne spitze Pfähle. »Letzte Aufforderung, Bartimäus, überlass mir den Ring. Ich sehe seine Aura durch die Bäume schimmern. Du kannst ihn nicht vor mir verbergen. Wenn du ihn jetzt fallen lässt, magst du ungehindert fliehen.« Der Schatten huschte lauschend weiter. Das Geräusch verstummte, der Schatten hielt inne. Immer noch schimmerte vor ihm die Aura von Salomos Ring. Rasch kam er näher, lautlos wie schwarzer Schnee, folgte der Strahlung der Aura zu ihrem Ursprung. Der sich als Baumstumpf am Rande einer Lichtung entpuppte. Oben auf dem Baumstumpf stand, provozierend an einen Penienzapfen gelehnt, Kabas Finger. Am Ende des Stummels pulsierte der Ring munter vor sich hin. Ahmet brummte zufrieden und huschte auf den Baumstumpf zu, wobei er sich vor lauter Eifer in die Länge zog. Im gleichen Augenblick spürte er hinter sich den Luftzug von etwas Großem. Ein penibel angespitzter Baumstamm kam auf ihn zugeflogen, traf den Schatten mitten in den langgestreckten Rücken, durchbohrte ihn und grub sich tief in den weichen Waldboden. So festgetackert stieß der Schatten einen schauerlichen Schrei aus. Auf dem Abhang erschien der junge Sumera. Er schwang einen zweiten Pfahl. »Guten Morgen, Ahmet«, rief ich fröhlich, »gönnst du dir eine Verschnaufpause? Bestimmt hast du eine anstrengende Nacht hinter dir, aber was machst du dahe? Anfassen verboten!« Einen Arm streckte der Schatten nach dem Ring aus, den anderen hatte er um den Baumstamm geschlungen und versuchte, ihn aus dem Waldboden zu drehen und umzukippen. Ich machte einen Satz und pflückte den Finger herunter. »Den nehme lieber ich mit, aber ich will mal nicht so sein, du kriegst zum Trost etwas anderes.« Ich holte mit dem zweiten Pfahl aus und schleuderte ihn zielsicher auf den Kopf des Schattens. Ahmet reagierte überirdisch schnell. Er riß den ersten Pfahl einfach aus der Erde, benutzte ihn wie eine Keule, mit der er nach meinem zweiten Geschoss hieb und es ins Unterhölz beförderte. Der klaffende Riß in seiner Mitte schien ihn nicht weiter zu stören. »Nicht übel«, sagte ich anerkennend. Der Sumerer hatte sich wieder in den Phönix verwandelt. »Aber wie schnell kannst du mit diesem Riesenloch im Leib fliegen?« Und schon sauste ich flammensprühend über die Pinien hinweg nach Westen. Nach einer Weile drehte ich mich um. Der Schatten folgte mir wieder. Wie beabsichtigt behinderte ihn die Verwundung vorübergehend, auch sein Umriss wirkte irgendwie ausgefranst. Er flog langsamer und konnte zwar mit mir mithalten, mich aber nicht mehr einholen. Gut so, ich würde das Meer erreichen. Schlecht war, dass Rettung trotzdem nicht in Sicht war. Sobald ich den Ring ins Meer warf, würde sich Ahmet hinterherstürzen und ihn wieder herausholen. Ich machte mir keine Hoffnung, den Mariden noch einmal überlisten zu können, denn auch meine Kräfte ließen zusehends nach. Die Verfolgungsjagd und meine Blessuren, dazu die Aura des Ringes, die ein kleines Loch nach dem anderen in meinen armen Schnabel senkte, das alles machte mir schwer zu schaffen. Ich war am Ende. Schon konnte ich die Brandung hören, doch verhieß mir ihr Tosen höchstens noch ein feuchtes Grab. Mir wollte absolut nicht einfallen, wie ich diesem Schicksal entrinnen könnte. Sich das Hirn zermarternd flatterte der angeschlagene Phönix in einer letzten heldenhaften Anstrengung aufs offene Meer hinaus. König Salomo trug eine lange goldbestickte Robe, in seinem Haar prangte ein silberner Reif. In dieser Aufmachung wirkte er viel größer und ehrfurchtgebietender als in dem schlichten weißen Gewand, in dem ihn Asmira bis dahin kannte, wenn auch kein bisschen weniger gebrechlich. Sie wurde schamrot im Gesicht. »Ach bitte«, stammelte sie, »es tut mir leid, ihr hattet ja recht, der Ring, der Ring hat«, sie riß sich zusammen. »Großer König«, sagte sie, »mein Diener hat den Ring von hier entführt, Kabas Dämon verfolgt ihn. Wenn ich den Zauberer umbringe, ist Bartimaeus gerettet, und euer Ring landet im Meer.« Salomo blickte sie unter hochgezogenen Brauen eindringlich an. »Auch das habe ich gehört und geschaut. Könnt ihr nicht irgendwas unternehmen, bitte? Nicht aus eigener Kraft.« Der König schwieg einen Augenblick. »Es ist schon lange her, dass ich so etwas selbst getan habe, aber vielleicht findet sich in meiner Wunderkammer etwas Brauchbares.« Er schritt in würdevoller Eile zu einem Durchgang hinüber, der Asmira noch nicht aufgefallen war. Asmira lief nebenher. Die Wandbordeschränke und Truhen in dem kleinen Raum quollen vor Kunstgegenständen über. Asmira wußte nicht, wo sie zuerst hinschauen sollte. »Was soll ich nehmen?«, fragte sie. »Und was kann man damit anfangen?« »Keine Ahnung,« erwiderte Salomo schlicht. »Den Verwendungszweck der meisten Gegenstände kenne ich nicht. Ich halte schon seit Jahren Ausschau nach etwas, das genauso mächtig ist wie der Ring, seinem Benutzer aber weniger schadet, vergebens natürlich.« Ein Krachen hallte durch den Saal. Asmira fuhr zusammen. Flammen züngelten in die Wunderkammer. Der Hitzeschwall warf Asmira rückwärts um. Sie krachte in die Schränke weiter hinten und landete unsanft zwischen umgestürzten Truhen. Eine Lawine magischer Artikel prasselte auf ihren Kopf. Als sie die Augen wieder aufschlug, sah sie Salomo vor sich stehen. Der König streckte die Hand aus, Asmira ließ sich von ihm hochhelfen. Sie blutete an Armen und Beinen, ihr Gewand war versenkt. Salomo ging es nicht viel besser, seine Robe war zerrissen, sein Haar mit grauem Mörtelstaub gepudert. Einen Augenblick stand Asmira stumm vor ihm, dann sprudelte es erneut aus ihr heraus. »Das wollte ich alles nicht, Herr, es tut mir leid, was ich euch angetan habe.« »Leid«, der König schmunzelte, »in gewisser Hinsicht bin ich dir dankbar.« »Wie meint ihr das?« Die grünen Hexenfeuer auf der Schwelle erstarben. »Du hast mich aufgeweckt«, sagte König Salomo, »ich hatte mich schon viel zu lange in meinem Turm verkrochen, von Schmerzen gepeinigt, von meiner Last niedergedrückt und nur mit dem Gedanken beschäftigt, wie ich den Ring sicher verwahre. Und was kam dabei heraus? Ich wurde immer schwächer und selbstgefälliger und blind gegenüber dem Treiben meiner eigenen Zauberer, die eifrig dabei waren, meine Reichtümer zu plündern. »Ja, ich bin dir tatsächlich dankbar. Der Ring mag verloren sein, aber dafür fühle ich mich lebendiger denn je. Endlich sind mir die Augen geöffnet worden. Und wenn ich sterben muss, dann zu meinen eigenen Bedingungen, nämlich im Kampf.« Er griff in die auf dem Boden verstreuten Schätze und zog eine aus Gold geschmiedete Schlange heraus. Sie hatte Augen aus Rubinen, Smaragde zierten ihre Klauenfüße. Unter den Steinen auf den Zehen saßen kleine Scharniere. »Ich nehme an, man muss auf diese Erhebungen hier drücken«, sagte der König. »Auf geht's!« Das Feuer auf der Türschwelle war endgültig erloschen. »Eins noch, Asmira«, sagte Salomo, als sie in den Saal hinaustraten. »Ich bin nicht dein Herr, in der vielleicht letzten Stunde deines Lebens sollst du dich keinem Herrn mehr unterwerfen.« Sie stiegen über die qualmenden Löcher und Risse im Fußboden und wären beinahe mit den Dämonen zusammengestoßen, die in Gestalt von drei Berberäffchen in Richtung Wunderkammer schlichen. Als die Äffchen Salomo erblickten, machten sie kreischend kehrt. Der Zauberer Kaba, der sich mit verbissener Miene auf ein umgekipptes Sofa stützte, machte bei Salomos Anblick ein fassungsloses Gesicht. »Verneige dich vor mir, Elender«, donnerte Salomo. Kaba fiel die Kinnlade herunter, seine Knie drohte nachzugeben. Dann hatte er sich wieder im Griff und kniff trotzig die blutleeren Lippen zusammen. Er gab den sich furchtsam duckenden Äffchen ein Zeichen und trat vor. »Der Tyrann ist noch am Leben, und wenn schon«, brüllte er, »er hat ja seinen Ring nicht mehr.« Salomo schritt auf ihn zu und schwenkte die goldene Schlange. »Entlasse deine Sklaven! Verneige dich!« »Fürchtet euch nicht vor dem albernen Ding«, rief Kaba seinen Äffchen zu. »Auf, ihr Sklaven! Tötet ihn!« »O Kaba!« »Verneige dich, Elender«, wiederholte Salomo. Nur wenige Schritte trennten ihn noch von dem Zauberer. »Er ist wehrlos, ihr Dummköpfe! Wehrlos! Tötet ihn! Tötet sie alle beide!« »Oh, nein«, raunte Asmira. »Seht doch!« »Liebster Kaba!« Es kam von der Balkontür her. Kaba hielt inne und drehte sich um. Auch alle anderen wandten die Köpfe nach der Stimme. Der Schatten schwebte mit flackernder Substanz vor dem Durchgang. Er hatte immer noch den Umriss des Zauberers, aber seine Silhouette zerfloss an den Rändern wie weiches Kerzenwachs. »Ich bin über Land und Mäh geflogen«, verkündete er mit matter Stimme. »Ich bin sterbensmüde. Der Djinn hat mich lange an der Nase herumgeführt, aber zu guter Letzt habe ich ihn doch noch erwischt.« Ein tiefer Seufzer. »Er hat sich gewehrt wie fünfzig Djinn auf einmal, aber nun ist es vorbei, ich habe es für euch getan, liebster Herr, nur für euch.« Kaba's Stimme war heiser vor Rührung. »Mein lieber Amhet, du bist wahrhaftig eine Perle unter meinen Sklaven. Und hast du den Ring?« »Seht nur, was er mir angetan hat«, klagte der Schatten, »es war so sengend heiß und der Heimweg war so lang. Ja, Herr, hier ist er.« Er öffnete die qualmenden Finger. In seiner Handfläche lag ein goldener Ring. »Dann wird meine erste Tat darin bestehen, dass ich dem verfluchten Salomo den Garaus mache«, verkündete Kaba. »Ich nehme dir deine Bürde ab, Amhet. Ich bin bereit. Gib mir den Ring.« »Nur zu gern, liebster Kaba.« Salomo stieß einen Schrei aus und hob die goldene Schlange. Asmira stürmte los, aber der Schatten ließ sich nicht beirren und schwebte mit ausgestreckter Hand auf den Zauberer zu. Und so ging die Hetzjagd zu Ende. Jenseits der Wälder im Westen, jenseits der alten Küstenstraße, die nach Norden in Richtung Damaskus führt, jenseits der über die Klippen verstreuten Dörfer, ist Israel an der Küste des großen Meeres auf einmal zu Ende. Als der Phönix diese Küste erreichte, ging es auch mit ihm zu Ende. Taumelnd flog ich über die leeren Strände, und bei jedem Flügelschlag trudelten ein oder zwei meiner feurigen Federn in die Wellen. Mein prächtiger Schnabel war größtenteils weggeschmolzen, ich hielt Kabas Finger nur noch in einem kükengroßen Stumpf. Auch mein Blick war vor Erschöpfung und wegen der Nähe des Ringes getrübt, aber wenn ich den Kopf wandte, sah ich, wie mir der Schatten beharrlich folgte und inzwischen auch wieder aufholte. Ich hatte kaum noch Kraft. Lange konnte die Jagd nicht mehr dauern. Ich flog noch ein Stück westwärts übers offene Meer hinaus, und während der ersten halben Meile wollte es einfach nicht hell werden. Nur mein eigener rötlicher Widerschein hüpfte unter mir über die Wellen. Doch urplötzlich wurde die schwarze Nacht doch noch grau, und als ich mich umdrehte, kündigte hinter dem Schatten ein rosiger Schimmer über der fernen Küste den Anbruch des neuen Tages an. Gut, ich hätte die Sache ungern im Dunkeln zu Ende gebracht. Ich wollte ein letztes Mal die Sonne auf meiner Substanz spüren. Der Phönix verlor an Höhe und segelte dicht über der Wasseroberfläche entlang. Ich legte den Kopf in den Nacken und spie den Finger aus. Er beschrieb einen hohen Bogen, fing die ersten Strahlen der Sonne ein, dann stürzte er in die Tiefe. Und wurde von einer schlanken braunen Hand aufgefangen. Der Schatten verlangsamte seinen Flug, schwebte dann auf der Stelle und schaute mich an. Der sumerische Jüngling mit den zerzausten Locken erwiderte den Blick. Die Wellen benetzten meine bloßen Füße, das erste Morgenlicht spiegelte sich in meinen melancholischen Augen. Blitzschnell streifte ich den Ring von Kabas Finger und ließ den Finger ins Wasser fallen. Dann hob ich den Arm und hielt den Ring des Salomo in die Höhe. Ahmed und ich schwebten einander schweigend gegenüber. Der kalte Abgrund unter uns zerrte an unserer Substanz. »Nun denn, Bartimaeus«, sagte der Schatten schließlich, »du hast mich tüchtig an der Nase herumgeführt und ich so wacker geschlagen wie fünf Gin auf einmal. Doch jetzt ist Schluss.« »Ein Verstand weggesenkt, Bartimaeus«, der Schatten glitt auf mich zu. »Es reicht jetzt, gib mir den Ring!« Ich lächelte ihn an und fasste einen Entschluß. Ich schob den Ring über den Finger. Er passte wie angegossen. Im selben Augenblick überkam ich das qualvolle Gefühl, auseinandergerissen zu werden. Ich habe ja wohl schon erwähnt, dass der Ring ein Portal war. Hielt man ihn in der Hand, spürte man sozusagen schon den Luftzug, der unter dem Tor hindurchfegte. Steckte man ihn an, riss man das Tor weit auf. Dann erfasste einen der Orkan mit voller Wucht und man war total wehrlos. Es war wie mitten in einer Entlassung, wenn man schon vom anderen Ort angezogen wird, die Substanz aber noch einen Augenblick an die Erde gebunden ist. Auch jetzt war meine Substanz zum Zerreißen gespannt, während ich über dem unbewegten Meer schwebte und mir bewusst war, dass mir die Zeit davonlief. Ich drehte den Ring. Die Schmerzen wurden unerträglich. Ich stöhnte die aufgehende Sonne an. Alle sieben Ebenen um mich herum verzerrten sich, und neben mir tauchte die mächtige Wesenheit auf. Die Morgensonne schien ihre Gestalt nicht erfassen zu können, schien vielmehr in ihr zu verschwinden und ließ sie so unergründlich und pechschwarz erscheinen, als hätte jemand ein Loch in den Tag geschnitten. Sie warf keine Schatten. Apropos Schatten, der arme alte Ahmed wirkte verglichen mit dem Neuankömmling ganz grau und verschlissen. Er wusste nicht, wohin mit sich trat, von einem Bein aufs andere zog sich zusammen und wieder in die Länge und malte mit seinen losen Substanzfäden Spiralmuster ins Wasser. Wie schon auf Salomos Balkon redete die mächtige Wesenheit nicht lange um den heißen Brei herum. »Was ist dein Begehr?« »Sei mir gegrüßt, großer Geist«, erwiderte ich gelassen. »He, wo willst du denn hin, Ahmed? Willst du uns nicht Gesellschaft leisten?« Der Schatten sauste über die Wellen davon. Ich sah ihm mit flüchtigem Lächeln nach. Dann wandte ich mich wieder an den Ringgeist. »Was ist dein Begehr?« Kurz und knapp und auf den Punkt. Darüber war ich froh, denn ich hielt den Sog des Ringes kaum noch aus. Mein Finger war unter dem Reif schon fadendünn. Ahmet war nur noch eine davonstrebende Schliere in der Ferne, die eine kleine Kielwelle hinter sich herzog. Er hatte die Küste schon fast erreicht. »Ein gewisser Marit will gerade verduften«, sagte ich. »Ich wünsche, dass du ihn einfängst und ihm eine tüchtige Tracht Prügel verpasst.« »So sei es.« Aus der Brandung stieg ein Gestöber grauer Gestalten auf und umringte den fliehenden Schatten. Leider konnte ich wegen der Entfernung und des aufspritzenden Wassers keine Einzelheiten erkennen, aber Amets gellende Schreie schreckten meilenweit die Seevögel aus ihren Nestern auf und ließen sie panisch entlang der Küste auf- und abflattern. Schließlich war das Spektakel vorbei, und der Schatten trieb nur noch als mitleiderregender grauer Fleck auf dem Wasser. Die Wesenheit fragte abermals, »Was ist dein Begehr?« »Großer Geist, ich brauche eine Flasche oder etwas Entsprechendes, wenn du mir vielleicht etwas Brauchbares beschaffen könntest.« »Das Meer ist an dieser Stelle sehr tief.« »Entgegnete der Ringgeist.« »Aber auf dem Grund liegt das Wrack eines ägyptischen Schiffes, das vor dreihundert Jahren hier bei einem Sturm gesunken ist. Es hatte Amphoren geladen, die einst Wein enthielten. Die meisten sind leer, aber ansonsten unversehrt und liegen auf dem Meeresboden. Soll ich dir eine besorgen?« »Aber keine zu große, bitte.« Das Wasser unter mir schäumte und strudelte, dann quoll aus der Tiefe ein grüner Schwall an die Oberfläche und führte einen grauen, mit Tang und Muscheln überkrusteten Weinkrug mit sich. »Wunderbar«, sagte ich, »nun kommt meine letzte Bitte. Du sollst den Mariden Ameth in die Flasche verfrachten, die Öffnung mit Blei verschließen, oder wenn du gerade kein Blei zur Hand hast, mit einem gleichwertigen Material, dann sollst du den Stöpsel mit den üblichen Siegelsprüchen und Runen versehen und die Flasche anschließend wieder auf den Meeresgrund befördern, wo sie die nächsten paar tausend Jahre ungestört liegen kann, damit Ameth gründlich über seine Verbrechen an anderen Geistern, insbesondere an meiner Person, nachdenken kann.« »So sei es«, verkündete der Ringgeist, »eine durchaus angemessene Strafe, wenn ich das anmerken darf.« Durch die Öffnung sah ich bunte Lichter in dem Weinkrug flackern und spürte, wie sich die Ebenen verbogen. Ich bildete mir ein, den letzten Schrei des Schattens zu vernehmen, aber vielleicht halte auch nur das Kreischen der Seevögel übers Wasser. Das geschmolzene Blei im Hals des Kruges blinkte auf, Salzwasser zischte und dampfte. Dann war der Pfropfen abgekühlt, nur die neun eingeritzten Binderunen glühten noch. Der Krug fing an, sich zu drehen, erst langsam, dann immer schneller, bis sich im Meer ein dunkelblauer Trichter auftat. In diesem Trichter wirbelte die Flasche tiefer und tiefer hinab, dann schloss sich das Meer über ihr. Das Wasser wallte noch einmal auf und spritzte bis an meine Füße. Dann lag das Meer wieder ruhig da. »Großer Geist«, sagte ich, »ich danke dir. Das war mein letzter Wunsch. Ehe ich den Ring abstreife, willst du, dass ich ihn zerbreche und dich in die Freiheit entlasse?« »Ich möchte dich nicht kränken«, entgegnete der Ringgeist. »Aber das liegt nicht in deiner Macht. Der Ring kann noch nicht zerbrochen werden.« »Wie schade! Das tut mir leid für dich.« »Meine Zeit kommt noch. Eines Tages werde auch ich frei sein«, entgegnete der Geist. »Was bedeutet Zeit schon für unsereinen?« Ich wandte mich um und blickte zur Sonne empor. »Ach, manchmal kann auch unsereinem die Zeit ganz schön lang werden.« Ich nahm den Ring ab. Der Geist verschwand. Ich schwebte allein über dem friedlich vor sich hinschwappenden Meer. Der Schatten und sein Herr trafen aufeinander. Kaaba streckte die Hand aus. Der Schatten tat so, als wollte er den Ring hineinfallen lassen, zog die Hand jedoch unvermittelt wieder zurück und hielt den Ring in die Höhe. Kaaba griff nach dem Ring, verfehlte ihn aber. Er kreischte vor Wut auf und vollführte verzweifelte Luftsprünge. Aber der Schatten hielt den Ring hoch über seinen Kopf und schwenkte ihn aufreizend. »Knapp daneben ist auch vorbei«, sagte er. »Heh, guter Sprung, wenn du nur ein bisschen größer wärst.« »Was soll das, Sklave?« brüllte Kaaba. »Gib mir sofort den Ring.« »Mit dem größten Vergnügen.« Der Schatten holte mit der Faust aus und verpasste dem Ägypter einen schwungvollen Kinnhaken. Der Zauberer segelte rückwärts durch die Luft und landete auf einem der goldenen Tische, der unter dem zu viel an Gewicht zusammenbrach. Kaaba, der Grausame, lag bewusstlos zwischen dem Obst. Violetter Traubensaft breitete sich wie eine Blutlache unter ihm aus. Asmira traute ihren Augen nicht, auch die anderen Anwesenden rangen nach Luft. Der Schatten deutete eine Verbeugung an. »Vielen Dank. Bei meinem nächsten Trick wird ein Ring seinem rechtmäßigen Besitzer übergeben und anschließend ein bekannter Djinn in die Freiheit entlassen. Autogramme auf Anfrage.« »Bartimeus?« fragte Asmira ungläubig. Der Schatten verbeugte sich abermals. »Guten Morgen. Ich habe dir etwas mitgebracht. Aber wie, wir dachten, dass du ganz bestimmt... Ich weiß, ich weiß. Ihr habt mich wahrscheinlich schon etwas früher zurückerwartet, aber ich konnte dem Verlangen, noch ein kurzes Schwätzchen mit Ahmed zu halten, ehe ich ihn aus der Welt geschafft habe, einfach nicht widerstehen.« Der Schatten warf Asmira den Ring zu. Sie fingen auf und zuckte sofort zusammen. Aber diesmal ließ sie den Ring nicht wieder los, sondern ging durch den Saal zu Salomo hinüber und sank vor ihm auf die Knie. Erhabener Salomo, ihr, dessen Pracht und Herrlichkeit grenzenlos sind. Als sie aufblickte, stellte sie fest, dass der große König sie mit offenem Mund und aufgerissenen Augen anstarrte. Sein Gesicht und seine Schultern waren rußgeschwärzt, die Haare standen ihm wie Stacheln vom Schädel ab. »Was ist denn mit euch passiert?« fragte sie erschrocken. Salomo blinzelte. »Ich, das weiß ich selber nicht recht. Als ich dachte, Kaba greift sich den Ring, habe ich mit der goldenen Schlange auf ihn gezielt und auf die Erhebung gedrückt. Und es war wie das Ende der Welt. Erst habe ich einen Schlag abgekriegt, und dann ist mir eine Rußwolke entgegengeschlagen. Hoffentlich sehe ich nicht allzu derangiert aus. Nein, es geht. Zum Glück habt ihr nicht auch noch auf den dritten Knopf gedrückt, mischte sich der Djinn ein. Der gibt nämlich einen sowas von üblem Gestank frei, der sich...« Er hielt inne und hielt die Nase in die Luft. »Oh, also doch!« »Großer Salomo«, sagte Asmira rasch, »hiermit erstatte ich euch euer Eigentum zurück.« Sie neigte den Kopf und hielt dem König die gewölbten Handflächen mit dem Ring darin hin. Der Goldreif brannte unerträglich, aber das Mädchen biß die Zähne zusammen und hielt die Hände ganz still. »Bartimeus und ich bereuen zutiefst, was wir euch angetan haben und beugen uns eurer Weisheit und Gnade.« Der Schatten rief empört, »Hey, lass mich gefälligst aus dem Spiel, ich habe immer nur unter Zwang gehandelt, bis auf gerade eben, und da habe ich ihm den Ring zurückgebracht.« Asmira seufzte und hob die Hände mit dem Ring noch höher, denn Salomo rührte sich nicht. »Ich übernehme die volle Verantwortung für alles, o König«, sagte sie, »und bitte euch, meinen Diener von seinen Freveltaten freizusprechen.« Sie warf dem Schatten einen schiefen Blick zu. »Besser so?« »Na ja.« Endlich kam Bewegung in Salomo und er trat einen Schritt vor. Der Schatten verstummte, aus der Ecke der Äffchen ertönte ängstliches Geschnatter. Sogar der bewusstlose Zauberer auf seinem Obstlager warf stöhnend den Kopf herum. Es wurde mäuschenstill im Saal. Asmira wartete mit gesenktem Kopf und brennenden Handflächen. Was ihr eigenes Schicksal betraf, gab sie sich keinen falschen Hoffnungen hin. Sie hatte es nicht anders verdient. Vorhin in der Wunderkammer hatte Salomo zwar angedeutet, dass er ihr verzieh, aber da waren sie beide dem Tode nahe gewesen. Jetzt, da er seinen Ring zurück hatte und seine Autorität wieder hergestellt war, sah die Sache völlig anders aus. Sein Palast lag in Trümmern, sein Volk war verängstigt, die meisten seiner Zauberer waren tot. Das schrie nach Vergeltung. Asmira hatte keine Angst. Sie war ganz ruhig. Die goldbestickte Robe raschelte. Asmira sah nicht auf. Du bietest mir den Ring und deine Entschuldigung an, sagte Salomo. Ersteres nehme ich an, wenn auch ungern, denn er ist wahrhaftig eine Bürde. Kühle Finger streiften Asmiras Handfläche, der brennende Schmerz ließ nach. Als sie den Kopf hob, sah sie Salomo den Ring anstecken. Sein gealtertes Gesicht verzerrte sich flüchtig. »Erhebe dich«, sagte er. Asmira gehorchte. Der Schatten neben ihr flimmerte und verwandelte sich in den dunkeläugigen Jüngling. Asmira und Bartimaeus standen vor dem König und warteten auf ihr Urteil. »Deine Entschuldigung dagegen«, fuhr Salomo fort, »kann ich nicht so einfach annehmen. Dafür ist der angerichtete Schaden zu groß. Ich werde dir meine Entscheidung sogleich mitteilen. Vorher jedoch«, er schloss die Augen, berührte den Ring und sprach eine Formel. Ein Blitz umzüngelte ihn und erlosch wieder, und der König stand verwandelt vor ihnen. Sein Gesicht war nicht mehr rußverschmiert, auch die Falten waren verschwunden. Sein wieder glatt herabhängendes Haar war schwarz und glänzte. Er glich seinem jugendlichen Abbild im Speisesaal, und Asmira mußte sich beherrschen, um nicht noch einmal auf die Knie zu sinken. »Ich bitte dich«, sagte Salomo, »du weißt doch, dass es nur Blendwerk ist.« Er drehte den Ring, und die mächtige Wesenheit standen vor ihm. »Ich bin wieder da, Orasiel.« »Ich habe nie daran gezweifelt.« »Wir haben viel zu tun.« »Womit fangen wir an?« Salomos Blick fiel auf den ächzenden Kaba, der offenbar allmählich wieder zu sich kam. »Schaff mir den Kerl aus den Augen. Wirf ihn ins Verlies unter dem Turm. Ich befasse mich später mit ihm.« Ein Blitz und Kaba war verschwunden. »Seine verängstigten Sklaven magst du entlassen. Ich hege keinen Groll gegen sie.« Es blitzte viermal, und die Affendämonen verflüchtigten sich. »Ich fürchte, mein Palast hat ziemlich gelitten. Uns stehen aufwendige Reparaturarbeiten bevor, Orasiel. Verschaff dir einen Überblick über die Schäden, berechne, wie viele Geister wir benötigen, und warte auf mein Zeichen. Ich habe noch einen Augenblick hier zu tun.« Die Luft erbebte, die Wesenheit verschwand. Asmira klingelten die Ohren, sie wischte sich mit dem Ärmel das Blut von der Nase. Bartimaeus und Asmira standen wieder allein vor dem König. »Ich verkünde nunmehr mein Urteil. Zuerst zu dir, Bartimaeus von Uruk. Du hast Dutzende meiner Diener auf dem Gewissen und hast ganz Jerusalem in Aufruhr versetzt. Abgesehen davon hast du dir immer wieder beispiellose Unverschämtheiten gegenüber meiner königlichen Person erlaubt. Deine Nilpferdgestalt, das war ein Missverständnis. »Es sieht überhaupt nicht aus wie eure Frau. Zeugt von erschütternder Missachtung gegenüber meinem heiligen Tempel«, wollte ich sagen. »Ach so. Obendrein hast du zu allem Anschein nach diese junge Frau auf die Idee gebracht, meinen Ring ins Meer zu werfen.« »Aber doch nur, damit er nicht euren Feinden in die Hände fällt. Ist es nicht besser, der Ring ruht auf dem Meeresgrund, als dass die Königin von Saba sich seiner Macht bedient? Wenn ihn der große Salomo nicht haben kann, dachte ich mir, dann soll ihn doch lieber die verschwiegene Koralle in ihren Gewahrsam nehmen. »Bist der mal einst? Lass das Gefasel, Bartimeus! Du hast dir einiges zu Schulden kommen lassen, das steht fest. Andererseits bist du ein Sklave und handelst nicht aus freiem Willen. Darum kann ich dich nicht für diese Handlungen verantwortlich machen, so gern ich es auch täte.« Der Dschinn war hörbar erleichtert. »Pfuh, das nenne ich weise!« Er knuffte Asmira in die Rippen. »Na denn, jetzt bist du an der Reihe!« »Asmira aus Saba«, hob König Salomo an. »Was du getan hast, muss ich hier nicht einzeln aufzählen. Du hast beträchtliches Unheil angerichtet. Es zu beheben wird mich einen Gutteil der mir verbliebenen Kräfte kosten. Darüber hinaus hast du mich in meiner Verletzlichkeit erlebt und hinter meine Maske geschaut. Das kann und darf nicht ungestraft bleiben. Sind wir uns da einig?« Asmira nickte stumm. »Zu deinen Gunsten spricht jedoch Folgendes. Du hast mich nicht umgebracht. Weshalb nicht, entzieht sich mein Erkenntnis. Aber vielleicht hast du ja schon geahnt, dass du unter falschen Voraussetzungen hergekommen bist. Als Saba sich dann einmischte und dir das ganze Ausmaß deines Irrtums bewusst wurde, hast du ihn außer Gefecht gesetzt und Bartimaeus mit dem Ring weggeschickt. Damit hast du den unmittelbaren Triumph des Verräters vereitelt. Zudem hast du meine Person auch gegen Saba' jüngste Attacke verteidigt, die ich sonst sicherlich nicht überlebt hätte. Zu guter Letzt hast du mir den Ring zurückerstattet. »Es fällt mir wirklich schwer, dich einzuschätzen und ein Urteil über dich zu fällen.« »Stimmt, das Mädel ist in der Beziehung echt schräg drauf«, warf Bartimaeus ein. Der König überhörte die Unterbrechung geflissentlich. »Wie schon gesagt, Asmira, du hast mich wachgerüttelt. Mir ist klar geworden, dass ich unter der drückenden Last des Ringes allzu vieles vernachlässigt und die Korruption unter meinem Günstlingen befördert habe. Das muss sich ändern. Ich werde mir etwas einfallen lassen, wie ich den Ring sicher verwahren kann, und werde das verfluchte Ding nicht mehr so oft tragen. Komme, was wolle. Mein Königreich soll aus dem, was geschehen ist, gestärkt hervorgehen.« Schloss Salomo Er ging zu einem noch unversehrten Tisch und goss aus einem Krug roten Wein in zwei Gläser. »Noch etwas anderes muss ich in Betracht ziehen. Das Attentat auf mich hast du nicht aus eigenem Antrieb verübt, und ich gehe nicht davon aus, dass du in dieser Hinsicht irgendeine Wahl hattest. Auch du, Asmira, hast auf fremden Befehl gehandelt. Da ging es dir nicht viel anders als Bartimaeus.« Der Djinn verpasste dem Mädchen noch einen Rippenstoß. »Meine Rede!« »Daraus folgt, dass jemand anders dafür zur Verantwortung zu ziehen ist.« »Orasiel!« »Hör?« »Schaff mir die Königin von Saba herbei!« Der Geist verschwand. Bartimaeus stieß einen leisen Pfiff aus. Asmira wurde ganz flau im Magen, und die eigenartige Gelassenheit, die sie während der ganzen Urteilsverkündung empfunden hatte, war jäh verflogen. Salomo pflückte eine Weintraube aus einer Obstschale und kaute nachdenklich. Dann nahm er die beiden Gläser und drehte sich um. Ein Blitz, der Duft von Sahne und Rosen und Königin Balkis stand auf einem der Teppiche. Sie trug ein langes, weißes, mit Goldborten besetztes Gewand und um den Hals Ketten aus Gold und Elfenbein. Ihr Haar war über einem goldenen Diadem aufgetürmt, goldene Ohrringe schaukelten links und rechts neben ihrem wohlgeformten Hals. Ihre Schönheit und Eleganz wurden nur von ihrem entgeisteten Blick und ihrer grünlichen Gesichtsfarbe beeinträchtigt. Sie stand ein wenig schwankend da, schluckte und schaute benommen um sich. Der somerische Jüngling beugte sich zu Asmira hinüber. »Den meisten wird bei einer spontanen Materieübertragung übel«, raunte Bartimaeus. »Aber sie behält alles drin, kein unkontrolliertes Reiern. Darin zeigt sich wahre Majestät.« »Welkommen in Jerusalem, gnädigste«, Salomo hielt ihr ein Glas hin. »Ein Schluck Weingefällig?« Balkis gab ihm keine Antwort. Ihr Blick streifte Asmira, und es dauerte einen Moment, bis sie sie erkannte. Ein Laut der Verblüffung entfuhr ihr. »Herrin«, setzte Asmira an, »elendes Mädchen! Du hast mich hintergangen!« Die Königin wurde leichenblass, nur auf ihren Wangen zeigten sich rote Flecken. Sie machte einen unsicheren Schritt auf Asmira zu und holte mit der Hand aus. Salomo schob sich zwischen die beiden. »Im Gegenteil, diese junge Frau ist eure treueste Dienerin. Sie hat die Feinde vernichtet, die euch in meinem Namen erpresst haben. Ohne ihr Eingreifen hätte Israel und auch euer schönes Saber, liebe Balkis, ein schreckliches Ende genommen. »Ich stehe tief in Asmiras Schuld«, verkündete Salomo, »und ihr ebenso.« Königin Balkis schwieg wieder. Sie musterte Asmira feindselig, ihre Lippen bildeten nur einen schmalen Strich. Asmira versuchte sich daran zu erinnern, wie die Königin ausgesehen hatte, als sie sich vor zwei Wochen unterhalten hatten. Sie versuchte sich an das Lächeln und die Schmeicheleien zu erinnern, an die Vertrautheit. Wie stolz war Asmira damals gewesen. Es klappte nicht. Die Erinnerung hatte keine Macht mehr über Asmira. Balkis wandte sich dem König zu. »Das behauptet ihr, mein Herr. Ich bin noch nicht davon überzeugt.« »Ach nein!« Salomo machte eine höfliche Verbeugung. »Das wundert mich nicht, wir haben euch ja auch wirklich überrumpelt.« Er hielt der Königin wieder das Weinglas hin und schenkte ihr sein strahlendstes Lächeln. Diesmal nahm Balkis das Glas entgegen. »Darf ich vorschlagen,« sagte Salomo, »dass ihr mich auf einen Rundgang durch meinen Palast begleitet, wo zurzeit grundlegende Renovierungsarbeiten stattfinden? Dabei kann ich euch alles ausführlicher erzählen, und wir können uns auch über die Beziehungen zwischen unseren Ländern unterhalten, die dringend der Verbesserung bedürfen, in welchem Punkt ihr mir sicherlich beipflichtet.« Die Königin hatte sich einigermaßen wieder gefasst und verbeugte sich steif. »Einverstanden!« »Solange kann eure Wächterin«, Balkis schüttelte energisch den Kopf, »se ist nicht mehr meine Wächterin. Ich habe keine Ahnung, in wessen Dienst sie jetzt steht.« Asmira empfand einen stechenden Schmerz, als bohrte sich eine Messerklinge in ihrer Brust. Dann veräppte der Schmerz und damit ihre ganze Aufregung über das Wiedersehen mit der Königin. Sie war selbst darüber verwundert und erwiderte Balkis Blick gleichmütig. Die Königin trank einen Schluck Wein und wandte sich von ihr ab. »Dann habt ihr gewiß nichts dagegen, gnädigste, wenn ich dem Mädchen einen Vorschlag unterbreite«, sagte Salomo schmunzelnd. »Hör zu, Asmira!« Nun galt ihr das strahlende Lächeln auf dem trügerisch faltenlosen Gesicht. »Ich möchte dir ein Angebot machen. Tritt in meine Dienste ein und werde meine Leibwächterin. Ich habe aus nächster Nähe erlebt, wie fähig du bist und bin ganz sicher, auch wenn das nach den Geschehnissen der vergangenen Nacht höchst merkwürdig klingen mag, dass ich dir mein Leben bedenkenlos anvertrauen kann. Du sollst mir dabei helfen, meine Herrschaft wieder zu festigen und mein Land mit Verstand zu regieren. In den nächsten Tagen und Wochen brauche ich viel Unterstützung, denn meine Diener sind in alle Winde zerstreut, und falls noch einer meiner Zauberer am Leben ist, muss man ihn auf seiner Rückkehr gut im Auge behalten. Sei meine Stütze, Asmira! Fang in Jerusalem noch einmal von vorn an! »Und sei versichert«, lächelte er, »dass ich dich fürstlich dafür belohnen werde.« Der König stellte sein Weinglas ab. »Aber jetzt muss ich mich endlich meinem Staatsgast widmen. Schöne Balkes, nach unserem Rundgang wollen wir uns in einem meiner Pavillons mit einem Fruchtsorbet erfrischen. Das Eis dafür wird mir täglich von den Gipfeln des Libanongebirges geliefert. »Es wird euch trefflich munden. Darf ich bitten?« Salomo bot der Königin von Saba den Arm, und sie legte ihre Hand darauf. So schritten sie durch den Saal, wobei sie den Schutthaufen und den umgestürzten Möbeln geschickt auswichen. Dann traten sie durch die gegenüberliegende Tür und entschwanden den Blicken. Das Rauschen ihrer Gewänder wurde leiser, ihr Geplauder verklang. Sie waren fort. Asmira und der Djinn wechselten einen langen Blick. »Tja, soviel zum Thema Könige und Königinnen«, sagte Bartimeus. Es war Zeit für mich zu gehen. Ich fand Asmira im Saal, wo sie auf einem goldenen Stuhl saß und mit der Vornehmheit und Zurückhaltung eines halbverhungerten Wolfes einen Honigkuchen nach dem anderen in sich hineinstopfte. Als ich eintrat, unterbrach sie ihre Schlingerei nicht etwa, sondern mampfte unbeirrt weiter. Ich setzte mich ihr gegenüber und betrachtete sie zum ersten Mal seit meiner Rückkehr etwas genauer. Sie sah einigermaßen mitgenommen aus, aber immerhin besaß sie noch die vorschriftsmäßige Anzahl Arme und Beine. Ihre Kleidung war zerrissen und versenkt, die Haut zerschrammt, ihre Oberlippe geschwollen. Ein magischer Blitz hatte ihr Haar grün verfärbt. Nichts davon konnte man ehrlicherweise als Verbesserung ansehen, andererseits war das natürlich längst noch nicht alles. Während sie einen tiefen Schluck von Salomos Wein zu sich nahm und anschließend die klebrigen Hände an einem seiner Seidenkissen abwischte, hätte einem aufmerksamen Beobachter, mir, durchaus auffallen können, dass sie entschieden lebendiger und fideler wirkte, als bei unserem ersten Zusammentreffen am Tag zuvor, bei dem sie steif und abweisend auf ihrem Kamel gesessen hatte. Ihr Äußeres mochte unter den Ereignissen der Nacht gelitten haben, aber es hatte ganz den Anschein, als sei in ihrem Inneren eine Kette gesprungen, und das war ganz gewiss eine Verbesserung. Sie griff sich eine Hand voll Weintrauben und ein Mandelbrötchen. Spazieren die beiden immer noch unten herum? Ja, sie absolvieren das volle Programm. Ich kniff meine hübschen, ausdrucksvollen Mandelaugen nachdenklich zusammen. »Täusche ich mich, oder ist deine geliebte Königin Balkis eine ziemlich blöde Ziege?« Asmira grinste mich schief an. »Ich muss zugeben, dass sie nicht ganz so großzügig gewesen ist, wie ich es mir erhofft hatte. Vornehm ausgedrückt. Aber das ist eigentlich auch kein Wunder.« Das Mädchen schnippte sich ein paar Krümmel vom Schoß. »Sie hat mich losgeschickt, damit ich ein Attentat begehe und den Ring klaue, und dann muss sie plötzlich erleben, dass mich Salomo in den höchsten Tönen lobt, der Ring immer noch an seinem Finger steckt und sie selbst wie der dumpfbackigste Kobold nach Jerusalem zitiert wird.« »Keine schlechte Zusammenfassung.« »Ach, er wird sich schon noch besänftigen,« entgegnete ich, »das schafft er jedes Mal.« »Da mache ich mir auch keine Sorgen. Salomo wird die Königin irgendwann verzeihen, nur mir nicht.« Sie nahm sich das nächste Brötchen. Eine Pause trat ein. »Nur gut, dass du inzwischen eine Alternative vor Augen hast,« sagte ich dann. »Was meinst du?«, fragte sie mit vollem Mund. »Salomo hat dir doch angeboten, dich einzustellen. Er will dich reich entlohnen, wenn du ihm beim Aufbau eines fortschrittlicheren Staates oder so ähnlich zur Seite stehst. Das klingt in meinen Ohren zwar alles ein bisschen wischiwaschi, aber nicht unbedingt so abgrundtief übel.« Ich wandte den Blick in Himmel bzw. Zimmerdecke. »Du klingst ja nicht besonders überzeugt,« sagte das Mädchen. »Na ja, er hat halt mal wieder seinen ganzen Zauber aufgeboten und dich mit seiner Wir beide gegen den Rest der Weltmasche geködert,« erwiderte ich mürrisch. »Dir sein Strahlemann-Lächeln geschenkt und gesäuselt, dass er dir bedenkenlos sein Leben anvertraut, das klingt ja ganz knackig. Aber worauf läuft es denn jede Wette raus? Erst wirst du seine Leibwächterin, dann ernennt er dich zur persönlichen Beraterin, und zack, ehe du dich's versiehst, landest du in seinem Harem. Dazu kann ich nur sagen, wenn es wirklich so weit kommt, sieh zu, dass du nicht die Schlafkoje unter der Osmoab abkriegst. Ich lande auf gar keinen Fall in Salomos Harem, Bartimaeus. Das sagst du jetzt, aber ich schlage sein Angebot aus. Sie trank noch einen Schluck Wein. »Hä?« »Hatte ich mich verhört? Du nimmst es nicht an? Nein. Aber er ist nicht irgendwer, er ist Salomo, und er ist wirklich großzügig, egal, was ich gerade gesagt habe. Das weiß ich ja, trotzdem, ich will nicht einfach von einem Herrn zum Nächsten hüpfen.« Ich verzog das Gesicht. Ihre innere Kette war eindeutig zersprungen. »Bist du da ganz sicher?« fragte ich. »Ich gebe ja zu, er ist ein überkandidelter Aristokrat und hat echt einen Sammeltick, was Ehefrauen angeht, aber er wäre garantiert ein wesentlich besserer Chef als Balkis. »Zunächst einmal wärst du keine Sklave, keine erste Wächterin mehr. Das bedeutet für dich viel mehr Freiheit und dann natürlich die gute Bezahlung nicht zu vergessen, falls dir das wichtig ist. Ich möchte aber nicht in Jerusalem bleiben. Warum denn nicht? Dank des Ringes ist die Stadt der Mittelpunkt der Welt. Jerusalem ist nicht Sabah. Jerusalem ist nicht meine Heimat.« In ihrem Blick flammte das alte Feuer wieder auf, aber es loderte entschieden sanfter. Aller Zorn und Fanatismus waren daraus verschwunden. Lächelnd fuhr sie fort. »Ich stehe immer noch zu dem, was ich gesagt habe. Ich bin gern erste Wächterin gewesen, denn damit habe ich nicht nur der Königin, sondern auch meinem Land gedient. Ich liebe Sabahs Berge und Wälder, die schimmernde Wüste hinter den grünen Feldern. Als ich noch ganz klein war, hat mir meine Mutter das alles gezeigt. Und die Vorstellung meiner Heimat, die Heimat meiner Mutter nie wiederzusehen, ihr versagte die Stimme. »Das kannst du natürlich nicht verstehen.« »Und ob, dabei fällt mir ein, stimmt.« Asmira stand rasch auf. »Es ist soweit, ich muss dich entlassen.« Was wieder einmal bewies, dass sie keine richtige Zauberin war. Seit damals in Uruk endeten alle meine Arbeitsverhältnisse mit einer erbitterten Auseinandersetzung, weil sich mein jeweiliger Herr weigerte, mich freizugeben. Ich musste mich immer erst in einen kichernden Kadaver oder eine blutrünstige Lamia verwandeln, um den Betreffenden dazu zu überreden. Das Mädchen aber hatte sich selbst befreit und gönnte mir bereitwillig das Gleiche. Mir blieb echt die Spucke weg. Ich stellte mich in Positur. Das Mädchen schaute sich um. »Wir brauchen ein Pentagramm.« »Ja, wenn's geht, gleich zwei. Hier sind bestimmt irgendwo welche.« Nach kurzer Suche entdeckten wir den Rand eines Beschwörungskreises unter einem der versenkten Teppiche hervorschauen. Ich schleuderte die Möbel auf dem Teppich beiseite. Das Mädchen sah mir mit der gleichen beherrschten Haltung zu, die mir schon in der Schlucht an ihm aufgefallen war. Eine Frage beschäftigte mich noch. »Sag mal, Asmira...« Ich beförderte einen umgekippten Tisch mit einem Kick quer durch den Saal. »Wenn du nach Saba zurückkehrst, was willst du denn dort machen, und wie sieht es mit der Königin aus?« Nach ihrem momentanen Verhalten zu urteilen, dürfte sie nicht eben begeistert sein, dich dort zu sehen. Erstaunlicherweise brauchte das Mädchen nicht lange zu überlegen. »Ich gehe nicht nach Marib zurück, sondern verdinge mich bei den Weihrauchhändlern. Ich beschütze ihre Karawanen auf dem Weg durch die Wüste für Banditen und Gin. Auf dem Gebiet kann ich nämlich schon einige Erfahrung vorweisen.« Ich nickte und schleuderte einen antiken Diwan über meine Schulter. Das klang einleuchtend. »Außerdem kommt man auf diese Weise in der Welt herum«, fuhr sie fort. »Wer weiß, vielleicht führt mich mein Weg eines Tages sogar nach Himja. Dann kann ich mir die Felsenstadt anschauen, von der du erzählt hast.« Auf jeden Fall bleibe ich auf diese Weise der Königin aus den Augen, und wenn sie trotzdem Anstoß an meiner Rückkehr nimmt, ihr Blick funkelte, dann muss ich eben damit klarkommen, und mit ihr selber auch. Ich war weder ein Hellseher noch ein Augur, aber ich hatte so eine Ahnung, dass Königin Balkes Zukunft nicht besonders rosig aussah. Ich pfefferte das letzte Möbelstück nach hinten, rollte den kostbaren Teppich zusammen und warf ihn im hohen Bogen ins Wasserbecken. Die beiden hellrosa Pentagramme waren in den Fußboden eingelassen und nahezu unbeschädigt. »Ein bisschen sehr überkandidet«, befand ich, »aber sie erfüllen ihren Zweck.« »Dann hilf rein«, »ein letztes Mal standen wir uns gegenüber.« »Verrate mir noch rasch«, sagte ich, »ob du die Entlassungsformel überhaupt kennst. Ich habe nicht die geringste Lust, noch Monate hier rumzulungern, während du erst mal bei einem richtigen Zauberer in die Leere gehst.« »Selbstverständlich kenne ich die Formel.« Das Mädchen holte tief Luft. »Bartimeus, warte mal. Mir war etwas aufgefallen, nämlich ein Wandbild, gleich gegenüber dem von Gilgamesch Ramses und den anderen verstorbenen Oberdespoten. Ein lebensgroßes Porträt von Salomo selbst, in voller Lebensgröße und all seiner Pracht. Wundersamerweise hatte es die vergangene Nacht überstanden. Ich bückte mich nach einem verkohlten Holzstück, sprang aus meinem Bannkreis und nahm flink ein paar klitzekleine Verbesserungen vor. »So«, sagte ich, »physiologisch unwahrscheinlich, aber irgendwie passend. Was glaubst du, wie lange es dauert, bis er was merkt?« Das Mädchen lachte, und zwar zum allerersten Mal während unserer gesamten Zusammenarbeit. »Soll ich Balkis auch noch dazu malen? Ein bisschen Platz ist noch. Mach nur. Na gut, so das hätten wir.« Ich schlenderte wieder in mein Pentagramm. Das Mädchen musterte mich mit einer belustigten Miene, die mich an Fakal erinnerte. »Was ist denn?« »Du jammerst immer ständig rum, wie qualvoll deine Knechtschaft doch ist. Da wäre mir fast entgangen, dass du dich dabei eigentlich köstlich amüsierst.« Ich stellte mich wieder in Positur und fixierte sie mit einem Ausdruck blanker Verachtung. »Ein freundlicher Rat zum Abschied«, sagte ich, »wenn du nicht extrem kompetent bist, ist es immer eine ausgesucht schlechte Idee, einen sich verabschiedenden Djinn zu beleidigen, insbesondere mich. Im alten Babylon hatten die Ischda-Priester allen Zauberern unterhalb der neunten Stufe streng verboten, sich mit mir abzugeben.« »Da, du tust es schon wieder«, gab das Mädchen zurück, »immerzu prallst du mit deinen früheren Abenteuern. Gib schon zu, dass du auch deinen Spaß dabei hattest, sogar letzte Nacht. Da hast du nämlich sofort aufgehört, dich über deine Versklavung zu beschweren, als der Ring plötzlich in greifbarer Nähe war.« »Tja, also«, ich klatschte in die Hände, »es war eben so viel los, dass ich genug damit zu tun hatte, am Leben zu bleiben, aber mir war jeder einzelne Augenblick zuwider, das kannst du mir glauben, und jetzt Schluss damit, sprich die Entlassungsformel.« Sie nickte und schloss die Augen. Ein junges, mageres Ding, das die Formel in Gedanken noch einmal durchging. Ich hörte förmlich die Zahnrädchen in ihrem kleinen Kopf rattern. Sie öffnete die Augen wieder. »Bartimeus«, sagte sie unvermittelt, »ich danke dir für alles.« »Ich räusperte mich.« »Keine Ursache. Hör mal, bist du sicher, dass du die Formel kennst? Nicht, dass ich plötzlich in irgendeinem stinkenden Sumpf lande oder so?« »Keine Sorge«, sie lächelte. »Komm ich doch mal in Saba besuchen. Dort gefällt es dir bestimmt.« »Als ob ich das zu entscheiden hätte. Aber warte nicht zu lange damit. Unsereinem steht nicht so viel Zeit zur Verfügung wie euch geistern.« Dann rezitierte sie tatsächlich mehr oder weniger fehlerfrei die Entlassungsformel. Ausnahmsweise überhörte ich das dreimalige Stocken, die beiden Patzer bei der Betonung und einen fürchterlich groben inhaltlichen Schnitzer, schließlich hatte die Kleine kaum Fleisch auf den Rippen. Außerdem wollte ich jetzt wirklich los. Eher ging es genauso. Als meine Fesseln von mir abfielen und ich durch alle sieben Ebenen gewirbelt wurde, beobachtete ich aus verschiedenen Blickwinkeln gleichzeitig, dass sie ihren Bandkreis bereits verlassen hatte. Aufrecht und festen Schrittes durchquerte sie Salomos verwüsteten Saal und strebte der Treppe zu, die sie aus dem Turm hinausführte und von dort weiter in den wartenden Teil.